Hallo übrigens auf YouTube. Ich wollte noch meine Playlist ein bisschen füllen. Merke ich gerade. Ich kann mich irgendwie nicht satt hören an diesen Liedern, aber ich hätte gerne ein bisschen mehr Variation drin. Ich mag diese sehr ruhige Musik, die wir in letzter Zeit haben. So. Ich hoffe, auch auf YouTube geht es allen gut. Gut. Wir sind gerade im Chat. Wir haben uns ein bisschen ins VOD von Sora reingeguckt. Ariane war im RP. Ich habe es nicht aufgenommen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich meine Sachen raushaue, weil er bekommt ziemlich viel aus dem VOD von Sora vom 7.11. Barbara Tiedelt mit Kowalski. Und es ist tatsächlich so, dass ich ernsthaft denke, da könnte was draus werden. Das weiß Ariane jetzt nicht. Die ist halt die ganze Zeit hofft. Und wie war es? Und wie war es? Und sowas. Ja, PD RP so gar keinen Bock wieder, weil ich ja im Moment einfach den Kopf so voll habe mit privaten Arbeitskram, sage ich mal. Sehr große To-Do-Liste und mir einfach nichts im RP merken kann. Und wir nebenbei ja noch das Kurayama RP haben, wo ich mir wirklich, wirklich viel merken musste. Ich habe schon gemerkt, dass Ariane dann doch wieder ein paar Sachen vergessen hat. Schwierig. Ich habe mir ein paar Sachen immer aufgeschrieben. Es funktioniert gerade alles einfach mit meinem Hirn nicht. Es ist, wie es ist. Ich habe mir das Kleine jetzt auf dem iPad gebastelt, aber das habe ich auch nicht fertig bekommen. Da muss ich selber mal gucken. Ich habe mir Ariane's Background-Story nochmal durchgelesen. Das ist nämlich für mich auch ein großes Problem gerade. Moment, das habe ich gar nicht genannt. Es ist für mich ein großes Problem, weil ich will Ariane's Background-Story. Ich habe angefangen, mir Stichpunkte dazu aufzuschreiben, die ich so abarbeiten kann. Aber ich habe das nicht mehr weitergemacht, weil ich finde, ich habe das tatsächlich, ich hatte es damals für Funk geschrieben, damit er Bobby spielen kann. Und ich habe die Sicht von Ariane und Bob, die Sicht des Vaters, die Sicht der Mutter und die Sicht des Bruders Bobby, Eigenschaften, blablabla. Ich habe da alles irgendwie in ein Dokument reingehauen. Deswegen ist es jetzt keine fortaufende Geschichte. Und das alles, was ich gerade machen kann, ist mir das mehrmals durchlesen. Und dann möchte ich aber alles aus der Erinnerung von ihr erzählen, weil sonst wirkt das extrem abgelesen. Und das ist gerade schwierig, wie gesagt, weil ich mir so viel auch nicht merken kann. Und ich eigentlich auch finde, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, dass sie das alles so früh erzählt. Weil ich bin ja so der Langzeit-RP-Fan. Und ja, mal schauen. Also nicht denken, dass sie das jetzt extra nicht, dass sie das alles verschweigen will. Aber es muss halt irgendwann, wann ist es an der Zeit? Ariane war beim Friseur. Sie wird es nicht lange tragen, aber ich habe es richtig hart gefühlt. Wir sind wieder Fahrtfinder, Ariane. Aber vielleicht mit einem anderen Schal. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Weil eigentlich mag ich den, aber der backt so ein bisschen durch die Haare. So, und Ariane hat einen ganz, ganz süßen Zettel bekommen, ne? Von Herr Kuria... Kuria... Ich fange auf, wieder an Kurian zu sein. Herr Kuria, ne? Von Juste. Moment. Ich muss mir mal ganz kurz was gucken. Sieht wirklich sehr, sehr süß aus, ne? Ja, und dann haben wir noch... Ihr müsst alle sehr, sehr stark sein. Es ist noch etwas passiert. Ach, das sieht doch süß aus. Oder? Das sieht sogar noch besser aus, finde ich. Oh! Bibi! Das tut das gleiche rot. Ist ja fantastisch. Juhu! Ähm, sie hat bei Eddie übrigens die Sachen zu Alice Taxi geparkt. Also die ganzen, ähm... Den ganzen Kram halt, äh... Die Erinnerungen und sowas alles. Soll ich... Okay, ich fühle es ein bisschen zu sehr, fühle ich wieder Fahrtfinder, Ari. Äh, also. Nochmal auf YouTube. Ähm, was noch passiert ist, ist... Wir sind ja letztens mit Alice Taxi gefahren, ne? Und wir konnten die Leitstelle sehen und das RDP. Da meinte Max aber ja irgendwann, du hast jetzt aber nichts verdient, weil du stehst schon wieder als Urlaub drin. Ariane so, äh? Ne? Egal. Okay, alles cool, ne? Ich fahr trotzdem mit. Ähm, jetzt war es so, dass, äh, danach, komischerweise, war Ariane auf einmal, äh, wieder... Konnte keine Leitstelle sehen und war wieder aus dem RDP gekickt. Also, sie konnte wieder das RDP nicht sehen. Also, das ging dann auf einmal auch nicht mehr. Und, äh, da war sie natürlich jetzt doch ein bisschen pisst, ne? Weil, ähm, was Lamy, glaube ich, auch nicht verstanden hat. Ich zeige euch vielleicht mal die SMS. Lamy ist der CEO. Natürlich meldet sie sich bei Lamy und das Gespräch ist in eine ganz komische Richtung irgendwie gelaufen. Warte. Ah ja, YouTube muss... YouTube müssen wir auch noch mal schreiben. So. Oh. Warte. Äh, wo war es? Genau, Ariane versucht da, die Wogen zu glätten, aber ich glaube, lange kann man das nicht mehr aufrechterhalten. Weil es stand, äh, ein Taxi auf dem Pegasus-Parkplatz gegenüber, ne? Und Ariane wollte natürlich gucken und, äh, da haben wir es gemerkt, dass keiner bei der Leitstelle ist. Ähm. Warte. Lamy, was ist, was zur Hölle ist los? Sonntag war ich kurz im Dienst, äh, war eingestempelt und konnte nichts verdienen. Nicht so schlimm, in Klammern. Weil Max meinte, ich sei wieder auf Urlaub eingetragen. Jetzt habe ich, kann ich wieder die Leitstelle nicht sehen. Äh, wenn ihr mich nicht mehr haben wollt, dann, natürlich ein bisschen Drama, ne? Äh, da macht es ruhig, aber dieses komische, was auch immer das gerade ist, muss nicht sein, ne? Ist alles RP, ne? Damian ist zu bericht, ja. Äh, was auch immer das gerade ist, muss nicht sein. Äh, RDP-Zugang, ähm, hab ich auch wieder nicht. Ein Taxi steht hier auf dem Pegasus-Hof, da wollte ich die Leitstelle anrufen und fragen, von wem das ist. Äh, hätte es sonst sofort zurückgefahren. Alles komisch heute. Dann, easy, was ist der Pegasus-Hof? Äh, hab's gefunden, danke. Und keiner würde ich loswerden. Ich würde schon reden. Äh, ich glaube einfach, Becker und ich haben einanderen vorbeigeredet. Aber hör, aber, hör auf mit den Vorwürfen, kann ich nicht leiden. Die Sache ist, Nami ist CEO. Doch, Ariane wird sich dann da, also, und Vorwürfe, ich weiß nicht, also, sie wird sich an den CEO wenden. Das ist so ganz normal, natürlich, ne? Hat er geschrieben, ich mach dir keine Vorwürfe, sondern, äh, dem, was sich geändert hat. Achso, hat Ariane geschrieben, sondern dem, was sich geändert hat. Es hat sich geändert, Sophie es glücklicherweise raussah. Hab ich nicht verstanden, wieso Sophie ein Thema ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Hab ich nicht verstanden, ne? Brauche ein Beef-RP im Moment. Sorry. Ja, kannst du gerne haben. Ist ja alles RP, also ich nehm's da super easy, ne? Ähm, dann hat sie geschrieben, äh, denn irgendwas ist ja passiert offensichtlich. Also, die Nachricht kam, glaube ich, zeitgleich. Ja, die kam zeitgleich. Äh, mit mir redet man ja nicht und es ist, wie gesagt, vollkommen fein, wenn ihr mich raushaben wollt für den Platz, etc. Ja, leider, ich mag sie, ähm, ich mag sie immer, ja, leider, weil Sophie raus ist, ne? Ich mag sie immer noch. Sie hat das doch gut gemacht bei Addis Taxi. Und hat sie ja wirklich. Ähm, ja klar, ich mag auch Leute, die uns tot sehen wollen. So, Ariane hat davon gar keine Ahnung. Die hat gar keine Ahnung, was da los ist, ne? Und wir wissen ja, wie wir es gerade ausspielen. Ariane will ja alles Negative aus ihrem Leben raushalten, ne? Hab ich natürlich hier weiterhin auch durchgezogen. Äh, absolut kein wisses Blutlami. Ich finde es nur komisch in letzter Zeit. Egal, nicht dein Ding. Hast du kurz Zeit zum Telefon? Ich bin sonst weinig, glaub ich gleich. Ähm, ruf mich aber nochmal zum Thema an, äh, weil ich würde auch gerne meine Seite erzählen, weil anscheinend erzählt sie halt Bullshit. Und das ist halt die Sache. Hat sie nicht, ne? Äh, Nami, wie gesagt, kein wisses Blut. Ich will mich gerade auch raushalten. Ich hab so viel Scheiße in der letzten Zeit erlebt. Ich will die gerade Negativität aus meinem Leben raushalten. Aber das wird ihr irgendwann richtig auf die Füße fallen, ne? Das weiß ich jetzt schon. Ich spiele es auch so aus, dass sie gerade dieses Schöne und alles ist positiv. Irgendwann wird es sie einholen, auch mit dem Banküberfall, ne? Also wir schauen mal, ne? Ich bin hundertprozentig sicher, bin ich ja immer noch nicht, ne? Ähm, ich will mit euch beiden befreundet sein. Ja, aber Ariane, dann hört man sich doch nicht ihre Seite auch noch an. Oh, hat Ariane gar nicht. Also dann wäre ja alles okay. Ich will nicht, dass sie sich da jetzt mit einmischt. Aber du kennst ja meine Seite nicht und ich stehe scheiße da, finde ich nicht cool, ne? Wie gesagt, steht er ja gar nicht, weil Ariane ja nichts weiß. Ähm, ich hab das Gefühl, man will sie rausegeln. Hatte ich tatsächlich auch, dass es extra ist, ne? Und ich liebe es. Äh, nein, du stehst nicht scheiße, da hab ich ihr doch das Gleiche gesagt. Wenn es dir so wichtig ist, dann kann, ähm, kannst du es mir erzählen, aber ich nehme keine von beiden Seiten ein. Hab einfach nur Angst, dass ich, äh, hab einfach nur keine Angst, dass ich was gegen dich habe, ne? Weil Ariane weiß ja so ein bisschen von Nami, ne? Wie schnell das bei ihm passieren kann und sowas. Aber das ist den ganzen Satz geschrieben. Ähm, dass ich was gegen dich habe, das ist nicht der Fall. Okay, habt doch, äh, auch absolut keinen Grund. Und dann kann man ein Herzchen. Genau. That's it. Ja, Ariane, das ist toll, aber ich hab ja einen coolen Song. Wie magst du? Äh, I'll be okay if you stay. Oh, den höre ich mir mal an. Kann dir auch einen empfehlen, so zum Runterkommen. Runterkommen wie ich glaube ich so. Warte mal. Wer war das? Ich hab mal, kannst du, warte, sag mal, ich veranstalte etwas im Dezember und rauche dazu asiatisch, zapanisch, asianisch angehauchte, angehauchte Musik. Du bist das DJ. Okay. 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 Warum ist Ariane da drin? Ich will da gar nicht drin sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir müssen noch Fragen wegen Dingerns, wegen, ähm, Davis, PD, müssen wir den Miller noch anschreiben. Oh. Äh. Genau. Also, ganz kurz. Äh. Okay. Okay. Ariane hat, der ist so auffällig platziert, hat diesen Zettel hier gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, da hab ich mir gedacht, Alter, Ariane ist diejenige, die immer so was macht. Der kommt ja mit allen zuvor, ne? Ich will Ariane so mega süß und aufmerksam spielen, aber irgendwie ist das die männliche Ariane, mit der Ariane jetzt zusammen ist. Wisst ihr, was ich meine? Ist nur mit Ariane, mit diesen ganzen kleinen Aufmerksamkeiten für Skinner, ich kann nix ausspielen, weil mir immer zuvor gekommen wird. Das ist ja furchtbar. So, auf jeden Fall hat, war hier dieser Zettel und, oh, warte mal. Oh, oh. Kunde. Oh. Warte, bevor ich den zeige. Oh nein, Ariane hat da auch einen Zettel hingelegt. Warte mal. Also ich, oh nein. Okay, Ariane hatte da eigentlich auch einen Zettel hingelegt und ich hab voll ewig gebraucht, weil ich da ein passendes Aski-Art versuche. Also sie hat gemalt, sie hat einen kleinen Hasen gemalt mit Herzchen und cool, danke für das Meta-Darflexer, das ist sehr cool gewesen. Dankeschön, sehr super. Gut, dann weiß ich nicht, wo der Zettel ist. Fantastisch. Ja, auf jeden Fall, ja, toll. hat sie einen Hasen gemalt und dann stand da drauf irgendwie, pass mir auf dich auf mit Herzchen und sowas, alles Ari. Jetzt lass mal kurz, guck mal, warte. Guck mal, ist das nicht voll niedlich? Ah, ich wünsche dir einen schönen Tag. Und ich hab ja gestern nicht gestreamt, weil ich geh jetzt raus und denk, hä, was ist das denn? Deswegen, das finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich mir immer so ein bisschen gewünscht, dass Ariane es beim Skinner RP hat, so kleine Überraschungen, so wo man auch nicht gemäht hat, wird so überhaupt gar nichts, weißt du, und das fand ich sehr, sehr süß, ne? Und dann hab ich mir so gedacht, scheiße, warum stream ich gerade nicht? Da war ich dann so ein bisschen, oh kacke, hätte ich das mal gestreamt, ne? Aber ja. Oh Gott, wir haben keine Erinnerungsschrank, Leute. Wir haben keine, ach so, und Ariane war einkommen. Oh mein Gott, ihr solltet nicht auf unser Konto gucken, ich muss mit ihr auch eine Anzahlung machen, es ist ein Trauerspiel, Leute. Auf jeden Fall, den Zettel fand ich sehr, 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 sehr süß. So, warte. Ich traue mich nicht, den jetzt auch mitzunehmen, weil im Chatstand hat er mitgenommen. Und das ist dann das Problem mit Meta, ne? Oh, wir haben Bar- sind das noch vom, oh, wir haben Barbaras Sachen noch. Nee, doch, wir haben Barbaras Sachen noch. Dann packen wir die mal eben hier rein, so lange. Kann ich euch mal Arianes neuen Klamotten zeigen? Dann habe ich hier noch meine Zettelchen mit einer Ratschein. Warte. Oh oh, heute wieder ein bisschen. und so. Also, Ariane hat sich ein paar Sachen geholt. Zum Beispiel haben wir jetzt die Mütze auch in Grau. Ich will sie jetzt heute nicht anziehen, weil ich mag dieses Rote wirklich sehr. da, ne? Finde ich sehr, sehr cool. Ähm, dann hat sie, oh. Nicht gleich. Moment. Also nochmal. Warte, warte, warte. Warte. Wo waren die denn? Ich muss jetzt selber mal gucken, wo ich die hingepackt habe. Meistens mache ich das so, wenn die ganz neue Sachen hat, packe ich die immer in ein Extra-Regal. Das habe ich hier, glaube ich, diesmal nicht gemacht, ne? Oh, die müssen wir hier auch nach oben. Okay, also ich weiß, es ist keine Zeit für Schrankaufräumen, aber so. Das war bei den Pullis. Ach ja, sie hat jetzt einmal den schwarzen Herzenpullover, aber ich bin schon wieder irgendwie so sehr zwiegespalten damit. Fährt sich sehr besser aus mit der anderen Frisur. Ich finde es immer schade, wenn Sachen nicht komplett schwarz sind, aber egal. Dann haben wir zwei Herzchenpullover, das reicht. Ja, und den Pullover hat sie jetzt auch, aber da bin ich jetzt auch schon wieder zwiegespalten, war das so ein komisches Rosales, aber vielleicht sieht das auch mit der anderen Haarfarbe besser aus. Aber mit dem hellblauen Rock, weiß ich nicht, habe ich jetzt irgendwie gesehen, ne? Und sie hat sich den hier gekauft. Warum ist hier gerade alles so hell? Gestern war das gar nicht so hell. Und da müssen wir mal gucken, so ganz in schwarz, mit so einem schwarzen Unterteil und schwarzer Hose wird es, glaube ich, ganz gut aussehen. Und dann hat sie noch, ich hatte mir da noch irgendwas geholt. Ich weiß es schon gar nicht so. Scheiße, ich glaube Schuhe, hat man Schuhe geholt? Scheiße, was war, oh Gott, Leute, ich weiß nicht mehr, was wir gestern geholt hatten. Unangenehm. Die Jacke und die zwei Oberteile, das weiß ich noch. In Thriftshop waren wir oder hat sie nichts geholt? Und die Mütze, ich glaube, das war es sogar. Ja, ich glaube, es kann sogar sein, dass es das war. ein bisschen nicht so sein. So. Ich habe gleich Leute. Ja, gut. Okay. 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 Ich habe jetzt heute von Talent. Okay. 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 Genau, Ariane hat geschrieben, du bist so unfassbar süß, hat mich sehr über den kleinen, hat mich sehr über den Zettel gefreut, dann ist eben was, dann ist mein Spiel, glaube ich, nee, das war gar nicht das, aber bei einer ist mein Spiel abgekackt und mein ganzer PC, wollte ich mal sagen, keine Ahnung. Genau, hat sie wieder sowas gemacht, ich konnte mich diese Nacht nicht an meinen Traum erinnern, sie hat nicht geschrieben, ich habe keinen Albtraum, sondern sie konnte sich nicht erinnern, ich habe endlich wieder gut schlafen können, bei dir in deinen Armen, ich habe mich so wohl gefühlt, aber gleichzeitig sorge, dass du dich nicht wohl gefühlt hast. Wann auch immer du mir mehr erzählen magst, ich höre zu, ich dränge dich aber zunächst, alles in unserem Tempo. Er geschrieben, also wenn du in meinem Arm bist, fühle ich mich sehr wohl, am liebsten will ich dich dann nicht mehr loslassen, oder so. Der Zeitpunkt wird kommen, aber ich möchte das hier und jetzt mit dir genießen, welcher Zeitpunkt? Achso, der Zeitpunkt wird kommen, ich möchte das hier und jetzt mit dir genießen, und du weißt, dass es andersherum auch so ist. Und dann dein Zettel. Ah, der gefunden, okay, ja gut, super. Okay, hier hat er spätestens dann gewusst. Was andersherum auch so ist. Ach ja, das kommt ja noch. Guck mal, ganz kurz was. Ich habe nur ein paar Sachen aufgeschrieben. Ariane muss noch die Leute alle einladen. Ich habe nur ein paar Sachen aufgeschrieben von ihm und habe irgendwie schon zwei Seiten hier voll. Ein Google-Dokument, das ist furchtbar. Ich muss da auch noch mal was in den Gesetzen antworten. Ich muss noch mal was in den Gesetzen antworten. ein bisschen los wenn schon noch ich habe irgendwie wirklich bock auf diese davis app da habe ich richtig bock drauf ich will tatsächlich gar nicht mehr in der mesa mit ihr sein die passte halt überhaupt gar nicht rein und ich auch nicht ach so ariane war noch bei vielleicht sehen wir das posten sogar noch ich richtig in schade zu schmeißen die schönsten kleines mattes und schutz in die richtige wahl von uns snowball in september heute besinnlichen abend mit euren herzensmenschen weitere infos folgen war natürlich ariane machen wir den ja also das ist natürlich das ja das ist achte jetzt auch scheiße wann ist freddie feier ist immer früher ne ich weiß nicht wann freddie feier ist es tut mir leid ich habe so viele sachen im kopf ne so einfache sachen kann ich mir einfach nicht merken das ist ein freitag oh nein da war da ist was warte wieso habe ich da einen punkt was ist da ach so maria empfängnis ja wunderbar gut an der empfängnis können wir aber auch hier rp spielen a night remaster so maria hat da empfang an dem tag steht in meinem kalender zweiter zwölfter ach ja stimmt ja dankeschuldigung einfach wieder mal nach jahrestag so das kommt jetzt gleich hier nee das war es gar nicht moment entschuldigung das hier fand ich übrigens sehr cool guck mal versteckte talente im bowling bowling brook state prison fand ich sehr cool muss ich auch mal mit ariane leiten so ariane hat die 200 dollar überwiesen wir wissen nicht was ist also allgemein gestern sehr viel geld ausgegeben mit ihr up to date waren wir auch sag mal bin ich jetzt doof habe ich das so hart übersehen ich glaube ich habe es mega hart übersehen ich habe schon vergessen wie die hießen also sagen wir mal die die vorher die herbal witchery hatten am leuchtturm da wo wir nie hinkonnten die da gibt es einen kleinen stand da kannst du sachen kaufen doch so schneidebretter und so ganz ganz viel krimskranz ariane hat da auch was gekauft weil ich wollte nicht ohne was zu kaufen dahin weil das alles eigentlich sehr schön gemacht war da weg ariane hat gefragt wen den herzchen teelichtern und ihr ist auch noch ein kleines mal passiert sie hat massage lavendel geholt und die kommen jetzt wohl in ein paar wochen wieder also die haben die angefragt und dann werden wir hier ein paar platzieren mal ein paar kleinere so also er ist ein mal passiert okay diese wohnung ist schwierig mit sachen platzieren habe ich jetzt auch gemerkt das ei hier habe ich nicht mit ich hinbekommen das andere ei sollte eigentlich auf dem regal unten ist aber dann oben gelandet ja ariane hat ihre eier ausgestellt die wohnt jetzt auch hier und dann habe ich mein bestes gegeben ja weil da oben die waren alle sehr schön aneinander gereiht und ich habe erst das eine weggenommen weil ich habe eigentlich das ei wollte ich zuerst hier hinstellen ja und dann hat die auszusehen die flasche und ich so scheiße und dann nehme ich die zweite flasche und dann will ich die stelle ich die hin denke arne falsch dann nimmt er aber nimmt die aber statt der zweiten flasche die erste flasche auch scheiße dann will ich die erste flasche hinstellen dann nimmt die aber die dritte flasche und alles war komplett durcheinander und ich habe mir so geheult dann hat die jedes mal hier das hier genommen das muss ich dann auch wieder hinstellen ich denke so oh mein gott das war so perfekt angeordnet ne so ich habe okay vielleicht habe ich auch die wodka flaschen da oben weiß ich bei dem weiß ich dachte das ist deko die fest drin ist aber das wurde selber dekoriert und das ist ganz das beste was ich hingekriegt habe ja ich freue mich jetzt schon auf dass er hier an ariane sagt ich muss dir leider was sagen es tut wirklich sehr leid sorry wunderbar wir müssen unbedingt wasser gleich wohl gehen wir haben ja gar nichts mehr zu trinken hier und essen auch wiederholen das ist so cool dass das hier so richtig nur wir haben wir haben voll feld rp gemacht also ich werde nicht auf die idee gekommen hier eisdürfe oder so hin zu packen dass das jetzt gefriert aber okay kannst du sehen von das bilden schief ja auch eine art rp zu generieren ja war auch total extra eine art rp geschrieben 0 uhr 29 ich weiß nicht war nein ist er wieder am hochladen okay ich muss pinkeln gehen ich bin sofort wieder da ich frage mal eric ob der hochlädt weil gerade schon wieder hier ganz toll und sofort wieder da moment ja 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 glaube ich. Dankeschön, Riesel. Vielen, vielen Dank. Ich muss in den Mikrofon checken bei TeamSpeak unbedingt. Auf TeamSpeak, im TeamSpeak. Vielen, vielen Dank, Riesel. Hey. Riesel, was geht los? Dankeschön. Danke. Ich habe es auch gerochen, ich baue mir extra ein Plug-in, damit das Alarm schlägt. Irgendwie so was. Fahrtfinder, Ari. Ich hoffe, diese PD-Kappe funktioniert. Sonst sieht das scheiße aus, wie wir heute rumlaufen. Weil die Frisur ohne Mütze, finde ich, jetzt irgendwie sieht komisch aus. Dankeschön. Die brettern hier immer runter, ne? Die brettern hier immer runter. Dari, vielen Dank auch an dich für fünf verschenkte Subs. Dankeschön. Sorry, wenn ich das im RP gleich alles übersehe, ne? Vielleicht können die Mütze mir das so im Nachhinein sagen, oder so. Das tut mir immer voll leid. Aber Dari, Riesel, ihr beiden, vielen, vielen Dank. Dari, Dankeschön. Dari, Riesel. Da bin ich. Da bin ich. Wie geht's? Ja, ganz gut. Und dir? Ja, noch ganz gut. Wieso denn noch? Ich fahr gerade zur Arbeit. Also nicht Taxi. Appetit, ne? Bitte? Appetit, ne? War das? Ja, ja, genau, genau. Ah, okay. Ja, genau. Was für Fragen hast du denn? Ich bin mir aber noch nicht sicher. Ich organisiere das alles mit Alice Moments und die wollten sich wegen DJs umhören. Aber ich wollte dich generell mal fragen und dann dort vorschlagen. Das wäre aber alles von meiner Lieblingsband. Die kennst du ja. Wir tauschen ja immer schöne Lieder da aus. Ja, genau. Da wollte ich mich fragen, ob du speziell auch da wieder was von haben. Also da. Genau. Demnächst auch was mit ist. Genau, das wäre halt nur von denen. Das wäre aber auch so ein Abend. Wäre schon so zwei Stunden, ne? Das ist ja absolut kein Problem. Meine ganzen Tracks gehen auch nur so zwei Stunden bis drei Stunden. Ah, okay. Ja, ich denke mal so, ja. Ich meine, dann stehst du da die ganze Zeit. Da hatte ich es natürlich auch. Ich meine, du verdienst ja Geld dabei. Aber ich sage da immer vorher Bescheid, wie lange das dann ungefähr wäre. Ja, das ist aber auch. Ich müsste mich sowieso noch mal genau mit dir kurz schließen. Wenn das so wäre. Ich könnte aber auch dich vorschlagen jetzt bei Alice Moments. Boah, ich habe es heute mit der Stimme. Bei Alice Moment. Alles gut. Und die Frau wird auf dich zukommen. Aber das ist so, ich hätte gerne so ein Mix von schönen Liedern einfach. Also japanisch, koreanisch. Gerne auch ein paar langsame dazwischen. Aber vielleicht auch so atmosphärische Musik einfach. Das ist einfach mal, wenn die Leute sich unterhalten wollen, so ein bisschen instrumental asiatisch. Also tanzen, langsam und instrumental asiatisch angehaucht. Sollen wir es irgendwie vorgestellt. Wir haben auch eine Künstlerin wahrscheinlich da, die auch japanisch hinkt, aber so ein paar Lieder. Und dann hätte ich halt, finde ich, dass sie... Ich gehe wahrscheinlich. Hoffentlich. Ja, ich hoffe, sie kann an den Tag. Ich hoffe, du rechtzeitig Bescheid sagst. Das ist ja kein Problem bei ihr. Ja, hoffe, hoffe. Aber von dem Ding her würde ich das gerne machen. Ich kann da schon was raussuchen. Okay, das wäre cool. Dann schreibe ich gleich der Dame von Alice Moments mal, dass sie sich bei dir meldet. Darf ich deine Nummer dann rausgeben? Ja, klar. Perfekto. Okay, dann machen wir das so. Dann meldet sie sich bei dir. Ja, ich kann ja schon mal vorweg was raussuchen. Falls da auch ein anderer DJ-Song zuerst ist, dann kann ich denen ja auch die Songs weitergeben. Ja, nee, also dann hätte ich natürlich schon gerne dich. Das wäre schön. Bist du beim Casa angemeldet? Ja, ne? Ja. Du findest mich bei Venture auch als DJ-Ensemble. Oh, warte, warte. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Schreibe ich mal direkt auf. Okay. Okay, dann schreibe ich dir jetzt gleich eine SMS und leite das direkt weiter. Supi, alles klar. Also soll ich dich dann einfach mal anschreiben zum Reihenholen, falls ich etwas rausgesuche? Ja, super, super gerne. Das wäre cool. Vielleicht finde ich ja auch noch was, wo ich sage, das möchte ich auf jeden Fall zum Beispiel da mit drin haben. Aber das wäre wirklich fantastisch. Ja, freut mich. Wäre cool auf jeden Fall. Ganz klar von Alice Moments aus. Okay, ja, drücke ich die Tauben. Aber ich sage, ich schreibe jetzt direkt eine SMS im Anschluss. Aber du kannst ja auch organisierst das ja. Du bist ja der Wunschmacher da. Ja, ja, ich weiß noch nicht, ob sie jetzt schon jemanden angeschrieben hat. Das ist halt gerade so, dass, äh, wie ist die Sache. Aber ich gucke jetzt erst mal auf dein Venture-Profil und werde den Namen und Telefonnummer da nennen. Alles klar, wenn ich frage einfach Matthew bei Word of Music, dann kann ich dir auch so meine Sachen drüber schicken. Ah, ja, super. Okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Dann Dankeschön schon mal, ja? Äh, warst kurz weg. Hast du noch was gesagt? Äh, war ich kurz weg? Ähm, nee, ich wollte sagen, dann weiß ich Bescheid und Dankeschön schon mal. Ja, bin ich noch da? Hallo? Oh, hallo? Ja, hörst du mich jetzt? Ja, das war irgendwie kurz weg. Okay, das ist komisch. Äh, ja, genau. Ich wollte einfach nur sagen, okay, danke, dann melde ich mich doch bei dir. Ja, alles gut, danke für, ja, die entspannten Dienst und dass er angenehm wird. Ja, okay, Dankeschön. Okay, tschüss. Gerne, tschüss. Hi. Äh, bin ich jetzt so? Warte mal. Oh Gott, ich weiß nicht, wie, nein, jetzt sag nicht, ich weiß nicht, wie das Geschriebe. Bin ich dumm? Okay, ich bin dumm. Ich bin dumm. DJ. DJ. Ach, ach so. Das ist tatsächlich das Wort mit Äh. Ah. Ich hoffe, das ist er. Alles taktisch. Ja, natürlich. DJ. Darf ich jetzt gar nicht beachten. Ja, das ist natürlich toll, wenn ich heute so Probleme habe wie der PDRP. Ich freue mich jetzt schon wieder, ne? So. Die wird auch ganz anders geschrieben, aber ich lasse jetzt mal so drin. Hallo. Ja, ich hätte eventuell einen DJ. Das wäre DJ Assemble. dieser kennt sich auch im asiatischen Bereich aus und weiß auch um meine Lieblingskünste, Lieblingsband Bescheid. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Wenn man länger, wenn ich das länger nicht mache, ne? Ist es ohne Scheiß, das ist meine Angststörung. Definitiv. Dann ist das noch viel, viel schlimmer, desto länger ich das mit ihr schleifen lasse, tatsächlich. Es ist so schlimm, wie jetzt immer, wenn man dann doch, und ich habe alles wieder vergessen. Alles. Ich muss mir gleich sogar die, oh, oh, was war? Ich muss mir gleich die Kennkots wieder hier hinlegen, so schlimm ist es jetzt wieder. Äh, warte, das ist die falsche Seite. Upsi, upsi. Halsschwung. Gut, dann einmal kurz nochmal eine große Runde. Kennt man, man schiebt es da immer vor sich her. Boah, ja, ey. Vor allem, ich glaube, das Problem ist manchmal, dass ich auch bei Dennis im Metachat bin. Ich mag den Metachat, ich finde es immer mega interessant. Überlege ich aber trotzdem, ob ich eventuell rausgehe. Weil ich immer mitkriege, wenn Polizisten Fehler machen, so, wie das da so auseinandergenommen wird. Und ich mir denke so, Alter, boah, das ist, ja, man soll es realistisch ausspielen, das ist doch trotzdem nur ein Spiel. Jetzt schildern wir mal die Nuggets. Und, äh, wie schlimm das dann auch immer, ähm, aber auch im RP ist dann, wenn die, wenn die Leute dann zu sauer gemacht werden. Und an sich ist kein Problem. Ich spiele Ariane so, dass die, dass die halt damit rechnet, dass sie zu sauer gemacht wird, ne. Aber ich habe auch keinen Bock, das dann ständig zu lesen, muss ich sagen. Und dann hat man irgendwie auch nicht so die Lust, das weiterzuspielen. I don't know, ich will zu komplex gehen, weil ich glaube, dieses, so semi-sozialarbeiter-PD-Ding wird Ariane irgendwie viel, viel besser stehen. Viel, viel besser. Also, ich brauche auch das Entschleunigte, ne. Hier, das, das hier alles ist mir viel zu schnell. Ist mir zu stressig. Ich kann, ich, ähm, ist der CVRP immer noch so wichtig, ne. Und, ähm, ich muss die beiden Sachen halt miteinander vereinen. Ist halt so. Und das wäre perfekt. Kann natürlich da auch stressig werden, klar. Boah, was ist denn jetzt schon wieder los? Warte mal. So. Einen blöden Back in letzter Zeit, ne. Ach, perfekt. Dann würde ich gegen das Problem sehen. Okay, die hat heute dann ja... Okay, ich schaue mich mal um, ob ich noch jemanden besonders bin. Ich habe überlegt, Kaya oder Matthew Dunham zu fragen, ob die If You Can Believe In Love Tonight einfach nochmal singen können. Aber das passt nicht zu der Geburtstagsparty. Das passt absolut. Aber ich glaube, das wird nun deren Lied einfach. Ja. Es ist ja endet und ich muss eigentlich nochmal hin und einen Stempel zu bekommen. Was denn? Was für ein Stempel? What? Was? 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 Äh, ja, Herr Miller, äh, Herr Miller, störe ich sie gerade? Gerade ist schlecht. Könnte ich so in einer halben Stunde zurückrufen? Ja, ja, alles gut. Eilig, eilig. Okay, bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschau. Herr Miller, hilf sie, Herr Miller. Hallo Frau Bahns. Herr Kowalski, störe ich sie gerade? Nein, negativ. Ich bin gerade im Mission Raw. Achso, ja. Zwei Sachen. Einmal, ich würde heute beim Herr Miller anfragen wegen der Versetzung einmal. Und, äh, die zweite Sache, und, äh, ich würde am liebsten jetzt schon rüber, äh, aber die zweite Sache ist noch, äh, wie war denn das Date gestern? Es war, ich, ich glaube, es war gut. Sie glauben? Es war fantastisch, also die, also die Frau Barbara Bahns, also die Barbara hat es mir wirklich angetan, also es ist eine sehr, 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 sehr edle Lady, wobei natürlich, äh, Ja? Herr, der Typ, der da vorbeigehört hat, ich glaube, hat sie eine sehr, sehr, sehr edle Lady, Harald. Ja, ignorier, ja, das... Aber, ähm, ich denke mal, wir haben es eigentlich hier relativ gut gelöst. Ja, das tut mir wirklich leid, ich habe wirklich alles in meiner Macht stehen. Das muss ihm nicht leid tun, also sie können ja nicht, äh, für jemand anders sprechen, er kann ja nur für sich selber sprechen. Ja, trotzdem... Und wenn er sich da halt, äh, lächerlich vor der Dame machen möchte, dann sollte er das auch gerne machen, also, es hilft ihm ja nicht weiter, sein Verhalten. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, er bringt, äh, die Dame nur noch weiter von sich weg, mit so einem Verhalten. Ja, das macht er, das macht er mir so recht. Ja, ich habe, äh, Frau, äh, also ich habe, ich nenne sie einfach meinen Vornamen, sie kennen sich ja auch schon mit Vornamen, also ich habe Barbara heute noch Blumen vor die, äh, vor die Wohnung gelegt, mal gucken, ob sie die vielleicht wahrnimmt. Oh mein Gott, das ist ja voll süß! Ja, und dann kam plötzlich der, äh, dieser, dieser Country-Sänger, der hat ein Lied gesungen, das war... Welcher Country-Sänger? Das war... Ja, das war... Ja, das ist ein... Matthew? Matthew. Achso, Dunaham! Ja, genau! Genau. Und, äh, der hat dann uns ein Lied vorgesungen, ein romantisches Lied. Okay! Von Chris Isaac, hm. Hört, das ist das Lied. Können Sie das Lied? Ja, das kenne ich, das hat meine Oma immer gehört, ja, ich bin ja noch nicht so recht Na, nein, 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 das ist kein Oma-Lied, glauben sie mir. Achso, oh, ja. Die könnte da hinschmelzen, wenn es, äh, wenn es, äh, Joske singen würde. O mein Gott, kann er singen? Ja, wie Butter. Er kann singen. Er hat eine ganz tolle Singstimme. Wirklich? Ja. Oh mein Gott. Da muss man unbedingt mal was vorsichtigen. Wohl Cap Games von Jo. Ja, super. Danke, dass Sie mir das gesagt haben. Ja. Ja, ich will jetzt mal die Sachen packen und rüber zu Davis. Ich will Ihnen da helfen. Mann, Herr Miller ist in einer halben Stunde, da kann ich mit ihm reden. Und dann werde ich das mal anschauen. Das hört sich doch gut an. Ja, das hört sich gut an. Ich würde es heute auch ermöglichen. Also überhaupt gar kein Problem. Ja, das muss ja dann, so wie ich gehört habe, dann trotzdem über den Commissioner laufen. Ich dachte tatsächlich, das ist so eine schiefe Sache. Aber ja, gut. Also wenn Sie heute Streitendagen haben, dann kommen Sie auf jeden Fall schon den Antrag stellen, wenn Sie möchten. Ja, das... Also das Date war wirklich super. Ich muss ja wirklich... Also wir waren beide irgendwo nervös. Ja, weil ich kenne Frau... Also ich kenne ja Barbara schon etwas länger. Aber zu diesem Zeitpunkt habe ich mich eigentlich gar nicht mit dieser Frage auseinandergesetzt. weil Sie wissen ja über meine... Ja. ...über meine Situation oder zumindest über meine damalige Situation und... Ähm, mein Herz war auch nicht offen für sowas. Zu diesem Zeitpunkt. Ja, Moment, ich glaube, ich habe einen Taster gehört. Sekunde. Okay, dann... Nee, die habe ich doch nicht gehört. Nee, nee, alles gut. Alles gut, die habe ich mir noch eingewehrt. Ja. Gut. Ähm, ja, Herr Kowalski, falls Sie heute jedenfalls eine Streifenfahrt dran brauchen, sagen Sie Bescheid. Ja, aber danke auf jeden Fall, dass Sie es möglich gemacht haben, ja. Ja, kein Problem. Das war ein sehr, sehr schöner Abend. Wenn Sie dann nochmal Hilfe brauchen, sagen Sie auch Bescheid. Ich spiele gerne Wingwoman. Sehr gerne. Danke vielmals. Ja, kein Problem. Bis dann. Danke. Tschüss. Tschau. Ach, keiner will mit Ariane fahren, weil ich nichts kann. Frau Logan. Bitte, liebe Mütze, pass. Bitte, liebe Mütze, pass. Bitte, liebe Mütze, pass doch. Bitte, 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 passe. Oh, was? Ich muss natürlich mit einer Waffe rumrennen, ey. Die brauchen irgendwas anderes im PD. Die braucht... Die muss was anderes machen. Oh. Das Schlimmste ist... Walter Weiß hat gesagt, sie sind durchschnitt. Ja, so Durchschnitt, ne? Na. Und Ariane freut sich ja so. Und ich denke mir so, boah, weiß ich nicht. Andere wird das jetzt voll motivieren. Mich motiviert das überhaupt gar nicht. Man ist einfach zufrieden und denkst so, yo. Oh, kacke, wir brauchen noch Munition auf ihn. Ich würde es so gerne können. Ich würde es so gerne können. Ich weine. Warum kann ich das nicht? Ich kann mir nicht so viel mehr. Ach, oh no. Wenn Sora rumhäut, hole ich jetzt auch in meinem RP rum. Sora ist scheiße, ich habe auch nichts zu trinken. Ich mag es, wie Sora immer spielt. Nach dieser Scheiß-Egal-Haltung. Das hat mir ja voll geholfen hier. Und jetzt ist da halt diese andere Sache da noch. Und jetzt würde ich schon gerne, dass Ariane was kann, ne? Oh, nee, komm, jetzt mach keinen Scheiß. Nee, komm. Oh, nee. Okay, das ist voll blöd. Ich finde sowieso, Ariane sieht gut aus, wenn sie das hier macht. Okay, das sieht gut aus. Ich bin jetzt Soldatin. Guten Tag. Ai, ai, Captain. Oh, Mann. Ja, ich weiß nicht, ob die generell... Also, ich würde die halt gerne... Ich habe mich eigentlich darauf gefreut, dass die mit Kappe heute rumrennen kann, ne? Oh, Scheiße. Schade. Sehr sehr schade. Schade. Okay, was ist das? Öffnen. Fragen öffnen. Keine Ahnung. Handschuhe anziehen. Handschuhe ausziehen. Das ist mal blöd. So, eine Sache, die ich dann immer vergesse mit den Handschuhen. Das Blöde ist, ich will die jetzt nicht anhaben, weil die ja so bangen und im allergrößten Notfall dann irgendwie... Oh, Gott, ist das blöd. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Oh, die X-Effel mit die X-Fan. Bring mir was bei, die... Der wollte nicht. Ähm... 4,4,6,7,Funk, Check. Achso. Ich kenne mal Aries SMS zu Dupont sowieso hinfällig gestern. Oh, so viele Sachen. Ich glaube, war das nicht ab 90 Hafteinheiten muss man ins Prison? Weil Harald gestern meinte, wegen seiner 60 Hafteinheiten, er musste ins Prison, weil der war nicht beim MRPD, der Ariane nämlich abgeholt. Hallo zusammen. Das hat mich voll verwirrt. Oh, der hat so eine nice Stimme. Ich mag, dass du wieder gespielt wird. Der Charakter ist so cool. Walter. Oh Mann, ey. Das kotzt mich immer noch an. 419, Funkcheck. Check. Bitte was? Ah, Hallöchen. Hallöchen, ich habe zu laut geredet, Frau Barnes. Alles gut. Ich habe Brat Barnes verstanden. Bitte? Alles klar bei euch? Ja. Ja. Sehr schön. Wunderbärchen. So, wer bringt mir denn heute was bei? Es kommt noch an, was Sie wissen möchten. Alles? Ich war schon wieder so lange nicht im Dienst. Alles, einfach die Grundausbildung bitte. Ja, scheiße. Einmal bei der Kälte mir anrufen. Ich habe schon mal eine kurze Frage. Ab 90 Hafteinheiten musste man ins Prison, richtig? 60. Doch, ab 60? Oh, shit. Ja, okay, dann... Ja, wir hatten das Thema gestern erst. Echt? Das, ähm, ja. Ja, ich, ähm, das war ja mit den Herrenkarten. Genau. Check. Und eigentlich war das nicht immer ab 90 Hafteinheiten, oder habe ich das wirklich sehr falsch im Kopf? Das haben Sie tatsächlich sehr falsch im Kopf. Also, ich kenne es tatsächlich nur mit 60 Hafteinheiten. Also, es gab mal ein Streitthema darüber, ob ab 60 oder erst ab 61. Da, das war wohl mal so ein Streitthema. Ähm, aber, ja, nachdem dann gestern bei Herrn Ecker das State Prison sich geweigert hat, und dann Herr Hopkins, oh, jetzt hat das Regnen angefangen, Herr Hopkins, ähm, dann beim State Prison angerufen hat und gesagt hat, was soll der Scheiß? Mhm. Ähm, ja, also es war tatsächlich ab 60 Hafteinheiten, dass wir sie... Also, laut Gesetz dürfen wir eigentlich den Gefangenen ab einer Hafteinheit hochbringen. Das ist nirgendwo eine festgesetzte... Oh, okay. Ähm, das ist eine gesetzliche Regelung, dass wir erst ab 60, das ist eine interne Regelung, die wir mit dem State Prison getroffen haben. Mhm. Aber, ja, man sieht ja, das State Prison, ähm, hält sich da jetzt auch nicht unbedingt dran. Krass, äh, gut, ich bin froh tatsächlich, dass ich Sie jetzt nochmal gefragt habe. Ich guck mal ganz kurz auch mal wegen meiner Jacke, ja, Sekunde. Ja. Fantastisch. Äh, muss nicht. 475 Funk, check. Check. Und so, oh, darf ich nochmal nach Ihren, äh, Namen beide fragen? Also, Sie, Sie kenne ich von der Stimme und dem Aussehen. Achso, Entschuldigung, äh, ich hab mich da... Ich sollte heute nach Hause gehen. Also, ganz kurz, jetzt kann ich nochmal nach Ihren Petit-Nummern beide fragen. Also, Sie kenne ich vom Aussehen und von der Stimme definitiv. Aber ich vergesse immer Ihre Nummer. Sie haben mich ja auch schon dreimal danach gefragt, aber okay. Können Sie mir die Nummer sagen? Ja, die 75. Ja, hab ich gerade im Funk gehört, das ist ja noch besser. Und der andere hier? 476. 76, nee, oh. Okay, Entschuldigung. Na, alles gut. Das macht die Frisur. Die Nummer, ich hab's aufgegeben, mir die Nummer zu merken, bin ich ganz ehrlich. Oh. Ja, äh. Wollen Sie, wollen Sie denn jetzt, äh, Entschuldigung, wollen Sie denn noch, äh, rausfahren oder machen Sie jetzt hier Akten? Nö, die, ich war tatsächlich heute Mittag schon im Dienst, um Akten zu machen und unsere Rekruten vor gestern zusammen zu scheißen. Oh mein Gott, wache uns. Ich hasse mich, ja. Hm? Heute ist nicht gut. Äh, was denn jetzt rausgekommen ist, hast du was sagen können? Ja, ja, problematisch ist, also irgendwie hat bei euch anscheinend, also bei euch beiden die Kommunikation nicht funktioniert. Okay. Weil irgendwie bei er der Annahme, du hättest zu ihm gesagt, er soll die Akte machen. Ah ja. Was der Quatsch ist, ich kenn nicht. Ja, wie gesagt, genau, ich bin dann da auch gar nicht weiter drauf eingegangen. Ich wollte, wie gesagt, ja eigentlich nur von ihm wissen, wie er denn auf die dumme Idee kam, eigenständig Akte anzulegen. Mhm. Und er meinte dann eben bloß, dass du zu ihm gesagt hast, er kann sie ruhig anlegen und deswegen hat er das gemacht. Und, äh, ja, ich habe ihm dann bloß den freundlichen Hinweis gegeben, ähm, das, äh, das nächste Mal auf jeden Fall nicht mehr zu machen, egal was er versteht, solange kein weiterer Officer da ist. Mhm. Herr Crownstein, haben sie sich schon in den Innendienst gezogen? Wo sind sie denn? Oh, 91 meldet sich außer Nied. Im Innendienst? Da? Nein. Ach. Ich, ich, ich aktualisiere mal. Ja? Ja, das müssen wir nachher nicht sehen. Ich seh dich immer noch nicht im Innendienst. Ich bin doch da. Ich seh jetzt. Dein Kärtchen. Das Kärtchen ist im Innendienst. Ich stehe doch beim Jockern. Die Viernuss ist aktiv. Meine Güte, ist der streben geworden. Warum werden alle so? Ach so. Nee. Vier, zwei, drei, zehn, zwanzig, Lamisa, Philippe. Check. Hinter uns. Ach Mann, Crownstein. Ach so. Hält dich doch jetzt nicht so an, Mann. Die ist, die ist auch dabei. So, haben wir denn noch einen Wagen hier, den wir nutzen können, dürfen? Lamisa, äh. O1, O1, O1. Wir brauchen ein O1-Fahrzeug. Lamisa, das ist ein SDX, den dürfen wir nicht fahren. Meine Kappe sitzt nicht mehr richtig. Ist das bei Ihnen auch so? Ich hatte die noch nie an. Was für eine Kappe? Die Käppi, die wir da haben. Ich hatte damals an dem Spin-Tier hat gepasst, aber die neue passt mir leider nicht. Ich hab noch nie eine Käppi hinter, ich hab noch nie eine Käppi gehabt. Oh. Echt? Nee, noch nie. Ich bin ein bisschen traurig gerade tatsächlich. Zum ersten Mal, dass ich was von der Käppi höre. Hm. Okay. Ich will immer Herr Barrigan nennen, weil er aussieht wie Steve Barrigan. Und Abmarsch. Jo. Ähm, ja, Birgert. Ich muss dann später noch ein bisschen Wagen machen. Gehe aus. Scheiße, Regen. 4,2,3 Meter tief. Check. Ich sehe es doch schon, ich sehe es doch schon, dass hier wieder irgendwas laggy ist. Welchen Rang hat der Kollege? Der gleich wie wir. Okay. Können Sie mich vielleicht ab und zu ein paar Sachen, also meines Rang, entsprechend abfragen? Welche Sachen meine sind? Einfach random, Sachen, die ich wissen sollte. Okay. Check. Oh, ich hasse den Alamone. Ja, der ist bei einem Regen aber auch schwierig, ne? Der ist auch ohne Regen schon schwierig. Ich weiß, ich weiß, deswegen musste ich gerade daran denken, dass das jetzt noch schneller wird. 4, 4, 2. Sind wir tief? Ich habe uns schon als Überführung reingeschrieben, also ja. Okay, Überführung brennt. 2, 2, Leitstelle kommt. Achso. Haben wir da noch Zeit? 2, 2, 2. Kannst du uns auch aktiv melden? 4, 8, 2, 70, 4, 13, komm. Check, Leitstelle endet. Wer war da jetzt von jetzt? Ich weiß es nicht. Er hat, glaube ich, nur noch das Streifen bis zur Zinsicht gefragt. Ja, ja, gut, gut. Heißt du. 4, 4, 2, aktief. Check. Ab 60 Hafteinheiten ins Prison. Vorher untersuchen und an den Zellen auch nochmal untersuchen. Genau. Hat sich in der Miranda-Vereinbarung irgendwas jetzt geändert mit den neuen Gesetzen? In dem Paragraph vielleicht geändert? Null. Okay. Also immer noch das Zeichen. Genau. Hat immer noch das Recht zu schweigen, wenn er sich kein Anwalt holen kann, dann ja, hat er nicht gehabt. Ja, okay. So soll ich Ihnen das nicht vorlesen? Ja, das war ja hier. Was war das denn? Genau, bei den Zeugen ist das ja der Paragraph 16 Absatz 1 und Paragraph 30 StGB Absatz 2. Habe ich immer Angst, dass ich wirklich den Falschen irgendwie vorlese? Hm. Ja. Nee, also auch da ist wieder diese selbe Geschichte. Rein rechtlich gibt es nur zwei Belehrungen. Das ist einmal die Miranda-Belehrung, die ja auch im Polizeigesetz bzw. in der Strafprozessordnung drin steht. Genau, habe ich auch genau die mir aufgeschrieben, ja. Genau. Und die Zeugenbelehrung. Diese komische Ordnungswidrigkeitenbelehrung, die hat rechtlich eigentlich gar keinen Bestand. 549 Aktiv. Falle Doppel. Okay, okay. Also ich habe auch noch nie jemanden, der eine Ovi von mir bekommen hat, irgendwelche Rechte vorgelesen und weil, warum... 423 für Leitstelle, komm. Ja, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Ich mache immer zu viel, zu wenig und so zur eigenen Absicherung. Einmal 1020 deines D8 gehen, Präsenz vorzeigen und falls jemand mit welches Schläger vor Ort ist, daran hindern irgendwas zu machen, komm. Oh, da können wir uns so anschließen, oder? Ich drehe zumindest mal um, ich weiß nicht, wo die 423 ist. Leitstelle ändert. Ich guck mal. Boah, ich liebe es ja, bei Regen ein Auto zu fahren. Ja, die 423 ist gerade noch ein interessantes. Ja, dann können wir wieder. Leitstelle hört, komm. Leitstelle hört, komm. Ah, die 423 wird tatsächlich schon vor Ort bei, damit sie jetzt überwürdig das jetzt mal ankommen, komm. Ich muss erst überlegen. Die, 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 die. So negativ bleiben sie aktiv. Leitstelle Ende. Okay. Sind not. Ja, okay. Wo ich noch Probleme habe, ist tatsächlich... Oh, Entschuldigung. Nein, nein, alles gut. Reden Sie ruhig. Wo ich noch Probleme habe, ist tatsächlich zu entscheiden, wann nehme ich jemanden fest, auch präventivhaft und wann nicht. Das sind alles so Sachen, die ich viel zu selten irgendwie erlebt habe und dann geht es immer so schnell, dass ich mich auch nicht, oder dass ich keine Zeit habe, da wirklich nachzufragen in der Situation. Kann ich ja auch nicht. Auch nicht im Nachhinein. Kann ich nachvollziehen, ja. Haben Sie das Problem beide auch? Oder ich glaube, dass bei Ihnen ganz gut durch die Erfahrung... 423, 723, dein ist die 8. Na, jetzt habe ich so eine Abwicklungsgeschichte. Ja, und das ist auch, glaube ich, hat auch relativ, also ja, mit Erfahrung kommt man weiter bei der Geschichte, aber es hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass man einfach die Situation richtig einschätzt. Ach, Mist, ich habe tatsächlich nur, ich habe genug Munition dabei, aber mir wird noch ein, ähm, 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 Munitionspäckchen für Ihnen. Magazin. Das muss ich auch... Magazin. Oh mein Gott, ich sollte heute... Ja, ist wieder soweit. Einmal in der Woche Kündigungstime. Ich bin schon wieder am Überlegen. Ach, Quatsch. Einmal in der Woche immer. Heute ist der Tag. Die Woche ist noch... Aber das widerspricht Sie, Sie sagen, Sie haben genügend Munition dabei, aber Ihnen fehlt ein Magazin. Äh, ein Magazin, ja, ein Magazin fehlt, also meine Waffe ist geladen, ein Magazin ist dabei und ein zweites fehlt noch. Ich hatte noch nie zwei dabei. Ehm? Ja, ich hatte auch immer nur zwei dabei, ich hatte ein A1 dabei, eins in der Waffe, fertig. Ja. Ach so, ich hatte immer... Einmal in der Waffe, das ist ja, weil es geladen ist. Okay, also mir wurden jetzt immer tatsächlich zwei ausgehändigt. Sonst wo den Reis nicht mitgegeben. Okay. Check. Ja, ist okay, dann bin ich beruhigt. Also selbst direkt bei der Einstellung hat man uns... Also das erste Mal hat man uns zwei gegeben. Und dann haben Sie die auch verballert. Das ist vielleicht der Unterschied, weil... Genau. Und dann wurden uns neue Kugeln gegeben, dann geladen und dann ein weiteres Magazin. Okay. So, da habe ich noch gelesen von dem Marabunt. Hast du gerade jemand auf der Warnungssiste? Sehen Sie, da habe ich jetzt gar nicht drauf geschaut, bevor wir losgefahren sind. Ja, das... Ich kann das ja einmal ganz kurz... Äh, wen hatte ich denn da aufgeschrieben? Äh... Lor... Lorcan... Clyburn... Der ist aber nicht Marabunt da. Ich bin doof. Jetzt habe ich es. Connor... Jesus Hoffman? Genau, der ist... Entschuldigung. Ach, der... Ja, der steht schon länger auf der Warnungsliste. Die haben aber... Moment, die haben was... Ach, das Feld ist tatsächlich größer geworden von den... Von dem P... Ach so, da steht keine Pdino dabei, deswegen irritiert mich das gerade. Ja, ja, äh... Hier, äh... Chief Kukum und Chief Koskela haben gestern das schwarze Brett ein wenig ungemodelt. Ah, okay, das heißt, äh... Lorcan Clyburn, den suchen wir wegen einer Ovi, 1500 Dollar und 420 Hafteinheiten und Connor Jesus Hoffman. Gott. Jetzt macht Sinn. Also, ich muss in La Mesa ja dafür plädieren, dass wir mehr, äh... Direktoren bekommen und weniger Alarmus haben. Hm. Ich kann dieses Fahrzeug echt nicht leiden. Ja, das ist wie eine große Seifenkiste. Jetzt hat es schon wieder aufgehört zu regnen? Ja. Scheint so, ja. Nur kurz. Hat es heute schon... Also, ist es heute allgemeinregnerisch? Also, heute Mittag war nichts, wo ich unterwegs war. Und was wollen Sie beide eigentlich, äh... Also, welchen Weg streben Sie eigentlich an? Wissen Sie schon, wo Sie spezialisieren wollen in Zukunft? Ja, für mich gibt es eigentlich nur zwei Optionen. Oh, Sie können die Telefone ganz voll? Ja. Äh, ja? Herr Diex? Hallo. Hallo. Äh, habt ihr gerade irgendwie einen speziellen Einsatz oder sowas? Nein. Super, dann fahren wir das immer, Pdl. Du darfst bei mir mit Scheife fahren, wenn du möchtest. Oh ja, können wir machen. Äh, geil. Weil hier sind Dreierstreifen, hätten wir dann eine Zweierstreife? Richtig, zwei Zweierstreifen sind wir dann. Zwei Zweierstreifen, okay. Das ist auch schon abgesagt, das heißt, einfach kurz zum MRPD kommen und dann dich rausschmeißen. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. So, genau. Wir sind in Dreierstreife, äh, mich rausschmeißen am MRPD, dann, äh, besetze ich mit Herrn Diex eine Zweierstreife. Hm. Warte, ich habe eigentlich so viele Fragen. Sie leben hier pro Überführungsgrad MRPD. Check. Warte, eigentlich jetzt noch so viele Fragen. Oh mein Gott, ich brauche, ich brauche, glaube ich, so eine Power-Ausbildung nochmal. Ähm, hat das... Na gut, aber dann sind Sie doch bei Herrn Diex eigentlich richtig. Definitiv, ja, aber bei Ihnen jetzt gerade auch, also ich... Ja. Jetzt erzählen Sie mal, jetzt erzählen Sie mal, was Sie machen möchten. Das interessiert mich wirklich beide. Ja, also wie gesagt, für mich gibt es eigentlich nur zwei Optionen. Also entweder ich bleibe in Lamesa und in Operations. Oder halt tatsächlich die, die, die Detective-Laufbahn. Ah, ja, okay. Und Herr, Herr Crownstein war das, richtig? Academy. Academy, ah! Okay, beides, beides Sachen, die ich, äh, oh, dann habe ich, äh, ja, bin ich gut. Ich möchte aber, ob ich da eins bleibst. Ne, ich möchte nach Davies tatsächlich Herr Kowalski unterstützen. Mir gefällt sein Konzept, dass er da aufbaut. Gefällt mir sehr, sagt mir sehr zu. Ja. Okay. Ja, dann kann ich wieder umziehen. Ich bin jetzt gerade erst von Davies, äh, ich bin von Davies umgezogen, nach Lamesa, von Lamesa nach Davies, dann wieder nach Lamesa und jetzt wieder nach Davies. Ja. Hey. Wir bleiben den Sachen treu, würde ich sagen. 15, 20, Strawberries, Zero-Gastankstelle. Check. Gefällt es Ihnen beiden denn allgemein so in Lamesa? Die 4015-30, Maitbank-Arene. Ja gut, das PD ist jetzt nicht unbedingt das Schönste. Da brauchen wir doch jetzt nicht drüber sprechen. Aber, das Grundsatz für... Führungspfad, MAPD, Eintrachtung, Volk. Es wirkt immer so ein bisschen kalt, finde ich. Mhm. Check. Ich weiß nicht, warum. Es ist einfach das... 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 ...fühlste PD. Ich weiß nicht, warum. Ja... glaube ich, ein bisschen mit daran, dass das Gebäude, glaube ich, nie als Police Department vorgesehen war. Mhm. Ah, okay. Ja, so ein neuer Anstrich mit ein bisschen wärmeren Farben und vielleicht nicht so kalt. Ja, genau. Sind Sie ja nicht öfter am Kiosk unterwegs, hier im Stadtpark? Seitdem ich weiß, wen man gehörte, hier weniger. Haben Sie die, die Dame mit dem blauen Haar, also ziemlich auffällige Haare, kurze Haare, so ein farbiges Lila, haben Sie den, das ist halt mal wieder da gesehen? Noch mal bitte wen? So eine Dame mit blauen, kurzen, welligen Haar, so ein Farbüberlauf, ein blau ins leichte Lila oder Violett. Ja, ein Josi. Josi, ach, kennen Sie sie? Ja, ja. Also, was heißt, kennen Sie? Ja, weil... Die 1 0 S kommen. Die 3 61 und die 3... Achso. ...2 42 kommen. Check vielleicht stille Länder. Also, kennen Sie privat oder jetzt nur beruflich? Nee, ich hab die damals kennengelernt, da war ich noch regelmäßig dort, das war noch vor meiner Dienstzeit. Check. Ah, okay, okay. 4 42 16 20 Mischung-Mobilie. Ich hüpfe mal direkt, passen Sie auf sich auf, ja? Ja, danke, Sie auch. Oh, ich glaub. 4 1 0 S, 7 30, immer. Äh. Check. Ja? Wie siehst du aus? Ich hab den Pullover jetzt wieder an, ne? Achso, meinst du die Haare? Ja. 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 Ja, ich... Ich dachte, meine Kappe, meine Kappe aus meinem Spinnpas nicht mehr. Ach. Okay. Machst du das einmal im Dokument? Ja, mach ich. Ja, mach ich. Äh. Äh. Sag ich mal bestimmt hin, musst du mir... Du bist immer mittwochs im Dienst hast du gesagt, okay? Und sonntags. Mittwochs und sonntags, aber manchmal auch so mittlerweile so sporadisch, einfach auch, ähm... je nachdem. Jetzt guck ich nochmal ganz gut. Ja, wenn du... Ich hab tatsächlich gedacht, bis gerade, dass es 90 Hafteinheiten sind und ab da an kommt man ins Prison, aber es sind 60. Ja. Weil ich gestern Harald Eckert zum PD gebracht hab. Ja, der... Der liefst... Also wir waren privat unterwegs und er hat einfach... Hier 2, 3 für Leitstelle kommt. Der hat einfach vorgelesen, irgendwie seine SMS, ich hab hier 1100 Dollar und 60 Hafteinheiten und da hab ich ihn straight zu meinem PD gefahren. Check, Leitstelle Ende. Oh Mann, okay. Ah. Ah. Es war mal 90. Hat sich gern hat. Check. Nein, warte mal. 100%ig sicher? Das ist... Ja. Das waren mal 90 früher. Das waren mal 90 früher. Gut, dann äh... Ich hab an meiner geistigen Gesundheit tatsächlich heute wieder gezweifelt. Ich war mir so sicher, das waren mal 90. 55 Funkcheck. Nee, nee. Früher waren es wirklich 90 und es hat sich dann 260. Mit der neuen Gesetzesänderung nach Operation Black. Oh, okay. Gut. Puh. Ah. Das ist mir gerade den Tag. Wie geht's dir denn? Mir geht's super. Und selbst? Ohne 3 für Leitstelle kommen? Genau, ganz gut. Das ist so. Sie können dann gerne wieder teasern kommen? Warum ist das weiße Haare? Äh, das ist tatsächlich meine Winter-Herbst-Versor. Die mache ich mir eigentlich jedes Jahr. Leitstelle Ende. Ist okay. Ähm, genau, äh... U1, die Oberführungsfraktion. Ja, mit was... Wer hat was angeteasert? Bei dir, was war das? Check. Bei deinem letzten... Bei deinem letzten Treffen mit dem Commissioner hieß es ja, du in Kurium. Ja, das ist tatsächlich auch so. Check. Achso, okay. Ja. Aber deswegen habe ich die Haare... U01 oder Führungsfreit MAPD. Das ist, ähm... Das ist tatsächlich mein Deckhaar. Je nachdem, wie ich's lege. Äh, also ich färbe, wenn ich die Haare je nachdem, wie ich's lege, wirkt es dann etwas heller auf den Kopf. Das ist immer ein bisschen normalisch. Verstehe, okay. Ja. Ja, ich habe jetzt auch die Haare teilweise gefärbt bekommen. Und ich habe jetzt wieder meine normale Frisur. Ah, ja. Und der Max hat das ziemlich gut gemacht, ey. Ja, Max ist super. Achso stimmt, der Max nicht, Max. Ne, ach, ist egal. Du kannst auch Max sagen. Also ich denke, da wird er dir kein Stück draus tun. Ähm, wie war denn dein Tag bis jetzt heute so? Äh, ich habe vorhin ein Modul gemacht. Also ein bisschen verpasst. Das Modul ist gerade zu Ende gewesen. Dann kamst du spontan in die Einspruch für einen Kollegen mit Verfolgungsjagd. Oh. Oh Gott. Du schreist bestimmt. Du schreist bestimmt, wer in einem Pferd. So, wir haben jetzt immer was da und wir fahren nicht da und da lang. So eine Biste bestimmt, oder? So richtig unterdrückt. Ja, eigentlich. Ziemlich entspannt, eigentlich. Ich? Naja, du musst dir vorstellen, wenn ich mit Rekord unterwegs bin, fahre, funke und... Ja, mache alles eigentlich. Weil ich teilweise nicht wissen, wie es funktioniert. Ich würde mal vermuten, dass wahrscheinlich mit dir teilweise auch. Äh... Oh Gott, es tut mir so leid, dass ich jetzt wieder gefragt habe. Ich, dass du da irgendwie... Du musst ja auch Zeit haben für die Rekruten. Ich will mich da auch nur zwischenmogeln, wenn du wirklich Zeit dafür hast, ne? Ich hab für alle Zeit. Ja, du musst ganz schön stressig sein in deinem Beruf. Ne, nicht wirklich. Ich mach das doch gerne. Monol 4-Funk, check. Und ich will Sergeant werden, dann bin ich so oder so für alle da. Check. Oh, puh, okay. Vielleicht hast du auch irgendwann ein eigenes Department? Wer weiß? U101020 MRPD U1010 löst sich auf. Check. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr gute Menschen, die das besser hinbekommen als ich. Ja, mach dich nicht so klein. 4-001. Du kannst mit in mein Department, Department Erdloch, irgendwas. Überführungsfonds, Mission Row, start doch mal. Warum Erdloch? Weiß ich nicht. Stell dir einfach vor, so ein Tunnel, so ein kleines Erdloch. Und dann so ganz notdürftig mit irgendwelchen Laptops und sowas. Alles, das ist ja mein Department Erdloch dann. Da verkrümel ich mich immer drin. So für die ITler am besten auch noch so. Ja, ja. Ja, da seh ich mich. Fühl ich, Alter. Bin ich dabei. Ah. Ja. Ja. Bin ich dabei. Mit Erdloch, irgendwas. Welche Rotkohl gleich? Rotkohl? Rotkohl. Ja, Rotkohl. Ja, Rotkohl. Immer Rotkohl. Tatsächlich habe ich das schon ein paar Mal jetzt gehört. Wir haben mir das alle geklaut. Damit angefangen, oder wie? Ja, das kam schon von mir damals das erste Mal, aber vielleicht liegt es einfach auch auf der Hand. Wann wir das jetzt? Nein, nein. 55 Einteilungsverhalt. Allee zu den Parten. Komm. Im Norden haben wir gerade auch wieder nur eine Streife, ne? Ja, da haben wir alle schon runtergefahren wegen dem Rollcall. Achso, nee, das war auch schon vor einer halben Stunde so. Achso, ja, gut. Kann man ruhig sein. Ich habe nicht mitbekommen durch das Modul. Mit das Modul. Du hast das auch wahrscheinlich on the fly gemacht, das Modul, ne? Nein, nicht wirklich. Stationär. Ach wirklich? War das erste Modul nach, glaube ich, zwei Monaten, was ich wieder stationär gemacht habe. Außer jetzt, äh, vor kurzem die Einstellung da. Ansonsten war das das erste Modul nach zwei Monaten, das ich wieder wirklich stationär gemacht habe. Einmal zum MRPD überführen. Okay, ich dachte das wird tatsächlich nur on the fly gemacht. What? Äh, Verfolgung? Nein. Ortskunde wird on the fly gemacht. Oh, ich musste verfahren, glaube ich, an sie vor allem nicht. Na gut, on the fly funktioniert das auch, weil das ist ja erstmal ein DOE, wo man sehr, sehr viel miteinander interagieren kann. Oh, ich bin noch ganz kurz, das ist jetzt schon auf uns. Ich bin noch ganz kurz, das ist jetzt schon auf uns. Ich mache es jetzt schon auf uns. Ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Man, ich gehe kurz pinkeln, Moment. Nein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber nicht mit dieser normalen Grundausbildung. Ich glaube, die könnte schon ein bisschen mehr machen. Ich muss meine Ten-Code ziehen. Aber dieses Grund, also dieses Streifendienst halt einfach, das funktioniert halt einfach nicht. Das funktioniert einfach gar nicht, weil die Art, es gibt einfach die Art und Weise, wie ich es am besten lernen, gibt es hier nicht. Es ist so komisch einfach. Ich muss ganz along nämlich irgendwie hinsetzen und ich kann mir das nicht erklären. Es geht nicht. Und du musst ja, das ist ja Learning by Doing, du musst ja dann so im aktiven Streifendienst, du kriegst ja deine Erfahrung und so, aber trotzdem funktioniert das so nicht. Ich bin die theoretische, ich muss mir das selber beibringen und dafür habe ich auch, aber außerhalb vom Stream nicht die Zeit. Riesenproblem einfach. Mein Hirn funktioniert einfach völlig anders. Cool. Cool. Moment. Wenn's, by the way, witzig, ähm, dass du auch den, äh, PD-Pullover mit voran hast. Äh, ja, also, ähm, ich, du, warum hast, warum darfst du den tragen und ich nicht eigentlich? Ich bin Ausbilder. Oh Gott, meinst du, ich soll den niemals mehr ausziehen? Ähm, also, der, der Commissioner hat zu mir gesagt, warum ich das anhabe und ich hab gesagt, ja, mir ist kalt. Ja, das hab ich ihm jetzt auch gesagt, das hat aber nicht funktioniert und außerdem war es nicht kalt. Ja, eure Beziehung ist ein bisschen anders. Kannst du Überführungsfahrt zum MRPD machen? Ja, ja. D415 mit einer Überführungsfahrt zum MRPD. Check. D415 mit einer Überführungsfahrt zum MRPD. Frag mich irgendwas. Check. Kann ich später gleich machen. Okay, okay. D415 mit einer Überführungsfahrt zum MRPD. Check. Ähm, fahren wir dann gleich nochmal weiter? Ja, klar. Ja, nice. Ich hab genug Zeit heute. Super, freu ich mich. Okay, maximal bis 0 Uhr, aber das ist genug Zeit. D415 mit einer Überführungsfahrt zum MRPD. Check. Nochmal bitte. Machst du mal bis 0 Uhr, aber trotzdem genug Zeit heute. Okay, das ist super. Also du und Kuriyama, also okay, okay. Ja, unangenehmig. Jetzt bin ich mal kurz auf der Toilette. Ja, mach das mal. Lass mir das Thema. Ja, lass mir das Thema. Hör mich an. 4-0-2 für Leitstelle kommen. Check. Sie kommen. Werden sie es zum Rollcall schaffen kommen? Oh nein. Sie spielen uns wahrscheinlich um 4-0-2 zu kommen. Nein, nicht schon wieder. Check. Leitstelle, Platz. Oh nein, dieser Bug nervt mich so hart, ne? Warum hab ich den manchmal? Warte, jetzt hab ich den wieder nie? 4-0-F 10-20 MRPD. Check. 4-1-15-30-Nordseite-Stadtpark. Check. Hass. Hass. Das ist heute nicht gut. Die wird heute erschossen werden. Ich sag's euch. Angeschossen. Angeschossen. Sternchen. Angeschossen. Mein Hirn funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Ich hab so viel im Kaufprivat. Ich hab heute mein E-Mail-Postfach geöffnet. Von rp-stream ist keine gute Idee einfach. Meine E-Mails waren so. Du musst noch, du musst noch, du musst noch, du musst noch. Kannst du, kannst du, kannst du? Du musst noch, du musst noch, du musst noch. Nö. Nö. Wir haben hier Rotkohl verpasst, aber da können wir nichts für. Nein, nehme. Ich lösche die nicht. Das ist mein Buch. Tatsächlich. Tatsächlich. Check. Upsa. Sag mal, hast du gerade was gefunkt, oder bin ich jetzt vollkommen bescheuert heute? Ich hab nix gefunkt. Das hat sich gerade tatsächlich fast so angehört wie deine Stimme. 415 wieder aktiv? Ja, ne, ich weiß nicht. Check. Der Roku wurde nicht verschoben, oder? Nee, aber wir können ja nicht dafür. 412 war für zum MAP. Ach, guck mal. Check. Da sind ja noch ein paar. Da ist er. Irgendwann bald. Ja, 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 die Straße. Ich glaube, wir da vorne, oder? Oh ja, ist sie. Ja, scheint sie. Alter. Warte, warte, warte. Oh, das schaffst du. Super. Ich weiß nicht, ob ich hier drauf soll. Lieber nicht, oder? Ja, oder du drehst hier einmal. Ja, ich drehe mal. Auch ein bisschen schwierig. Das hier aber auch wirklich so weit voneinander. Das ist in Ordnung. 415, 20 MRPD. Check. Ach so, schon mal der erste Tipp? Immer 1 bis 2 Sekunden vorher funktionieren, dass wir da sind. Okay, okay. Warum machen wir das? Ich mache das meistens bei der Anfahrt, aber dann wurde mir gesagt, nee, es kann ja sein, dass wir jetzt ganz schnell noch einen Einsatz reinkriegen. Deswegen, ja. Scheißegal. Also wer das gesagt hat, ist nicht richtig. Okay, okay. Erklär es mir. Außer es weiter komm ich schnell. Dann ist natürlich alles richtig. Keine Ahnung. Also, wir funken 1 bis 2 Sekunden vorher, dass wenn eine 1090 passieren sollte, dass wir sofort wissen, wo der Standort ist. Ah, ja, okay. Das macht natürlich, das macht Sinn. Das ist einfach ein Sicherheitsprotokoll, kann man sagen. Okay, okay. Dass du zum Beispiel an der Tankstelle anfährst, funkt du 2 Sekunden vorher, dass wenn deine Streife plötzlich beschossen wird, du eine 1090 gefunken kannst. Wir sind dann aber alle Streifen, die dann stillen, oder? Streifele? Das macht Sinn. Eine kommt noch aus dem Norden, die musste uns und ihren Kollegen abholen. Achso. Oh, ich glaube, da macht jemand Prüfung. Aber das wird noch sich um einige Minuten. Wohl, warte mal. Hopkins hat vor zwei Tagen die Prüfung gemacht. Ich weiß es gar nicht. 400 ist besetzt mit 181 und den Oberbabu der Staatsanwaltschaft, Herrn Tanaka. Überführungsfahrt zum Beispiel. Hat er nicht gesagt. Check. Das Ding ist jetzt, guck mal, normalerweise müsste ich jetzt als Ausbilder ihn anrufen, anschreiben, dass er sich ja bisher in den Fuß wieder anhalten soll. Aber wie machst du das bei einem Chief? Gar nicht. Ja, lieber nicht. Gut, dann beginnen wir den Rollcall um 19.49 Uhr. Gibt es außerdem Commander Payne noch irgendwelche Departments, die was zu sagen haben zum Rollcall? Ach, Elena. Beteilung, ja. Operations hatte ich ja noch was. Beteilung, Operations, okay. Das haben auch was. Nee, wir da? Nee, hier, ne? Okay, dann gebe ich als erstes das Wort an Commander Payne. Okay. Gut. Gut, ich habe das gestern schon einmal angesprochen. Das ist dann gestern Abend auch nochmal ein bisschen eskaliert. Es geht immer noch um die Streifen oder die Streifen im Paleto Bay. Aufgrund der letzten Ereignisse, die passiert sind, habe ich das auch im schwarzen Brett nochmal festgehalten. Würde ich eine aktuelle Gefährdungslage für den Bereich Paleto ausrufen. Wir haben bestätigte Informationen, dass dort in Zukunft wahrscheinlich wieder vermehrt Gang-Activity vor Ort abgehalten wird. Und vor allem auch, dass da ein sehr, sehr erhöhtes Eskalationspotenzial seitens des Mayhem-MC vorliegt. Aufgrund dessen würde ich gerne, dass die Leitstellen sich darum kümmern, dass, wenn möglich, in Paleto eine Streifenkapazität herrscht. Wir reden hier nicht von acht bis zehn Einheiten. Eine Einheit in Paleto würde eigentlich schon ausreichen, damit wir die Möglichkeit haben, die Meldekette einzuhalten. Wenn die Kapazitäten das natürlich ermöglichen, auch noch eine zweite Streife in der Umgebung, dass jetzt gerade im Paleto viel mehr darauf geachtet wird. Für die Kollegen aus dem County, damit sie jetzt aber auch schon mal Bescheid wissen. Wir haben ja diese gesonderte Einzelstreife-Regelung. Aufgrund der aktuellen Ereignisse wird die gerade aufgehoben. Ich habe das mit Assistant Chief Brand besprochen. Das bedeutet zum aktuellen Zeitpunkt, auch nach 19 Uhr, wenn sie im Norden unterwegs sind, keine Einzelstreifen mehr. Und das, ja, das müsste es von meiner Seite sein. Ja, können Sie gerne machen. Genau, ich würde dazu kurz noch etwas ergänzen. Erinnern Sie daran, dass Anweisung des Commissioners ist, dass, also, wenn im Norden natürlich mehr los ist in der Stadt, dass vom Watch Commander und der Leitstelle auch die Streifen dorthin geschickt werden. Immer da, wo es halt gerade am meisten los ist. Ich finde, Dix und Ariane sind so wie Geschwister eben. Die letzte Woche war sehr heftig oben in Paleto Bay. Und die letzten zwei Tage war es extrem verstärkt, dass dort irgendwelche Straftaten, auch schwere Straftaten, passiert sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gut, dann gebe ich gleich weiter an Chief Miller, die Operations. Wunderbar. Geht es hier nochmal um den Einsatz vom Montag, wo ja leider einiges schiefgelaufen ist. Das geht jetzt primär auch an die Vorgesetzten im Department, beziehungsweise in der Behörde ab dem Rang Sargent 2. Wir halten Sie im Hinterkopf, dass es unsere Aufgabe ist, auch Dinge, wenn wir diese bemerken, zu korrigieren. Wenn Kollegen beispielsweise Dinge vergessen oder drohen zu vergessen, darauf hinzuweisen, entsprechend zu korrigieren. Und ja, da alles entsprechend in die Wege zu leiten, dass eben keine Fehler mehr seh passieren oder diese entsprechend abgewendet werden können. Ja, dass es nicht mehr zu einer Situation kommt, wie eben am Montagabend. Und es leider auch ein gewisses kollektives Versagen eingestehen müssen. Nichtsdestotrotz, wir lernen aus den Fehlern, wir arbeiten daran und beim nächsten Mal wird es nicht mehr so weit kommen. Wir werden es besser machen für die Zukunft. Weiterhin hat Käpt'n Gauthier noch eine Meldung seitens der Operations. Ja, genau. Wenn Sie mit den Aztekers irgendwie zu tun haben, passen Sie da bitte auf. Es gab gestern eine extreme Morddrohung gegen die gesamte State Police, um Ihnen auch kurz zu erklären, woher die kommen. Es gab gestern einen Raubüberfall auf die Baby-Rodge. Die hat sich in eine Geiselnahme verwandelt, weil unsere Einheiten sehr schnell vor Ort sein konnten. Und ja, die Tatverdächtigen sind Herr Riviera und Frau Riviera. Ich weiß nicht, ob es die Schwester oder irgendwas ist, keine Ahnung. Jedenfalls wurde diese durch Officer verletzt, weil Schüsse abgegeben wurden. Und er hat uns gedroht, ist sie verletzt, dann, ja, wird er uns alle um. Dementsprechend denken Sie übrigens auch an das, was Commissioner uns als Anweisung gegeben hat im Umgang mit Aztekers. Das ist keine Diskussion oder ähnliches, sondern volle Härte. Aufgrund des Einsatzes gestern auch nochmal die Bitte. Wenn Sie Schüsse abgeben, dann überdenken Sie bei jedem Schuss, ob er notwendig ist. Die Schüsse gestern waren rechtfertigt, brauchen wir nicht drüber reden. Es geht eher um die Menge. Sie müssen nicht ganze Magazine entleeren, wenn der Täter unter Umständen nur ein Messer bei sich hat. Und dementsprechend da die Schüsse nachdenken. Gut. Genau, das war's. Dann gebe ich weiter an die DTO. Captain Depont. Ja, das machen die beiden Detective Williams heute. Ja, check. Ja, ich. Ja, gleich. Dann doch nicht die beiden Williams, sondern ich zuerst. Sie wissen sicher, dass Golden Olympus der komplette Fall von Homeland übernommen wurde. Ich wollte dennoch noch ein paar abschließende Worte an Sie alle richten, und zwar ein sehr, sehr großes Danke in diesem Fall. Viele Officer, viele Vorgesetzte, eigentlich das komplette Department, haben uns sehr, sehr groß in diesem Fall unterstützt. Seien das mit Theorien, ich habe viele Anrufe, SMS, alles Mögliche, meine Kollegen bekommen. Wir hatten sehr, sehr gute ermittelnde Officer an dem Fall, an denen geht auch nochmal ein extra Dank raus, aber das haben die hoffentlich auch schon, habe ich denen auch schon persönlich mitgeteilt. Jeweils, also auch an alle Abteilungen, die Operations, die Admin, wir haben so viel Unterstützung in dem Fall bekommen, weil er auch einfach so groß war. Ja, und es war eine Ausnahmesituation für uns alle. Es war ja etwas, wofür die meisten von uns nicht geschult waren in irgendeiner Form. Und deshalb möchte ich mich bei allen, vor allem von den Detektivs, für die kann ich jetzt reden, für mich als Ihre Kollegin, möchte ich mich einfach bedanken. Das war schon alles. Boah, ich bin so gerne Officer 1, ich fand mich sehr gut. Ja, noch mal ein paar Worte, zuzüglich von Commander Payne. Dazu würde ich alle noch mit bitten, die Augen offen zu halten, da die Mayhems auch an Mitgliedern gewonnen haben. Das heißt, wenn sie Mitglieder in der 1026 haben oder antreffen, bitte mit auf die Kutten achten. Zumal, wenn es jetzt auch neue Mitglieder sind, ob die schon Kunden haben, beziehungsweise ob das Prospekt hinten drauf steht. Dann, das hatte ich vor ein paar Tagen im Worker schon angesprochen, im Laufe der Woche, beziehungsweise spätestens bis zum Wochenende, sind dann auch die MC-Akten im Aktensystem zu finden. Quasi das Pendant zu den Gang-Akten. Und noch ein kleines Thema aus der Forensik, wir suchen nach wie vor noch Nachwuchs, das heißt, wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden. Oh Mann. Ich gebe da noch ein kurzes Briefing ab. Gestern kam es zu einem erneuten Mord- beziehungsweise Totschlagvergehen. Im Staat ist Herr Andreas, besonders unten in der Saufel-S-Höhe, Großstit, ATD. Dort ist Herr Sean Kessel umgeschossen worden und im Verlauf dieser Verletzungen verstorben. Dementsprechend auch hier, sollten Sie durch Informanten, die Sie haben, oder auf der Straße während der Streife, irgendwelche Informationen zu diesem Tötungsdelikt mitbekommen. Wäre es lieb, wenn Sie sich an einen der Detektives wenden würden oder diese Infos besonders auch an den Detekt-Account schicken würden. Oder sollten Sie auf Streife mitbekommen, dass es weiter eskaliert zwischen den beiden. Dann bitte der Gang-Unit-Bescheid sagen und den Detektiv, dass wir für diesen Fall gewappnet sind, sollte da noch mehr kommen. Beziehungsweise sollte es etwas Großes werden. Und noch zu guter Letzt, auch da nochmal ein Dankeschön von Detective Grima an alle Einheiten, die gestern bei diesem Einsatz involviert waren. Da war es uns leider ein bisschen verwehrt, noch mit vor Ort zu sein. Dankeschön, den Fröschen. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen von den Units oder Abteilungen? Okay, gibt es Wortmeldungen aus dem Kollektiv? Hat ein Officer irgendwas anzusprechen im Rollcall? Ja, die 4.88 hat nur eine kurze Erinnerung. An alle Sergeant Commander oder Biss Commander, denken Sie daran, dass wir uns morgen hier im MRPD treffen, zwecks Besprechung. Ich schreibe es nochmal in die Gruppe, denken Sie aber bitte daran, damit wir uns absprechen können. Gut, weitere Wortmeldungen? Eine Information von der System-Chief Korayame. Hiermit nochmal, falls Sie es nicht mitbekommen haben, Mr. Barndt ist mit sofortiger Wirkung wieder entsuspendiert. Gut, noch weitere Wortmeldungen? Ja. Gut, dann ist der Rollcall um 19.58 beendet. Ja, die haben auch gar nicht gesehen. Das ist einfach furchtbar, auch nach einem Jahr denke ich, wie warum ist die denn? Wir können mich terrorisieren. Beginnt die sozusagen jetzt? So negativ, ab der Zeitung, wenn ich so Punkt mit Alina, Chief Miller und ich kurz noch was klären müssen. So was kann er aber noch nicht sagen. Auf den Seitenruherfunk. Gut, dann habe ich so das Gefühl. Ein Freiwilligen dafür ist nach vorne gekommen. Für die Leitstelle. Dann mal weiter. Ja. 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 Ja, das war das Gefühl, ich muss nochmal gucken. Ich muss nur ganz kurz mal was gucken. Oh, ich weiß nicht, wann. Ah, ich weiß nicht, wann. 3,46, 14,70 kommen. 3,46, 14. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind in der Watch-Dokumento heute gekommen. Brauch doch nicht fragen, mach doch einfach. 3,46, Summe drum. Ja, nee, deswegen mein Arm bei anderen Arbeiten. Ich schreibe jetzt einfach, ich melde mich nach meinem Amt fertig. Kindergarten bei Ihres Taxes einfach. Ja, mach doch einfach ganz kurz. Erzähl, wer denn da schreiben war. Äh, ja. Check. Dazu muss ich dir ein bisschen erzählen, wie bei Ihres Taxi bis jetzt gearbeitet wurde. Und ich tatsächlich... Kannst du gerne machen? Ja, das ist alles so... Ja, komm, wir bleiben hier ein bisschen stiller. Kann ich noch ein bisschen, dann kommst du den Pizze fertig. Ja, mach das. Fahr mal auf Streife. Check. Also ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile da tatsächlich. Und das Taxi war immer so ein Beruf, wo du tatsächlich auch so sporadisch nur anwesend sein musst. Je nachdem, wer Zeit hat, kann fahren. Das ist okay, das hat mir sehr zugesagt. Und in der Zeit lang bin ich sehr viel gefahren, seit dem PD eher weniger. Und da bin ich zu Lamy, den CEO... Genau wie bei mir, fühle ich. Genau, genau. Du warst ja da, du hast ja auch da gearbeitet, genau. Dann bin ich zu Lamy gegangen und hab gesagt, ja, hör zu. Ich würde es verstehen, wenn du mich kündigst. Für mich ist das voll fein. Ich kann auch selber kündigen, bla bla. Und ich sage, nein, 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 du bist schon so lange dabei, du bleibst hier. Ich sage, okay. Ja, alles klar. Jetzt gab es da irgendwie so ein Clusterfuck, wo ich aber rausgehalten werden möchte. Viele wurden gekündigt. Co-CEO hat gefühlt jede Woche gewechselt. Und jetzt ist Bäckerin No, die auch vorher beim PD, beziehungsweise Esti war, Co-CEO da. Mit ihr kam ich auch eigentlich ganz gut klar. Und sie fährt halt jetzt so eine ernstere Schiene, die aber auch aus meiner Sicht ein das Taxi halt braucht. Und jetzt war es so, dass sie meint, dass ich irgendwie auf Urlaub eingetragen war, war fahren, wusste das nicht, hab die ganze Zeit kein Geld verdient. Und jetzt hat sie mich aus dem AGP dann rausgeworfen, aus der Leitstelle rausgeworfen. Und dann habe ich da Bescheid gesagt, wurde alles wieder rückgängig gemacht. Okay, jetzt bin ich halt wieder nicht gefahren, weil ich kann halt nun mal nicht so oft. Ich habe, wie gesagt, auch gesagt, die können mich ruhig kündigen, alles cool. Da habe ich wieder als Urlaub eingetragen, bin gefahren, wieder kein Geld verdient. Und dann hieß es, dann wollte ich in die Leitstelle gucken, gucken wir gerade Leitstelle haben, mich anzumelden, da hieß es, ja, habe ich gesehen, ich kann schon wieder Leitstelle nicht einsehen, wieder PRDP nicht einsehen. Also habe ich mich bei Lamy gemeldet und gesagt, hör mal Lamy, das ist mir langsam ein bisschen so doof irgendwie, dann schmeißt mich doch raus, alles okay, kein böses Blut. Das ist auch irgendwie nach hinten losgegangen und jetzt hat sie mir geschrieben, weil ich nicht da war und nicht gefahren bin, hat sie mich als Urlaub wieder eingetragen und ich werde halt kündigen, ist das so ein bisschen so doof, weil dann passe ich halt nicht mehr wirklich zum Unternehmen. Und hat geschrieben, Lamy trifft da null Schuld, aber ich habe Lamy angeschrieben, weil er ist nun mal der fucking CEO. Hört. Oh, Entschuldigung. Hinten wir. 5.9 überführt zum Palettor-Department. Was? Hä? Was war's? Äh, check. Weißt du was, wir fahren einfach los. Ja. Ich muss mir noch was zu trinken holen. Hola. 4.5. 3.6 wieder 10. 3.6 wieder 10.20. Hier nochmal. Einmal bitte. Hola. Wann ist? Check. Naja, was ist denn los? Die 4.05. Ist es eine Frage oder eine Anweisung? Check. Ich bin gerade mit Ariane unterwegs und bringe hier noch ein bisschen so dieses Ganze. Na jetzt stelle Hör. Naja, ich bin aktuell mit Ariane unterwegs und bringe hier so ein bisschen die letzten Module noch ein bisschen bei. Wollte sie als Wiederholung einfach haben. Ja, check, damit der 4.7.20 eine Streife bilden kommen. Check. So verstanden. 4.5. Aster. Ciao. Alles gut? Mhm. Ich sollte eigentlich den Watchcommand übernehmen. Oh, ach so. Aber es war irgendwie eine Frage oder eine Anweisung. Er hat gefragt. Wenn er das Wichtige zu tun hat, dann mach das. Er hat gesagt, ja, dir ein bisschen beibringen wieder. Ja. Okay, super, danke. Gut. Soll ich jetzt aktiv mehr? Gerne, gerne. Warte noch bitte kurz ein bisschen. Ich dachte, deine Story geht ein bisschen länger. Nee, das war es jetzt auch. Mir ist das einfach alles zu blöd, aber Becker ist irgendwie, ach, keine Ahnung, war eigentlich jemand, der auch wichtig für mich hier beruf. Ich war tatsächlich, weil sie mir ein paar Informationen gegeben hat. Deswegen verstehe ich einfach nicht, was passiert ist. Damit war das egal. Ja, ich glaube, der Tags hat sich allgemein ein bisschen geändert. Ja, eine härtere Vorgesetzweise braucht es definitiv, aber dann passe ich da halt nicht mehr rein in die Situation. Ja, das stimmt. Ja, Nami war halt Butthurt, weil ich mich da bei ihm beschwert hatte, aber gar nicht mal so böse. Und ich glaube, er versteht einfach nicht, dass er CEO ist. Ja, er mag, glaube ich, dann keine Verantwortung für dich übernehmen. Das will er auch eigentlich gar nicht sagen, ob er das macht. Ja, ich glaube auch, er will eigentlich gar nicht. Ich weiß auch nicht wirklich, was er macht. Und ich kann es dir nicht sagen. Weil eigentlich haben wir die Co-CEOs. So habe ich das mitbekommen. Immer alles geregelt für das Unternehmen. Oh, da ist aber jemand richtig gut. Ich würde mal behaupten, dass er einfach CEO ist. Also so einer, der nicht wirklich viel macht. Ja, check. Oder um beachten. Das hat er nicht mal böse gemacht. Das ist auch ein Freund von mir und alles drum und dran. Ich fahre auch aktuell sein Auto, aber er ist ja faul. Ja, er ist ja auch ein Freund von mir. Ich kann ja trotzdem ganz normal über ihn reden. Richtig, richtig. Check. Hast du denn Munition eigentlich auch bei dir im Güttel oder in der Weste? Ähm, hab ich bei mir ganz normal im Güttel. Okay, hab ich auch. Warum? Weiß ich nicht. Achso. Am Anfang hatte ich das noch irgendwie. Lad einfach mal nochmal nach. Steig mal kurz aus. Überprüfe deine Waffe nochmal. Lad nochmal nach. Nee, nee. Ach, alles gut. Alles gut. Da ist wirklich alles gut. Meine Waffe ist gelangt. Ich mach doch, das mach ich jetzt auch nochmal. Um, dass du es gesagt hast. Äh? 4-2-10-20. Hier im Langtanksteller. Einfach nochmal nachladen. Äh, ja, ja, ja. Ich lad das mal nach. Ne? So. Check. Gut, dass wir das auch... Ja, das würde ich mich nachladen. Mhm. Gut, dass wir das besprochen haben. Ja, ich hab manchmal auch das Gefühl, also ich bin derzeit sehr, sehr vergesslich. Wenn ich gerade außer Dienst gehe, nehme ich das Magazin raus, dann komme ich wieder in den Dienst und dann habe ich kein Magazin in der Waffe drin. Ah, ja, ja, ja. Genau, ja, ja. Ist also so. Ist also so, kann man nichts machen. Ich glaube, die haben gerade unser Leben gerettet. Wer weiß, was passiert wäre. Check. Definitiv. Okay. Ähm, los. 4-1-5 aktiv. Oh, scheiße, war das im Funkspruch? Bitte, nicht wieder, dass ich ihn im Funkspruch reingehe. Oh Gott. Cool. 4-2-10-20, Lamissa-Tanksteller. Brr. Check. Okay, und du bist jetzt allgemein alles nochmal... Ja, also ich hab tatsächlich jetzt wegen der Golden Olympus Sache, ne? Da hatte ich, ähm, weißt du, ob du das mitbekommen hast, mit einem der einen Führer, äh, SMS-Kontaktanrufe und so. Und da war ja die... Das hab ich nicht mitbekommen, ne? Nee? Ah, ja. Da war ja diese Detektiv-Sache dazwischen. Ich hab alles mal weitergeleitet und, 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 und. Ich war ja mit in der Bank am Anfang und hatte jetzt halt so... Im Hintergrund immer damit zu tun. Ich konnte halt, halt keinen normalen Streifendienst mehr machen. Was ist da bei deinem Key? Ja. Ja, verstehe, okay. Aber das sieht doch alles in Ordnung aus, oder? Ja, okay, es sah grad von Weitem aus, als hätte jemand einen Mittelfinger in Richtung Dynasty gezeigt. Okay, alles gut. 4-2-2-10-20, 3-FRO-PD und löst sich auf. Äh. Was ist denn heute los? Was ist denn... Hä? Aber wieso... Wieso hab ich auch... Ach, nee, ich schau wieder. Ist das heute... Haben das alle, oder bin das schon wieder nur ich, die hier irgendwie mit dem Server grad Probleme hat? Weil der Erik meint, er lädt nichts hoch. Ja, ja, ist auch rausgeflogen. Oder ist der rausgeflogen? Ich bin so... Ja, ja, wir hatten, äh, Dingens... Da, Warnblinker. Das heißt, er ist rausgeflogen. Haben alle heute... Oh, ist das ätzend. Nein, Ariadne, hast du jetzt nicht gemacht, ne? Oh, 24-Funk, check. Check. Jetzt ist das hier ganz oben, oder? Oh, das ist ja nice. Glaube ich. Ich hab keine Ahnung. Nee, ich war auf Lichter. Nee, GTA Online hat gar nichts damit zu tun. Das ist ein ganz anderes Server. Oh. 4-1-2, aktiv. Check. 4-1-15-30-1-8. Check. Ja, meldet sich ab. Leute, Thema Hack, beziehungsweise Skript, ist hier kein Thema. Im Chat ist halt immer komplett raus. Meldet sich ab. Äh, ja. Hi, jetzt Emma. Hallo, Emma. 4-2-3, wieder aktiv. Äh, bitte was? Es lebt fantastisch. Ach so, oh, ich kann, ich kann nur gar nicht telefonieren. Ich bin in Arbeit. Au, au, verdammt. Meld dich am besten heute Abend nochmal, ja? Entschuldigung. Ja, ich bin Emma euch. Okay, tschüss. Okay, tschau. Deine Stelle hört kommen. Bin im Sandy-Department und benötigen eine Einteilung, komm. Kann die Leitstelle mitkommen? 5-1-15-30-1. Ja, Becker, ich bin aber nicht jetzt, bei mir ist gerade sehr, sehr schwierig. Ich habe mich bei Lamy gemeldet, weil er nun mal CEO ist und ich die Sache erklären wollte und ich wusste, wer da jetzt dafür verantwortlich ist, aber es geht nicht gegen Lamy persönlich, das muss er wirklich mal lernen. Aber ich glaube tatsächlich, wir müssen generell mal reden, ob es noch Sinn macht, dass ich bei eines Taxi bleibe. 4-1-20-Ying-Yang. Weil ich kann nochmal nur sporadisch, das war bis jetzt kein Problem, aber anscheinend ist es jetzt ein Problem, deswegen würde ich da vielleicht nochmal die Tage auf euch zukommen. Okay, wie du möchtest. Okay, also ich weiß nicht, hast du irgendwie ein Problem mit mir in letzter Zeit? Hm. Weil ich habe auch keins mit dir, also es ist einfach nur, ich habe tatsächlich Lamy gesagt auch schon vor einigen Wochen, dass es vielleicht besser ist, wenn ich kündige, weil ich kann ja nicht so oft fahren. Und dann meinte er, nein, das ist kein Problem, deswegen lass uns einfach mal die Tage reden, ja? Ja, mach dir keinen Stress, wie du möchtest. Jo, dann bis dann, tschüss. Die hasst du uns auf einmal, ich weiß nicht warum. Ich liebe Baker, äh, Baker, ich liebe Baker. Die ist so richtig schön abgefragt, ich liebe das wirklich. Ich glaube, wir müssen tatsächlich, äh, kündigen. Die ist voll pisst. Ja, ist halt nochmal so. Ist halt so. Die hatte tatsächlich immer zwei Seiten gehabt und, äh, das mag ich tatsächlich sehr, ein Charakter. Ich sage, solange immer alles RP ist, super chillig, freue ich mich. Ah, ich weiß auch nicht, was los ist. Aber ich will es tatsächlich auch nicht wenig gemäht haben. Ja, ich will es tatsächlich auch nicht wissen. 5.62 Mal letztlich ab. Ähm. Und die Schuss. 4.02 aktiv. Check. Hä? Die hat den doch nicht. Die hat den doch heute angerufen, den, warte mal. Ach ja, ist das Essen. Ich schreibe nur ganz kurz den Herrn Miller und dann bin ich wieder ready, ja? Ja, super, ne? Alright, alright. Und so geht. Und dann, also, Setzung. Ähm, dann, nach. Setzung? Ja, ja, ich möchte nach Davis zum Herrn Kowalski. Äh, er hat ein Konzept da, stellt er gerade auf und mir sagt das tatsächlich sehr zu. Ich habe in dem geredet. Da, wir fahren nochmal an. 4.13 aktiv. Äh, warte, erkläre ich dir sofort? Check. Äh, bin ich wieder raus? Warte, ich kann mich heute nicht konzentrieren. Ich hasse es. Alles entspannend. Mach locker. Hm, warte. Die Einzeln aktiv. Check. 4.02.10.20 in die Eintankstelle. Check. 4.03.21.20 tempted. 4.03.2020.2024 in die Eintankstelle. so ja ja war dann noch ein bisschen mehr zurück doch noch mal ein bisschen frau sorry noch ein stückchen zurück scheinwischer 4 4 3 20 auf foto das ist von den herrn john murphy irgendwas offen oder sowas zu so ein auto zum kaufen ist man auch so wie ich jetzt hier der erste besitzer könnte jetzt auf seine person abgegehen aber das mache ich nicht weil gedecke und erzune überprüfen kannst du trotzdem was aber nichts machen als ich habe immer angst dass man das sieht und man denkt ich vom hier neben dem man sieht das check definitiv wir sind die polizeibehörde aber du kannst ja begründen dass er etwas nach leitstelle kommen aber muss ja nicht alles geht ist im morgen kommen ich will mal telefonnummer sagen fünf 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 warte gebe ich diese frage 9 65 412 1020 westlich von bennys 412 1020 westlich von bennys Ich kann mich nicht mal auf die SMS konzentrieren jetzt. Ich kann mich in der Zeit nicht konzentrieren, wenn ich privat den Kopf voll habe. Nervt mich so, weil ich will, dass sie irgendwie mal hinkriegen. Es gibt nur peinliche Situationen in der RP, weil ich nicht weiß, was ich tun soll mit ihr. Und deswegen ist sie automatisch schlecht. Das tut mir so leid, Ariane. Sorry. Drück dir die Daumen. Ja, ich hoffe, der verkauft ihr noch wirklich. 4.15 aktiv. Ich werde ein bisschen krank. Meine Güte. Ja, gute Besserung. Danke. Habe ich aber auch Frosche im Hals. Das ist, glaube ich, irgendwie das Wetter aktuell. Ja, dir hat auch wieder geregnet. Also Petit-Bullover-Mittwoch. Mach mal. Petit-Bullover-Mittwoch. Aber Petit-Bullover-Donnerstag war es ja immer so ein bisschen. Ja gut, aber Donnerstag war er nicht im Dienst. Also Mittwoch. Ja, aber Herr Weiß hat schon gesagt, den wird es nie geben. Habe schon gefragt. Finde ich schade, wirklich nicht. Ja. Kann ich ja verstehen. Ist ja auch keine Spaßbehörde. Ich weiß. Aber ich finde halt so ein Ding so, wieso bekommen wir die, wenn wir die nicht anziehen dürfen? Ja, das verstehe ich auch nicht. Weiß ich mal, warum kriegen wir das dann? Zu welchen Zweck sollten wir das haben? Es kann ja einfach nur sein, weil es, wenn es kälter wird, dass wir einen warmen Pullover haben und nicht diese, ähm, nicht diese Hemden anhaben. Richtig. Also Winterzeit. So wie jetzt? Mhm. Sag mal. Achso, dachte ich gerade, das wäre das gleiche Auto. Oh, da fährt der Zweite. Nee, warte, ist das gleiche Auto? Das ist genau das gleiche Auto. Ich weiß, es wird das nur für uns was zum Teil der Europi-Kopf. Wir haben ja Glück, vielleicht wird er jetzt, ah, schade, vielleicht wird er jetzt gleich zu schnell. Community-Politik. Hier steht ja auch dieser Tuning-Treffen hier. Ach. Ist dein Kopf an? Ah, das ist mein perfektes Tuning-Treffen. Wer ist denn hier von uns? Kannst du im Live-Shaking gucken, wer das hier ist. 4.05 war das, ne? Daniel González und Charlotte Kini. Ach, Ausbilderin Kini, okay, okay. Also, jemand, wir halten jemand an, wenn er zählt, 26 und er hat den Kofferraum, 3 Joints und ein Päckchen Kokain. Hä? 3 Joints, ein Päckchen Kokain. Was machen sie? Ähm, da müsste ich tatsächlich jetzt auch nochmal nachgucken, aber ich meine, 2 Joints dürfte er behalten für den Eigenbedarf. Richtig. Und den überflüssigen Joint würde man ihn abnehmen, das Päckchen Kokain, das könnte ja Backpulver sein, das wird erstmal beides in die Forensik gegeben. Richtig so? Ja, einfach ein weißes Pulver sein, richtig, ja. Genau. Was passiert mit dem überflüssigen Joint? Hört sie, komm. Finde ich mir. Einfach in die Forensik, das macht die Forensik selber lang. Ach so, okay. Ähm, das erste, was du machst, ist festnehmen. Genau, festnehmen und dann bekommt er ja eine Strafe, das kann ich ja dann auch nachschauen. Wenn ich jetzt, wenn ich ihn jetzt festnehme, belehr ich ihn ja dabei und dann nochmal vor den Zellen. Nicht vor den Zellen, in den Zellen. In den Zellen, oh. Check. Wenn du die Zellentür zugemacht hast, beginnt seine U-Haft und das ist auch eine zweite Belehrung. Okay. Das war früher anders, ist heute irgendwie so, warum auch immer. Check. Okay, also ich belehr ihn nochmal in den Zellen. Genau, also einmal, wenn du ihn festgenommen hast, musst du ihn belehrern. Wenn er sagt, dass er es nicht verstanden hat, wie oft belehrst du ihn? Zweimal. Genau. Ähm, zweimal belehrern. 4-2-3-Vellehrte Zelle kommen. Und dann nimmst du ihn tatsächlich mit in die Zellen und in den Zellen belehrst du ihn wieder. Und dann musst du auch leider wieder zweimal machen. 4-2-3-Röpf, Sie kommen. Okay, dann sorge ich dafür, dass auf jeden Fall ein Officer dabei ist. Einfach so ein bisschen mit ihm aufzupassen. Ähm, in der Zeit kann ich... Ja, als Zeugin. Einfach als Zeugin. Einfach als Zeugin. Ähm, ich darf mich also mit ihm nie alleine an den Zellen unterhalten. Ist nicht immer zwei dabei? Nein, das stimmt nicht. Wenn du zu zweit in einer Streife bist und du nimmst jemanden fest, soll sogar einer bei den Zellen sein, damit er nicht einfach vor sich hin schmort, weil wir sind ja immer noch Menschen. Ja, ja, definitiv. Genau, deswegen sollte einer immer dort sein und der andere kann sogar die Akte machen. Genau, die Akte wird ja dann erstellt, aber das Strafmaß selber, das, ähm, kann ich das auch machen, während er in der U-Haft ist, dass ich jetzt schaue, okay, wie lange lasse ich ihn da drin oder, weil vorher habe ich ja nicht so wirklich eine Möglichkeit, weil das ja meistens so heuter die Päuter geht. 4, 3, 4, 4, 3, C, MRPG. Ähm, du musst immer nur situationsbedingt handeln. Es kommt wirklich immer drauf an. Es ist eine Ordnungswesigkeit, musst du ihn rein theoretisch gar nicht mitnehmen. Mhm. Ist das, ähm, generell eine Regel oder ist das auch je nachdem? Je nachdem. Wenn er noch keine Erkennungsdienste in Behandlung hatte, kannst du ihn mitnehmen, solltest du ihn sogar mitnehmen, damit wir wissen, dass wir auch seine Fingerabdrücke haben. Wenn jemand über den Stoppschild fährt, kannst du rein theoretisch ihn mitnehmen zum Police Department und, ähm, wenn er eine Erkennungsdienste in Behandlung machen. Äh, oben vor den Solenten in Lamentapiti kommen. Allerdings gibt es einen Unterschied, äh, nicht ein Unterschied, es gibt noch ein weiteres Gesetz, äh, das, die Verhältnismäßigkeit. Das heißt, wenn ein, wenn ein Anwalt zuschaltet und er weiß, okay, du hast nur die Fingerabdrücke genommen, weil er, ähm, weil er einen Stoppschild überfahren hat, dann wird es schwierig. Dann kriegst du irgendwann Ärger. Okay, ähm, mit dem Erkennungsdienst sich behandeln, gibt es dafür ein Modul oder was? Ich habe gar keine Ahnung, wie man das macht. Also ich, ich... Ja, wurde eigentlich bei der Verhaftung gemacht. Check. Das ist ganz einfach. Ähm, weißt du, wie man Fotos schießt? Ja. Foto-Kamera. Ja, ja, natürlich. Okay, weißt du, wie man diese Fotos auf dem PC holt? Weiß ich auch. Ähm, ist das denn so, dass man, äh, das auch mit der Handy-Kamera machen kann, oder muss ich das... Ja, klar, natürlich. Okay, gut, alles klar. Also mit dem Handy-Kamera machen, du musst nur das irgendwie auf dem PC bekommen. Okay, muss ich alle Fingerabdrücke nehmen, von jedem einzelnen Finger? Ja, von jedem einzelnen Finger. Beide Hände. Beide Hände. Du fängst am besten mit dem Fingerabdruckset, ja, in jedes Fahrzeug gibt es dieses Fingerabdruckset. Du sagst ihm, normalerweise bitten wir die Person, die Fingerabdrücke zu geben, wenn es eine erkennensliche Behandlung ist, was nicht Pflicht ist. Du sagst ihm trotzdem, ich werde jetzt von dir Fingerabdrücke abnehmen und wenn er sie freiwillig geben will, ist es vorteilhaft, wenn nicht, machst du es trotzdem. Mit einem Handschellen halt dann, dann nimmst du die Finger selbst hin. Oh, okay. Du musst trotzdem machen, das ist ein Pech gewesen. Wenn du die nehmen musst, hat er Pech gehabt. Gut. Das heißt, ganz normal, du nimmst die Fingerabdrücke von ihm, komm, ich zeig's dir einfach mal ganz kurz. Ja, bitte, bitte. Ja, ein Streifen, vier, vier, zwei, drei, zwei, drei, oder? Äh, westlich, äh, Pillbox ist das, oder? Ja, hier ist 20. Genau, ja. Ich hab nur gekühlt, ob da auch gepasst ist. Ja, natürlich vom Streifenwagen, kontaktieren Sie mich einmal per Draht. Äh, per Handy. Check. Sekunde. P115, 1020, westlich von Pillbox Medical Center. So, wir schmeißen die Papiere gleich wieder weg, ja? Ja, einfach, ist ja echt, sehr egal. Also, ich möchte jetzt von dir Fingerabdrücke abnehmen, das heißt, ich bräuchte jetzt von den Fingern, ich mach jetzt hier mein Fingerabdruckset auf, ja? Mhm, mhm. So, und jetzt will ich deine Fingerabdrücke haben. Wenn du es freiwillig gibst, ist es natürlich sehr vorteilhaft, das heißt, du kannst dann selber die Fingerabdrücke, deine Finger einmal mit dem linken Daumen anfangen. P115, die Prüfung von 3,61 Hopkins beginnt jetzt. Viel Spaß beim Anrufen. Viel Spaß beim Anrufen, was heißt du? Äh, warte, ich... Er ist für alles zuständig jetzt. Für alles, alles zuständig. Jeder Supervisor, immer ihn anrufen. Okay, ich mach jetzt aber mal den Worst-Case-Szenario. So, ich will meine Fingerabdrücke jetzt aber nicht geben. Ganz einfach, ich verhafte dich und nehme die Fingerabdrücke trotzdem weg. Okay, du verhaftest mich jetzt und ich bin jetzt in Handschellen. Genau, dann nehme ich die Fingerabdrücke trotzdem dir tatsächlich ab. Das ist ein einfaches Prinzip. Das heißt, ich würde jetzt deine Finger packen, den Daumen, mach den dann trotzdem an den Finger dran. Okay. Und dann fange ich an, die Dinger zu nehmen. Okay, gut. Aha. Und das ist alles digit. Also das darf ich tatsächlich so machen. Genau. Dann hast du tatsächlich ein, äh, dann hast du dieses schöne Blatt Papier hier. Das ist alles legit. Ja, ja. Allerdings nur, wenn da eine Ordnungswidrigkeit, also sobald eine Ordnungswidrigkeit passiert ist, hast du das Recht, jemandem Fingerabdrücke zu nehmen. Mhm. Aber die Verhältnismäßigkeit untersagt das auch teilweise. Bei einem Stoppschild würde ich niemals Fingerabdrücke nehmen. Ja, ja. Wenn da ein Anwalt einschaltet, bist du am Arsch. Ja, ja. Du kannst allerdings einen Deal mit ihm ausmachen. Wenn ein Stoppschild überfährt, zum dritten Mal diesen Monat, und er dürfte zum Beispiel 500 Dollar dafür zahlen, die Höchststrafe, kannst du sagen, hey, wir machen einen Deal. Du gibst mir deine Fingerabdrücke, ich lasse dich weiterfahren. Ah, du bist wirklich so ein Dealmacher immer. Das hast du mir letztens auch schon mit irgendeinem anderen Beispiel erzählen. Dann bist du einfach in dem Moment einfach schlauer, weil du ja dann seine Fingerabdrücke hast. Okay. Die sind natürlich wertvoller als die 500 Dollar. Wo kann ich sehen, ob Fingerabdrücke von Ihnen schon genommen worden sind? In der Person? Im System. Da steht dann, er kann uns nicht behandeln, ja oder nein. Ach so. Okay. Genau, geh rein. Dann suchst du mal nach Christopher Dix zum Beispiel. Dann gehst du bei mir rein in die Personenakte. Moment, Moment. Äh, X. Okay, bin ich? Genau, und dann dürftest du ganz unten sehen, dass ich erkenne, dass ich sie sich behandelt worden bin. Ja, warte, warte. Lass mich kurz, ähm... In den Informationen oder sowas muss es irgendwo sein. Ach da, NSPD-Infos. Erkennungsdienst, sich behandeln. Wann hast du denn Geburtstag? Äh, am 9.6.96. Äh, 9.6. Äh, 9.6. 9.6.96. 4.4.3 für Leitstelle, komm. Du. Oh Gott, du trägst jetzt meine Fingerabdrücke da ein. Die Leitung der 4.4.3 kommt. Nein, ich habe doch nur einen Finger genommen. Wie soll ich denn die Fingerabdrücke machen? Ich zeige dir gerade nur, wie du es beschriften sollst. Okay. 4.27. 4.5. 4.5. Ah. Vorne steht EB für ernstliche Behandlung. Ja. Sollte es für eine Akte, äh, wichtig sein, dann schreib statt EB die Aktennummer rein. Ah. Da ja jetzt nur ein Fingerabdruck drauf ist, den ich ja von dir gerade genommen habe. Ja. Kannst du das Blatt Papier behalten oder wegschmeißen? Ist mir scheißegal. Oh, ich behalte das. Wirklich, ich behalte das. Warte mal, danke schön. Das ist, oh mein Gott, das ist super, dass ich das jetzt... Warte mal, ich behalte das. Moment. Hm. Ja, ich behalte das einfach. Ah, okay, gut. Oh, danke, dass du mir das so zeigst. Fantastisch. Gerne, jetzt gebe ich dir mal das Fingerabdruck-Satz hier. Mhm. Check. So, jetzt machst du das mal auf, dann siehst du dort einen schönen schwarzen Ding, wo man den Fingerabdruck drauf machen kann. Hm. Ja, und dann nimmst du einfach... Check. Jetzt fragst du mich erstmal, ob ich Fingerabdrücke geben möchte? Ja, Sekunde, Sekunde, warte, warte. Äh, warte, 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 jetzt mache ich das auf. Ich, ähm, es stimmt. Warte, gib mir eine Sekunde, bitte, ja? Ja. Trag, frag mich doch einfach mal, ob ich Fingerabdrücke abgeben will, freiwillig. Ach, okay. Ja. Ja, will ich, zufälligerweise. Und dann würde ich jetzt die Fingerabdrücke hier drauf machen. Ach so, okay, ja, dann, genau, dann mach mal hier. Nimm mir einfach nur einen Finger. Dann würde ich jetzt die Fingerabdrücke hier drauf machen. Du kannst es perfekt gleich bei der Witzel reißen. Ich habe schon Fingerabdrücke im System genommen. Okay, ja, 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 ja. So, und wenn ich es nicht will, und ich habe die Hände jetzt wirklich so, das ist das gleiche Prinzip. Einfach wirklich genau das gleiche Prinzip. Dann nimmst du einfach nur meine Finger einfach. Das heißt, du bist dann einfach mit deiner polizeilichen Maßnahme so weit. Genau, also gehe ich nochmal hin und, äh. Du gibst mir halt Bescheid, genau, du gibst mir halt Bescheid. Genau, ich gebe dir Bescheid, ich werde jetzt ihre Finger, ich werde das jetzt hier auf dieses Kissen legen. Und dann fängst du an. Genau. Okay, super. Und dann fängst du einfach an. So, du hast das Papierabdrücke. Ja, ich werde jetzt mal ganz schnell. So würdest du es machen dann. Check. Warte. So, was ist denn hier mit einem? Moment, ich packe es rutsch da rein. Meine Güte, habe ich das jetzt auch mal gemacht. Ja, dann packst du den Kofferraum rechts unten. Mach ich, mach ich. Mach ich, Moment. Eine Information, der fehlt 13. Und ich finde es sehr, sehr nett von Ihnen, dass Sie Rechtsfragen waren mit Hopkins Fragen. Aber wenn Sie schon Fragen stellen, stellen Sie gerne andere Fragen aus, seit des Gesetzesbereichs. Wie dumm muss man sein, dass man Hopkins anruft, einen Anwalt und fragt Rechtsfragen. Wir sind schon faktiv. Meine Güte. Also, ganz alles würde ich fragen, ich weiß eigentlich fast gefühlt alle schon, solange ich schon da bin, außer die ganz, ganz hohen Tiere Sachen da nicht. Okay. Ja, das Problem ist generell, dass ich immer ein bisschen Angst habe, dass ich in eine Situation komme, wo ich einfach da stehe und mir das Wissen fehlt oder ich vielleicht sogar Dinge vergessen habe. Ich habe so Angst davor, dass ich diesen Situationen immer entgehe und dadurch lerne ich das. Das ist mir schon bewusst. Was ist, wenn du dich einfach mal da einfach mal stellst und sagst, hey, ich kann das und du übst einfach. Hast du mal 1326 gemacht? Ja, ja, natürlich öfter schon. Das kriege ich auch hin. Es gibt Probleme, wenn ich zum Beispiel sage, so, es gibt bei so publiken Sachen, fängt schon an wie, ich möchte einem den Ausweis, zeigen Sie bitte den Ausweis und dann heißt es, nee, möchte ich aber nicht. Und da geht jeder anders mit. Okay, dann Ausweis zeigen. Warum bittest du denn eine Person? Du musst eine Anweisung geben. Ja, hast du da schon recht. Wenn du mich bitten würdest, hey, Dix, zeig mal bitte deinen Ausweis, sage ich, nö, warum denn? Ich bin nicht verpflichtet. Okay, aber wenn der Fall jetzt eintritt, ich habe diesen Paragrafen durchgelesen und manche finden irgendwie oder sagen hier, wir besuchen jemanden und manche gehen irgendwie hin, so wie Herr Kowalski und sagen, ja, okay, er muss mir den Ausweis ja jetzt nicht dringend zeigen. Er muss ihn nicht zeigen. Er ist nicht mehr verpflichtet, dir deinen Ausweis zu zeigen. Er muss sich allerdings identifizieren können. Ja, das heißt, ich nehme ihn mit, oder? Ja, sogar drei Möglichkeiten damit. Entweder du nimmst ihn mit und identifizierst ihn mit zum Beispiel Homeland oder sowas in diese Richtung oder du rufst jemanden an, den wo er kennen könnte. Ein dummes Beispiel, nimm er Salah, also es ist Lami jetzt. Wir wissen alle, dass es Lami ist. Wenn ich jetzt hier hinkomme und ich sage, hey, Lami, wie geht's dir? Und du merkst schon, oh, okay, der kennt den, das ist ja ungefähr passend. Eine Option, die nicht die beste Option ist, aber in Ordnung ist. 2, 3 und 4, 1, 3, aktiv. So, die beste Option ist, du fragst ihn Fragen einfach. Du guckst, okay, er sagt jetzt, er ist Lami Salah, du gehst in die Personalakte und schreibst dir mal alles auf, was du über Lami Salah da rausfindest. Wann er geboren ist, wo er geboren ist, wann er nach Los Santos gezogen ist zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Und das fragst du ihn einfach ab. Und wenn er das alles bestätigen kann, äh, als Bestätigung, dann brauchst du seinen Ausweis nicht. Und das ist auch wirklich rechtlich dann okay, wenn man das so macht? Ja. Du bist so ein Fuchs, Mann, ich war einfach, okay. Gut, an so Sachen würde ich überhaupt gar nicht denken. 10, 3. Genau, deswegen, du musst ihn einfach nur identifizieren können. Wenn er alles richtig beantwortet, wenn du allerdings merkst, dass er schon sein Geburtsdatum falsch macht, dann himmst du ihn mit. Ja, bestimmt, okay. Weil wenn ein Mensch sein Geburtsdatum komplett falsch sagt, jetzt nicht den Jahrgang, man kann ja sagen 96 oder 97, obwohl er 96 geboren ist, ist scheißegal. Aber wenn jetzt einer am 20.01. geboren ist und er sagt, er ist der fünfte, achte, dann huch, sollte man den mal mitnehmen. Mich ruft der Chief von den Rangern an, einen Moment. Hallo, Herr Hunt. Hallo, Miss Barnes. Hallöchen. Ich hätte tatsächlich eine Frage. Herzlich willkommen. Okay. Wenn wir in den Norden bestreifen kommen, sind Sie... Check, fahren in den Norden, also ich würde es gern persönlich befehlen, wenn es geht. Achso, ich bin gerade im Dienst, aber Herr Diex, habe ich das richtig gehört? Wir bestreifen jetzt im Norden? Das dürfte so nicht abfühlen sein, aber ja. Ich würde nur um Ihre Meinung, um Ihre polizeiliche Meinung einfach mal... Okay, ja, wie lange sind Sie heute noch unterwegs? Nicht mehr so lange. Wo sind Sie denn gerade? In welchem Police Department? In welchem Police Department ich allgemein jetzt bin, oder was meinen Sie jetzt? Nein, aktuell. Oder ich habe... Aktuell auf der Straße. Also, wir können uns, also wir können jetzt auch zu Ihnen fahren, irgendwie, wenn Sie wollen. Check. Ja, wenn Sie möchten. Wo ist es Ihnen lieb? 10, 20... Moment, Moment. Okay, bitte noch mal, Herr Hunt. Wo ist es Ihnen lieb? Wissen Sie was? Treffen wir uns doch einfach beim Westpulchipi Department. Moment. Äh, ja, nördlich wäre jetzt gerade ganz gut. Nördlich wäre besser. Vielleicht bei Sandy Shows? Bei Sandy Shows beim SD? Können wir auch machen. Okay. Okay, Herr Hunt. Dann bis gleich. Bis gleich. Ciao. Aber, wir sind... Moment, habe ich das... Sind wir nicht alle jetzt irgendwie dann in so einer Behörde? Habe ich das nicht falsch... Habe ich das falsch verstanden? Also, ist das jetzt nicht irgendwie alles zusammengelegt worden? Also, wir sind jetzt in 30. Wie bitte? Ähm. Achso, du telefonierst noch? Nein, nein, ich telefoniere nicht. Ich telefoniere nicht. Oh. Ich meine, sind die Ranger und, ähm, ist das jetzt nicht alles irgendwie zusammengelegt worden? Das ist das blöde, wenn ich die Infos immer nur sporadisch mitbekommen habe. Ich habe davon keine Ahnung. Ich hatte da was auf Winschen gelesen. Und in einem Roadblock. Ja, keine Ahnung, sorry. Ich habe das nicht mitbekommen. Check jetzt. Habe ich das mitbekommen? Ich habe das doch irgendwo gelesen. Achso, wir sollen jetzt in Norden beschreifen. Du mir mal bitte den Gefallen, auch wenn du mit Rekruten oder sowas fährst. Wenn du in der Stadt bist und du sollst den Norden bestreifen, dann fungst du 415 aktiv Richtung Norden. Und wenn du im Norden angekommen bist, aktiv im Norden. Ist eine Bestätigung einfach, dass du angekommen bist. Okay, gut, danke. Ich schwöre, ich habe das mit Ariane doch mitbekommen. Ich habe es mit Ariane mitbekommen. Äh, ja, also interne Regelungen, dass er trotzdem gegen den Rangers macht, soweit ich weiß. Bis ich halt was noch nicht weiß. Oder habe ich das nicht mitbekommen? Oh mein Gott, ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Deswegen muss halt auch was. Aber wir sollen jetzt Tendyshows, äh, die Warmein anfangen, gell? Äh, ja genau. Er hat eine berufliche Frage, tatsächlich. Äh, PD-Meinung wollte er. Er hat sich aber auch irgendwie jetzt super ernst angehört. Hast du das schon ein bisschen traurig? Äh, ist eigentlich immer super, äh, super gut genau. Und, also ich telefoniere nicht oft mit Ihnen, aber wenn dann, ist er super gut genau. Gut, ich vertiefe das Thema jetzt nicht weiter. Jetzt zum Beispiel könntest du Funken aktiv im Norden. 415 aktiv im Norden. Es ist einfach nur eine Bestätigung, dass wir halt angekommen sind. Check. Ich habe mich jetzt wirklich verstanden. Ja, ich mag dieses Auto wirklich. Ist ziemlich schnell. Ui. Nicht nur das, sondern auch der Sound einfach. Hm. Ey, willst du Chips haben? 501 für Leitstelle. Oh ja, gerne. Aber später gleich, später. Ja, ich packe es dir hier mal auf den Schoß einfach. Nimm das. Äh. Dankeschön. Danke. Ich muss mir gleich irgendwo was zu trinken noch holen. 501 für Leitstelle. Komm. Gute Idee. 5900. 5900. Ich lese mir gleich nochmal Venture durch. Aber wie lange ist das denn dann her? Bei Venture lese ich immer aufmerksam mit Ariane. Ich kann nicht mehr. Check. Leitstelle Ende. Hä, da sind doch Einheiten schon vor Ort. Warum will er denn nicht vor Ort haben? Äh, Benni, ich bin auch off-stream drin. Das heißt, du kannst eigentlich das gar nicht wissen, ob ich es mitbekommen habe oder nicht. Bin sehr oft einfach Handy-API machen. Ja? Da sind schon Einheiten vor Ort. Warum will er denn mit dir quatschen? Hä? Oh oh. Oh, jetzt habe ich aber gar nicht... Ist das scheißig, was? Bauchgefühl. Ich hatte irgendwie ein blödes Bauchgefühl, weil der sich so komisch angehört hat. Na, wird schon nicht sein. Ja. 4, 3, proaktiv. Also, du kannst noch Fragen, gell? Ja. Ein bisschen Zeit. Ja. Ich war das, was du unsicher bist. Äh, ja, jetzt gerade bin ich unsicher wegen der Situation. Ähm. Genau, Fragen, ja. Genau ist das Problem mit dem in Situation werfen und dann vor jemandem, der, ähm, von einem Tatverdächtigen nicht zu wissen, was zu tun ist. Davor habe ich so Angst einfach. Aber warum denn? Verkauf dich doch einfach gut. Ja, und ich habe das Gefühl, das können auch alle total gut, aber ich kann das tatsächlich gar nicht, weil ich einfach das Selbstbewusstsein dafür nicht habe. Ja, das hat man öfters mal, aber das ist halt einfach nicht so. Du musst einfach nur dich selber verkaufen können. Das ist das Einzige. Sie punkten. Hallo. Hm, da geht nur ein Licht, wunderbar. Okay, gucken Sie gerade zufällig in die Fahrzeuge-Ganks-Sauferless-Akte. Ja, das ist die Fahrzeuge-Ganks-Sauferless-Akte. Ja, das ist die Fahrzeuge-Ganks-Sauferless-Akte. Ja, das ist die Fahrzeuge-Ganks-Sauferless-Akte. Wie gesagt, das ist ja scheiße, um gerade nichts wahrzunehmen. Deswegen haben wir das einmal rausgenommen. Ich habe es jetzt mal mit SMS vorgespramt. Ich hoffe, der hat es mitbekommen. Ja. Ach, nee, ich will unbedingt das PDF behalten. Warum bin ich denn so verpeilt des Todes gerade? Mann. Warte aber noch, bevor du 10,20 punkst, ob das Range schon da ist. Ja, ja, er schreibt gerade, er wäre dann da. Hier sendet die Barman oder wie? Hm, genau. Wo ist er? Hm, müsste da vorne ist irgendjemand? Ah ja, okay, ganz 10,20 punkten. Ist er noch? Hier, 0,2 für Leitstelle, komm. Moment, 1,2, ne? 10,20, komm. Ja, warte, warte, aktiver Punkt, komm. Status, Standort, komm. Ähm, Status, aktiv. Zum Beispiel, so was passiert, kannst du, by the way, im Dortmund-Dokument einfach deinen Standort eintragen, gell, selbst. Check, gleich für Leit, ja. 12, äh, SD, Sandy oder sowas. Ja, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht und mir auch gesagt, nein, ich kotze. Ähm, ganz kurz, ist Sandy Shows SD noch richtig? Sandy Shows Department. Die 415, 1020, Sandy Shows Department. Hola. Check. Guten Abend. Ich würde mir dann, ja. Heißt die in Ordnung? Sie hat sich so niedergeschlagen an. Hm, alles gut. Okay. Wenn das für ihr Kollege in Ordnung ist, würde ich mir sie kurz ausleihen. Hm. Dankeschön. Ja, was ist los? Hm. Ich möchte Sie um Ihre Meinung bitten. Also ich schätze Sie als sehr ehrliche Person ein. Ja? Ähm. Ich weiß nicht, ob Sie es davon wissen, aber, ähm, der Commissioner hat in dem State Park her angeboten, ähm, quasi Teil der State Police zu werden. Weiß ich das. Ähm. Ich würde Ihre Meinung mal dazu wissen wollen, als Officerin. Äh, erklären Sie mir ganz, erklären Sie mir noch mal ganz kurz, was genau das jetzt heißt. Ich muss das noch mal ganz kurz von Ihnen hören. Ähm. Ähm, Mr. Weiß stellt sich das quasi so vor, dass, ähm, die Ranger in die State Police eingegliedert werden. Oh. Um das kurz abzugolten. Ähm. Ähm, ich weiß, dass Sie das weiß. Ähm, ich weiß, dass Sie das weiß. Ich, mir fällt es gerade ein. Sie haben ja unter dem Herrn, glaube ich, jetzt auch schon eine Weile gearbeitet. Ja, ich, ähm, bin tatsächlich auch relativ früh bekannt mit Ihnen. Ähm, also ich, äh, kenne ihn jetzt seit, äh, gut drei Jahren. Ähm. Ich, ich, ich höre bei Ihnen tatsächlich Zweifel raus. Und, äh, ich bin ja ganz ehrlich, ich kann die Zweifel auch, man könnte die verstehen. Da gibt es ganz viele Pros und ganz viele Kontras. Ähm, tatsächlich habe ich jetzt aber nicht mitbekommen, wie das genau von Starten gehen soll. Weil, äh, ich stelle mir einfach einen sehr, sehr wilden Funk vor. Ich weiß jetzt nicht, ob wir dann alle auch in einen Funk sollen. Ähm, haben Sie ein bisschen Angst, vielleicht eventuell die, die, die Eigenständigkeit quasi zu verlieren? Oder eventuell sogar, dass eine andere Behörde Sie bevormundet? Hm. Sowohl als auch, es ist schwierig, ähm, es ist halt... Also ich habe mir schon, also sehr, sehr viele Gedanken dazu gemacht, auch viele Meinungen eingeholt und, ähm, auch schon, sage ich mal, eine gewisse Idee. Ja. Die ich aber noch mit Herrn Weiß besprechen muss. Ähm, die es vielleicht sogar auch in einer Art Mittelweg geben könnte. Ähm, aber... Was mich interessiert, was Ihre, ja, Meinung quasi ist, ob das gut funktionieren würde oder, ob Sie sagen, ob Sie sich da selber nicht so ganz sicher sind und dergleichen. Also meine ganz ehrliche Meinung ist tatsächlich, dass ich mir selber da gar nicht so sicher wäre. Ich glaube, ich würde genauso reagieren wie Sie und, äh, würde auch eher einen Mittelweg einschlagen, sodass sich beide, äh, einschlagen, Entschuldigung, vorschlagen, dass sich beide Seiten in der Mitte treffen. Weil, ähm, Sie sind der Chief und, äh, da gibt es noch, ähm, natürlich die ganzen anderen Behörden. Und, äh, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass, äh, niemand irgendjemanden übergeordnet ist. Deswegen, ich, ich, dazu bin ich aber leider viel zu wenig informiert jetzt, um da irgendwie eine klare Meinung jetzt noch dazu zu bilden. Äh, ich verstehe aber wirklich Ihre Bedenken, denn ich hätte die wahrscheinlich auch. Ich kann ihn jetzt aber, weil ich, ähm, ja, ich bin nur Officer 1, einfach nur, ne? Ich, ähm, ich, ähm, ich glaube, Herr Dieks könnte Ihnen da noch ein bisschen mehr Expertise irgendwie, äh, auf den Weg geben. Ähm, aber, ähm, ich würde tatsächlich genauso reagieren wie Sie. Ich, ich bin ehrlich. Auch wenn ich beim BD arbeite, ich bin einfach ehrlich. Ich verstehe das vollkommen. Deswegen habe ich Sie auch gefragt. Wie gesagt, ich schätze hier so ein. Ähm, okay. Sie haben sich wirklich niedergeschlagen. Alles gut, das, äh, ist ein bisschen die Müdigkeit. Dann hatte ich davor noch ein paar Gespräche, wo, äh, zwei Kollegen jetzt das Land verlassen werden. Und erst mal für ein paar Monate. Naja. Aber es tut mir leid. Es ist, wie es ist. Alles gut. Ich möchte immer noch mein Parkdeacon bei Ihnen machen. Ja, ja. Hoffe ich auch. Wäre ja schön. Ja. Ähm. Machen Sie sich nicht so viele Gedanken. Das, äh, lässt sich leider so leicht sagen. Aber das ist, wissen Sie, ich habe diese Behörde halt aufgebaut. Das ist halt mein Baby. Seit drei Jahren bin ich halt dabei. Ja, das kann ich gut verstehen. Gibt es, ähm, gibt es denn eine Möglichkeit auch Nein zu sagen und einfach so weiter zu machen? Ja, theoretisch schon. Ah, okay. Das ist doch schon mal ein bisschen beruhigender. Ja. Drei Jahre. Dange Zeit. Ja. Hm. Viel, viel Zeit investiert. Viel, viel Kraft. Viel, viel, fünf, zehn, dreißig. Mästig, Tauer. Und niemand gibt sein Baby irgendwoher oder lässt jemand anders da mitmischen. Das ist ganz normal. Das, äh, würde ich genauso wenig wollen. Also ich kann Ihnen nur sagen, so aus meiner Sicht, ähm, sorgen Sie dafür, dass Sie trotzdem weiterhin eigenständig sein können und niemand dem anderen übergeordnet ist. Denn, ähm, das, was Sie hier machen, da kennen wir uns herzlich wenig mit aus. Ich glaube, wenn man PD-Officer jetzt einfach auf, ähm, ein bisschen in die Wildnis schicken würde und sagen würde, hier ist die Straße, wir möchten jetzt hier durch. Dann könnten Sie aber sagen, nein, denn, äh, da an der Seite, da hatten wir mehrere Erdrutsche und wenn Sie da jetzt mit dem Auto entlang fahren, dann wären Sie begraben. Also, Sie haben ein ganz anderes Recht für diese als wir. Sie wissen auch, äh, welche Tiere hier überall sind oder, oder was für Gefahren gelauern, da haben wir ja gar keine Ahnung von. Deswegen müssen Sie definitiv eigenständig bleiben. Check. Also, nicht, dass Sie mich zu weit aus dem Fenster legen jetzt. Nein, nein, nein. Das ist, ich finde Ihren Gedankengang sehr interessant tatsächlich. Mhm. Das ist nämlich sehr ähnlich, wie ich mir das gedacht habe. Ja. Wollen Sie trotzdem mal mit Herrn Dix noch reden? Da ist auch schon, äh, eine Weile dabei. Kennen den Herrn da dann nicht so gut, dass, äh... Okay, ich glaube, wir hätten auch unterschiedliche Meinungen. Vielleicht wäre das jetzt einfach mal interessant, aber... Finde ich auch. Aber, ähm, wie geht es eigentlich, äh, um diese Vertrauensbasis, ähm... Ich kann den Herrn leider nicht so gut einschätzen, wie ich sie, glaube ich, einschätzen kann. Also, ich glaube, Herr Weiß, wäre es ebenso wichtig, ähm, dass sich jeder bei dem, was auch immer passieren mag, ähm, wohlfühlt. Und ich glaube, das bringt überhaupt gar nichts, wenn das alles auf so einem negativen Fundament aufgebraucht wird. Ja, das oder so. Nee, nee, das oder so. Naja. Wissen Sie, äh, Sie meinten, Sie haben schon mehrere, oder sind Bekannte, äh, Sie beiden? Bist du da weiß, wie Sie? Ja. Die haben mir damals geholfen, als ich hier auf der, auf der Insel kam. Also, wie gesagt, verdreihand. Ja, äh, ich habe schon versucht, ihn zu kontaktieren, aber ich glaube, er ist momentan nicht erreichbar. Ja, also, ich habe... Hätte sein können, dass Sie da was wissen. 501-415-Leiststelle kommen. Da weiß ich tatsächlich nicht, ich, ähm, habe mich jetzt auch bei Ihnen erst mal nicht gemeldet. Ich, äh, weiß tatsächlich nicht, aber gerade irgendwie... Indiz ist oder nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Nee, alles gut. Überfall, bis per Italito anfangen. Harry, wir müssen los. Ja, äh, wir müssen los. Alles klar. Sie können sich aber auch so nochmal melden, ne? Ja, können Sie ihn jetzt nicht. Wenn Sie Redebedarf haben. 402 für Leiststelle kommen. 402 hört sie, 402 hat den Funkstruck gehört. Wenn Sie Unterstützung brauchen, sagen Sie bei uns Bescheid. Okay. Heute ist nicht der Tag für so ein Gespräch. Weil Ariane, alle vertrauen Ariane. Es ist so ein Ding. Ich glaube, es ist, wie ich sie spiele. Ich habe keine Ahnung, es ist alle vertrauen. Aber die erzählt ja auch nichts weiter. Also, außer wer ein Teser hat. Äh, so, wo war der Überfall? Äh, ja, ganz kurz, schnall dich an. Ich fahre manchmal ein bisschen wie ein Verrückter. Ja, ja, ich bin abgeschnallt. Ja, ich bin angeschnallt. Ja, Raub überfallen. Wo? 4 0 5. Oh, und dahin. Check. Äh, bitte einmal den dritten Knopf hier drücken. Danke. Interception Clearing. Ja. Genau, sehr gut. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Boah, ich gehe nicht aus der Dienste. Meine Güte. Hast du nur bei Kreuzungen, ne? Genau. Oder wahrscheinlich auch einfach hier. Ab und zu kann es natürlich auch auf dem Highway machen, weil wir hier viele Fahrzeuge fahren. Haben wir gerade das schnellste Auto? Ja, alles entspannt. Ach, ganz locker. Es ist eine Ordnungswidrigkeit. Ein Raub? Ach ja, das hat sich ja geändert. Ja, ich war ein bisschen geschockt, als ich das gesehen habe. Wir steigen gleich mit scharfen Schusswaffen aus, okay? Ja, ja, ja. Ich gebe dir Ansagen und du machst einfach das, was ich sage. Okay. Hm. Könntest du eine 1060 im Norden eigentlich funken? Kennst du dich hier aus? Nein. Ja, ich auch nicht. Egal, ich mache es trotzdem. Ist kein Problem. Ja, ist gut. Äh, wo in Palito genau? Habe ich schon einen Dispatch eingegeben. Oh. Oh, oh. 434 1030, Mirror Park, Anstelle. Check. Okay, jetzt bitte funken, dass sie angekommen sind. Und nicht mehr machen, nicht mehr machen. Nicht mehr Kreuznürnungen machen. Okay. Einfach nur funken, dass sie erlassens. Äh, 415 1020 Palito Dispatch. Check. Klasse Frage von der 415, äh, die Pacific Standard Bank wurde ausgelaufen. So richtig kommen? Leitstelle 415, komm. Leitstelle hört, äh, so negativ, komm. Ja, der Dispatch ist allerdings hier beim Pacific Standard Bank. Geben Sie nochmal den richtigen Ort an, komm, durch, komm. Ja, Leitstelle, genauer, äh, Standort nicht mehr bekannt als Ihnen, komm. Boom ist Pitstop, können wir noch schauen. Frage, haben Sie eine Überfallmeldung bekommen oder wurde anrufen, komm? Ja, Überfallmeldung, komm. Check. Vielen schön, für den Ende. Schauen Sie bei Bonuspids, aber einfach mal rein. Vielleicht, ähm, es ist jetzt mit Schmeldung etwas defekter. Ja, check, wollen Sie gerade durchfunken, weil dann, äh, Bonuspids sind mehrere Personen im Laden, ich denke ich, dass Sie überraschend von da kommen. Hier war kein Überfall, ne, definitiv nicht. Okay. Ah, so, haben Sie irgendwas gesehen, ob jemand vielleicht an den, keine Ahnung, irgendwie hinten dran war oder sowas an diesen Geldautomaten, vielleicht? Nö. Also, das sind die ganze Zeit Leute am Geldautomaten, ich habe keinen gesehen, der das Ding irgendwie angedingsst hat. So, dann wünsche ich Ihnen eigentlich schon einen schönen Abend, dann würde ich Sie gerne weiter stellen, ja? Passen Sie auf sich aus. Genau. Adios. 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 Gut. Ganz schön, Einsatz. Dispatch. Fertig, Fertig, Fertig. Kultus hier, beendet, federallarm. Check. Ganz schön, federallarm. Sorry, habe kurz übernommen. Alles gut. Check. Hier sind die Stürmer. Check. 501 30 ist auch ein schönes auto ich habe schon eins im kopf aber ich brauche noch ein bisschen cash dafür ich brauche leider noch fast 10.000 das ist echt beschissen hast du ja klar schon gehabt nein du kannst es dir so vorstellen wenn du in einen laden rein muss ja stehst du dich an der tür links herzikon der hat doch 285 gefunden oder 245 oder also sollte es ein laden oder sonst irgendwas in alarm kommen du musst in ein gebäude reingehen ist es ganz einfach wenn wir zu zweit sind stellt sich einer auf die eine seite an der tür und dann darauf die andere seite es kommt allerdings auf die tür an ist es eine einzelne tür dann stellen sich sehr oft die gleichen officer auf die beiden seiten im endeffekt wenn du vor ort bist und ich gebe dir zum beispiel anweisung oder sowas ist alles entspannt da musst du das machen was ich sage es baut sich so auf es sind sagen wir mal drei ergeben dann stellt sich der erste auf die erste seite hin zum beispiel die linie seite von der tür und die anderen personen sich auf die rechte seite von der tür die anderen beiden personen die an den die andere personen einer links und rechts fertig genau wenn wir zu zweit sind wenn wir zu dritt sind zwei auf einer seite und der andere auf die eine seite okay sind wir zu 4 2 2 5 3 2 und so weiter und so fort verstehst du das prinzip ja ich verstehe genau dann fängt tatsächlich die person an und zwar die wo auf der größeren seite ist also wenn ihr zum beispiel drei personen sind würde die erste person 1 steht sagen wo zwei personen auf einer seite sind okay also der sache moment sagt mir das bitte noch mal ist okay wenn jetzt auch zwei also wir haben jetzt eine doppeltür okay auf der linken seite von dieser doppeltür steht eine person auf der rechten seite stehen zwei personen ja die erste person von den zwei personen sagt eins steht die zweite person auf der gegenüberliegende seite die einzelne person sagt zwei steht und dann gibt es die dritte person die ja wieder auf der anderen seite steht die einsteht sagt drei steht team steht also die letzte person egal wievielte nummer das sein sollte team steht damit ist durchgegeben worden dass alle verstanden haben dass alle da sein müssen und sich konzentrieren oder im funk es kommt auch wieder auf der reise dann kannst du beides ist okay so und dann gibt's den den korn okay dem steht dann übernimmt wieder die erste person denn das ist mir in anführungsstrichen einsatzleiter diesem moment und jetzt kannst du gefragt woher weiß ich ob ich eins zwei oder drei bin wird es einfach jetzt spontan da gesagt und ich spreche dich vorher ab okay das war jetzt irgendwie oder du stellst dich einfach hin zum beispiel okay wenn du auf der seite genau wenn du pech hast bist du die person auf zwei seiten steht dann bist du die 1 da musst du die kommando geben das heißt also ganz normal okay team steht wir gehen rein 3 2 1 und dann 4 4 3 und 4 3 4 vielleicht stelle kommt so wenn du drin bist du es kommt immer drauf an die erste person geht sofort nach rechts wenn sie auf der rechten seite steht steht sie auf der linken seite geht es nach links ins gebäude rein die ersten zwei also die ersten personen die auf beiden seiten ist 402 415 Beleitstattung Wir werden angekündigt 415 Warte, alles gut, mach das kurz Im der Stadt Streifen, komm 415 Aktiv Richtung Stadt Ja Hopkins Wenn du zu check, Aktiv Richtung Stadt Ich hör den Funk, aber versteh mich bitte nicht falsch, wenn jemand die falsche Dienstnummer am Funk, dann hör ich nicht drauf Dann kam es im Norden Südlich Arcadius Tower Dann kam es im Norden nicht an Im Norden kam 245 Komm Ja, das kam im Norden nicht an Kam im Norden nicht an Ich bin im Panettobel gewesen, kam nicht an, tut mir leid Ich achte drauf Es ist schon lauter Ich wollte es nur gesagt haben Dass es im Norden nicht ankam Adios Weißt du was ich liebe, wenn Leute versuchen auf ernst zu machen Obwohl man sagt, es kommt oben nicht an Und dann heißt es nicht diskutieren Sie geht da gerade seine Prüfung an? Ist egal wer Ok Ja das Problem ist halt, ich hab den Funk Ich hab den Funk gerade auch sehr laut Aber irgendwas ist heute Ich weiß nicht, ob das einfach zu wild ist oder so Es kommt nicht durch Ich habe 3, also ich habe 2,45 verstanden Das bin nicht Warum soll ich dein Funk Ich hatte heute auch mit meinem Telefon ein Problem mittendrin Aber mein Telefon hat mich nicht verstanden Vielleicht ist auch irgendwas heute mit dem Funk Ja egal Ja Ich hab so das Gefühl Dass es bei mir immer alles sehr sehr ernst genommen wird Und dass die immer 30.000 Augen auf mich sind Aber egal Ich frag mich warum das so bei dir ist Mir ist das auch schon aufgefallen Warum ist das so bei dir? Weiß ich nicht Weiß ich nicht In der Fahrzeugauslösung Hier sind gerade 4 Personen aufgetaucht Und wir sind hier nur zu zweit im PD Komm Sollen wir uns da anbieten? Ja Soll ich jetzt einfach rein suchen? Wie sollte Ja Jetzt 415 können sie sich anbieten Einfach durchführen 432 für Leitstelle Komm Hört sie Klammen Ich hasse es so sehr Ich hasse alles Ich hasse alles Nicht wild ist Verstehst du nicht Check Ja ja ich verstehe was du meinst 509 zu 20 jammal PD Kommt Auch manchmal einfach nicht gut durch Check In dem Funk und alles Ja aber sagen wir nicht Ich glaube ich muss wirklich in den Feierabend Weil ich möchte nicht irgendeinen Fehler Alles gut Alles gut Alles gut Beziehungsweise Um genauer zu sein Saupharmony Eine Person Ein Sauerst Richtig Tulip Keine 10 10 nötigen Leute bitte im Chat ein bisschen zurückhalten mit Wir brauchen Jo und Bla und so Es gibt dem Ariane App wie auch andere Sachen Nicht böse sein Auch bitte haltet ein bisschen zurück bei sowas Sehr unfair den anderen Spielern gegenüber Check 415 20 Weinwood Tankstelle Scheiße wo sind wir? Check Doch das war richtig 423 13 30 Südwestlich Weinwood Ausstelle Also Die ersten zwei Personen an den Türen laufen nach 410 11 10 30 Stadtsanwaltschaft Und die andere Person passt sich halt an Korrektur Richterschaft Also wenn du mal die dritte Person sein solltest dann rennst du so in die Mitte so ein bisschen Weiß ich mein Check Okay Die ersten beiden Personen die neben der Tür stehen Rechts von der Tür läuft auch rechts ins Gebäude rein Die linke Person läuft auch links ins Gebäude rein Die dritte Person läuft quasi mittig weil die anderen beiden Seiten ja schon abgedeckt sind Richtig Und wenn man über führungsfahrt ganz wichtig über führungsfahrt zu deinem department Okay Okay Die 412 Meter über führungsfahrt zum lamesa pd Gibt auch da unterscheiden aktiv richtung lamesa pd und über führungsrichtung lamesa pd Falls du noch nicht wusstest Über führungsfahrt darf man uns jetzt nicht in irgendeinem Einsatz schicken oder Was heißt darf nicht also du wirst nicht angefuckt Okay Ja Ich habe das Gefühl ein bisschen neblig heute Oh 14 10 30 in der pd Check Ja findest du kann sein natürlich doch Habt ihr das gerade gesehen? Irgendwas ist heute so komisch aber ich glaube es liegt vollkommen an mir tatsächlich Ich habe jetzt mit Ariane das Alice Taxi Gespräch das können wir jetzt gleich mal eben unterbringen Ich will eigentlich mit ihr gerade wirklich Geld verdienen und Erfahrung sammeln Aber das ist heute ist nicht die geilste Voraussetzung dafür Ich erkläre euch gleich nochmal ganz kurz ein bisschen was dazu weil ich muss ein bisschen aufpassen weil das im Chat sehr überhand genommen hat Ihr könnt euch weiter freuen es ist alles okay höchst den Werfen ich freue mich ja auch auf Wie gesagt habe ich das Gefühl dass irgendwie alle bei mir alles zu persönlich nehmen Check Hast du mal jemanden gefragt woran das liegt? Ne nicht wirklich Ich habe wie ich vertrauen kann aber ich habe es irgendwie nie nachgefragt Ich finde es auch komisch ich frage zum Beispiel bei einem Kollegen für etwas an Ja Dann heißt es zu mir ja machen wir dann wird es bei mir nach Vorschrift gemacht und bei anderen Kollegen nicht so Wo ich mir dann denke warum Warum wird bei mir alles immer so ernst genommen Ja das ist nicht korrekt ich verstehe es halt auch nicht dass du musst das irgendwo mal ansprechen Das ist doch scheiße Ich bin ja 02 für Leitstelle kommt Wir sind ja leider so kann man nichts machen Ich bin ja zuhört sie kommen Wir sind ja zuhört sie kommen Warte mal Status kommen Ja ja warte Ich kann kurz hier hinwarte ich lasse mich dann nur hier eintreinen Ah Streifle ist sich also komplett auf Check einmal das MRPD anfahren und eine von Ihnen die Leitstelle über dem Punkt Nein einfach nur nicht mach 1020 nach Mesafidi den Rest mach ich Okay Check Simit für 02 für Führungsfahrt MRPD Check Leitstelle Ende aber ja ich würde auch gerne mal checken warum alles immer bei mir so ernst ist und bei anderen leuten nicht so das würde ich gerne mal checken also das positive was man da sagen kann ist tatsächlich dass leute einfach sehr viel von dir halten oder dass leute dich voranbringen wollen aber wenn du dich dann bringt das halt nicht das ist so verstehe ich hat auch nicht ich habe die kollegen mit meiner schusswaffe getroffen bist du dir reingelaufen nein nein ich habe ein bisschen ein mal die kreuzung anforderungen dort abzusperren wurde beschossen bin gesund geworden bin auf die straße gefahren und wurde wieder beschossen was geht alles gut bei euch jetzt nicht mehr super das hat nichts mit dem roten bordstand zu tun sondern eher dass du an dem gebäude parken das was eine behörde ist oder so was in diese richtung steht auch im gesetz drin ich wollte so gesagt haben was hat es denn damit zu tun das ist mir egal außer ein mann genau also ich hatte einen einsatz gehabt wo ich einfach bisschen panik bekommen weil ich dann wieder beschossen worden bin und dann zumindest sage ich das immer noch so ich habe eigentlich durch eine laterne und durch den und der kollege wurde getroffen ja okay aber das kann abwärter gewesen sein ich weiß es nicht laut forensikbericht ist das aber keiner bei da gewesen aber hast du trotzdem auch durchgezogen jetzt schau mal wo du jetzt bist deswegen ich weiß ich sollte doch lobeeren ernten oder ja also der commissioner weiß sagt auch dass ich mich ziemlich ziemlich gut entwickelt habe alles drum und dran trotzdem sind viele leute einfach zu mir komisch und die bleiben auch immer komisch ich habe keine ahnung ich habe das gefühl dass manche leute einfach mich schon angeblich schon richtig lange kennen und dann sich einfach schon die meinung von einem anderen officer übernehmen weiß ich mal wie soll ich damit lassen sagen kommissioner sagte dick so scheiße gebaut du bist jetzt vier monate rekruten alle dachten dick ist scheiße so kommission sagt du bist wieder in ordnung alle denken dick ist in ordnung also es wird auf eine person gewettet das hat immer durchgezogen hat ja aber sowas ist halt scheiße und das ist auch das wo ich immer sage man soll sich immer die ein gemein und ich mag dich und ich finde ich kann super von dir lernen ich habe auch gehört da waren sie lieber mit denen oder den und zusammen ich möchte mit die dieks waren weil so wie er das erklärt versteht das immer am besten also ich frage explizit halt immer nach dir nach dir Herr Kowalski weil von euch beiden kann ich also weiß ich das sagt mir halt sehr zu mhm das hat das ding also ich höre auch gott sei dank jetzt nur noch gutes über mich gerade wegen der ausbildung habe ich mich sehr positiv sag mal so der commissioner hat mir vier monate rekrutenzeit gegeben der commissioner hat mich in die ausbildung versetzt er hat das gesagt du gehst in die ausbildung rein ich habe das mir nicht entschieden du kannst stolz auf dich sein was du jetzt erreicht hast und ich weiß dass du auch noch mehr erreichen willst aber bitte du mir einfach den gefallen lass dich davon nicht verunsichern oder lass dich davon nicht irgendwie ärgern aber ich habe mich auch über die zeit sehr entwickelt und auch wenn die leute unvergegenüber mir sind muss ich sagen wie es ist ich merke selber zum beispiel es kommen kollegen in den dienst und es gibt ein paar chiefs die schneller befördern als bei andere chiefs obwohl genau das gleiche gemacht wird und so weiter und so fort ist es scheißegal wirklich ich bin nicht beförderungsgeil also mich bockt ist wirklich nett ich war nie beförderungsgeil aber ich finde es einfach ein bisschen heftig wie krass unterschiedlich manche leute über mich denken obwohl sie mich gar nicht kennen schau mal was du vielleicht irgendwann mal bei irgendjemandem ansprechen kann mit dem du du bist ausbilder und wenn du zum beispiel wegen der lapal jetzt zum beispiel nehmen wir jetzt mal an du bist im funk dann irgendwie die dann ist das ein bisschen schwierig weil dann könnte ich automatisch rekrutten auch nicht mehr ernst nehmen das war eigentlich ein grund dass man mal sagen könnte haltet euch mal ein bisschen zurück sagt mir das lieber privat muss man so machen weil dann sage ich das auf jeden fall so also man muss die leute man darf die leute nicht im funk anschwärzen das sagt man nicht ja aber ich weiß ja dass es manchmal ein bisschen hitzig zu gehen so geht man nicht mir auch mal so kimos das jetzt unbedingt im funk sein ja wenn es hitzig zugeht in einem einsatz ist es ja kein problem was ich meine das ist ja das okay ja er kommen die leiten stelle kommt wie soll ich das sagen oder dass es die falsche anhören also hat 415 wird lamesa pd kommen so positiv jetzt weiß man nicht ist der funkspruch durchkommen oder nicht halt die leitstelle so mitkommen leitstelle ende wenn du dich irgendwann mal privat auch ich kann gut zuhören ja gerne mache ich mal ich weiß nicht also was heißt auskotzen das heißt nicht dass du dass du dich bei mir aus überhaupt gar nicht aber ich mache das ziemlich gut eigentlich aber ja also nämlich gerne danke an das angebot war das ja in den letzten paar monate ein bisschen schwer hast du ja gesagt gab sogar einmal mit uns zusammen und ich muss dir deine tasche noch zum verwahrhof runter da ist noch was dran hat mir die gleiche gekauft war nicht richtig gut aber nicht dass du denkst dann wenn ich damit rumlaufe dass ich deine benutze die 432 und die 423 müssten gleich zum auslösen aber ja irgendwann bin ich einfach eine passage und dann wird sich sowieso alles wieder lohnt immer wieder ganz komisch ich soll nicht wenn sie sollen wir gleich dies ist außer dienst das ist vor ich hätte in eine tasche damit gemacht hätte man noch ein bisschen reden können ich wusste ich nachher das taxi drückt mich auch nicht in das war wenn du was machen müssen was gerne machen ich war schon lange nicht mehr unterwegs oder die fähigkeit des funks und zwar mal wieder nicht vorhanden also wirklich heute ich muss mich entschuldigen im funk norden hat man es nicht gehört wirklich nicht niemand geredet ich wollte nur gesagt haben okay ich werde mich mal ganz kurz umziehen gehen er macht das macht das also bis jetzt privat das machen oder nicht dann ziehe ich mich jetzt auch ja ich kann nicht so lange wie gesagt ich muss eine alles taxi und ich kann den wenigsten schon mal die tasche dann wieder gehen wir können unterwegs noch ein bisschen reden dann kommst du mir mal bitte bis gleich okay bis gleich meine güte aber ich muss tatsächlich sagen dass es sogar aufgefallen ist dass ich ganz komisch finde wie die behandelt wird aber wie ich denke mir so ist der kennt die anderen den anders als ich weiß nicht was ich meine ich finde das ist mir doch das ist glaube ich auch mal aufgefallen ich meine wir hätten im stream irgendwie mal gesagt so hätte das ist irgendwie ganz komisch ich weiß ich glaube nicht dass das irgendwie mehr ich habe erst gelassen ist das meter weil die mcgarrie camp mcgarrie camp mcgarrie einfach voll der ätzende arsch war ariana mcgarrie auch nicht gewonnen aber das ist halt dieks und der wird ja ganz anders auch gespielt was ich immer wieder gerne hervorbringe dass ich das ganz toll finde und diesen charakter dieser charakter für mich überhaupt gar nichts mit mcgarrie gemein hat aber ja die jacken muss ich gleich noch ich bin irgendwie hier doch was falsch gemacht ja aber deswegen muss man ja weiß ich nicht also ich mir ist das auch aufgefallen ich verstehe es nicht ja auch 50 50 wie man alle perspektiven sieht die ist trotzdem super ja also ariane kennt ihn die ist nur so wie ich bin auch kein meter und so wie sie ihn kennt und mir ist das aufgefallen und ich finde das immer ganz komisch wie er behandelt wird so hilfreich dass er das mal mit ihr gemacht aber ich kann mich überhaupt gar nicht konzentrieren und überhaupt gar nicht habe ich die jack wieder reingepackt die ariane wird auch den kurianen nicht schreiben ne boah ich habe ja sogar ooc schiss da jetzt zu schreiben nein nicht wirklich aber die hält sich also mega zurück das wirklich werde ich so hart durchziehen mit ihr da war so ich muss sagen so leute hier bin ich so captain und commander und sowas alles ne ich könnte das nicht ne boah wie machen die das alle die will hier hin die will hier weg die will hier weg die sind einfach super schwarz zum zuschauen ja die mag den halt ne hat auch wieder so wie so ein kleines brüderchen da spielt er diese asexuelle richtung aus stellt euch vor der spielt das gar nicht also der sagt es einfach aber eigentlich wird ähm stell dir vor der ist es eigentlich gar nicht plot twist des todes von der hand fand ich auch sehr süß und ich frage mich generell warum warum alle leute mariane vertrauen aber ist halt wie es ist ne und das nehmen wir uns hier direkt mal mit so okay jetzt ja richtig niedergeschlagen angehört wahrscheinlich ja wenn er sagt zwei verlassen das land dass das ding da irgendwie jetzt zerbricht ne mit dem ranger ich finde schade weil ich finde ich verstehe übrigens ariane Google ha 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 ariane weil sie die wurs der ich erinnere mich nämlich nochmal dass ariane total pissig so irgendwie gesagt hat so irgendwie so meine güte wie soll das in den funk funktionieren oder irgendwie sowas so wie wieso das ich weiß nicht woher sie es ist das kann mir tatsächlich mit daran ändern aber die下來 hat das gesagt das sie ihn gerade auch gesagt hat das ist mir noch eingefallen äh die hat gesagt irgendwie so ja aber ich weiß nicht mehr zu wem die das gesagt hat aber das hat sie definitiv gesagt da das neue ich noch So, ich geh jetzt gleich noch mal Watt futtern. Vielleicht kann ich mich besser konzentrieren mit zukehren. Vielleicht mit Walli kann sein, er erzählt ihr ja alles, aber das kann ich mir eigentlich nicht, oder? Wann hatte ich jetzt den letzten Streifen mit dem gehabt? Wir behandeln sie das vertraulich. Also, ich wollte dies jetzt auch niemandem erzählen. Wieso auch, ich hoffe, der bringt es nicht mehr Bedrohung, aber fand das Ganze jetzt auch eher weniger beruflich, eher privat. Ich sag jetzt, wenn Ariane was erzählen muss, dann erzählst du das halt. Aber wieso finde ich jetzt gar nicht so schlimm? Also, ich finde es jetzt absolut nicht so schlimm, er hat ja jetzt auch kein Interner gesagt und bla 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 und so. Das ist ja sein persönliches Ding. Finde ich jetzt nicht, ich frage jetzt kein internes Supergeheimnis, sondern eher mit ihrer privaten Sorgen. Verstehe ich, wieso im Chat so steht suspicious, weil ich finde es tatsächlich überhaupt gar nicht schlimm. Was weiß daran suspicious? Das war Ariane Uli vom Andachter, aber die ist auch egal. Man kann so sagen, wenn Ariane gefragt wird, ob sowas gefallen ist, dann sagt die ja. Die lügt ja nicht, überhaupt gar nicht. Aber wieso sollte sie sowas jetzt melden? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Warum? Das ist ja eher so ein Privat. Das war einigermaßen privat eher. Aber vielleicht ist da auch irgendwas, was ich nicht weiß und der haut es in eine Pfanne und alle sterben. Keine Ahnung. Boah, Alter, das Auto steuert sich aber auch ganz komisch. Es ist so weird heute. Allgemein so geheimnisvoll und dieks weggeschickt. Aber was ist mit der Info? Was ist jetzt mit der Info? Die Sache ist, jeder kennt ja Ariane und weiß, dass sie halt immer die Wahrheit hat. Deswegen, da mache ich mir nun wirklich keine Gedanken. Sie hat einfach nur ihre Meinung gesagt. Was würde sie tun und dass sie das versteht. Aber versteht auch die Sache für Vorteile und Nachteile. Ja, wo sonst? Chili, Manili. Oh, schon wieder falsch gefahren. Boah, Alter, ich habe gerade ein bisschen Zucker unter Zucker, glaube ich, wieder. Boah, ich muss gleich ganz schnell irgendwo was essen. Wolltest du nicht etwas zu Jooste sagen? Achso, ja, nicht zu Jooste. Allgemein auch, so ganz allgemein gehalten. Es geht jetzt nicht um so, zum Beispiel, wenn ja irgendwo zu sehen ist im Hintergrund. Klar, die Leute freuen sich. Das ist auch völlig okay. Aber zum Beispiel gerade war das so, im RP passierten ganz andere Sachen. Und trotzdem war er halt Thema. Das ist natürlich auch okay, sie können euch unterhalten. Aber das würde ich eher auf den Discord verlegen. Weil das ist ein bisschen unfair dem RP, das jetzt zum Beispiel ich habe da gerade in dem Moment. Oder was tatsächlich dann auch andere mit Ariane zusammen haben und so. Das ist halt nicht so übertreibt. Wisst ihr, wie ich meine? Ich kann nicht so gut mit Worten, weil ich gerade, glaube ich, wirklich krass unterzuckert bin. Das würde ein bisschen erklären, warum ich mich heute so super schlecht nur konzentrieren kann. Scheiße. Boah, ich bin richtig im Zittern gerade. Ich muss gleich ganz kurz mal, ich muss ganz kurz irgendwas schokoladiges essen. Hirn funktioniert ja gar nicht. Genau, und genauso wie beim Rollcall. Klar, freuen sich die Leute. Das ist okay, wenn ihr euch freut, wenn ihr ihn sieht. Ist wirklich alles okay, aber trotzdem, vergesst nicht, das ist der, das ist mein Schöne. Und wir spielen hier nicht Korayame-RP nur, sondern ich habe auch eigenes RP irgendwo. Und dann fällt es mir natürlich da auch schwer, mich darauf zu konzentrieren, wenn man da denkt, ach, alles total unwichtig und uninteressant, was man selber macht. Wisst ihr, wie ich das meine? Und deswegen, ja, ich kann da einfach gerade heute nicht mit Worten. Ich muss das irgendwie später nochmal anmachen. Die Mods wissen, was ich meine. So, ich gehe ganz kurz nach oben und ganz kurz auf Toilette, ja? Ja, mach das. Ich beeile mich. Du kannst aber vorne bis zur Tür. Ich, äh, ja, da ich gerade erst eingezogen bin in der Wohnung, kann ich dich nur schlecht da rein lassen. Das ist schwierig. Wie, deine eigene Wohnung, oder wie? Äh, nein. Ich warte hier. Okay, ich beeile mich. Genau, es gibt einfach sehr viele RP-Leute hier, sehr viel. Ich freue mich auch über das RP, was wir gerade mit ihr haben. Aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass wir das hier alles so abfrühstücken, die ganzen Leute, oder auch Arianes Geschichte, nur um dann die letzten zwei Stunden dann halt, ne? Da müssen wir ein bisschen, ähm, ein bisschen aufpassen. So, ich gehe mal ganz kurz mit ihr auf Toilette, weil ich mir, ich, boah, ich ziehe mir jetzt solche Knopperswege rein, ne? So im Schnelldurchlauf. Moment, bis gleich. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh nein! Wo ist die Tasche? Oh, shit! Wo ist die Tasche? Ich muss leider mal kurz da reingucken. Könnten wir jetzt sagen, dass eine von denen ist? Vom Umzug noch? Ah, haben wir da zwei? Eine schwarze? Warte mal, ich muss vorbeistehen, ne? Ja, okay. So, also verstehe nicht, ich bin jetzt nicht so, oh, es soll nur um mich gehen, sondern es geht allgemein so um die ganze Situation, ne? Ihr könnt euch weiterfreuen, ihr könnt euch auch weiterfreuen, wenn ihr Korayama seht, das ist vollkommen okay, ich genieße das wirklich sehr und ich finde das sehr, sehr schön, ne? Aber ich habe gemerkt, dass es nur noch darum geht, so, ne? So kann man es gar nicht anfangen, Gedanke zu hören. So, jetzt habe ich noch Cola Zero, ganz toll, kriege ich bestimmt ganz viel Zucker durch. Bisschen in den Hand nochmal. Die Tasche passt echt gut, ne? So, da habe ich, Entschuldigung, da habe ich die Tasche. Ich, äh, warte, warte, bitteschön. Hat doch gut funktioniert. Ja. Wir können irgendwo hinfahren, wenn du willst. Ja, aber, fahren wir zum Meerverrott. Sag mal, arbeitest du eigentlich noch bei LS Taxi so gar nicht mehr, ne? Wie bitte? Du arbeitest gar nicht mehr bei LS Taxi, ne? Nein, 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 ich habe nur Lamis Auto gerade. Ja, ach. Ach. Ja, ich sage nicht, ich brauche ein neues Auto. Also hast du gar kein anderes sonst? Ne, ich habe gerade kein Auto mehr, nein. Oh, du willst bestimmt einen geilen Dilettante fahren, den kann ich dir anbieten. Dilettante, na, ah. Hey, das ist das Beste an der Cover-Auto. Sultana RS has, Sultana RS Classic, dann nehme ich den gerne. Ja, woher? Woher soll ich sowas haben? Das ist das Auto, was wir vorhin gesehen haben, das suche ich, by the way. Sultana? Ich hoffe, dass er sich meldet. Wie viel kosten die denn? 33 Riesen. Hm. Und 10.000 fehlen dir noch? Ja. Ja, ich bin gerade, ähm, ich bin gerade etwas am Organisieren, wofür ich eine dicke Anzahlung machen musste. Sonst hätte ich jetzt, und es ist gerade ein bisschen heikel, sonst hätte ich jetzt gesagt, ich hätte die geniehen sonst. Nein, alles entspannt. Ich habe ja das Auto so lange. Er ist aber nett von Lami. Ja, ich habe ihm gesagt, hey, Lami, hast du irgendwie ein Auto oder sowas, was ich irgendwie fahren kann, bis ich mein Auto gekauft habe? Ja, ich bringe dir was vorbei. Und dann kommt er mit dem Schmuckstück hier. Wieso schon? Wie lange fährst du das jetzt schon? Ähm, ich glaube, seit Montag oder so. Ah. Oder Sonntag, vielleicht auch Sonntag. Ja, das war ich dann noch ein paar Tage. Wie gesagt, ich hätte halt leider nur ein Delettante anzubieten, das war's. Ach, aber das ist entspannt. Ich weiß nicht mal, was ein Delettante ist. Ist es nicht dieser Elektrowagen? Äh, genau. Eine Tankfüllung, komplett, äh, voll, äh, 27 Dollar. Willala. Kannst du mir gerne ausleihen, wenn ich das Auto hier zurückgeben muss? Ja, sag einfach Bescheid, dann gebe ich dir das. Ja, ja. Guck mal, hier ist ein Tuning-Treffen heute. Äh, ich muss tatsächlich... Hast du noch deine Gefahrenstufe? Äh, ich glaube nicht mehr wirklich. Ja. Wieso willst du hier hin? Ich wollte eigentlich schon vorhin als, äh, im Dienst hier hin, aber dann wurden wir ja hochgeschickt. Hm, ja, wir können ja mal da vorbeigucken. Ein Taxi habe ich gesehen, ist auch da. Aber mal, dass die auch ordnungsmäßig Musik spielen, ey, wirklich. Immer wieder Krampf. Oh, ist das so? Ich weiß nicht, ich kann gerne vorher zu... Treffen die nicht eigentlich immer sich in, in diesen Flutbecken? Weiß ich nicht, wo sie sich treffen, also ich hab, das erste Mal jetzt hier. Glaub ich mal. Oder ich seh die ein paar mal dort. Ich würd gerne mal, ich hab auch schon, ähm, also ich werde in Zukunft wahrscheinlich auch daran teilnehmen. Aber ich hoffe mal, dass es irgendwie klappt mit dem Auto. Ich hab das Auto schon im Kopf, ich weiß ganz genau, wie ich's tun werde. Wie denn? Das sag ich dir nicht. Jetzt ja, sag mal. Sonst hast du, sonst klaust du mir eine Idee noch. Ehrlich. Also, ich werd mir das sowieso nie leisten können. Also, ich bitte dich. Ich warte dir dann nie her. 3.000 sind gar nicht so viel, man. Obwohl. Können schon viel sein. Easy. Wartest du kurz, willst du mit reinkommen? Oh, ich warte, alles gut. Okay. Oh, ich warte, alles gut. Ich kann nur gerade nicht nachhören, muss ich die Tage mal machen. Danke dir. Eines Moments hat sich gemeldet. Gemeldet? Die melden sich noch bei dir oder World of Music. Puh, okay. Ich hoffe, dass es klappt. Wenn nicht, auch nicht japanische Musik ist, okay. Solange sie selbst gesund zu sein kommt. Ich bin schon wieder so schlecht genannt, aber eigentlich klingt der immer schlecht genannt. Ich traue mich nicht zu schreiben. Jetzt habe ich alle abgedeckt. Ja. 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 Nee, doch nicht. Gut. Venture. Venture, Venture. Zum Glück hat Venture jetzt einen automatischen Dark Mode. Oh, ganz vergessen, ich habe mit Frau Winchester geredet gestern bei einem Up-to-Date. Und das hat sie mir nochmal beigebracht. Und bei dem bin ich mir jetzt nicht so sicher. Und das U nicht mitsprechen. I, ta, da, ki, maas. Und das U nicht mitsprechen. Genau. Und dann hier auch nicht. Nicht Daisuki, sondern... Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Das ist wirklich nur Mögen. Ich hoffe, das heißt nur Mögen. Gut. Warum, weil ich das anwende? Ja, sie arbeitet noch im Kiosk. Und der Gitarren verdient mehr als Harald. Kiosk im Geht, ich nehme kaum was ein. Zweifel, mein Gedanke. Okay. Chloe McRae. Ach, zieh mir eine an. 18.000. Bup, 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 bup. Bup, 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 bup. Bup, 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 bup. K-pop night. Oh, wie ist das? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich finde es ein bisschen schade, dass es diese Hosen, diese High-Weist-Hosen nicht mit einem schöneren Poppes gibt, weil viele Oberteile sind immer bauchfrei da und ich würde die trotzdem gerne tragen. Deswegen muss ich leider immer die High-Weist-Hosen mit ihr tragen. So ein bisschen doof. Oh, ich fahre gerade ein bisschen runter. Dann hört ein bisschen auf. Ein bisschen. Das ist wunderbar. Ja, der Music-App-Botter freut mich auch. Ja, der neue Einlog-Bildschirm freut mich auch wirklich sehr. Es kommen viele, viele neue Sachen, auf die ich mich sehr freue. Eine Sache ganz Besonderes. Aber spoiler ich mal nicht, weil es noch keiner weiß. Boah, das ist so blöd, dass sie... Ohne Hut sieht die Frisur irgendwie doof aus. Mit Hut sieht die so cool aus. Die würde ich halt immer gerne mit ihr tragen, ne? Die geile Beggy oder Mom-Jeans. Boah, ich glaube, das würde Ariane nicht tragen. Die tritt immer eng. Ich mache mir so hart Gedanken, was ich dir anziehe, damit die gut aussieht. Deswegen mag ich auch... Also dieses Kleid mit den Side-Boops ist toll, aber zum Beispiel mag ich nicht... So lange dauert das, ich muss nur noch auf die Toilette. Dann habe ich festgestellt, dass ich einfach diese Scheiß-Tasche in dem Kofferraum vergessen habe. Ich mache das später nochmal. Scheiße, ja. Ja, heute ist einfach genau so ein Tag, ne? Ohne Hütte. Ist einfach so. Kann man leider nichts machen. Nee. Manchmal wünschte ich, ich könnte deinen Kopf aufmachen, meinen Kopf aufmachen und dein Wissen bei mir irgendwie reinkopieren. Das wäre toll. Warum? Weil ich habe das heute im Rollcrawl wieder bemerkt. Ich bin jetzt ein Jahr dabei und ich habe in Kentucky ja so viel zu tun und da habe ich immer so viel im Kopf und ich merke einfach, dass es hier langsam nicht besser wird bei mir. Ich habe meine Stärken, aber ich kann die tatsächlich nicht wirklich ausgeben und ich habe beim Rollcrawl heute wieder gemerkt, wie Fehlern platze ich mich eigentlich für. Und ich denke mir immer, warum stehe ich hier eigentlich? Warum laufe ich mit einer Waffe rum? Irgendwie passt das nicht zusammen. Na ja. Das darfst du aber so nicht sehen, das wird schon besser noch. Na, nicht wirklich. Es ist schon ein Jahr, Dix. Ein Jahr, schon. Ja, aber wenn du so viel in Kentucky zu tun hast, kannst du dich auch nicht konzentrieren. Du musst dich für hier konzentrieren dann. Ja, das... Ein bisschen ausschalten, weiß ich mal. Ja, ich versuche es, aber es funktioniert leider nicht. Ja, fühle ich, fühle ich. Weißt du, in Kentucky ist nichts genormt. Es kommt immer wieder was anderes dazu. Immer wieder andere Dinge, die man sich beibringen muss. Ja. Da muss ich mir hier noch Dinge beibringen. Das ist immer alles ein bisschen schwierig. Ich weiß, was du meinst. Ja. Oh, warte. Oh. Sie kennen hier? Ich glaube, die Musik ist nichts für dich. Ja, ja, ist gut. Ich mache mal ganz kurz meine... Ein bisschen... Geht eigentlich... Weißt du, wenn man sich die wegdenkt, geht es eigentlich? Ja. Okay. Ja. Mal gucken, was es hier so gibt. Äh? Ist das Lami? Nee. Wie bitte? Das ist nicht Lami, der da... Doch, das ist Lami. Äh? Ich? Doch, ich glaube schon, oder? Oh. Ich müsste Lami sein. Hallo? Halli, hallo. Ach, diese Nase erkenne ich doch von Weitem. Hallöchen. Das geht. Was soll das denn mit Nasen? Hä, wir sind Nasenbrüder. Jetzt, äh, du machst auch mal bitte über meine Nase. Das ist doch keine schlimme, oder? Ja, wobei. Ich habe eine lange Spitze, ne? Ja, das stimmt. Ändix, wie geht es meinem Auto? Ey, super. Höchentlich, danke dir noch mal. Ja, das ist das andere ein bisschen. Ja, klar. Ich brauche noch 10.000 Dollar, dann habe ich das neue. Geilo. Sag mal, da habe ich das dein Auto hinter dir? Nein, leider nicht. Achso. Wegen hat das denn hier? Weiß ich nicht. Ja, das ist eine gute Frage. Es steht einfach nur der Punkt. Aber schön, ne? Aber es ist schön. Sieht voll nice aus, ja. Ja. Richtig gut. Deswegen stehen wir hier. Oh. Große, gell, ist das? Genau. Mhm. Diek, du kennst dich doch immer mit Autos aus, hm? Ein bisschen, ja. Ey, wir wussten auch sofort Bescheid. Mhm. Wie ich das so? Ja, sofort. Sag mal, wann ist denn die große Hochzeit? Von wem? Ja, Lami und Angel. Du bist Angel, oder bist du das nicht? Angel? Ich glaube, die sind... Äh, das ist nicht Angel. Oh, Entschuldigung. Ja, hier sieht ja immer alles anders aus, Mann. Ja, hätte ich ja sagen können. Hast du heiratet? Nein. Ach, wir sind befreundend. Oh, jetzt ist raus. Wolltest du mich nicht einladen? Wolltest du mich nicht einladen? Oh, oh. Es ist noch keine Hochzeit geplant. Ist da vielleicht noch? Oh, ich rein... Achso. Okay, gut. Also, ich habe Angel auch seit der Verlobung nicht mehr gesehen. Oh mein Gott. Ja, der Fluch. Ja. Mhm. Lieg sehr froh, dass du dir sowas nicht antust, glaub mir. Die hat heute Geburtstag übrigens. Oh mein Gott. Weit Geburtstag? Vielleicht sehe ich die noch. Deine Verlobte. Achso, happy birthday. Ja, danke so schön. Immerhin weiß er es. Ja, klar. Ja. Guter Verlobter. Aber die Autos sehen auch schon wirklich cool aus, oder? Boah. Ich glaube, die Cops kommen gleich. Echt? Warum? Stehen doch alle ganz normal hier. Ja. Gut, aber... Ich habe sie vorne welche geschlagen und sie sind dann weggerannt. Oh. Hier kommen immer Cops am Ende. Sie ist auch dann immer irgendwann in der Schlägerei. Ja, ist ja fantastisch, dass wir hier mit dabei stehen. Ja. Echt? Aber wir warten eigentlich noch drauf. Echt? Achso. Erst drei und so. Achso. Hm. Aber ist sonst hier gerade... Ich meine, gibt es denn hier irgendwie noch so eine Vorführshow oder... Ich war noch nie auf dem Tuning-Treffen, ich wollte aber immer. Ich glaube, dass das eigentlich relativ langweilig ist. Also, sie zeigen alle einfach nur ihre Autos, aber driften hier nicht mal rum oder so. Das sind autogeile Menschen, die einfach ihre Autos... Ja gut, ich habe vorhin gesehen, dass da ein Rennen gefahren wurde, ne? Aber halt auf der Straße illegal. Ja gut, das sollte natürlich nicht passieren. Ja. Ja. Scheiße, warum sage ich das euch? Guck mal, hätte ich doch mein Tulip hier hinstellen können. Einfach damit sich alle abfacken, weil ich auf meinen Tulip nämlich einen Spoiler gebraucht habe. Wir holen den, let's go. Ja. Einfach richtig peinlich, Angel. Ich wollte Unterbundeneleuchtung damals, als es noch legal war. Habe ich echt überlegt, ne Lila Unterbundeneleuchtung. Ist das nicht mehr legal? Oder? Ja. Im Stehen doch schon, oder? Genau. Es ist nur im Stehen legal. Aber das Einbauen ist nicht legal. Genau. Okay. Das ist... Ich verstehe das nicht. Ich verstehe dieses Gesetz einfach nicht. Es ist einfach nicht erlaubt, diese Scheiße zu einbauen zu lassen oder zu kaufen. Aber wenn du es hast, ist es legal. Ja, das verstehe ich auch nicht. Da gibt einfach null Sinn. Aber ich glaube, der Einbau an sich betrifft dann nur denjenigen, der es auch einbaut. Also die Werkstatt dann in den Sinn, oder? Ja, aber du bist Zeuge und du musst die Wahrheit sagen. Ah, okay. Also laut dem Gesetz. Aber wenn du die Person nicht... Es ist immer im Endeffekt eine Grauzone, ja? Wenn du so denkst... Okay, ich lasse es bei jemandem einbauen. Und du siehst aber nie sein Gesicht, weil er sich immer vermummt, zum Beispiel auf einem privaten Ende. Was willst du auch sagen? Ja, der hat sich vermummt auf einem privaten Ende. Ja, okay, ja, mach Sinn, mach Sinn. Das Wilde ist, ich habe damals... Ich wurde auch unter Boden beleuchtet und ich bin da nie herangekommen, ne? Ich, äh... Das ist auch sehr schwer. Ich wäre herangekommen. Ich habe mir immer so getan, als wäre das das größte Geheimnis. Sag mir mal Bescheid, wenn du nochmal rankommst. Ja, das Problem ist ja illegal, aber... Ja, ich weiß auch, wer das macht tatsächlich. Ich weiß, wo ich hingehe, wo ich weiß, wer das macht. Also für mich ist es nicht illegal. Es ist nur illegal für die Leute, die es einbauen. Das ist bestimmt teuer, oder? Keine Ahnung. 6.000 war damals der Preis. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Okay. Ich weiß auch gar nicht, ob er noch auf der Insel ist, aber, ähm... Ja, sag ich nicht. Interna. Interna. Okay. Tatsächlich ist auch, ähm... Ist es halt so weit nicht gekommen, ne? Deswegen könnte ich es gar nicht beweisen, wenn würde ich jetzt da irgendjemanden verkackei... Äh... Verkackeiern? Ja, irgendwo... Irgendwo, äh... Anschwärzen könnte ich es halt nicht mehr beweisen, deswegen. Ja, aber wie gesagt, äh... Man... Wenn ich jetzt ein Auto kaufe, ist das Unterbodenbeleuchtung, dann... Dann ist alles auch noch so Glück gehabt. Ja. Stimmt. Ich will auch ein Auto. Hast du kein Auto? Ich will auch mal noch nix. Oh. Ich kaufe dir eins. Irgendwann. Was sagt denn Angel dazu? Frag sie. Ja, stell sie mich mal vor. Mach ich. Kann bisschen davon. Gut, also mehr passiert jetzt hier tatsächlich gar nicht? Nee. Ich glaube, das ist eher wirklich so ein Treffen, wo man sich einfach unterhält und die Autos anguckt. Ja, ist so wie wir gerade. Ich bin echt überrascht, als wir gerade über Autos geredet haben. Ja. 20 Minuten gerätselt, was für ein Auto das ist. Naja, so lange war es nicht. Das ist, was ich jetzt da gesagt habe, oder wie? Mhm. Ich will es jetzt nicht angeben. Der da vorne. Der da vorne. Der da vorne mit den, ähm, der so aussieht wie ein Batmobil. Ja. Der wäre einer, der mir gefallen würde. Ich weiß sogar, wie der heißt. Ich hab's nur vergessen. Ja, der ist ein. Ich wollte die Furia, oder? Ja, Furia ist das. Das ist ein Furia. Ich glaube, über 200.000, ne? Ja, ungefähr in diese Richtung, ja. Das hintere Ding geht hoch, wenn das losfährt. Stimmt, ja. Bin ich schon gefahren. Echt? Oh nein. Oh mein Gott. War ich auch schon. Mehmet hat einen, glaube ich. Wenn er den noch hat. Über 200.000, also. Mhm. Gut. Ja, das sind, äh, weiß ich nicht. Für mich, äh, 20 Jahre lang. Hm. Ja, ich hab gleich noch ein Gespräch mit Becca, Nami. Ich glaub, das wird auch sehr interessant werden. Oh. Ich hab sie vorhin gefragt, weil sie, ihr habt dann telefoniert, ne? Und, und, ich hab sie danach gefragt, weil ich wusste nicht, dass sie da telefoniert, dass sie bei mir im Tag sind, hat sie so ein bisschen pissig angehört. Ich hab dann gefragt, habt ihr Streitern? Hat sie gesagt, nein, warum denken das alle? Ja, deswegen. Hab ich gesagt, ja, du warst grad schon ein bisschen pissig. Ich bin, sie sagt auch nicht tschüss, sie legt einfach auf, also irgendwas ist definitiv passiert und ich hab ein bisschen Sorge, dass das irgendwas Privates ist und ich deswegen vielleicht auch aus dem System geschmissen werde, ich hab keine Ahnung. Aber ich hab kein Problem mit ihr, gar nicht. Also wie gesagt, ich hab jetzt gesagt, dass sie das nicht mehr machen soll, ne? Sie hat das dann erklärt, sodass sie dann eine bessere Übersicht hat, hab ich teilweise auch verstanden so. Äh, sie ist, natürlich, sie macht das nicht extra, das glaub ich aber auch nicht, dass sie da jetzt, äh, 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 äh. Aber ob ihr da jetzt irgendwas privat habt oder nicht, äh, das weiß ich nicht, das müsst ihr erklären. Wird ich auch mal gern in Erfahrung bringen. Boah, die Sirene ist, hat aber, ähm, Lärm an. Wird er? Ist aber nicht wirklich was Schlimmes da passiert, oder? Gab's da noch ne Krügelei? Wo? Die Sirene, das, ähm... Aber wenn das mehr als Krügelei wären, dann wären die Kopster. Ja, stimmt. So, wer hier von euch möchte denn auch mal beim Pidi anfangen? Ich? Ein bisschen, äh, ohne sehr viele, äh, äh, äh... Nami, ich hatte schon mal mit dir zu tun, na? Ich hatte schon mal mit Walter Weiß ein Bewerbungsgespräch. Hä? Ich kann's ihn fragen. Okay, erzähl. Du kannst ihn fragen. Ja, und warum bist du nicht beim Pidi? Abgenommen. Die wollten mich nicht, ja? Was für Fragen wurden die dann gestellt? Keine, die wollten, dass ich das Taxi verkaufe. Das war die Bedingung. Ja, und dann hätten die mich eingestellt 80.000. Oh, oh, oh. Ich muss ja ganz kurz telefonieren, ja? Aber bediene ich mich mit der Schweiß? Nein. Hallo. Herr Hand, äh, ich habe noch eine kleine Frage, weil mich das gerade ein bisschen verunsichert. Ähm, weil Sie haben das ja geschrieben, mit dem, dass das unter uns bleibt. Das ist aber nichts, was mich in irgendeine Predolie bringt, oder? Nein, nein, nein. Ein ganz normales Gespräch? Nein. Nein. Es geht einfach nur, ähm, darum, dass, äh, ich bin ein Mensch, der gerne daran auch mal vertraulich behandelt. Wissen Sie? Okay. Okay, alles klar. Ja, dann weiß ich Bescheid. Weil ich habe die ganze Zeit jetzt gerade mit dem Kopf zergrübelt und dachte mir, aber Moment mal, da ist doch jetzt gar nichts Verwerfliches dran. Das ist ja nur, weiß ich nicht. Hätte man genauso gut privat ja auch besprechen können. Ist ja nicht schlimm. Ja, ja. Äh, darum geht's. Das ist ein privates Anliegen, was aber berufliche Stränge hat. Darum geht's. Ja. Alles, alles gut. Okay, dann, dann weiß ich Bescheid. Dann, ich wollte nur einfach nochmal nachhaken. Ja, nee, alles gut. Ja. Ich hoffe, Ihr Einsatz war erfolgreich. Ich werde noch haben. Naja, ich, äh, ja, ich bin auch gerade gar nicht mehr arbeitend. Ich bin bei den Tuning-Treffen und es ist scheiße laut. So. Tuning-Treffen? Der hat von, hat er meine Mitarbeiterin erzählt. Achso, ist die gerade hier? Äh, gut möglich. Sie ist, glaube ich, Co-CEO von Genki. Also, sehr gut möglich, dass, dass sie da ist. Oh, wie, wie heißt sie denn? Kenn ich sie? Weil ich war, ich war jetzt nämlich schon ein paar Mal hier. Wird wahrscheinlich auch jetzt dauerhaft... Hm? Miss Carter. Miss... Weiß nicht. Okay. Emilia. Ja. Oh, nee, die kenn ich tatsächlich gar nicht. Oh, aber cool. Ist ein, ist ein sehr cooler Laden hier. Also, ähm, fühlt man sich, äh, schade, dass sie so klein ist tatsächlich. Ich würde mir mehr Sitzgelegenheiten wünschen. Aber ja, okay. Das ist, äh, so. Ich geh dann jetzt mal wieder zu den Leuten, die hier vorne stehen. Ähm. Kenn sie gerne. Ja, dann passen sie auf sich auf, ja. Und ich hoffe, es geht ihnen bald wieder besser. Ja, wird schon alles. Hm. Und, ähm, wenn sie was haben, kommen sie gerne auf mich zu. Ja. Mach ich, Herr Hand. Mach ich. Bis zum Praktikum dann auf jeden Fall. Ja. Ich hoffe, ich warte ja immer noch, dass sie mal sagen... Ja, tut mir leid. Tut mir wirklich nein. Dann losgehen. Okay. Alles gut. Ja. Das war's. Wie gesagt, wenn sie was haben, äh, ich habe immer einen offenen Sauer. Ja. Okay. Passen sie auf sich auf. Passen sie auf sich auf. Tschüss. Tschau. Oh, wo ist Dix? Äh, der guckt sich gerade Autos an. Wo denn? Eine gute Frage. Der läuft irgendwo hier rum. Der ist schon im Eingang, ist er gelaufen voran. Er ist verschwunden. Hast du mit der Beck, hat das so ein privates Gespräch, mäßig? Äh, ja, ich werde halt, äh, mit ihr reden, äh, 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 äh. Keine Ahnung, ich, ich, wie, sie war schon mal so zu mir. Danach war sie das komplette Gegenteil. Und, äh, damals haben wir uns nicht gut verstanden. Jetzt ist sie wieder so zu mir. Also es ist schon irgendwas in der Luft. Ich weiß noch nicht genau was und ich bin halt ein Fan davon, wenn man mir das einfach sagt, damit ich an der Situation was ändern kann. Ey, natürlich. Ja, also Dix ist da vorne hingegangen. Ja. Ich glaube, der ist nicht da vor mir jetzt, vor uns, an dem weißen Auto. Nee, hier. Wo ich hinguck. Ja, da. Da läuft er doch, oder? Ach so, ja. Ja, genau, da hinten. Ach, da! Oh, okay. Ja, ich geh mal kurz hin. Okay. Und? Sind ein paar schöne Dinger dabei, muss ich sagen. Lass uns mal zusammen dieses super teure Auto da vorne einmal angucken. Den Furia meinst du? Ja. Ja. Ja, komm mal gemein. Ach, ja. Ist da irgendwie ein Kaffee oder so? Äh, nee, aber können wir doch nicht rumfahren. Also, du fährst ja nicht so rein. Meine Güte. Boah. Das ist ein schickes Ding, gell? Ja. Boah, okay, das ist das krasseste Auto, das ich jemals hier gesehen habe. Kannst du mir? Ja. Musst du warten, bis ich meins habe. Ja, du musst mich mal mitnehmen, aber ich stell mich da auf jeden Fall gut an. Ja. Krass. Ja, okay, das war jetzt aber kein guter, äh, wie nennt man das? Kickstar? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht in dieser Business drinnen. Ja. Hm, ich habe das irgendwo mal gehört. Nun gut. I drifted. Na dann, warum nicht? Ja. Dann kommen wir auch nicht ins Taxi, ich sag noch kurz tschüss. Äh. Kaffee. Ich hatte das gelbe Auto da gesehen, am Auto habe ich Taxi gesagt, ja heute ist nicht gut. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Adios. Ciao. So, jetzt war die andere DJ, ne? Meine Güte. Also ich kann den Tulip nochmal holen, wir können hier nen Donut gießen. Kommt bestimmt sehr, sehr gut an. Wir waren super beinig einfach. Ich wollte tatsächlich, weil Leute sich so hart abgefuckt haben, also so Massaker-Fans, weil ich diesen Spoiler hinten drauf hab, habe ich echt überlegt, allein dafür lohnt sich die Unterwohnenbeleuchtung, weil die sich dann Leute noch mehr abfucken, dass ein Tulip eine Unterwohnenbeleuchtung hat. Ja, schon bitte, ja. Na ja, muss doch tanken. Achso, du fährst mich die ganze Zeit so, ich geh im Tanken. Ach was? Ich kann, okay, dann lass mich Kaffee holen. Oder, oder willst du lieber Energy Green? Müß, egal. Alles. Okay, dann geh ich kurz rein. Händlichen. Und Ariane hat es angezahlt für die, für die Juske-Gefutzer. Da kommt noch mehr, da muss noch mehr. Ich weine ein bisschen, aber es lohnt sich, aber ich weine ein bisschen. Oh, dieser Schmerz, Leute. Oh Gott, wir haben doch genug Geld bei, ich bin so doof. Warte mal. Ich dachte, wir haben sogar noch mehr. Oh, guck mal, sieht doch schon fast wieder gut aus. Ja, ich war auch einkaufen mit Ariane. Ne, viel. Das ist viel, die Spende da irgendwie. Ach, das ist sehr, sehr viel. Das ist viel. Das ist viel, die Spende da, ich bin, brauche und vorst. Es ist einfach sehr gut, dass ich glaube, das sind, wenn es nicht mehr so leidet shirts egal ist. Okay, dann schau, wie spät das wird, wenn ich das höre. Oh, Kontostattest, ich hasse es. Boah, hör auf, ich habe gestern so einen großen, äh, was, gestern? Vorgestern so einen großen Betrag überwiesen. Ich könnte heulen, wenn ich jetzt aufs Konto gucke. Darf man fragen, warum? Äh, ich organisiere für jemanden eine Überraschungsparty und wusste nicht, wie viel sowas eigentlich kostet so mit Alice Moments zusammen. Jetzt weiß ich es. Was hast du bezahlt? Ich hab 5.000 angezahlt und 10.000 kostet es. Aua. Ja, Schmerz. Hast du schon die Kaffees gekauft? Äh, ich hab uns Energy Drinks und zwar von der besten Marke der Welt gekauft. Weil ich's brauche. Ja, ich hab da gearbeitet, ich muss. Warte, hier. Will, danke. Perfetto. Hm. Hat ein bisschen gedacht, dass ich ein bisschen Stress bekomme da gerade. Wie, wann, wann, wo meinst du? Ja, da ist irgendjemand zu mir gekommen und hat gedacht, ich schreib mir Nummern auf oder sonst irgendwas. Also Plakate, äh, Plakate sag ich jetzt schon, Plates und so'n Scheiß. Ja, okay. Also die Kennzeichen. Die Leute kennen dich ja von beruflich, ne? Ein bisschen, ja. Ja. Ja, das ist natürlich problematisch. Aber hey, ich sag ehrlich wie es ist, ich hab jetzt schon sehr, sehr viel mit Vargos, Arztekas und so weiter und so zu tun gehabt, das hast du ja vorhin auch gesehen. Mhm. Die beleidigen zwar, aber die respektieren mich alle. Ja, das ist doch die Hauptsache. Ich find das nämlich tatsächlich bei mir auch eigentlich ganz gut, dass Leute das nicht so direkt bei mir auf dem Schirm haben. Ja. Ja. Also vieles, was ich, vieles, was ich irgendwo rausbekomme oder zu hören bekomme, bekomme ich nicht im Dienst, sondern halt privat. Und ich find auch eigentlich, man kann mich relativ gut dafür einsetzen. Den passenden Beruf gibt's nur leider nicht. Hm? Doch, Detective eigentlich. Ne, ja, Detective, ähm. Ach, schwierig, das ist alles sehr schwierig. Ich bin eher so ne Informationsbeschafferin, das bin ich. Schrägstrich Sozialarbeiterin. Das, das wär halt mein Ding, so. Aber der Streifendienst ist halt das große Problem, dass, äh, ne. Aber Herr Weiß meint, ich bin, äh, ich glaub unterdurchschnittlich. Ich weiß es gar nicht mehr, was er genau gesagt hat. Loll. Okay. Brauchst ein Fernglas dafür, sag ich dir, wie es ist. Ich hab ein Fernglas. Aber das... Es ist so wild, gell? Hm, ich liebe Fernleser. Ja, doch. Ich hab mir letztens auch reingekoppt, wir sind zu wild, wirklich. Kannst du richtig schön spielen. Boah, ja, aus dem Fenster am besten ist es auch gut. Boah, das pinke Auto, darin siehst du das? Boah, das leuchtet so richtig. Ja, ich... Ja, das leuchtet richtig heftig. Ich meine, ich guck gerade mit nem Fernglas da drauf. Warte, dann mach ich das jetzt aber auch. Hast du kein Fernglas? Hier. So. Da kann man richtig oben ins Büro reingucken. So, wenn du das Nachtsichtgerät hier anschaltest davon. Komm, wir in die Nähe. Ganzes Auto plötzlich grün. Komm, wir fahren zum Stadtpark. Wollen wir Leute beobachten, oder was? Lass uns Leute beobachten. Lass uns schauen, ob diese Josie am Kiosk da ist. Oh, da wollte ich noch gucken. Die arbeitet nämlich auch am Genkis. Kennst du die, wo ich gerade im Auto da... Was dabei? Ne, das war ein anderer tatsächlich. Entschuldigung. Die, äh... Die Dame mit dem blauen Haar, die bei Evans Bestes am Kiosk arbeitet. Äh... Ja, kann sein. Genau. Da ist... Ähm... Versuch so ein bisschen was über sie rauszukriegen gerade. Kann die Dame null einschätzen. Ich muss mal 10,30... Ich muss mal 10,30... Ich... Habe ich kein Kies gesagt? Ups... Das war mal wirklich ein Fehler. Entschuldigung. Oh, dankeschön. Ja, ich habe ja... Ähm... Vlog habe ich ja jetzt wieder auf Patreon unterstützt. Aber ich löse die Dinger nie ein. Das sollte ich mal wieder machen. Weil ich möchte normale Wallpaper, ich möchte keine Live-Wallpaper. Das macht mich wahnsinnig. Und frisst nur Speicher. Und ich habe 128 GB RAM. Aber trotzdem will ich nicht ein MB dafür geben. Das ist ganz komisch, bin ich. Ich denke immer, alles was mehr ist, ist besser. Ich kann davon nichts opfern. Das geht einfach nicht. Nein. Nein. Hallo? Ich finde es schon ein fettes Auto. 94.000 hat er gezahlt dafür. Einii ist schon ein fettes Auto. Ich ver… Also.. Ich… Also… Also… Ich glaube… Ich glaube 94.000 oder so was hat er gesagt gehabt. Pfff… Er tut manchmal so, als hätte er gar kein Geld, aber ich meine das CEO verdient sich sicherlich nicht schlecht, auch wenn es ein Taxiunternehmen… Und… Ich sehe plötzlich nur noch das Auto, was ich kaufen möchte ey. Das ist schlimm. Also 10.000 Fähne. Wie lange musst du ungefähr dafür arbeiten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht mal, was ich verdiene, muss ich alle sagen. Also hier können wir am besten spielen. Richtig schön. Habe ich auch schon einen Dienst gemacht, deswegen weiß ich das nicht. Hast du gerade vorhin gesagt 10.30? Das sind ein paar Personen vorne. Achso, ja, wenn ich pinkeln musste, habe ich mir das gemerkt. Das machen manche auch und dann sage ich das tatsächlich auch privat. Ich versuche gerade mit dem Fernglas. Okay, das ist wild. Soll ich da jetzt gleich bei Anis Taxi kündigen? Ich hätte jetzt eine Chance. Da steht sie. Die ist ganz komisch zu mir, ja, dass Becker und... Wirst du Drama machen? Ich will eigentlich gar keinen Drama. Ich will das schnell hinter mich bringen, aber irgendwas ist mit ihr. Sie ist, sie meinte, Alami sogar gerade, dass sie irgendwie pissig zu mir ist. Und ich glaube tatsächlich, da ist Charlie, Charlie, Charlie Wallace. Auch von Anis Taxi. Wer ist denn das jetzt von der? Also welche, wer von beiden ist? Also hinter dem Plakat müsste sie jetzt sein. Ist denn hinter dem Plakat? Scheiße. Genau, das war Rebecca. Ähm. Warte, wir machen das unauffällig auf die andere Seite. Ja. Alles gut, ich schau weiter. Genau, das sind drei Anis Taxi Mitarbeiter. Warte, es wird mir schlecht, ich kann da nicht mehr durchgucken. Warte, ich habe eine andere Idee. Ja. Wir müssen von der anderen Seite gucken. Kann man hier am besten gucken. Ey, scheiße. Scheiß, wo? Vielleicht in der Gasse schräg rein, hier, links. Hm? Ich glaube, von hier kann man am besten sehen. Schau mal. Gucken wir mal. Boah, die Fernkläser sind super. Ja, perfekt. Wo ist das Geld? Boah, das ist auch so richtig hochwertige Dinger. Das ist ja fantastisch. Genau. Äh, der links ist auf hier. Könnt ihr euch bitte nicht bewegen? Genau. Die Dame mit dem braunen Zopf ist Charlie Wallace. Auch sehr interessant. Also mit dem Hut auf dem Kopf. Genau, mit dem Hut auf dem Kopf. Hat sie mir nachgemacht. Ja. Ähm, genau. Und, äh, der in der Mitte ist Aichi. Der ist sehr lieb. Das ist ein DJ, den ich auch engagieren werde. Mit denen habe ich gerade noch Kontakt gehabt. Und rechts ist Becca. Becca Renaud, die vorher beim SD gearbeitet hat, wo ich jetzt von einem Kollegen höre, dass sie wohl, äh, wegen Korruption da irgendwas, dass da irgendwas war und man konnte es irgendwo nicht nachweisen. Und die Ex-Freundin von, äh, Miloš. Was fahren die denn hier weg? Keine Ahnung. Kriegen die uns? Ne, ne, aber die sind jetzt weggefahren. Ja, wild, okay. Miloš. Genau. Da weiß ich auch gar nicht mehr. Der hat ja beim Funthouse gearbeitet. Ich vergesse mal immer den Namen von denjenigen, der, glaube ich, CEO beim Funthouse ist. Der sieht ein bisschen rockig aus, aber auch ein bisschen, ähm, abgehalftert rockig. Ja, ich verstehe, wer ihr meint. Also, ich weiß nicht, wer ihr meintet, aber ich habe den Namen nicht im Kopf. Hm. Was ist noch ein SMS? Na, der letzte ist auch weg. Ach, weiß nicht. Nur mal, Herr Hund. Ach, mein Gott, der ist ja so lieb. Ja, wir können immer, immer, und nicht zu. So. Was hältst du von, ähm, von den Rangers, von diesem Herr Hund? Kennst du ihn? Hattest du schon viel mit ihm zu tun? Nö, nicht wirklich. Ich wollte im Praktikum, also, Herr Weiß hatte mich, glaube ich, irgendwann mal angeboten, dass ich, äh, eine Woche zu den Rangers gehen und da im Praktikum mache. So, also, ein Pedila tauschen bei den Rangers und umgekehrt genauso. Well, okay. Ja, klar, warum nicht? Mhm. Ist irgendwas neu zugekommen jetzt? Pff. Oh. Wer? Was? Nini. Was? Wer? Warte, ich rufe die mal an. Guck mal auf die Person, die gerade vom Auto ausgestiegen ist, das finde ich witzig. Oh. Oh, oh mein Gott, das kannst du richtig creepy sein. Du kannst richtig creepy sein jetzt. Nein, die, nicht erreichbar, was macht die? Ja, die telefoniert gerade, die telefoniert gerade. Aber warte, warte, ich sag dir Bescheid, wenn sie aufliegt. Du, oh mein Gott. Dieks, du hast gerade die Möglichkeit, jemanden richtig hart zu verarschen und dich danach tatsächlich zu entschuldigen. Warte, 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 sie hat aufgelegt. Sie guckt gerade auf ihr Handy. Warte, sie guckt gerade auf ihr Handy. Warte, sie guckt gerade auf ihr Handy. Ja, ja, mach das. Jo, was geht? Das machen Sachen. Alles gut bei dir? Ja, ich sehe dich ja im Stadtpark. Wohin läufst denn du? Wie real der Stadtpark gerade aussieht. Das sieht ganz anders aus, als du mit dem Fernglasterrand. Ja, du läufst jetzt gerade, jetzt läufst du gerade reinges Schild. Jetzt hast du dich gedreht. Ey, ich sehe dich. Ja, du brauchst nicht weiter Richtung Döderladen laufen. Das ist die falsche Richtung. Du wirst mich auch niemals sehen. Ich beobachte dich. Ja, ich habe noch eine... Ja, ja, ich habe auch noch eine Person neben mir, die beobachte dich auch schon den ganzen Tag. Liebe Grüße. Die hat mir gerade gesagt, dass du hier bist. Ja, ja. Wo läufst denn du? Ja, keine Ahnung. Du brauchst dich nicht im Kreis drehen wie so eine Ente. Die hat einen schönen Popo. Das sage ich nicht. Okay. Das werde ich dir niemals verraten, wo wir sind. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe mir eine neue Passion gefunden. Wir werden dir niemals verraten, wo du warst. Wie weißt du, wo du warst? Du warst bei Paddy's Eis natürlich. Hast du Eis mitgebracht? Wohin läufst denn du eigentlich? Was hast du dabei? Milchshakes. Bist du Milchshakes? Oh Dix, wir müssen los, wir müssen los. Wir müssen zum Milchshake. Wir müssen zum Milchshake. Wir sind gleich da. Wo sind die Milchshakes? Das ist ein Überfall. Wir wollen Milchshakes haben. Wir wollen Milchshakes haben. Ferngläser sind toll. Ich sage es, wie es ist. Oh, danke schön. Oh, bitte schön. Alles sehr lieb. Hast du kein Schokoladenmilchshake? Alter, ich bin keine Milchbar. Milchbar. Ich habe, nein. Sei froh, dass du überhaupt einen abkriegst. Du kriegst gerade kostenfrei Milch. Jetzt kommt gleich mein Taxi hier an. Pass mal auf. Das war es noch nicht. Ich werde gleich abgeholt. Wohin geht es denn für ein Verfahren? In der Stadt rum. Ach so. Also kein spezielles Ziel? Nee, ich bin heute wieder als Deko angestellt. Als Deko? Als Deko angestellt? Ja, ich habe öfter mal den Job als Deko. Moment, der Job hört sich sehr interessant an. Worum geht es da? Ich, ja. Die ist hier zum Taxi daneben und unterhalte den Fahrer, solange wie er keine Fahrt hat. Okay, das machen wir bei Alice Taxi auch so. Ich werde es normal bei Alice Taxi. Ich habe euch gar nicht vorgestellt. Kennt ihr euch schon? Oh, weiß ich gar nicht. Pettis Eis, da weiß ich schon ein paar Mal. Es kann sein, dass ich sie schon mal gesehen habe. Äh, Ariane Bahn. Das ist Ariane. Genau. Ariane, das ist Nini, meine Adoptiv-Mam. Ja, genau. Eine Adoptiv-Mam? Oh, wow. Da habe ich auch eine Barbara Bahn. Oh, okay. Ganz, ganz lange Geschichte. Ist irgendwie schon ein bisschen weird, aber ja. Weißt du, wo das anfing? Hier. Genau hier. Wie lang ist das schon her? Sehr lang. Oh, guck mal, da kommt meine Abholung. Jetzt muss ich weg. Es tut mir leid. Ich hoffe, euch schmeckt der Milchschäfer und ich bin da mal weg. Ja, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Okay. Das ist ein baldiger, zukünftiger Papp. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es mal nicht. Ja, das ist schon wieder? Warte mal, du hast doch deinen alten Nachnamen. Wie hieß denn du früher? Ich heiße immer noch Bia Wack. Lass uns da mal in der ruhigen Minute drüber reden, okay? Natürlich doch. Oh Gott. Na, jetzt kommt er her. Gut, brauche ich doch nicht drüber gehen. Es wird weird. Oh. Das steht ja da drücken. Nee, das mit meinem Ehemann musste man in der ruhigen Minute. Ich kann auch weggehen, wenn ihr erst mal reden wollt. Nee, nee, alles gut. Ja, alles gut. Da brauchen wir ein paar Minuten für. Was ist das mit dir so? Die Leute sind groß. Warum gehst du nicht an der Kreuzung, sondern mitten auf der Straße durch? Weißt du, wie viele Leute auf einem Kreuzung überfahren? Das ist schon mal jetzt. Das ist Pommes-Erik, oder? Ist das Pommes-Erik? Nein, wirklich jetzt? Ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Sag mal. Trau ich mich nicht? Das Meer soll sich über den Zefra-Streifen laufen, die Pudels, die wir überfahren werden. Ich weiß ja nicht. Das werden wir auf den Zefra-Streifen überfahren. Ich sag's, wie es ist. Ach, Erik, hast du, hi. Ah, es ist Pommes-Erik da. Es ist Pommes-Erik da. Es ist Pommes-Erik, hallo, ja. Alles klar, wenn ihr. Ja, also so. Du bist mit dem tollen Auto angekommen, ich frage mich an. Ja, mit dem tollen, dass wir wissen, dass wir quitsch beim Starten. Warte, ich hol's rüber. Kann man hier parken, oder? Ist es noch was reiches steht? Ich schieb mein Auto rüber, dann komm ich mit meinem rüber. Oh Gott, jetzt muss ich wieder rüberlaufen. Oh Gott, ich will nicht sterben. Wollen wir's noch so aufhören? Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ja, okay. So, warte, ich guck jetzt mal, was die so aufhören schon aufhört. Gute Idee, lass ich aufhören. Warte, warte, was haben wir? Quick Keys. Brauchst du neue Schlüssel? Brauchst du neue Schlüssel? Okay, das Alice hat auf, ist immer wieder interessant. Lolitas Bar hätte auf. Boah, äh, ich kriege noch mal. Lolitas Bar oder Alice? Einfach mal ein bisschen so reingekommen. Einfach mal ein bisschen so reingekommen. Einfach mal ein bisschen so reingekommen. Einfach mal ein bisschen breiter. Ja, schmähler. Kennen wir, wohinge, Musik, allem Endeffekt. Komm, wir gehen zum Alice. Alice ist immer eine gute Entscheidung. Wer fahrt zum Alice? Man hat's nicht. Dann viel Spaß beim Alice. Bis später. Euch beiden auch bei, was auch immer für ein Ding. Adios. Wir gehen noch Büsche inspizieren. Keine Sorge. Oh mein Gott. Das ist ekelhaft. Das will ich nicht wissen. Oh Gott. Das würde ich wirklich nicht wissen. Nee, äh, jetzt aber mal ganz im Ernst. Ich möchte im Moment mehr unter Leute tatsächlich, um, äh, ein paar Leute kennenzulernen und ein paar Leute vielleicht ein bisschen, weißt du, ein paar Information kriegen einfach. Weißt du, du sagst, du bist fehl am Platz, aber du wirst die ganze Zeit Kopf spielen. Nein. Wenn du privat unterwegs bist. Nein, nein, so ist es nicht. Ja, aber weil, weil den Beruf, den ich mir vorstellen könnte, den gibt es nicht beim, beim PD. Das hat das Problem. Und ich bin so gut vernetzt. Ja, aber das ist doch einfach als Informant. Ja. Verdienbar, kann man das da einstempeln als Informant? Nein, auch nicht. Und doch einfach Geld für die Information. Nee, das, damit würde ich mich auch nicht wirklich wohlfühlen. Irgendwie so auf die Schiene, keine Ahnung. Okay. So, wie gefällt dir denn dein neuer Vater? Nee, das ist also, das ist nicht so ein Ding. So, ich habe schon noch einen Vater und Mutter. Das ist eine ganz komische Geschichte. Ja. Erzähl sie mal, ja? Ich habe mal eine Chloe McCray kennengelernt, wo ich eingereist bin. Chloe McCray. Ja, jetzt sehen wir mehr gerne über die, diese Damen. Wow. Äh, okay. Du musst mir, glaube ich, auch was erzählen. Wird interessant, glaube ich, gleich. Schwierig, wenn du sie kennst. Ja, ich kenne sie. Und zwar, ich dachte, ich kenne sie. Ich kann sie, aber egal. Also, auf jeden Fall hat es angefangen. Ich habe sie kennengelernt. Wir haben uns eigentlich ziemlich gut verstanden und alles drum und dran. Es ist halt schon sehr, sehr schnell klar geworden, dass es halt eher so eine coole Freundschaft ist. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Irgendwie bin ich dann der kleine, große Bruder geworden von ihr. Scheiße, hat sie weggeschnappt. Ich bin, glaube ich, älter. Was? Achso, ich habe so ein Faible. Ich habe hier immer kleinere Brüder, aber es ist egal. Lange Geschick. Ja, auf jeden Fall war ich mit ihr ziemlich entspannt drauf und es war auch alles okay. Und dann haben wir tatsächlich auch Nini kennengelernt. Das war auch ganz witzig. Wir sind nach hinten gefahren. Wir haben die gesehen. Wir sind einfach hingegangen, angesprochen. Und irgendwie wurden wir dann adoptiert. Und was ist dieser Insider da? Adoptiv waren. Das ist halt irgendwie passiert. Frag mich nicht, wie. Es gefühlt mal ein fünfter Tag hier gewesen. Es ist ein bisschen so tatsächlich wie bei mir, Barbara und Max. Kann man sagen. Bei uns ist es nämlich genauso. Genau. Auf jeden Fall. Ganz komischer, geile Ahnung. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Auf jeden Fall ist es dann halt so gewesen, dass wir uns beide beim Efti beworben haben. Und dann haben wir auch angefangen. Und ich war dann mal eine Zeit lang im Urlaub halt in Spanien. Meine Eltern besuchen. Und bin dann wieder zurückgekommen. Und ich war vielleicht jetzt nicht so, keine Ahnung, wie soll ich denn sagen, so wie heute. Sondern ich war ein bisschen kindlicher halt. Ich bin halt frisch von der Schule, ein bisschen gearbeitet. Und dann halt schon hier hinkommen. Direkt eigenes Leben und alles drum und dran. Ah. Und dann wurde sie plötzlich ganz komisch zu mir. Hat sich als was Besseres gehalten. Weil sie ihre Efti-Prüfung bestanden hat und so weiter und so fort. Und wollte plötzlich, dass ich sie im Dienst sitze. Hey, Moment mal. Ihr kanntet euch vor dem Dienst und im Dienst solltest du sie dann sitzen. Das ist aber... Das ist weird. Das ist wirklich weird. Und dann hat die Privates in den Dienst mit eingebunden. Und zu mir immer gesagt, ich solle das nicht machen. Und dann ging es tatsächlich auch schon in Richtung Mobbing. Wo ich mir dann irgendwann gesagt habe, okay, ich hau jetzt hier ab. Oh nee. Und ich habe mir das auch gefallen lassen. Leider, muss ich sagen. Habe ich mir das ein bisschen gefallen lassen. Und habe mich dann halt raus ekeln lassen. War dann währenddessen bei Alice Taxi ein bisschen. Bis ich dann spontan gesehen habe, dass Richter gesucht werden. Und ich habe mich dann spontan einfach Just for fun beworben. Als Richter? Ja, ich war Junior Judge. Boah, das ist aber ein krasser Beruf. Meine Güte. Und dann bin ich Junior Judge geworden. Und dann habe ich halt seitdem keinen Kontakt mehr mit ihr. Also fast ein Jahr oder sowas jetzt schon. Über ein Jahr. Was hast du denn für eine Laufbahn hier hinter dir? Eine ganz komische. Irgendwie. Ja, aber du kannst voll stolz auf dich sein. Ja, ich habe halt mich irgendwie als Richter beworben. Wurde an dem gleichen Tag eingeladen und eingestellt. Ja, du kannst richtig stolz auf dich. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ey, weißt du was? Vielleicht ist bei manchen Menschen einfach auch nur... Vielleicht ist bei manchen Menschen vielleicht ein bisschen neid. Ja, gut möglich. Das gibt es auch. Gut möglich, ja. Dann war ich bei dieser ganzen Richter-Geschichte. Dann war ich sogar Junior Judge und das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Die ganze Geschichte. Ich wollte auch echt lang bleiben eigentlich. Ja. Das Ganze kommt so eigentlich. Bis das PD gestreikt hat damals. Oh mein Gott, okay. Dann hat das PD gestreikt. Und weil das PD gestreikt hat, wurde meine Ausbildung gestoppt. Weil wir halt die Fachkräfte gebraucht haben, alles drum und dran. Und ich habe mich teilweise eine Woche lang vorbereitet. Also der Streik ging ja richtig lang und es wurde dann halt vorher schon ein bisschen gestoppt. Ich habe mich eine Woche lang für ein Gericht vorbereitet, was mein erstes eigenes Gericht wäre und so weiter und so fort. Und dann wurde es in den letzten Träumen abgesagt. Dann habe ich mir gedacht, ey, weißt du was? Fickt euch, ich hau ab, Alter. Ja. Dann habe ich mich für PD beworben. Okay, wahrscheinlich hat dein Weg sowieso immer zum PD geführt und die Sterne... Ich muss trotzdem noch mal ganz kurz fragen, wann war das mit dem FD, mit Chloe McCray? Ich brauche nur mal ganz kurz ein paar Daten im Kopf, um was für mich einzuordnen. Für wen brauchst du die Infos? Ich bin im Kopf, komm, ordentlich. Ja, das ist... Hast du einen Fall, wo du ermitteln musst, oder was ging die? Eventuell. Okay, warte, ich schaue mal kurz. Ähm... Wann habe ich mich dort beworben? Beim FD habe ich mich beidem über das Telefon beworben, wurde direkt eingeladen, das war auch witzig. Ja, siehst du, du bist halt nicht voll der Überflieger. Das ist... Das stimmt gar nicht. Scheiß drauf, was andere Leute sagen, wirklich. Du hast ja Freunde, du hast ja Leute im PD, die halt nicht so sehen, halt dich nur an die Leute. Die anderen sind einfach Kollegen, mit denen du rausfährst und fertig ist. Das stimmt tatsächlich. Ähm... Ich glaube, ich war... Im FD... Vom Juni 2022. Ah. Hm. Oder? Das ist lange her. Dann bin ich hier rübergezogen. Ich bin im Juli hier hingezogen. Juli 2022 bis September 2022. Die zwei Monate. Uff. Weißt du, ob sie immer noch im FD arbeitet? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, die arbeitet beim MD. Hm. Wieder? Okay. Oder? Es wurden ja vor kurzem Leute festgenommen. Ich glaube, die wurde auch festgenommen, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, interessant. Nee, Korruption, Kacke. Und arbeitet aber immer noch in der MD? Ich weiß es nicht. Ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Ich wollte kurz SMS. Außer, dass sie jetzt hier ein Auto verkauft. Ja, stimmt. Das habe ich heute auf Venture gesehen. Das habe ich gesehen. Das mache ich. Okay. Chloe McRae. Meinst du, ist das ein aktuelles Foto dann bei ihr da drin? Ich muss mich ganz kurz vorher auslocken. Ich bin ausgelockt. Fantastisch. Das war ja noch genau. Toll, ich habe mich nicht ausgelockt. Ja, aber ja. Chloe McRae. Braune Haare. Was hast du hier für Tattoos? Oben drauf, Vögel. Ich überlege gerade, ob ich im MD schon mal mit ihr zu tun gehabt habe. Aber ich kann mich an nichts erinnern. Ja, gut. Interessant. Weißt du, ob sie im Kiosk wieder arbeitet? Nee, ne? Also damit hat sie gar nichts zu tun, ne? Ich habe seit dem Tag, ich habe seit über einem Jahr überhaupt keinen Kontakt mit ihr. Ah, okay, gut. Ich soll gegen die Wand fahren, mir ist egal. Ja, halte ich auch am besten von ihr fern, glaube ich. Sicher ist sicher. Ja, wenn du das sagst, sicher ist oder so kein Interesse. An irgendeinem Kontakt oder sonst irgendwas. Hm. Das ist wie die richtige Frau. Aber wahrscheinlich war sie das nicht, als ihr euch damals kanntet. Da war ich sehr lösernd, dass man das macht mit Menschen immer. Lösernd, das verändert Menschen. Gut möglich, ja. Leider, leider wahr. Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig trotzdem. Ja, ja, ich fahrt, ich, also ich trinke nichts, sonst würde ich so schade. Ich bin gerade auf Flut. Äh, ja, genau. Ich gehe kurz wohin. Äh, Tommi ist, glaube ich, auf dem Weg. Ich habe noch draußen noch Leute, die kommen gleich noch rein, die ich noch kennengelernt habe. Ähm, ja, genau. Ich glaube, ich habe auch gar nicht genug. Genau. Gut, äh, bis gleich. So. Weißt du schon, wann du wieder zurückkommst? Eigentlich, also theoretisch schon ein bis zwei Tagen. Okay. Bitteschön. Gerne doch. Wenn nicht, fliege ich hinterher und, äh, ziehe ich dann wieder hierher. Ich habe vielleicht ein Versprechen gegeben. Ich kann es nicht mehr wegnehmen. Oh, gut. Ist das mit den Gesprächen von daneben nicht so laut? Ja, ich bin sehr schwierig. Für uns beide eben was zu essen. Ähm, für mich so ein, wie war das, Irish-Stew? Und für den Herrn? Ich nenne das Gleiche. Alles klar, dann mache ich euch das Fix fertig. Bin ich gleich wieder bei euch. Okay, wir sitzen uns lange da vorne hin. Ja, kein Problem. Danke, Herr Tje. Warte, ich war noch kurz Kohle, die lange da war. Nee, nee, ich gebe aus. Alles gut. Die sind kostenlose, das ist immer lecker. Das ist ehrlich, das finde ich gut. Das beste Essen ist kostenloses Essen. So, jetzt verstecke ich noch in eine Essence. Ich komme mal hier oben zu euch. Ähm, wollt ihr zusammengezahlen? Zusammengezahlen, genau. Zusammenzahlen. Äh, ja, ich, ich zahle. Alles klar, dann einmal für die Dame. Danke schön. Einmal für den Herrn. Und dann wären wir bei 20 Dollar insgesamt. Ja, das ist ja günstig. War das immer so günstig? Mhm. Oh, oh, okay. Dann, äh, guten. Oh, danke schön. Dann lasst es euch schminken. Äh, guten, bitte schön. Ja. Guten geht ab uns. Ich sag dir, deswegen bin ich halt erster Dienst gegangen, weil ich wusste, heute ist so ein Tag, das ist nicht gut. Oh, Gott. Oh, das ist doch entspannt. Oh, das hatte ich aber auch mal mit einem Pizzaboten. Da hat er, da hat er die Pizza gemacht und ich hab Trinkgeld gegeben und hab zu ihm gesagt, äh, ja, guten Appetit, hab ich gesagt, ja, sie auch. Peinlich. Äh. Am wenigsten hat er mit dir geredet. Ich kenne manche Pizzaboten, die quatschen nicht, Mann. Ich komm da hin, geh in die Pizza, weil man dann alles online bezahlt hat und dann hau ich wieder ab. Oh, ja, okay. Okay, sowas, sowas kenne ich aber auch. Oder wenn die den Weg nicht finden, sind die extrem sauer auf einen, obwohl man gar nichts dafür kann. Ja. Ach, scheiße, ich müsste noch das Els Taxi Gespräch gleich machen, darf ich nicht vergessen. Ich glaube, ich kündige gleich. Ich glaube, ich mache das. Sagt dein Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl sagt, dass ich Els Taxi an sich halt eigentlich nicht missen möchte, aber es schlagen so ein paar Herzen in meiner Brust. Einerseits, egal was gesagt wird, ich weiß, dass ich einen Platz wegnehme, auch wenn gesagt wird, ist, ne, ich kann ja kaum arbeiten. Wieso sollte ich im Unternehmen bleiben? Ähm. Weil da deine Freunde sind's. Einfach Antwort. Ja, ja, das ist es tatsächlich auch. Ich fahre halt gerne auch mit meinen Freunden dann raus und wir erleben da so viele Kunden, viele verschiedene Kunden und lustige Kunden, schwierige Kunden und es gemeinsam irgendwie meistern. Das andere ist halt... Darf ich dir einen Tipp geben? Ja, bitte? Kündig nicht. Einfach sacken lassen ein bisschen. Wieso machst du es dir schwer? Kündig doch einfach nicht. Lass es doch einfach offen. Els Taxi kriegt und das ist wie beim PD. Da kommen und gehen, Leute. Wieso wirst du dich selber kaputt machen, wenn du da Freunde hast, mit denen du Spaß hast? Ja, das stimmt schon. Es ist halt... Becker, die neue Cosi. Ja, scheiß doch auf eine Person. Nee, nee. Jetzt machst du genau das, was die Leute mit uns machen. Du steckst das alle in einen Stubladen. Nein, nein. Du wirst kündigen, weil eine Person kacke ist. Nein, nein. Tatsächlich gar nicht. Die Cosi-Os wechseln ständig. Das ist alles okay. Sie wird es auch nicht lange sein, denke ich. Aber ich kam eigentlich gut mit ihr. Das Problem ist nur, dass viele der Stammleute rausgeschmissen wurden. Aus ganz, ganz seltsamen Gründen. Und Lami wollte auch mit mir darüber reden. Und alle hassen sich da irgendwie. Aber sind deine Freunde noch drin? Barbara und Max sind nur noch drin. Und ich glaube, Ava. Bitte? War das in Ordnung? Ja, Sophie ist nicht mehr drin. Sie war... Sie hat halt mit eines Taxis quasi aufgebaut. Das ist... Die Ex-Verlobte, gell? Genau, genau. Von Lami. Ja. Da hat er mir ganz schräge Sachen geschrieben, die ich aber nicht glaube über sie. Also das ist ganz komisch. Moment. Jetzt muss ich mal ganz kurz in der Hand schreiben. Der redet gerade in Rätseln. Die Herbst-Winter-Mode ist die gleiche wie im letzten Jahr. Dix, das kann ich dir auch sagen. Die Herbst-Winter-Mode beim Aphrodonis ist die gleiche wie im letzten Jahr. Ich weiß, das interessiert dich jetzt bestimmt richtig brennend. Ich muss dir das unbedingt sagen. Mein Herz ist gebrochen, wirklich. Es tut mir leid. Es gibt keine neuen Mäntel. Es ist ein Skandal. Ich verstehe. Stellig. Ja. Ja, aber jetzt zurück zum Thema. Ne, das interessiert mich tatsächlich wirklich nicht. Aber zurück zum Thema. Ich würde nicht kündigen. Scheiß auch da drauf, wirklich. Warte doch erstmal noch ein bisschen ab. Lass das erstmal ein bisschen sacken. Cool, schau dir die ganze Geschichte an. Und wenn du nach einer Woche immer noch das Gefühl hast, dass du kündigen möchtest, dann kündig doch. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Ja, ich werde dann gleich mal mit ihrem vernünftigen Reden anstatt zum Kutschloch. Na, hast schon recht. Äh, sie haben... Ne, warte mal, ich duze dich. Du hast schon recht. Hast du mich halt gesiezt? Ja, ich weiß gar nicht warum, weil ich immer Dix sag. Das passiert ja wie automatisch. Das ist... Ja gut, Dix nennt mich ja gefühlt jeder. Also, ich würde eigentlich nie mit meinem eigenen Namen angesprochen. Das ist witzig. Nicht mal in der Schule. Ich wurde immer Dix genannt. Ich denke, ich frage mich manchmal, wie ich mit dem Nachnamen heiße, weil ich denke, dass mein Vorname Dix ist. Was denkst du? Also, wie möchtest du angesprochen werden? Dix. Okay, dann bleibst du bei Dix oder Herr Pieps. Herr Pieps, darauf komme ich immer noch nicht klar. Wirklich. Hm. Ich glaube, dass ich den Herrn Hand geht, ist gerade nicht gut. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Der Typ, der jetzt vor kurzem vor Ort war, oder wie? Ja. Ich habe den tatsächlich ein paar Mal gesprochen. Oder war das? Ich mache es ganz, ganz anders als jetzt. Wie hat er sich denn benommen? Warte, sag ich dir gleich? Moment. Moment. Ey, warte mal. Ich kenne gerade kein Englisch mehr. Moment. Zumalte, dass ich die ganze Zeit am Handy hängen. Ähm. Ja, ich kann mir vorstellen, was gerade bei... Ich habe mich darum gebeten, nichts zu sagen. Das war aber, fand ich weniger beruflich. Ich fand es tatsächlich eher privat. Hat aber mit seinem Beruf zu tun. Und da halte ich mich auch dran. Ähm. Alles gut. Ja. Vor einer langen Zeit gemerkt, desto weniger ich weiß, oder desto weniger ich irgendwo meine Nase reinstecke, desto besser ist es für mich. Ja, weil... Also, du hast recht. Im Prinzip hast du recht. Bei mir ist es aber jetzt irgendwie... Ich mag es sehr viel zu wissen und nichts zu tun, aber es zu wissen, um es gegebenenfalls weitergeben zu können. Ja gut, du bist dann eine Informantin. Das ist normal. Das ist dein Job. Nicht wirklich, aber ich... Und ich mag es Leuten zu helfen. Und das ist tatsächlich dann die Krux an der ganzen Sache. Das ist das... Das ist schwieriger als, ähm... Als jetzt einfach Sachen zu wissen oder sich rauszuhalten. Helfen wollen und damit gerät man meistens immer in Schwierigkeiten. Ja, also ich helfe auch gerne den Leuten halt im Dienst. So privat habe ich jetzt echt lange nichts mehr gemacht, da nicht. Ich bin echt lange nicht mehr. Das ist wegen. Weiß ich nicht. Irgendwie der Dienst hat einen übelst verändern, muss ich sagen. Ist das so? Finde ich schon, ja. Also wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurückblicke an die Tage, wo ich hier... Wo ich ganz frisch hier hingezogen bin. Ja, stimmt. Du warst, du warst, als ich dich kennenzulernen habe, noch ganz anders. Du wirkst jetzt wirklich wie ein... Du hast sehr viel Autorität, ähm... Aber positive Autorität, äh... Dir angeeignet. Da ist was dran. Sagen viele tatsächlich. Aber ja, also ich hab echt... Oh nein, jetzt sind die beide hier. Ich hab wirklich das Gefühl, irgendwie... Wir bringen IPD das zum Ziel, wie er Pkade. Irgendwie gerade beobachte. Nicht, dass sie was Falsches denken. Sag mal, eine Frage habe ich... Weil ich hab mein Fanglaster bei. Eine Sekunde, Sekunde. Oh ja, mach das. Ich glaub, viele Leute haben jetzt gleich gefordert. Da kommt er, da kommt er. Habt ihr uns beobachtet? Hallo? Nein. Nein. Das war jetzt was gewesen. Moment, die Runde da drüben kenne ich. Mit der war ich gestern schon hier. Nee, das ist doch der. Zu ihm wolltest du doch gehen und sagen, Hallo, das ist so schnell, sieh mal wieder oder sowas. Moment, Moment, Moment. Hallo, so schnell sieht man sich wieder. Ja, mir geht's auch vorragend. Und selbst. Ist bei dir alles gut? Ja, bei mir ist alles zu bauen, bei dir. Sehr schön. Ja, umständlich entsprechend, aber okay. Ja, verstehe ich. Werds überleben, glaub ich. Wahrscheinlich, ja. Wollen Sie sich aussetzen? Soll ich rutschen? Nee, nee, alles gut. Oh, okay. Ich, äh, seh gerne. Okay. Ich bin das gewohnt. Deswegen hast du seinen fantastischen Hintern, das wollte nämlich die X gerade nicht weiterleiten am Telefon. Ich glaub, du kannst dir aber auch vorstellen, warum, oder? Gibt jetzt mehrere Gründe sogar. Ich weiß nicht. Wer mich zu mir hat, wenn du das zu mir sagen würdest, das ist wohl wahr. Ich bin immer noch asexuell, deswegen auch noch so. Ich weiß. Ja, darf ich ihn noch? Okay, also frag ich dich mal privat. Also Beziehungen gehst du dann eher gar nicht rein hier? Ich mach gar nichts. Also kann ich auch niemals Wingwoman für dich spielen? Nein. Ach man, okay. Ich empfinde nicht mal Liebe. Ich spiele nicht. So, hi. Okay, und, äh, freundschaftliche Liebe oder brüderliche Liebe? Ich denke mal, dass es sich so anfühlt, wie es anfühlt, aber ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt rausgehe und ich würde, ja, okay, warte, wenn, ähm, ähm, hier deine, deine Ziehmutter rausgehen würde und würde jetzt, äh, von jemandem verprügelt werden, was würdest du dabei empfinden? Äh, okay, warte, Wut, das ist ein scheiß Beispiel. Ähm. Es hört sich böse an, aber, ja, dann wurde halt eine Person gebrügelt und ich versuche ihn halt zu schnappen, halt so. Ich denke halt dann eher so LSPD, äh, nicht mehr LSPD, es ist echt police-technisch. Hm. Es hört sich böse an, aber es ist leider so. Hm. Ich denke LSPD-mäßig, das ist kein Amtsmissbrauch dann, oder? Wenn es das nicht mehr gibt. Nee, ich bin kopfdisch wegen. Ja, aber ist das, ist das jetzt eigentlich, ähm, ernstermaßen, wenn ich sage, ich bin von LSPD? Ja. Warum? Aber das gibt es ja nicht mehr. Es ist trotzdem das Sandos Police Department. Ach so. Ja. Früher hätte ich gesagt, ich bin vom S, ey, oder war, S, 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 Too Much Volcano? Oh, Entschuldigung. Äh, nein, ich habe manchmal so ein Ohrwurm, wenn jemand Buchstaben sagt, so wie sie jetzt, S, ey, dann muss ich immer automatisch in meinen Kopf, Too Much Volcano ist ein Lied, egal. Too Much Volcano? Ja, ist ein spezielles Lied tatsächlich. Ein spezielles Lied, okay. Ja, ja. Ja, mit speziellen Liedern, da kenne ich mich aus. Da denke ich immer sofort, steck ne Banane in dein Ohr. Steck ne Banane in dein Ohr. Ja, das kenne ich auch. Ja, das geht die ganze Nacht nicht mehr raus. Ich mache Drogen jeden Tag. Kennen Sie das auch? Sowohl als auch. Hast du dir schon mal ne Banane ins Ohr gesteckt? Weißt du, wie viel Matsch das im Ohr ist? Was? Wenn du sie geschält hast. Hast du die Pettys zu einem mal probiert? Du hast dir ne geschälte Banane in dein Ohr gesteckt. Ich habe das Lied gehört und habe mir gedacht, ja. Du hast eine ich bin sofort wieder da. Okay, das will ich gar nicht weiter wissen. Besonders Gas geben ohne Auto. Wer nicht probiert, der Lieber, das ist das, die man dann mit dem Ohr gesteckt. Ja, das ist das, die man dann mit dem Ohr, die man dann mit dem Ohr gesteckt. Gut, also ich will mir jetzt nichts darauf einbilden, oder es ist einfach nur freundschaftlich. Ich will trotzdem mal schreiben. Okay. Ich treffe mich gleich eventuell mit dem Chief der Rangers, Herr Hunt. Ich hatte hier und da mit ihm zu tun und irgendwie ist er recht komisch heute und wollte mich sprechen. Ich gebe dir dann nur Bescheid, nicht dass es zu mich verschwinden müssen kommt. Sollte es aber, weil er so seltsam ist, in eine bestimmte Richtung gehen, bin ich auch sofort wieder weg. Es muss nichts heißen, ich sollte mir nichts einbilden. Außerdem steht auf meiner Stirn immer, ich bin vergeben und ich habe den einzig fachen Mann in Los Santos und keiner kommt an mich ran. Soll ich mal vorlesen? Hast du gewusst, ich war gestern hier. Wir werden sich jetzt bei Triple Drive. Dass mir das gestern schon wieder zugetragen wurde. Äh, Dietz? Ja? Ich würde mich jetzt gleich mal mit dem Herr Hunt nochmal treffen. Er hat noch Rede mit da. Ähm, und ich nehme mir dann... Ich nehme mir ein Taxi, ich nehme mir ein Taxi. Kann ich auch kurz wieder im Auto fahren, ich muss das oder so gleich einpfenzen. Achso, ja, das wäre super. So. So. So, wie? Äh, alles an dich, über sich aufteilen. Teil ruhig auf. Angeblich geht da die Killer an die Dame mit der roten Mütze. Äh, die Killer an die Dame mit der roten Mütze, der Rest... Äh, auch die anderen drei. Und das Brötchen, das geht an mich. Alles klar, da. Wir haben eine Versorgung, wir haben eine Versorgung, wir haben zwei Versposen und drei. Und das Brot geht an dich. Genau, und was bekommst du jetzt von mir? Dankeschön. 53 Dollar bekomme ich. Ah, das ist ja. Mach mal so, ruck mir ein bisschen auf. Oh, Dankeschön, dann lass es euch schmecken. Komm, komm gerne nach vorne, wenn was jetzt. Ja, ich hab mal die, die Fastings-Dunks-Dunks, die, die, die schmeckt und der Killer ist auch gut. Ich hab deine Beläge hier für dich geordert. Dankeschön, Fisina. Und. Okay, Anna. Das brauchst du heute so ein bisschen. So, also ganz kurz, gesetzlich gesinkt, darf ich gleich auch zu fassen? Ja, da hast du. Okay, wir müssen leider los. Wir quatschen miteinander. Nee. Geh mal irgendwie hin. Ich mach mal Platz, ja, das ist ja. Ich muss abnehmen. All right. Ich verspere alles. Das Problem habe ich aber auch ein breites Becken. Oh, das verstehe ich auch. Die Breitenhöfe. Danke nochmal. Dankeschön und tschüss. Schönen Abend euch beiden noch. Tschüss, tschüss. Ich kriege ja einen scheiß Ohrwurm so schnell, wirklich. Von, von was? Tequila. Tequila! Irgendwie habe ich gerade ein Deja Vu. Tequila. Tequila. Diex, ich sag dir, nur arbeiten ist auch nicht gut. Man muss sich manchmal auch ein bisschen Freizeit gehen. Ich mache das im Moment ein bisschen zu viel, aber jetzt gerade, du bist ja wirklich auf und von morgens bis abends irgendwie, seh ich dich in diesem Moment, das ist wirklich, also von mittags bis abends, du weißt, was ich meine? Ja, ich, ich mache halt Privates, was für mich alleine halt so, so, das war's halt so, ich mache privat nichts mehr mit irgendjemandem. Mit, warum denn? Mit wem soll ich denn was machen? Du hast so, ja mit mir zum Beispiel, oder du kennst doch auch noch Max und Barbara von Alice Taxi, mit Lamy. Okay, Lamy ist manchmal ein bisschen kriminell. Von Barbara habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen, die schreit immer. Ach, alles gut, diesmal jemand mit einer Axt hinterher gelaufen, aber schon lange her, ist verjährt. Was? Ja, tatsächlich. Die ist jemand mit einer Axt hinterher gelaufen? Die ist jemand mit einer Axt hinterher gelaufen, das war, äh, boah, da hatte ich aber gerade einen Officer bei mir, der hat das noch angemerkt und ich dachte, okay, jetzt kommt sie in den Knast wegen Mordversuch. Aber es ist Gott sei Dank normal, alles gut ausgedeckt. Also hat der Officer dann nichts gemacht, oder wie? Boah, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Dann hat sie aber ein Glück gehabt, wenn der Officer nichts gemacht hat. Ja, wahrscheinlich. Weil mit einer Axt hinterher rennen, ist so ein Ding so. Ja, ich habe sie auch nicht einmal Holzwellen gesehen, aber naja. Sie ist halt eine vielseitige Frau, ne, die hat auch die Angst bestimmt nicht mehr. Ja. Und dann, äh, viel... Aber ja, also privat kann man halt was machen, aber wenn es halt keine Leute gibt, dann ist halt so, was soll man machen. Wenn er bei der... Sag ja, der Ding, sag... Hm? Ja, sag du? Nee, ich meine, einfach, man kann auch vielleicht auch mal zu einer Veranstaltung, wir alle in so einer Gruppe. Ich, ich vermisse sowas voll. Ja, wenn ich eingeladen werde oder wenn es dabei sein soll, bin ich dabei. Ja. Dann, äh, hau rein und, äh, danke fürs Fahren. Und pass auf dich auf. Gerne, gerne. Ja, man hört sich. Adios. Ja, tschüss. Wo soll ich hinkommen? Oh Gott, warte mal, soll ich das... Hä, nee, das ist einfach nur... Hä, warte mal, soll ich jetzt da gar nicht hin? Ich bin so verwirrt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Will ich mir gerade irgendwas ein? Nee, das ist irgendwas anderes. Vielleicht wird er mich irgendwie nutzen und am Ende, äh, komm ich in den Knast oder sowas. Das könnte es vielleicht sein. Nee, sowas ist es nicht. Das kann ich mittlerweile riechen. Oh mein Gott. Ich glaube, die Vagus werden mich gleich verprügeln. Ah. Wieso vertrauen mir alle? Meine Güte, was muss ich für eine Aura haben, dass mir... Ah, alle vertrauen. Gut. Ich werde von dem Vagus gleich verprügeln. Vielleicht war er so traurig, weil er das nicht wollte. Oder mehr? Nein, Gordon-Limbus ist da. Da hat sich... Jetzt kriege ich gerade ein bisschen... Kriege ich gerade doch ein bisschen Angst. Magst du nicht, wenn Leute ganz anders sind auf einmal? Nein, das wird schon nicht sein. Ich mache mir wieder Panik. Ich bin eine Overthinkerin. Das hat Herr Weiß mir gesagt. Sie sind eine Überdenkerin. Und ich muss das langsam mal loswerden. Und das mache ich jetzt auch. Es ist einfach nur jemand, der mir vertraut, weil ich einfach gut zuhören kann, weil ich empathisch bin und fertig ist. Ich werde gleich nicht von Vagus verprügelt. Ich werde nicht von Vagus verprügelt werden, denn es gibt keinen Grund. Ich habe mit niemandem irgendwas zu tun. Evan Anderson. Oh Gott, habe ich doch zu viel gequatscht. Hat Dix mich verraten? Chloe McCrave. Oh mein Gott. Ich schneide kleine Finger ab. Oder gucke dabei zu. Gregory Pike. Genau der... Warum begegnen mir die ganze Zeit jetzt die ganzen Namen? Warum weiß ich so viel über die ganzen Sachen? Wieso kann ich mit den Scheißen merken und diese Scheißstreifenkacke nicht? Ich glaube, ich habe Evans ganz lebslaufe im Kopf. Meine Güte. Okay. Ich werde nicht verprügelt werden. Ich werde nicht verprügelt werden. Ich werde nicht... Nein, du guckst nicht, ob Juske Feierab macht. Du guckst jetzt auch nicht, ob er da steht. Im PD ist er unsichtbar für dich. Nein, komm weiter. Nein, wenn ihm was passiert, werde ich vom MD schon Bescheid bekommen. Nein, oh Gott, ich überdenke wieder. Nein, wieso soll jetzt auf einmal Jus was passiert? Das macht gar keinen Sinn. Oder irgendwas für ihn machen. Okay, das Gespräch, dann ist er das Taxi-Gespräch und dann... Irgendwas muss ich, glaube ich, koche heute für ihn. Was mache ich? Ich gehe nach Hause und koche was für ihn. Oh, es ist natürlich wieder Straßenführung. So, okay. Ich bin eine Überdenkerin. Du überdenkst mir. Es ist alles ganz okay. Irgendwas ist mit Ranger. Ja, und du bist halt empathisch und du bist vertrauenswürdig. Oh mein Gott, das wird Evan Anderson beauftragt. Und die Tarkus-Weltzeilen auf die Fresse holen. Okay, Herr Hunt, eine Sache. Hier sind keine Vagos, die mich jetzt verprügeln, oder? Was denken Sie hin? Kommen Sie mit. Haben Sie keine Angst. Aber Sie reden wie einen Führer. Wie einen Führer. Kommen Sie denn darauf? Nee, Sie sind der Chief of the Regions. Das kann ja ihr... Director, ja. Director, ja, Chef. Chef wollte ich ja nicht sagen. Richtig, ja. Hier, gerne. Was ist in der Tasche? Damit Sie zufrieden sind. Was in der Tasche drin war. Bist du schön. Okay, ja, gut. Okay, nein, Moment, Moment. Eine Sache noch. Wir waren... Ich hab Sie auf ein Festival getroffen und da ist eine Sache passiert. Erinnern Sie sich noch daran, was passiert ist? Meinen Sie jetzt das mit dem Tornado, oder? Okay, Gott. Pusia, Sie sind's. Alles gut. Okay. Ja. Dann haben wir uns das eine oder andere Mal schon getroffen. Wir haben uns auch schon mal am Stadtpark getroffen. Ja, ich weiß. Immer mal wieder. Da ist nur eine Angel drin. Keine Sorge. Eine Angel? Okay. Okay, damit kann man mich ja drosten. Aber das ist okay. Ich bin... Wer weiß, meinte mal, ich bin eine Überdenkerin. Ja. Also, es geht mir genauso. Also, Sie denken auch, ich bin eine Überdenkerin? Nein. Nein, nein. Ich bin selber so ein Überdenker. Oh, ganz schlimm sowas, oder? Eine doofe Eigenschaft. Definitiv. Hat mir aber das eine oder andere Mal auch schon den Hintern gerettet. Oh, okay. Hey. Warte mal, irgendwie ist das gerade nicht so gut, oder? Hey. Hm? Geben wir in internationale Gewässer? Ich, ich, ähm... Nein, alles gut. Ich, ähm... Ich, ähm... Ich, ähm... Ich, ähm... hab dich gerade schon gewundert, warum dein Auto hier ist. Weil ich hab dich gerade gesehen, wo du hier reingefahren bist, wo ich am Parken war. Okay. Ich hab mich nicht, aber ich kann jetzt auch nicht lange telefonieren. Ich, ähm... Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich überdenke, glaube ich, gerade wieder alles. Okay, dann, ähm... Also, wenn du ihm nicht vertraust, dann fahr nicht mit. Einfaches Prinzip. Na, eigentlich, ich kenn ihn ja eigentlich. Eigentlich vertraue ich ihm ja, aber ich kenn ihn nicht so gut. Okay, alles gut. Ich, ich überdenke das. Da ist einfach nur ein netter Typ, der einfach sich mal auskotzen will. So wie du gerade, okay? Okay. Ich hab das Kennzeichen von seinem Ausruf, halt sehen, was ist. Okay, alles klar. Dann, bis später. Perfekt. Bis später. Sind Sie asexuell? Was ist mein Sitz? Also, dass ich auf Frauen stehe. Äh, ich heiße allgemein auf Menschen. Was? Egal, egal. Bitte morden Sie mich nicht, okay. Warum sollte ich das machen? Weiß nicht. Ich, ähm... Ich bringe Sie nirgendwo hin, wo Sie nicht hin möchten. Weiler Liebe. Wissen Sie, ich, ähm... Das haben Sie wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber ich hatte vor kurzem, ähm... Ein paar, ähm... Dinge, die mir passiert sind. Deswegen bin ich gerade sehr übervorsichtig. Denn, das ist in absolut in Ordnung. Sie hatten sowas schon mal erwähnt, dass Sie auch irgendwie in Behandlung sind, glaube ich. Ja, tatsächlich. Ähm... Seid, ähm... Dementsprechend. Alles in Ordnung. Okay. Ich meine, mich würde es sehr wundern, wenn Sie jetzt auch immer ein besser Mensch sind. Nein. Also, ich hoffe nicht. Was ist ja auch, da oben ist jemand. Eine Dame. Eine Sniperin, Herr? Nein, keine Sorge. Oh Gott. Okay. Ja, gut. Okay, okay. Nein, ich, ähm... Also, ich kann wirklich gut zuhören. Ich bin nur ein bisschen verrückt, tatsächlich. Sie machen aber keinen verrückten Eindruck. Ja. Ähm... Warten Sie mal. Okay. Äh, ich, ich, ähm... Wenn Sie möchten, können Sie aufs Boot. Wenn Sie nicht möchten, ist das überhaupt kein Problem. Sie haben die Wahlmissbahns. Oh mein Gott, das heißt, Sie reden tatsächlich wie jemand, mit dem ich... ...ein ganz seltsamster Telefonkontakt hatte. Oh, ähm... Dann versuche ich, meine Wortwahl besser zu überdenken und anders zu antworten. Ein bisschen lockerer? Weniger distanziert? Besser? Sie sind doch... Ich mein... Hatten Sie immer die Haare so? Ich war gestern erst beim Friseur. Steht mir die Friseur nicht. Äh, ja, doch sieht ganz gut aus, aber bis... Ja, ja, also ich... Ich, ähm... Ich hab das Gefühl, dass Sie Ihre Redebedarf brauchen, Missbahns. Generell, ja. Ich stoße nur gerade alles Negative von mir weg. Ähm, wenn Sie sich unwohl... Wenn Sie sich unwohl... Alles gut. Wenn Sie sich unwohl führen, ist das überhaupt kein Problem. Okay. Ja, können wir uns einfach irgendwo hier hinsetzen, dass wir vielleicht besser... Ich bin PTSD tatsächlich. Ja, das ist alles gut. Wie gesagt, die Wahl... Entschuldigung. Das ist Ihre Entscheidung, ja? Okay, okay. Gut, dann, äh... Wo, wo denn hier? Wo denn? Natürlich. Wir können auch... Wenn Sie nicht an den Strand gehen oder so. Wenn Ihnen das besser oder lieber ist. Hier ist kein Strand. Würde ich... Da vorne ist... Naja... Der Wispucci Beach. Ja, äh... Wir können auch... Hier ist doch bestimmt eine schöne Bank. Guck mal, ich wohne... Ich bin da vorne. Da vorne hab ich jetzt die ganze Zeit gewohnt, in den Treppengebäude. Und, äh... Da sind auch Bänke draußen, wo man sich hinsetzen kann und hier auf den, ähm... Hafen gucken kann. Ja, dann... Bitte. Ja. Und das ist doof, wenn ich jetzt einfach sage. Ich hab einen Freund, das ist übrigens der Kokoyame. Der bringt Sie um, wenn Sie irgendwas mit mir tun. Da vorne ist auch noch eine Bank, wenn Sie möchten. Okay, ja. Okay, ich tu ihn bestimmt gerade mega unrechtlich für mich so schlecht. So, Entschuldigung, ich, ähm, hab, ähm... Ich entschuldige mich. Ich hab, äh, sagen wir mal indirekt mit dem, ähm... Naja, mit dem, was in letzter Zeit in Osantas so los war, äh, da hatte ich auch ein bisschen was, ähm, abbekommen, sag ich mal. Und seitdem bin ich einfach ein bisschen, äh, schrecker. Es tut mir leid. Es wird viel passiert einfach. Kenn ich. Ich glaub, wir haben uns privat so noch gar nicht gesehen, oder? Ne, doch, am Stadtpark. Am Stadtpark einmal. Ja. Glaub ich. Ein- oder zweimal bestimmt. Kann sein. Ich hab sogar auch mal eine... Ich hab verschrocken. Alice Taxi. Okay. Alice Taxi? Äh, Party. Achso, Alice Taxi. Halloween Party, glaub ich mal. Ich glaub, boah, boah. Boah, das war aber nicht... Zweier? Ja, ja, oh mein Gott, das ist ja ewig lange her. Weiß ich nicht. Da hab ich auf jeden Fall Gerard kennengelernt. Oh. Gut, also, da reden Sie wirklich von Zeiten, die auch sehr turbulent waren, aber sehr, sehr lange her. Ja. Ja, okay. Gut. Ah, super, dass Sie das alles noch wissen, weil Sie wirklich der sind, der Sie sagen. Oh, Gott, es beruhigt mich ein bisschen. Okay. Genau, kein Problem. Und wie gesagt, Sie haben immer die Möglichkeit, wenn Sie sich umwohl führen, einfach zu gehen. Okay. Okay. Tut mir leid. Nein, ich bin Ihnen da nicht böse. Ich kann das vollkommen verstehen. Ja. Sie sind jetzt aber... Ich versuch, Sie gerade ein bisschen zu lesen. Sie wollen jetzt aber nicht irgendwie alles bei sich hinwerfen, oder? Nein, nein, nein. Die Phasen habe ich, glaube ich, schon wieder hinter mir gebracht. Was? Es gab so eine Phase? Nicht nur einmal. Nein, nein. Siebenmal schon. Siebenmal? Ach, ich möchte auch jede Woche kündigen, aber ist auch eine andere Sache. Ähm... Ja, kommen Sie zu uns. Wir suchen mal, Leute. Ich kann... Ja. Ich hatte es ja mal in Erwägung gezogen, aber... Ach, tatsächlich. Mhm. Aber ich, ähm... Ich glaube, das Problem waren tatsächlich die Arbeitszeiten. Arbeitszeiten? Bei uns? Wir wissen, dass wir Gleitzeit haben und Sie sechs Stunden in der Woche erreichen müssen. Ja, das ist das Ding, weil... Manchmal schaffe ich auch diese sechs... Es ist ein bisschen komplizierter bei mir, tatsächlich. Ja, das kann ich verstehen. Wenn Sie das übermitteln und sagen, ähm... Ich schaff das diese Woche nicht, dann reißen wir Ihnen nicht den Kopf ab. Wichtig ist, dass Sie uns das sagen. Ja, ja, ich verstehe das schon. Ähm... Naja, mal schauen. Ich, äh... Hab da so'n Weg, den ich einschlagen möchte, ob das möglich ist, weiß ich noch nicht. Einfach mal schauen. Darf ich fragen, welcher? Hm, kann ich Ihnen nicht sagen. Das wäre tatsächlich sehr intern. Hm, verstehe. Naja. Also Sie haben auf jeden Fall Bedenken, so wie das jetzt gerade läuft. Haben Sie sich denn überhaupt schon mal mit jemanden anders von PD unterhalten? Oder generell mal mit Ihren Kollegen? Ich hatte auch schon mal Gespräche halt, wie gesagt, mit Herrn Weiß und hatte auch mit Herrn Weiß... Achso, das... Ah, okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ja, und ich hatte auch da, ähm... Schon... Auch nochmal ein Vier-Augen-Gespräch mit ihm geführt und so. Und ich habe mich auch mit meinen Kollegen beratschlagt. Ja, gleich. Da musste ich erstmal wieder nach DC. Dort auch meiner Tätigkeit nachgehen, zusätzlich. Ja. Mhm. Jetzt sind wir hier. So, aufgehen wollen Sie nicht. Zwei, äh... Kollegen haben... verlassen das Land. Hat das was damit zu tun mit dieser... Was Sie mir da erzählt haben? Mit der Zusammenlegung oder... Mit diesem Join halt? Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es bestimmt... In gewisser Art und Weise auch mit rein spielt. Aber ich glaube, dass es eher... Privater Natur ist. So wie es mir erzählt worden ist. Okay. Und Sie glauben den beiden? Ich denke schon. Ich hoffe es zumindest. Bisher... Konnte ich eigentlich mit jedem meiner Mitarbeiter recht offen reden. Bei dessen Endes würde ich das so oder so rauskriegen, aber... Wieso? Jetzt haben Sie schon wieder was Gruseliges gesagt. Was ist das eigentlich mit Ihnen, bitte? Bezeihen Sie. Gut. Oh mein Gott, haben Sie auch einen Fernseher? Ja. Haben Sie auch, ähm... Aber als Dienstausrüstung. Aber als Dienstausrüstung. Ah ja, stimmt, ja, genau. Ich kann es vergessen, ja. Klar, natürlich. Natürlich, ja. Okay. Wie ist denn so das Arbeitsklima bei Ihnen, wenn ich fragen darf? Ich würde tatsächlich sagen, Sie sind sehr familiär. Also... Sie müssen sich das so vorstellen, Sie haben zwar eine gewisse Stränge, in dem Sie sich halt, oder ihrem Vorgesetzten halt siezen müssen. Das ist halt bei uns halt eine Pflicht. Mhm. Ja, ja, natürlich. Macht Sinn. Aber wenn man halt unter sich ist, dann duzt man sich auch und... lacht auch mal zwischendurch miteinander oder fragt einfach, wie es einem so geht. Ich persönlich bin auch jemand, ich... Mir liegt das... Bei mir ist es sehr wichtig, dass meine Mitarbeitenden zufrieden sind. Und auch glücklich, weil wenn sie sehr zufrieden und glücklich sind, machen sie halt dementsprechend auch tendenziell gute Arbeit. Oder ihre Arbeit zu einem besseren Prozentsatz richtig. Hm... Sie wollen... Ich habe Ihnen ja angeboten, dass Sie sich einfach... Moment... Kacke, so... Dass Sie sich gerne bei mir auskotzen können. Wenn Sie was erzählen wollen, ich höre Ihnen wirklich zu. Ich bin tatsächlich... So wie ich mich selbst einschätze, ich weiß nicht, ob ich immer die besten Tipps geben kann. Aber manchmal tut es einfach auch gut, wenn man bestimmte Dinge einfach... Einmal rausnimmt. Ja. Tatsächlich so. Meistens bin ich derjenige dann, der... Dann zuhört und... Alles, sag ich mal, von den anderen gibt. Deswegen ist es... Ja, die Rolle habe ich jetzt aber. Ja. Bis zum Vergeben jetzt. Ja, ähm... Weiß nicht, es ist... Momentan einfach... Es gibt... Quasi zwei Lager bei uns. Ah. Mit komplett unterschiedlichen Meinungen. Und ich bin halt mittendrin, ne? Und habe letzten Endes... Die Entscheidung. Darüber. Also... Das ist halt... Hm? Ganz ehrlich... Das ist eine blöde Situation. Definitiv. Deswegen habe ich mir bis jetzt auch immer so viel Zeit gelassen, darüber nachzudenken. Mir ist... Ja. Zeit zu geben. Optimum quasi aus dieser Situation rauszuziehen. Ich denke mal... Ich... Gute Idee habe... Wie so ein Mittelmaß funktioniert. Mhm. Es hat nur die Frage, ob... Auch der Herr Weiß... Auch... Eine andere Partei dort... Zustimmt. Wer wäre denn die andere Partei? Tatsächlich das State Prison. Beziehungsweise die Marshals. Ah, ihr... Wissen Sie wie es bei der... Also wie es da rumsteht? Also wie da jetzt... Keine Ahnung. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ja... Wusste der Herr Weiß auch noch nichts. Aber so wie ich es letztens bei einem Gespräch mitbekommen habe, ist es wahrscheinlich bei denen auch so ein bisschen angekommen und... soll eventuell glaube ich auch in eine solche Richtung gehen. Aber ja... Naja... Hm... Naja... 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 Also wie gesagt... Ich... Moment... Dann... Jetzt einfach nur zu dieser Tiersache... Ja... Wird das auch noch ausgebaut? Äh... Was meinen Sie jetzt? Also... Wie viel Gehege haben Sie da? Wir haben... Vier... Vier... Okay... Ja... Der wurde angefahren tatsächlich... Oh Gott... Und wir kümmern uns ja quasi darum, dass die Tiere dann wieder... gepflegt werden... Ne... Operiert werden, wenn es sein muss... Ähm... Wirst du kacke... Ich hab mit Arya nicht mitgehen... Das ist dann irgendwie strange... Und dann... Äh... Lassen wir sie wieder in die Wildnis... Oh mein Gott... Wollst du machen Ranger auch? Ja natürlich... Oh das ist ja toll... Das ist eine unserer wichtigsten Aufgaben... Oh... Ne... Renaturierung... Ähm... Tieraufzucht... Ähm... Unsere Veterinärmedizinerin kümmert sich auch um die ganzen... Ähm... War jetzt letztens auf den Farmen und hat die ganzen Hühner... Gecheckt, dass die... Äh... In Ordnung sind... Äh... Und keine Krankheiten haben... Darum kümmern wir uns ja auch... Mein Gott... Ich... Ich... Ich weiß nicht warum der Name fällt mir... Doch ich weiß warum... Kennen Sie vielleicht eventuell Feodora Ivano? Ja... Die wollte tatsächlich... Ähm... Immer in Palito ein kleines Tierheim aufmachen... Das hat aber leider nicht... Äh... Hat leider nicht funktioniert... Konzept wurde nicht angenommen... Und äh... Irgendwie kann ich mir sich gerade sehr gut bei den Ranger vorstellen... Weil sie kennt den Norden ja eben auswendig... Sie war lange im SD... Mhm... Ich weiß... Sie war glaube ich sogar... Assistant Sheriff... Wenn ich mit dich über... Ja das kann sein... Das äh... Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr... Muss ich zugeben... Da war ich glaube ich noch gar nicht da... Ähm... Aber... Das ist ja quasi das... Was sie auch machen wollte... Sie war ähm... Jetzt in längerer Zeit nicht da... Weil sie tatsächlich auch in einem Tierheim... Im Ausland da irgendwas gemacht hat... Mhm... Ist ein bisschen geheimnisvoll die Frau... Deswegen kann ich ihr nicht genau sagen... Was da los war... Ich kenn die Dame... Ich hatte das schon... Ah... Ja... Ja... Das... Wissen viele glaube ich auch vom Police Department nicht... Eingeschlossen auch... Ähm... Herr Weiß... Also das äh... Ich werde auf jeden Fall... Auf jeden Fall das... Einmöchige Praktikum machen... Dann werde ich sie ein bisschen kennenlernen... Ja... Wie gesagt... Wir schauen mal wie sich das alles entwickelt... Ähm... Sehr gespannt... Also geben sie es auf jeden Fall nicht weg... Plan B ist... Alles bleibt so wie es ist... Sie dürfen... Sie haben gesagt... Sie dürfen sich entscheiden und äh... Plan A ist dieser Mittelweg... Mit denen Sie aber dann selber auch fein sind... Oder machen Sie das für Ihren Mitarbeiter... Weil es da diese zwei Lager gibt... Hm... Ich werde tatsächlich damit... Auch fein... Letzten Endes ist es ja auch irgendwie... Meine Idee... Wie ich da auch versucht habe auszureifen... Hm... Hm... Könnte glaube ich... Sehr viel Potenzial bringen... Hm... Ich meine wir... Sind ja... Unter uns... Hier... Oder? Äh... Also ich... Ich könnte mein Telefon... Natürlich jetzt auch mal... Auf dem Flugvorderstellen... Ja... Ich mach das auch mal... Was ich selber... Ich nehme meine... Ich nehme mich... Ich nehme mich... porque ich nehme... Dir... Ich nehme mich... Aber ich nehme mir... Das war eigentlich... Wir... Ich nehme Sie... Ich nehme... Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Ja. Ja. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man Prüfungsangst hat, aber ich bin ein spezieller Fall. Das kenne ich. Ja. Ja, natürlich. Das ist quasi die Wahl aus ganz, das ist quasi die Wahl aus ganz, ganz vielen Abteilungen, diejenembautär, die kümmern, die kümmern, die und commenting. Probenentnahme geht, was so auf dem Land ist. Unser Marine Research Unit kümmert sich quasi alles, was die Wasserwelt betrifft. Das heißt, die kümmern sich um beispielsweise unsere Lederschildkröten, die wir haben. Lederschildkröten? Ja. Ja. Die, die am Westpucci Beach auch und so. Genau, die gucken dann immer, wenn dann die Zeit da ist, dass da alles in Ordnung ist und dass alles passt. Dann kümmern die sich darum, dass unsere Korallendriffe in Ordnung sind. Wir haben ja diverse Korallendriffe hier um die Insel herum. Dazu braucht man dann sicherlich eine Tauchausbildung, oder? Genau. Dann machen sie dann eine Tauchausbildung und gehen dann tauchen. Wir haben auch eigenes Equipment dafür. Tauchausrüstung, womit sie das dann machen können. Nehmen sie dort auch Proben, gucken, wie dann dementsprechend verschiedene Konzentrationen des Salzwassers sind. Oder beispielsweise von Meeresbewohnern dort. Also die Korallen selber sind ja auch Lebewesen. Beziehungsweise Ich denke auch gesagt, ja. Das meint man eigentlich gar nicht, oder? Ja, das denkt man meistens gar nicht. Und ich trinke mal nebenbei noch ein bisschen was. Und dann genau, geht es halt auch um Wasserproben. Beispielsweise auch nehmen wir Wasserproben beim Staudamm oben. Das ist ja quasi die Wasserquelle, die ganz San Andreas mit Wasser versorgt. Dort nehmen wir natürlich dann Proben. Dadurch, dass es ein recht stilles Gewässer ist, gucken wir natürlich und überprüfen dort die Blaualgen, ob sich dort Blaualgen sammeln und bilden. und versuchen dann, wenn sowas sein sollte, dagegen mit biologisch abbaubaren Pestiziden dann dementsprechend gegen also Gegenmaßnahmen da zu erreichen. Weil Blaualgen sind nun mal tatsächlich sehr giftig. Ja, ja. So eine Sache zum Beispiel. Dann haben wir oh Gott, was haben wir noch? Ja, unsere Administration ist, glaube ich, selbsterklärend. Auch wir müssen administrative Sachen machen. Oh Gott, es ist sehr wie sagt man, sehr papierlastig bei Ihnen? Digitales Papier natürlich. Tatsächlich gar nicht so sehr. Also ich persönlich bin auch nicht so der große Aktenfreund und sonst was. Natürlich müssen Sie in gewisser Art und Weise ein bisschen was machen. Ähm, aber es hält sich in annehmbaren Grenzen. Mhm. Okay. Ähm, genau. Also, das ist das ist nicht schlimm. Sie haben auch überall Vorlagen, die dann Sachen reinmachen können. Und so. Das geht eigentlich immer recht klar. Bis jetzt hat sich noch niemand über die Aktenarbeit großartig beschwert. Ja, vielleicht trauen die sich nicht in ein Wanderlspass. Nö, nö. Ich finde das sehr wichtig, wenn mir jemand was sagt. Beispielsweise, ich gehe auch immer rum, wenn ich ankomme und frage immer, wie es den Leuten geht, ob irgendwas ist, was sie ansprechen möchten. Auch besonders bei Kadetten. Wir haben auch, wenn sie bei uns als Kadett anfangen, quasi nach ihrer Kadettenzeit auch noch ein Gespräch mit der Direktion. Mhm. Wo sie auch einfach mal so ihre Meinung sagen können, was für sie gut gelaufen ist, was sie vielleicht verbessern würden und dergleichen. weil aus diesen Sichtweisen können wir halt auch lernen und Sachen anpassen. Wissen Sie? Ja, ja. Finde ich gut, dass sie das so machen. Also würde mir alles tatsächlich zusagen, wie sie arbeiten. Nur bin ich beim PD tatsächlich. Ja. Aber auch, wie gesagt, da schreibe ich auch etwas Speziales an. Ja, und dann gibt es natürlich unsere Operative. Die kümmern sich quasi so ein bisschen mehr um das Tagesgeschäft machen. Wanderung, ne. Dann kümmern sie sich natürlich um Maintenance arbeiten. Jetzt haben wir momentan einen Erdrutsch im Brayton Canyon, ne, Cassidy Trail. Ja, habe ich mitbekommen. Ja. Jetzt kümmern wir uns quasi dann demnächst darum, dass das alles wieder ordentlich gemacht wird und passt. Ja. wieder benutzt werden kann. Solche Aufgaben und natürlich dann halt Eingrisch-Einkertrolle und ja. Eigentlich gehört dazu noch quasi dieses Law Enforcement, was wir halt momentan nicht betreiben, weil das PD diese Sachen halt übernimmt. Ähm. Genau. Und ja. im Prinzip mal so ganz grob und da gerattert, was wir so alles machen. Das war jetzt für Sie grob? Ja. Also Sie blühen auf jeden Fall sehr auf, wenn Sie davon reden. Ein Wunder. Oh, kleinen Moment. Mhm. Ja, bitte. Hallo. Ich muss mal ganz kurz. So ein weißes Finster, das mich so genervt hat. Das hat mich ganz so in der Saal geblendet. Ne, ich bin gerade im Gespräch. Ich werde vielleicht nachher nochmal durchrufen. Okay. Alles klar, ciao, ciao. Verzeih. Alles in Ordnung? Ähm. Ja. Wie gesagt, das ist so. Das Grube. Es ist sehr vielseitig. Wir, wir beispielsweise letztens haben wir auch mit den Marshalls zusammengearbeitet, beziehungsweise mit dem State Prison für so eine Chain Gang heißt das glaube ich bei denen, also Rehabilitierungsmaßnahmen für State Prison gefangenen, wo wir dann mit denen zusammen auch in Naturschutzgebiet gehen und Müll sammeln und Schilder sauber machen, Glühbirn auswechseln und so. Oh, sowas muss ich auch mal machen, Rima. Ich glaube, okay. Ich bin gesichterstreiter, aber wie wir das wären. Darf ich, sonst würden sie nicht beim Police Department arbeiten. Genau. So eine Sachen machen wir halt auch. Mal schauen, je nachdem, werden wir vielleicht auch mal, dadurch, dass wir jetzt auch unser neues Gebäude haben, es auch ermöglichen, dass die Stelle auch dann vielleicht ausgemistet werden kann und so. So eine Sachen halt. Sie haben da von einem Video geredet auf Venture. Ja. Da meinen Sie, da sieht man das neue Gebäude und so. Gibt es denn auf Venture eigentlich ein Video, das wirklich aber auf kurze und knappe Weise, denn die Menschen haben heutzutage ja, naja, sie wissen ja, wie es ist, mit diesem Venture-Talk zum Beispiel, die Leute haben nicht mehr so eine hohe Aufmerksamkeitsspanne. Muss ich einfach mit einem kurzen Video kurz und knapp erklären, was man eigentlich als Ranger macht, denn von außen hin betrachtet, wirkt das eigentlich so, als würde man einfach nur, ja, wie spreche ich das aus? Ich will sie jetzt auch nicht verletzen. Ich weiß ja trotzdem ein bisschen, was die Ranger mehr machen, gerade durch meine Arbeit beim PD. Also, normaler Bürger bin ich auch nur, ach ja, ist ein bisschen Natur und hier so ein bisschen gucken, dass die Tieren es irgendwie gut geht, aber sie machen ja halt viel, viel mehr. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, sie haben eine Veterinärmedizinerin, oh Gott, über die Universität die wir haben und dann machen sie bei uns quasi ihre Tätigkeit zusätzlich dann, natürlich müssen sie erst mal dann bei uns ins Labor kommen, das ist auch nochmal so eine Sache, dass sie grundsätzlich die Grundausbildung für den Ranger-Dienst brauchen. Aber ja, das ist eine Sache. Aber gerade da denke ich mir, ich glaube tatsächlich, das ist ein Beruf, der viele Leute interessiert und das gibt es nur bei ihnen und sonst gar nicht in Los Santos. Das wäre, ich glaube, das würde für Regenzuwachs bei den Menschen sorgen. Ach, ich meine, an sich haben wir sogar recht viel Regenzuwachs. Alleine heute hatten wir schon wieder zwei neue Bewerbungsgespräche. Letzte Woche hatten wir jemanden neu eingestellt. So. Hm. Strukturiert. Erst einmal, ja. Kennt man. Hm. Also von daher. Ja. Gut, dann wollten sie mich ja gar nicht entführen. Das ist ja schon mal sehr beruhigend. Nein, um Gottes Willen. Also, warum sollte ich? Sie wollen mich auch nicht in internationalen Gewässer heiraten, um an meine Kohle zu kommen, die ich nicht habe. Ähm, warum sollte ich das und bis wann's? Ich bin eine Überdenkerin. Ich habe gerade in jede einzelne Richtung gedacht. Ich habe auch gedacht, sie werden von Golden Olympus. Deswegen habe ich sie gefragt, was der war mit dem vierten Stuhl. Golden Olympus. Äh. Ach, die. Venture, Venture. Ja, ja, ja. Zu der Zeit war ich in DC. Ah, okay. Ja, sie können uns auf Venture alles nachlesen. Ja, ich musste nur den ganzen Kram wieder aufräumen bei uns an der Station als alles war. Das war ehrlich. Dann hatte ich natürlich auch eine Bedrohungslage gegen mich, weil ich ja auch als Behördenleiter dementsprechend, äh... Oh. Naja. Ist Ihnen was passiert? Nö, zum Glück nicht. Aber ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass unsere Station gestürmt worden ist und auf unsere Kollegen geschossen worden ist. Also... Aber hey, wir bekommen... Egal. Lassen wir das Thema. Witz. Ja. Äh... Egal. Interner? Äh... Auch. Ja. Ja, okay. Aber auch sehr viel Frust manchmal und Sachen, die ich nicht so ganz verstehe, aber einfach hinnehmen muss und gelernt habe, sie jetzt einfach hinzunehmen. Und... Es gibt ein Sprichwort und danach lebe ich so ein bisschen. Es ist einfach... Es ist, was es ist. Was es ist. Und danach, wenn man... Das habe ich mir tatsächlich jetzt auch ankeinigt. Ja, das muss... Man muss sich das manchmal aneignen. Es sind einfach Dinge, die man nicht ändern kann und dann arbeitet man damit. Es ist leider... Es ist leider so. Ja. Aber sagen wir mal so, es würde... dieser Vorschlag... Also... mit diesem Zusammenschluss... Es würde auf einen Schlag alle diese Probleme lösen. Ja. Alle. Das, was ich jetzt sage, ist nicht hilfreich, aber ich möchte nicht in Ihre Haut stecken. Wir müssen tatsächlich eine sehr, sehr schwere Entscheidung treffen. Wissen Sie, das wurde mir schon mindestens fünfmal gesagt. Okay, dann warten Sie. Alles gut. Hier. Nervennahrung. Ich weiß sonst nicht was. Ich wollte Sie vielleicht noch ein... Ja, okay. Das wollen Sie wahrscheinlich jetzt nicht. Nimm Sie ruhig Ihre Chips. Das sind Ihre. Ja. Aber trotzdem vielen Dank. Aber okay. Sie können sich das leisten. Oh, nicht wirklich. Ich kam heute im Addis tatsächlich nicht zwischen Tisch und Stuhl. Ja, ist ja auch egal. Das wird einfach nur... Das werden... dicke Klamotten sein. Ich meine, wir haben Herbst. Nein, meine Hose ist eigentlich ziemlich dünn. Ich habe einfach breite Hüften gekriegt. Aber das ist okay. Ist ja nur minimal. Zwei Zentimeter. An jeder Seite ein. Richtig ist, dass... dass die sich in ihrer Haut wohlfühlen. Ja, schon. Da ist es völlig egal, was andere sagen. Ja, da hast du... Das wird mir die ganze Zeit gesagt. Wie gesagt, die Überdenkerin. Kenn ich. Ja. Nee, und das ist halt so... Das, was mir teilweise durch den Kopf momentan rumschwirrt. Und... Es sind halt immer sehr, sehr viele Gedankengänge, die bei mir... Ja. Gleichzeitig einprasseln. Hm. Hat Ihnen das mir jetzt ein bisschen gut getan, das mal ein bisschen rauszulassen? Schon etwas. Ja. Dankeschön. Ich wünsche dir tatsächlich, ich wäre... Doch, eigentlich... Wirklich denn unparteiisch. Wie gesagt, ich hoffe einfach, dass... Der Mittelweg... Ähm... Ich glaube, das würde ziemlich gut werden. Ja, ich drücke Ihnen da auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt. Ich... Ich würde es auch begrüßen. Ich finde die Idee ganz gut. Zumal... Von einer Abteilung habe ich Ihnen noch gar nichts erzählt. Ähm... Die gibt es an sich momentan auch einfach aus... Diversen Gründen nicht. Teilweise auch... Aus... Personaltechnischen Gründen nicht. Ähm... Das ist die sogenannte Animal Control Unit. Das ist quasi der... Investigative... Branche... Ähm... Der State Park Ranger. Oder der Park Ranger. Ähm... Das quasi... Da geht es darum, ähm... Wilderei auf der Spur zu sein. Und irgendwie mit dem Police Department zusammenzuarbeiten. Ja. Ähm... Als Beispiel, wir hatten schon... Tatsächlich auch... einen recht großen Fall von Wilderei. Ähm... Wo wir... Kann man denken, was jetzt kommt hier? Wo wir sechs... Ähm... Weiße Haie... aus Miltern ziehen mussten. Ja. Ja. Hab's am Rande mal mitbekommen. Und... Ähm... Ruhigbar. Ja. Also dieser Zweig... Ähm... Oder diese Division... Ist halt exklusiv dafür, da... Nach... Also sowas nachzugehen. Ja. Und... Sich darum zu kümmern, sowas zu ermitteln. Ähm... Und dann halt dementsprechend diesen Leuten... Das Handwerk zu legen. Haben Sie da eigentlich... Bis heute jemanden erwischt? Nein. Leider nicht. Hm. Deswegen... Fände ich es persönlich halt auch eigentlich wichtig, diesen... Balk zu aktivieren. Ja. Naja. Es hängt alles an einer Entscheidung. Also ich... Ich... Wissen Sie, ich kann nicht so gut mit Worten. Deswegen... Sag ich es einfach auf meine Art. Das ist eine ganz schöne große Scheiße. Ist gerade alles. Ja. Da haben Sie überrecht. Ja. Ja. Ich wünschte, ich könnte ihm jetzt einen richtig tollen Rat auf den Weg geben. Und ihm bei ihrer Entscheidung helfen. Oder... Ich meine, sie haben sich ja schon entschieden. Aber... Je nachdem, was sie als Antwort bekommen. Aber... Tatsächlich in eine sehr verzückte Weise. Es ist, was es ist. Es ist, was es ist. Genau. Ich denke mal, das... War das Wort zum Schluss. Ja, ich müsste auch mal... Ja, so langsam. Ja. Bei mir auch... Zeit fürs Bett. Wohne Sie hier? Nee, nee. Ich wohne in der Nähe vom Genki. Oh. Da wollte das Tuning treffen. Deswegen... Ah, okay. Ja. Genau. Ja, es war relativ voll. Und dann... Ich habe es mir schon gedacht, gerade als ich vorbeigefahren bin, habe ich gesehen, dass ganz viele PD-Autos da standen. Hm. Ah. Wie alt sind Sie eigentlich? Ich... Äh... 28. Oh. Güte, Sie haben es aber schon weit gebracht für... 28 Jahre. Ja. Bin ich auch. Ich fühle mich teilweise manchmal einfach älter, als ich bin. Ist das so? Aber es liegt, glaube ich... Ja, tatsächlich schon. Es liegt einfach, glaube ich... In meiner Art. Ja, Sie wirken schon sehr ruhig und... Habe ich heute auch jemandem gesagt, so schon... Sie haben halt eine gewisse Autorität. Das wurde mir tatsächlich schon des Öfteren mal gesagt, dass ich irgendwie so eine Autorität ausstrahle. Ich weiß auch nicht, warum, aber... Es ist einfach so. Vielleicht kommt das von meinem Vater. Hm. Aha. Ja, und Sie wirken wie ein Feiner Sir und ein bisschen wie ein Führer. Aber das ist... Das ist eigentlich fast das Gleiche. Ist nicht mal negativ gemeint. Okay. Na ja, ich bin in der Ranger-Familie groß geworden, dementsprechend. Ah. Also... Ach so. Ja. Meine Schwester und ich sind... Ja, meine Schwester und ich sind immer früher durch den... Durch den Naturschutzpark quasi durchgestellendet und am Fang gespielt und so. Ach. Ja. Quasi da aufgewachsen. Hm. Ich meine, wenn Sie sich mal die Hohen National Forest Station angucken wollen. Auf Venture oder so. Tatsächlich sehr, sehr idyllisch und sehr märchenhaft. Würde ich behaupten. Ich schau auf jeden Fall mal... Ich... Wir meinen von Observer ist auch dieses eine Video da, ne? Dieses mit dem neuen Gebäude. Genau. Ja, das ist das Neueste. Jetzt wenn Sie gucken... Warten Sie... Ach so, das ist jetzt heute rausgekommen. Genau, das ist gerade rausgekommen. Ganz vorne. Da sehen Sie mich sogar. Oh ja. Höflich noch im Interview geben. Moment, noch welche... Moment, jetzt bin ich immer... Also ganz vorne sind Sie der... Der... Ja. Der Monat ist nicht einfach da. Ja, okay. Oh Gott, wie süß ist das denn? Ach, Mann. Wir hatten damals ja auch die Berglöwen bei uns. Berglöwen? Guten Abend, Andreas. Mein Name ist Win. Die Tiere kommen bei uns auch. Und das... Der Berglöwe oder die Berglöwin hat damals sogar noch ein Kind bekommen dann bei uns. Das war auch ganz... Oh mein Gott, ich... Entschuldigung, ich muss Sie gerade was fragen. Ja. Ach, ein Piep. Ähm... Diese Pullover, die Sie tragen, ist das die Arbeitsuniform? Das ist unsere Dienstuniform, ja. Moment, und Sie dürfen die Pullover immer tragen? Ja, natürlich. Sie haben die Auswahl zwischen einem Poloshirt, einem Pullover, einer Trainingssacke, einer dicken Jacke, einer Fellkragenjacke, äh... Ja, wenn Sie ein bisschen höherrangig sind, können Sie auch noch ein Hemd anziehen, aber das ist eigentlich momentan nur für, ähm... Ja, höherrangige, beziehungsweise dann zu Veranstaltungen festlicher Art. Ja. Ja, äh, okay, ja. Äh, Sieht gut aus. Pullover sind toll. Ja, wir mögen auch sehr viele von uns, besonders jetzt zu der Jahreszeit. Ja, ist ja auch kalt geworden, da macht es ja auch Sinn, einen Pullover anzuziehen, finden Sie mich auch? Ja, äh, ich hab tatsächlich privat auch solche Pullover. Oh. Mhm. Sind ganz anknehm. Dann sehen Sie, ich hab jetzt auch einen an, aber so einen dürfte ich nicht im Lied zu... Ja, auf jeden Fall, ähm, ich muss sowas immer ganz dringend nach Hause auf der Nette, ähm... Machen Sie mal. Ich, äh, danke Ihnen für das Gespräch und wenn irgendwas ist, melden Sie sich einfach immer und halten Sie mich auf den Laufenden, äh, wie das Gespräch mit Herrn Weiß war. Mach ich, äh, ich hab zu danken und, ähm, verzeihen Sie doch mal, dass ich Sie jetzt damit belästigt habe. Nein, ist wirklich alles okay, aber, ähm, Sie sollten wirklich daran arbeiten, Sie wirken sehr mysteriös tatsächlich. Tue ich das? Ja. Äh, dann, verzeih. Alles gut, ich wirke auch immer dumm und bin's nicht, hoffentlich. Das sind Sie überhaupt nicht. Das wissen Sie überhaupt gar nicht, Sie haben mich noch nicht in Action erlebt. Ich glaub, ich kann Menschen ziemlich gut einschätzen, ähm, und glauben Sie mir, ähm, das sind Sie nicht. Gut. Haben Sie einen angenehmen Abend. Sie haben. Tschüss. Meine Güte, ich hatte kurz, hab ich sogar wirklich gedacht, dass ich, vielleicht, der Test was, also für eine Minisekunde hab ich's gedacht, so, weil so, Moment mal, hier ist gerade irgendwie ganz, ganz komisch. Ja, ich mein, der hat hundertprozentig extra so geredet, damit man mega verunsichert ist, aber ja. Ja, auf dem Boot hab ich kurz überlegt, weil ich hätte es gerne gemacht, denkt man so, nee, das kann die nicht, die kann, die kann, nee, das geht nicht, das geht nicht. Also, die hätte auch gesagt, ähm, ich wollte hier mit ihr einmal aufs Boot, dann hätte ich gesagt, nee, 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 doch nicht los, doch doch nicht. Und dann wollte ich halt vom Boot wieder runter. Äh, Chaotenkin, vielen Dank für fünf verschenkte Subs, Dankeschön. Gut. Das ist ja mal der Chef von den Rangern, ne. Das Ariane ist so gut vernetzt, so, das ist, äh, cool, dass, äh, ihr auch das so viel anvertraut hat und so, ne. Das ist, ähm, der Beruf für Ariane muss einfach erfunden werden, ey, das ist wirklich so. Ich würde das am liebsten mit Ariane irgendwo ansprechen, hörn's mal zu, ich, äh, könnte man nicht noch einen Berufszweig. Chaotenkin, vielen, vielen Dank, boah, dass du die Pullover musst dich grad leider machen, sorry. Wenn die das nicht anspricht, wäre Fail-RP. Ariane sollte eine Beratung stellen, nee, das kann die nicht, die kann keine Leute beraten, wenn sie von wegen keine Ahnung hat, aber ich muss dringend pinkeln gerade. Oh, vielen, vielen Dank, Dankeschön. Moment. Ja, alles okay. Wenn ich geantwortet habe, habe ich es gerade für schwierig, pass bitte auf dich auf. Oh, scheiße. Oh, das hätte, boah, stell dir vor, der baut so die Ranger auf und dann wird das so, ne, dieses mit dem Zusammenschluss da irgendwie beschlossen. Und dann denkt sie so, fuck it, ich mach jetzt, also der, der Charakter wird jetzt richtig evil und dann, also ich mein, Ariane hätte dem vertraut, weil die kennt den ja so, ne. Und deswegen dachte ich so kurz Zeit so, Moment mal, worauf läuft das hier gerade hinaus? Ja. Seelsauere Hotline, boah, das, ich sehe, ich sehe sie, also ich kann euch sagen, in welche Richtung ich Ariane extrem sehe. Und zwar ist das in die ermittelnde Richtung auf jeden Fall, die Frau ist fantastisch vernetzt. Aber da sehe ich nicht nur sie, sondern auch so eine Alice Logan zum Beispiel, ne. Und dann hier und da einfach, viel muss man halt privat dann machen, bla bla. Das sehe ich, aber ich sehe sie halt auch in so einer Sozialarbeiterin-Stelle, aber so ein Mix aus den beiden, weil du kannst die beiden halt wirklich miteinander kombinieren. Und irgendwie gibt es diesen Beruf hier nicht. Und das finde ich so traurig, weil gerade das wird doch voll hart Nutzen einfach so. Wisst ihr, wie ich meine? Sozialarbeiterin-Slash-Halt-Ermittlerin. Ich finde, das hört sich erstmal doof an, aber ich finde, die beiden Sachen passen richtig gut zusammen. Asunyan, vielen, vielen Dank. Dankeschön für deinen Prime-Sub. Oh Gott, ich muss so pinkeln, ich muss sie beeilen. Ja, man weiß ja, jetzt haben wir was von den Rangern erfahren, ne. Also das ist natürlich gut. Jetzt wissen es auch viele Zuschauer. Aber ja, ich dachte wirklich, wir werden gleich entführt. Mit dem Boot dann auch so und der Tasche so. Moment mal, ich spiele das Ganze so lustig mit Ariane aus. So, warte mal ganz kurz, könnte da was dran sein gerade? Da habe ich mal ganz kurz selber überlegt, ne. Und es sah ja auch anders aus. Irgendwie die Stimme war auch so ein bisschen mysteriöser alles irgendwie, ne. Schön, privat ist der von Hafen-Like-Treffen. Ja, das passte halt alles. Das stimmt, die SMS. Ach, scheiße, ja. Aber ja, das war echt creepy. Also nicht auf ein Date entführen. Das war schon, äh, sehr, fände ich sehr bedrohlich. Ich habe auch kurzzeitig gedacht, wegen der Nachricht im Endeffekt, man macht mal wieder ich von ihr. Dann habe ich kurz gedacht, so, boah, cool, der Met hat gar nicht und macht Ariane an. Das ist ja mal was ganz Neues, ne. Als sie mit Skinner zusammen war, hat sie gar keine angemacht, ne. Und Ariane ist ja jemand, dieser Todes-Treu, die wird nie irgendwas. Und hat dann auch, äh, Kurayame, okay, der arbeitet halt, der hat dafür keine Zeit, so. Ähm, aber hat ihn halt zur Sicherheit vorher mal geschrieben. Nicht, dass da irgendjemand irgendwie einen Strick draus drehen kann oder so. Boah, eine Entführung-RP, also jetzt ist mal, jetzt ist aber erstmal Feierabend, ne. Da kann man ja mal ein bisschen Pause, sonst. Die Sache ist, viele Sachen, wenn die passieren und immer wieder passieren, verwässern die sich. Nehmen wir mal zum Beispiel, ähm, Ariane wird überfallen. Es verwässert sich. Das ist es halt. So Sachen sollten immer selten passieren. Sehr, sehr selten. Ich finde es cool, das EP, das wir hatten. Aber wie gesagt, es kann sich halt extrem verwässern. Nö, Pan. Ja, doch. Doch. Und ich glaube, ihr bekommt heute gar keinen Jogi-RP. Was macht ihr denn jetzt? Dann müsst ihr einfach mein RP gucken. Und es sieht nicht mal wirklich spannend heute aus. Das ist gerade, das fand ich schon sehr spannend. Geht ihr jetzt, ihr Schweine? Ähm, ich möchte, ich muss übrigens, ja, ich will noch in Kleinigkeit gleich essen, aber ich mache so fünf Minütchen, ja. Ich brauche nicht lange. So, wir haben euch ja noch ein anderes Taxi-Gespräch. Das können wir jetzt da genau machen. Haben sie noch was? Ich ist gerade schlecht. Lami wird gerade verhaftet. Oh, okay, bis später. Ich rufe später nochmal an. Ah, bist du der Herr Hand? Also, es war lustig, ne? Das war ja, also, Ariane war ja in Gedanken die ganze Zeit, ne? Ohne Scheiß. Wir haben zwischen allen geschwankt. Alle so, was passiert hier einfach? Und ich habe dann für eine Millisekunde, weil ich mich nicht mehr hundertprozentig an die Stimme erinnern konnte, habe ich für eine Millisekunde gedacht, scheiße. Was ist denn das? Der Test soll sich so da, Ariane rennt voll, die dir verderben. Am Anfang noch so voll lustig mit dem, ja, hier, mit dem Sandsturm erinnern sie sich und so, da war das so lustig. Aber ich habe für eine Millisekunde danach so kurz gedacht, so, wait a minute, wir waren auch mal in die Stimme von ihm. Was? Das war so herrlich. Und dann hat sie richtig in den Gedanken durchgerührt, so. Und dann kam das Boot. Das muss ich mir vorstellen. In den Gedanken, die die ganze Zeit, die wir jetzt entführt. Und dann hat er die Tasche da. Und dann kommt das Boot. Das passt alles so gut zusammen. Ich muss so pinkeln, Entschuldigung. Das ganze Ding pinkeln geht. Aber Ariane ist ja natürlich trotzdem die, ne, die denkt sich, die hat sich auch gesagt, Moment, was ist hier? Ach, sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Ja, danke für das schöne EP. Danke schön, dass er sich so krass mysteriös angehört hat und wir alle dachten, die stirbt gleich. So, ich gehe kurz pinkeln, Moment. Oh, ich gehe kurz pinkeln, Moment. Ich gehe kurz pinkeln, Moment. Und dann kommt das enorme vault, aber das kannst du sein. Da ist ja lustig. Dasstolli kann ich keine Zeit. Untertitelung. BR 2018 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 Ich finde, heute wird das irgendwie krasser als sonst. Ich weiß nicht warum. Man hat wenig Zeit, das ist auch völlig okay. Das ist auch meiner Meinung nach völlig okay. Aber du merkst halt, dass sie kann ihn ja, also das wird die auch nicht mehr machen, die wird ihn nicht im Dienst schreiben. Und für sie ist es so, und das mache ich auch weiterhin so, dass sie eigentlich quasi so nicht existent ist, so als Freund, wenn sie arbeiten ist. Könnte sein, dass das irgendwann nochmal clash, keine Ahnung. Aber es ist halt für sie einfach, die ist ja mega vorsichtig. Ich weiß nicht, ne? Ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, aber die ist mega vorsichtig. Du hast nichts dabei gedacht und hier rinnt alle panisch kopflos. Du hast nichts dabei gedacht. Du hast nichts dabei gedacht. Ich hatte die Wände zermordet. Ja, merkt man ja, aber heute ist auch irgendwie so... Ich finde, ich finde, dass ich das nicht irgendwo hinpacken kann, ne? Und das soll das RP, also gerade noch bin ich wirklich viel gemacht. Da hat der Hund die ganze Zeit geriedelt. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Was ist einfach passiert? Auf dem Boot mit einer schwarzen Tasche, mit diesen mysteriösen Reden. Die arme Frau wurde gerade entführt und wurde belästigt für SMS mit genau dem gleichen Wortlaut und der gleichen Art. Ich musste das gerade einfach ausspielen. Ich muss sowas jetzt gleich noch was machen. Moment. Oh, damn. Ich kann von Eichhörnchen-Babys bei Ariane so... Oh, Mist, ich kann nicht mit. Ich kann nicht einfach mit einem Mann, mit dem ich nicht so viel zu tun habe, jetzt mitgehen, ne? Ariane ist es. Die Todestreue. Selbst da. Immer. Die ist halt immer so, wenn ich Dinge nicht möchte oder ein bisschen Angst hätte, dann macht sie die halt auch nicht, deswegen. Ja. Ja, ich finde es auch schade. Ich hätte auch den Pippi heute hier gesehen. Ich kann der doch nicht wissen. Ich bitte dich. Gruselig, meine Güte. Echt schlechtes Timing. Einfach so schlechtes Timing, ja. Oh nein, nicht schon wieder hier. Hallo? Okay, das ist wieder ein bisschen buggy. Ja? Ja? Hi, ich will gar nicht so lange stören. Ich hatte gerade Becca angerufen. Sie meint, Lami wird gerade verhaftet, dass sie irgendwas stimmt ist? Ich habe absolut keine Ahnung, Ariane. Und ich habe auch langsam einfach keine Lust mehr, irgendwie ihm den Arsch zu retten. Und da war vorhin diese Geschichte am Genki, Lami hat sich eingemischt, wurde dann irgendwie, glaube ich, geschlagen oder getasert oder beides, keine Ahnung. Dann wurde er mitgenommen, musste anscheinend 1000 Dollar bezahlen und jetzt gerade hat Becca mich angerufen, dass er ins State Prison geschickt wird. Also muss nochmal irgendwas passiert sein. Warte mal, wie, was ist gerade, wie schnell ist das denn jetzt bitte eskaliert? Aber warum bestellt sich denn ein? War das was, äh, haben die euch irgendwie, oder wie? Nein, nein. Also das war irgendwas mit Emmas Freund und dann haben die da alle angefangen zu filmen und so Livestreams auf Venture zu machen. Und dann hat Lami natürlich wieder mitgemacht, weil er wie so ein Kind ist, das sieht, dass andere Kinder irgendwas machen und er muss es auch tun. Und, keine Ahnung, dann hat er wahrscheinlich wieder irgendeinen Scheiß gemacht, hat dann auf die Fresse bekommen und musste dann 1000 Dollar zahlen. Und was jetzt passiert ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade einmal versucht, einen Anwalt anzurufen, ich habe keinen erreicht, das ist einfach sein Scheißproblem und nicht unseres. Ja, das ist ja das Ding, ich kann ihn, wie soll, wie soll ich ihn noch verteidigen? Das Problem ist, Lami wird sein Unternehmen irgendwann verlieren, Charlie. Ja. Er wird es verlieren. Aber das ist, ja, und du, es ist nicht deine Aufgabe und es ist auch nicht meine Aufgabe, ihn zu verteidigen. Warum zur Hölle bist du mit Eddie verheiratet? Ja, das frage ich mich auch. Gab es da jetzt irgendwas Neues? Ja, wir haben ihn an uns gesehen, ich habe ihm das alles gesagt, was ich eben denke. Er hat gesagt, nein, das ist nicht so, ich glaube es ihm nicht und jetzt ist er schon wieder verschwunden. Ich habe ihm die Sachen, die er mir damals geschenkt hat, die habe ich ihm bei Alice Taxi, sind die Dinge zu finden. Oh ja, dazu, dazu, ja, sorry Ariane. Nee, alles gut, erzähl. Dazu hat er im Übrigen gesagt, dass du ihn wohl quasi dazu überredet hast, die Sachen zu nehmen. Ich habe ihm gesagt zu dem Zettel, willst du mein Monkey werden? Ja, nein, vielleicht. Habe ich gesagt, soll ich den wegwerfen? Und so meint er, nein, könnte ihm auch sein, dass man den noch, so weißt du, so angeteasert. Also, nein, ich habe ihm gesagt, ich würde sonst wegwerfen und das wäre auch okay gewesen. Nein, aber wenn er von den Sachen... Okay, zu mir hat er gesagt. Wenn dir von den Sachen da irgendwas... Scheiße, ihr könnt es da... Wenn dir von den Sachen irgendwas unangenehm ist, weil du bist nur mal mit ihm verheiratet, dann sagst du mir das. Dann kann ich, ich bin in der Nähe von Alice Taxi, ich kann da wieder was wegnehmen und ich packe... Nein, 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 alles, es ist wirklich alles gut. Es ist überhaupt kein Problem. Ja, aber du kannst mir das ganz ehrlich sagen, weil ich habe Verständnis dafür, sehr viel sogar. Nein, ich bin wirklich ehrlich, also ich bin, glaube ich, auch gerade dabei, so ein bisschen mit dieser Sache abzuschließen, weil, keine Ahnung, das bringt doch nichts. So, erst diese Hochzeitsgeschichte, dann dieses Ha-Ha-Ariane und dann verschwindet er für ein paar Wochen, dann kommt er wieder, sagt mir nach der Hochzeit, dass er, und Achtung, jetzt kommt Eddie-Sprache, du wirst es wahrscheinlich verstehen, dass er A, die Zahl nach 5, U-L ist. Hä? Ja, das hat er mir gesagt. Ah, die Zahl nach 5, U-L, ja, also, ne, 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 nein, 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 das glaubst du ihm nicht, weißt du warum? Er hat eine Frau geschwängert, als er nämlich in der Son, das eine ganze Weile nicht mehr war. Scheiße, das hat er mir sogar selber erzählt. Ja! Äh? Ja, siehst du, aber das meine ich, weißt du, ich glaube, ich werde es halt einfach wenden. Dann, dann, keine Ahnung, schlage ich ihn halt einfach nur noch aus Spaß. Hörst du, mach das, mach das so. Äh, hast du das mit der Lügenliste gemacht? Obwohl, weißt du, nein, 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 schreib dir solche Sachen, wie die, die ich dir jetzt gerade gesagt habe, dass er ja eine Frau geschwängert hat und dir das sogar gesagt hat. Schreib dir das auf und genehmige dir einen kleinen Spaß und wenn ihr ein hitziges Gespräch habt und er sagt, ja, er ist, äh, hier, die Zahl nach, äh, 5, äh, sexuell, äh, dann sagst du einfach, aha. Und was ist da und damit? Glaub mir, das habe ich mit Larry so oft gemacht, nur dass ich die Sachen mal da im Kopf hatte und es mir ein bisschen Spaß gemacht hat, dann, äh, jedes Mal dagegen zu halten. Okay. Schreib dir immer sowas an. Übrigens, ähm, Larry, apropos, es kann sein, dass Luke zu Skinner gesagt hat, dass ich ein Date mit ihm will, also, falls du sowas hörst, ist Blödsinn. Ih, ja, ich meine, du kannst machen, was du willst, du sollst auch glücklich werden, aber ich kann dir davon abraten, aber du willst deine eigenen Erfahrungen machen. Nein, 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 ich wollte nur, dass du das weißt, bevor du das von irgendjemandem anders hörst, so, das so. Ja, ja, das ist vernünftig, tatsächlich, äh, sag ich deswegen auch immer gerne Sachen, damit es nicht, habe ich gerade erst erzählt. Ja, ich, weiß nicht, ich, wir hatten eigentlich nur ausgemacht, dass wir irgendwie an dem Abend noch irgendwas machen und ich hab dann, ich war ein bisschen betrunken und hab gesagt, ja, der hat sich halt nicht gemeldet. Und Becca hat das irgendwie als Anreiz genommen, ihn dann anzurufen und Luke hat gesagt, oh, hey, Charlie, ist das nicht der, mit dem du ein Date wolltest? Und dann hat das alles seinen Lauf genommen. Ja, also, wie gesagt, ich, äh, alles fein so, ne, ich, äh, kann dir ja davon abraten, nicht aus Eifersucht, ich bin in einer sehr glücklichen Beziehung gerade, sondern, ähm, naja, du würdest deine eigenen Erfahrungen machen. Ich, ich, ich weiß schon alles gut, ja, ich wollte dir das nur sagen, also, na, das ist, äh, nicht so, wie es gesagt wird. Alles, alles fein, aber, ich glaube, ein bisschen Besseres von dir. Ja, okay. Ja, 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 irgendwann, äh, lerne ich schon jemanden kennen. Gut, ähm. Ja, man macht ja, also, lass dich, lass dich scheiden, man brauchst einen anderen, also wirklich jetzt. Ja, das will ich doch, aber dafür muss Eddie ja in der Stadt sein. Oh mein Gott, okay, ja, mir fällt da nichts, alles klar. Das funktioniert sonst nicht. Okay, gut. Okay, ansonsten hole ich mir einfach irgendeinen kleinen Jungen, der einfach nicht gut reden kann und sagt, das ist Eddie. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, das mit Lamy, das ist nicht dein Job. Und auch nicht mein Job und das habe ich jetzt auf die harte Tour gelernt. Ja, ich habe nur letztens bei, bei der Sache, da habe ich ihn nicht gefragt, wie es ihm geht, das ist ein schlechtes Gewissen, deswegen wollte ich jetzt wenigstens mal kurz nachfragen, was los ist, aber ich mische mich da tatsächlich auch nicht mehr ein, weil er ist unbederbar tatsächlich. Und das ist mir. Wann fragt er denn mal ernsthaft jemanden, wie es einem geht? Er fragt und dann hört er gar nicht zu. Ja, ich kenne das. Oh, das kann Eddie auch gut. Aber er kann so tun, als wir denken so. Er denkt doch, ja, natürlich kann er so tun, aber im Endeffekt ist es ihm trotzdem scheißegal. Ja, ist so. Er denkt nur an sich und deswegen können wir genau dasselbe tun, an uns denken. Ist ja auch manchmal besser so, oder? Ja, ich habe es jetzt mittlerweile gelernt. Ja. Ja. Und ich war oft genug dabei in Situationen, wo er in den Knast sollte. Ich habe oft genug seine Strafen bezahlt. Und, keine Ahnung, dann will er es halt so. Du hast seine Strafen bezahlt? Ja. Was, geht jemand wieder wirklich? Nein, aber dafür hat er mir sein Motorrad verkauft und ich habe ihm dafür erst 500 Dollar gegeben. Also denke ich, wir sind erst mal getötet. Ja, geht an sein Deck, ja. Okay. Ich meine, ich habe vermutlich schon mehr als 2000 Dollar für ihn bezahlt, aber das ist auch okay. Das war eine freiwillige Entscheidung von mir. Aber ich meine, wie gesagt... Du bist noch bei Alice Taxi, ne? Nein, nein, schon die ganze Zeit nicht mehr. Ich habe schon vor Halloween gekündigt. Oh, ich hatte... Ja, okay. Weil ich hatte tatsächlich... Das war doch wegen dieser Ausbildersache? Naja, nicht nur. Das war dann halt der ausschlaggebende Punkt, ja. Ach so, okay. Weil ich hatte tatsächlich bei mir so einen Ausbilderausweis in der Tasche und dachte auch, erst hier ist irgendwas schiefgelaufen oder es war tatsächlich irgendwie ein Versehen. Ist gerade ganz komisch irgendwie. Ganz, ganz komisch. Aber ihr seid noch alle befreundet. Naja, also ich mit Becca und so schon, aber mit Namen. Bei mir halt nicht. Weil es einfach... Keine Ahnung, das ist einfach nur Bullshit, was er gerade alles macht. Er scheißt auf Leute und nimmt sich immer nur das, was er gerade braucht. Und das, ja, kann er vergessen. Das gebe ich ihm nicht mehr. Manchmal ist es einfach besser auch. Eigenschutz ist wichtig. Vor allem, wenn du dann irgendwie durch jede Scheiße irgendwie gezogen wirst. Du hattest in letzter Zeit ja wirklich genug Action da mit dieser ganzen Evan-Sache und sowas. Ja. Ja, und weißt du was? Seitdem ich nicht mehr bei Alice Taxi arbeite, wurde ich kein einziges Mal angegriffen, angeschossen, abgestochen oder irgendwas. Oh Gott, okay. Das ist bezeichnend tatsächlich. Ja. Ja, aber ich mag das Unternehmen, da hängt mein Herz dran. Aber ich hatte heute auch ein paar Gedanken in Richtung Kündigung, aber ich wollte nochmal mit Becca reden. Also ich liebe Alice Taxi an sich auch und ich wünsche niemandem von da irgendwas Schlechtes. Lamy wünsche ich einfach nur, dass er einfach mal merkt, wie viel die Leute um ihn rum für ihn tun und dass er das einfach nicht wertschätzt. Ja, vor allem, was Lamy tatsächlich braucht, ist das, was ich bei dir bemerke, eine Weiterentwicklung. Ich habe das Gefühl, er ist an irgendeinem Grund stehen geblieben und ruht sich auf gewisse Sachen aus, glaube ich. Ja, und er schätzt einfach nicht, was Leute für ihn tun. Ja, wo bist du denn gerade jetzt? Auf dem Friedhof. Warum? Das ist mein Lieblingsort. Alleine? Äh, nicht alleine, nein. Achso, gut, Gott sei Dank, okay. Ja, gut, dann, äh, ich muss das auch auflegen. Bin am Stadtpark gerade und, äh, schau so ein bisschen rum. Und, äh, ja. Ah, da wollte ich nachher auch nochmal hin. Ja, so ein paar Leute gerade da. Ja. Okay, gut, ich muss nämlich noch Becca verkuppeln. Okay, alles klar, Ariane, dann, ähm, ja, gut, dass du angerufen hast und pass auf dich auf. Du auch auf dich, tschüss. Okay, ciao. Hm. Das war alles so, so, aber am Ende war es einfach nur Rede, da bin nicht mit ihm rausgefahren. Aber mir dann doch zu Eike und Pity, dass die kickt. Fängt mir jetzt Ariane mal an, guckt hier irgendwas? Die ist doch nicht so doof und stellt sich mit ihren auffälligen Autorien. Nicht mehr. Na. Herzblatt. Die machen auch sehr, sehr viel, ne? Na, also, wenn du magst. Dadurch, dass er so spielt, klingt das immer so desinteressiert für dich. Das klingt so hart desinteressiert. Und dann ist er mit Ariane so und ist einfach so ein völlig anderer einfach. Oh, ich glaube, mit Grey ist das nicht, oder? Jetzt doch jetzt grüne Haare. Ich bin doch nicht doof. Ähm, ähm, ähm. Braune, braune Haare. Die kommt mir bekannt vor mit den blauen Haaren. Ja, Gott, keine. Wenn du einen langen Tag hattest, ist das aber auch okay, wenn du dir ein wenig Zeit... Ach, Ariane, oh, das ist doch furchtbar. Ich will sowas gar nicht ausspielen, aber ich mag. Das magst du manchmal. Wahrscheinlich haben die sich auch nichts gedacht. Aber mancher denke ich so, bei so einer Situation ist meine, die hätten gedacht, dass Ariane die jetzt irgendwie wirklich irgendwie ausschnüffelt. Dabei ist Ariane da einfach nur ihre Cringe-SMS-Abschein. Äh, ich will schnell nach Davies oder so. Wenn Pidi nicht klappt, geht Ariane zu den Rangern jetzt auch. Die ja jetzt dann auch Officer sind. Und, ach ja, äh, das wusste Ariane tatsächlich, also das hatten wir auch bei uns hier. Ach, das mit den Tieren ist leider so verlockend gewesen, weil ich so denke, da sehe ich die ja. Aber nicht nur mit den Tieren wegen der Wilderei, das fand ich... Ich fand, das mit der Wilderei war tatsächlich sogar das Interessanteste von allen. Für die Pidi nicht klappt, ja. Der Job muss halt erst erfunden werden, Ariane. Oh, ich hätte den so gerne, ey. Dann würde ich, dann hätte ich so Bock auf Pidi-RP. Ich weiß, wie Charn, ja. Ich glaube tatsächlich, dass sein Konzept nicht unbedingt aufgehen wird. Es wäre schön, wenn das uns tut. Aber so RP-technisch halt so schwierig, weil die müssen ja auch dementsprechend spielen. Es gibt ja manchmal auch so Aussteiger und sowas bei so Gangstar, aber nicht immer. Aber, ähm, ich glaube, das kommt besser als diese, äh, Cops, die da reingehen und alle irgendwie nur dransalieren, ne? Dransalieren, sorry. Heute Konzentration einfach auch so Arschloch-mäßig. Und jetzt weiß ich auch tatsächlich, ich muss ja sagen, ich weiß nicht, was die beiden noch so machen könnten jetzt. Die hängen ja einfach nur rum. Und ich kriege so, ich kriege tatsächlich so Flashbacks. Weil ich will ja, ich bin heute so unkreativ und ich würde schon gerne haben, dass die irgendwas machen. Weil, äh, ich weiß, wie es bei Skinner und Ari war. Das ist ja gerade bei denen noch ganz am Anfang, das ist okay. Aber dass ich nur so denke, hm, ist dieses gezwungene Miteinander vielleicht? I don't know. Ich mache mir auch viel zu viele Gedanken, ne? Und ich weiß nicht mehr, wo Ariane wohnt. Aber es war ja immer nur so rumfahren abends, nach Feierabend. Und das hat sich dann so schnell auch verwässert. Aber ich bin tatsächlich leider sehr unkreativ im Moment, was das angeht. Gleich mal mit ihr, was noch aufhört. Sie wird auf jeden Fall mit Gafit reden, weil, äh, jetzt muss ich es ausspielen. Ich muss jetzt ausspielen, dass sie, äh, eine richtige PTSD-Attacke halt hatte, ne? Ähm, ich habe ja heute noch am Anfang von Streaming gesagt, wir werden das irgendwann ausspielen, ne? Kommt immer drauf an. Oder wir gucken einfach, was passiert. Wir gucken einfach, was passiert. Ist tatsächlich jetzt gerade passiert. Deswegen müssen wir definitiv mit Gafit reden. Ähm, und ja. Geiße. Geh, 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 Geh. Monster Progress, ich wollte nicht mehr auf solche Fragen antworten, tatsächlich. Nicht böse sein. Ich will nicht immer, dass so viel bei, also manchmal, wenn bei Ariane so viel reininterpretiert wird, dann muss ich was sagen. Manchmal sage ich es auch so ein bisschen, ähm, ne? Aber so auf Nachfragen vermeide ich eigentlich immer. Ich weiß, dass du es aber nicht böse meinst. Aber ich vermeide das in letzter Zeit immer mehr. Merke aber auch, dass vieles dann irgendwie missverstanden wird. Nicht so viel tatsächlich. Aber, äh, es wird so viel rein interpretiert, wenn ich Dinge gar nicht so meine. So, wenn ich einfach irgendwas super locker ausspiele, dann wird da sehr, oh, sie hat so nachgedacht. So, nö, nicht wirklich. In dem Moment nicht. Sonst immer. Aber hier nicht. Wieso? Chat, seid ihr denn noch am RP gerade interessiert? Erstens noch, währenddessen ein Knopf hast und mute mich eben. Moment. Ön. Okay. Hä? See you. Ich, die. Ich hab da so viele Möglichkeiten, was aufzustehen, bei dir schreibt. Ich hab da so viele Möglichkeiten, was aufzustehen, bei dir schreibt. Ich hab da so viele Möglichkeiten, was aufzustehen. So, jetzt hat sie noch geschrieben, sorry, dass ich das heute alles zuerst so panisch aufgefasst habe. Ich glaube, ich hatte tatsächlich eine Art BTS-D-Attacke. Tut mir leid. Das ist doch, ich weiß nicht, wie therapierisch es wird. Ich mach jetzt hier meine Hilfszettelchen auf. Ich hab bei Kurayame noch nichts zu stehen. Wo ist es doch da? Das ist 27. Ich glaube, ich hatte heute eine kleine BTS-D-Attacke. Okay, sorry, ich hatte ein paar andere Momente. Ich würde mit ihr gerne ballieren. Bei sowas mal spazieren gehen, weißt du was? Und eigentlich sollten wir auch keinen Schiss haben vom Ausrauben. Man kann doch einfach mal spazieren. Oh, das sieht richtig an. Oh, das sieht so cool aus. Ich gehe jetzt einfach mit ihr spazieren bei den Nacht. Ich vermeide sowas in meinem RP, aber das sollte man nicht. Weil eigentlich soll man nicht davon ausgehen, dass man ausgeraubt wird. Und das ist auch ein bisschen Fail dann, wenn man das macht. Nee, Garfield ist tatsächlich PD-Therapäuser. Der ist da fürs PD tätig. Deswegen kann sie da auch in Uniformen zum Beispiel zu ihm hin und ihm ein paar Sachen erzählen. Aber er ist auch ihr guter Freund. Aber sie will, sie vermeidet, und das haben wir leider bei Mountain Hands da gemacht, sie vermeidet eigentlich privat mit ihnen über sowas zu reden. Weil sie will nicht, dass es rüberkommt, dass sie ihn ausnutzt. Wir haben ihnen viel zu wenig zugehört. Wir haben jetzt gehört, dass seine Frau wieder, gelesen, dass seine Frau wiederkommt und so. Und wir bräuchten eigentlich wirklich mal... Und es ist immer schwierig, so viele Stränge irgendwie unterzukriegen. Gerade beim CVRP. Sie muss sich irgendwie mal wirklich viel Zeit mit ihm nehmen und vielleicht auch eine kleine Überraschung für ihn machen oder so. Aber natürlich steht gerade Yosuke erstmal an erster Stelle. Oh, bist du angenommen worden? Oh nice, herzlichen Glückwunsch. Ja, es ist sehr viel mit Barbara... Boah, Barbara Appel liebe ich aber gerade sehr, ne? Max ist halt jemand, Deep Talk, so über solche Sachen, Max einfach. Boah, ich fühle das jedes Mal so sehr zwischen den Beinen. Es ist so viel Off-Stream passiert, wo ich mir echt den Arsch beißen kann, dass ich es nie hochgeladen habe. Max ist so nice mit Ariane zusammen in Deep Talk. Deep Talk. Deep Talk. Wir sind so in der Nähe der Abfahrtmacht. Kommt man eigentlich da hin? Also ich gucke mal da irgendwo durch. Ich bewege es doch, dass da vorne läuft, damit Ariane ganz dramatisch darauf gucken kann. Und ich halte es auch mal die Fresse. Sie hat keine Panikattacke gehabt, sie hat eine PTSD-Attacke gehabt. Eine Panikattacke ist was anderes und kann ich easy ausspielen, weil ich ja eine Panikstörung habe, meine Angststörung und Panikstörung, richtig diagnostiziert, möchte ich sagen. Das ist nicht Eigendiagnose. Ich war während Attacken tatsächlich auch Therapeutin. Ähm, aber vermeide ich glaube ich nicht. Ja? Äh, ja, ich habe ja gesagt, ich rufe zurück. Ja, sorry. Äh, ich werde das Gefühl nicht los, dass irgendwas zwischen uns nicht cool ist, tatsächlich. Du wirst sehr genervt, gestresst, ich weiß nicht, mir gegenüber. Äh, nö. Da bin ich insgesamt, weil die letzten Tage wirklich sehr, sehr viel los war. Weil es war gleichzeitig der Verdacht, dass Jan wieder da ist, dann wird Victor von Homeland abgerudelt, ähm, Charly und Lamy gehen sich regelmäßig an die Gurgel. Ich versuche irgendwie, äh, mich als, äh, Co-CEO irgendwie was auf die Reihe zu kriegen. Und das Einzige, was ich bisher schaffe, ist Rechnungen schreiben. Und das war dir gegenüber absolut nicht böse gemeint. Und ich wusste auch nicht, dass da mit Lamy irgendwas abgesprochen war, das so nur sporadisch da ist. Das war auch, wie gesagt, das war einfach bloß dieses, ich habe dich auf Urlaub gesetzt, dass ich da mal einen Überblick habe, wer aktiv gerade vor Ort ist. Äh, okay, ja, gut, verstehe ich, dann, dann ist die Sache auch vom Tisch, aber ich wusste nicht, dass so viel bei dir los ist, tatsächlich. Entschuldigung, dass ich auch oft nicht drangegangen bin, dass man meistens, wenn ich auf der Arbeit war, dass ich sofort das Ziel davon dann immer wegdrücke. Und dann rutscht das alles so nach, nach hinten. Das tut mir wirklich leid. Äh, ja, äh, du hast dein Leben, ich habe meins. Und, ja, dass viel los ist, ist nichts Neues. Jetzt sitzen wir gerade im Emma-PD, warten wir auf Emmas Freunden und ich versuche einen Anwalt zu erreichen, weil Lami im Snapschlösen sitzt. Äh, aber Becca, eine, eine Sache muss ich dir trotzdem sagen. Äh, äh, also nicht wegen dir, aber Lami reitet sich regelmäßig in die Scheiße. Bitte bürdet ihr da nicht so viel auf. Es ist genauso wie bei mir und Eddie damals. Ich habe mich in so viele Sachen reinziehen lassen. Lami ist erwachsen und er muss einmal auf die Schnauze fallen, damit er wirklich mal langsam umdenkt. Er wird das Unternehmen verlieren, wenn da noch mehr Scheiße passiert. Weißt du, ich hatte mit Charlie gerade telefoniert. Ja, äh, das, äh, das ändert aber nichts dran, dass ich versuche, das Unternehmen irgendwie zu retten. Ich weiß, ich weiß, aber dann, dann müsstest du eigentlich CEO sein. Weil du hast nicht viel Macht als Co-CEO. Ne, das weiß ich, aber ich, wow, Gott, wo kommen sie denn her? Äh, ja, wie gesagt, ich versuche alles, was ich irgendwie als Co-CEO machen kann, um, um den Laden am Lauf zu halten. Und ich weiß, dass Lami sich oft genug selber in Scheiße reitet. Aber, äh, ja, jetzt wird's am State und hat ja wenigstens Anspruch auf einen Anwalt. Ja, das hat er auf jeden Fall, natürlich. Da, äh, äh, kennst du Max Harvey? Das ist so der einzige Anwalt, wo ich sagen kann, den kenne ich. Ah, okay. Hast du den erreicht? Nein, ich erreiche gar keinen Anwalt mehr. Ja, okay, der Scheiß. Das ist der einzige, wo ich jetzt sagen kann, den kenne ich. Äh, äh, ja, nee, nee, ich kenne Max seit seiner 31 damals, also. Achso, okay. Ähm, ja, ach, scheiße, ja, ich muss auflegen, bleib, ich muss auflegen, ähm, ich, kenn ich den? Na, okay, die, die ich kenne, die sind schon lange nicht mehr Anwalt, scheiße. Ja. Wollte dich jetzt irgendwie. Aber die, die müssen trotzdem einen Anwalt stellen, ne? Also, wenn da jetzt keiner da ist, dann wird denen ja einen zur Verfügung gestellt. Ähm, ja, vielleicht irgendwann dann. Und wenn mal wieder einer erreichbar ist, auf jeden Fall, ja, ich jetzt ist es am Knast. Und, äh, wie gesagt, das mit denen auf Urlaub stellen, das war nichts gegen dich. Das war einfach bloß für die Übersicht. Ja, ist alles gut, das, das ist gegessen. Alles, alles, alles cool. Sorry. Ja, wie, alles cool denn so. Okay. Bis irgendwann oder so, keine Ahnung. Bis, bis, bis jemand, pass auf dich auch. Tschüss. Dreck so. Ist das warm. Meine Fresse. Das ist eine Sauna in der Zürm. Sauna. Schön. Ich kann auch wieder zurücklaufen. Alles, alles gut. Die ist, glaube ich, direkt dahinter. Meine Güte, die ist wirklich einen weiten Weg gekommen, ne? Und jetzt wohnt die quasi nur um die Ecke. Wirklich krass. Ja, ich werde auch ein bisschen sentimental. Ist ganz schlimm mit ihr. Ari oder Emma? Hä? Was meinst du? Ja. Ja. So, jetzt müssen wir wieder komplett umschalten. Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse dieses pure CWRP manchmal doch. Und ich bin ein bisschen mad, muss ich sagen. Weil ich mich heute nicht konzentrieren konnte, weil ich weiß, wir müssen das für die machen, auch damit ich wieder ein bisschen sicherer werde und sowas alles. Aber da hast du halt die ganze Zeit so ein Zeug, dass du irgendwie nicht mal den Funk richtig hörst. Hä? So, irgendwie dachte ich auch so, wie kann ich denn dieses Wort 4-1, also wie kann ich denn die Zahlen nicht hören, so, ne? Aber war das heute für euch auch so, dass es irgendwie ein bisschen wild war und manche Sachen nicht durchkam oder bilde ich mir das alles komplett ein? Ja, da war Ray auch nachts drin. Ja, und jetzt schon wieder. Manche gibt es solche Tage. Ja, aber ich, ähm, muss mal langsam, ne? Boah, Alter, ist das so warm. Ja, ne, ist eigentlich, ist es nicht okay, wenn, äh, gerade mehr CWs, dann könnte die nämlich den, oh. Die könnte es halt verlieren dann, ne? Irgendwie, die, die muss ja auch mal eingestempelt sein und was machen. Also, okay ist es leider nicht. Ich würde auch gerne das Fenster hier aufmachen, muss ich sagen. Aber, ähm, wenn Leute von außen hören, das, äh, deswegen vermeide ich das. Aber hier ist gar kein Samstag im Raum, halt. Hier gerauscht der Funk, aber das macht der, glaube ich, immer, oder? Ja, Samy, doch, ich fühl's ja schon. Und ich würde gerne auf den gleichen, äh, ich will auch nicht ganz so rum, und ich würde gerne wieder auf den gleichen Stand wie, äh, letztens kommen. Ich weiß nicht, wie andere das machen. Die haben ja auch irgendwie Alltag und Beruf und sowas alles. Aber ich hab halt nicht diesen, bei mir kommen immer andere Sachen. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist halt, ich hab kein normales Leben. Und, äh, es ist alles so durcheinander. Und ich würd am liebsten wie der Dennis den weiter weit spielen, dass ich nicht mal Akten mach und einfach nur so für die Action sorg und sowas alles, ne? Boah, da bin ich immer so neidisch. Und denk mir immer, und der meint immer, ja, PD RP, so easy. Dann machst du dies und das. Und ich mal, ja, Dennis, mit Ariane geht das leider nicht, ne? Die ist kein Commissioner, die einfach nur mal irgendwo reinhalten kann und dann sagen kann, machen sie hier weiter. Die ist diejenige, die weiter machen muss. Ja, schwieriger. Aber einige haben übelst lange Spickzettel. Ja, erst mal, ich hab den tatsächlich nicht. Ich will meinen, ich hab mein iPad hier stehen. Aber bis ich da mal geguckt hab, irgendwie, hab ich, ich vergesse im Laufe der Wochen oder im Laufe der Tage halt immer, wo ich überhaupt was nachgucken muss. Wie viel Spickzettel soll ich haben, wenn ich die Situation irgendwie nicht so wirklich einschätzen kann, hier, was man wann macht, so, weiß nicht. Ja, ich seh halt dieses andere Ding, seh ich so hart bei ihr, weil sich das so lohnen würde, weil es so gut vernetzt ist, weil das alles so gut klappt irgendwie. Deswegen, ich pack die erstmal nach Davis und dann hoffe ich, dass man irgendwie, irgendwann vielleicht mal sagen kann, hey, da sind noch ein paar andere wie mir, die kriegen Informationen raus, die können ermitteln, die möchten aber auch für die Leute irgendwie da sein und so, natürlich nicht blauäugig, Ariane ist auch manchmal sehr schroff zu Leuten, wenn sie merkt, dass die da verarscht wird oder nicht ernst genommen wird oder Leute einfach keine Hilfe wollen, natürlich ist Ariane, dann schreit die auch mal. Aber da gibt es ja ganz viele Leute, die genau so sind und deswegen ist es schade, dass es da nichts wirklich gibt. Nein, keine Vorschläge übrigens, dass Ariane einen anderen Job macht. Leute, bitte Chili, Chili, Manili. Bitte den. Jetzt kriegen wir wieder ganz tolles, sweetes RP, aber leider ist Ariane natürlich gerade so. Äh-äh-äh-äh-äh. Hallo? Na? Na? Also, okay bei dir? Nein, nicht wirklich. Und bei dir? Nein, nicht wirklich. Das sind fantastische Voraussetzungen. Was ist denn los? Was ist bei dir los? Ich habe zuerst gefragt. Na, ich meinst, dauert länger. Was ist bei dir los? Wollen wir erst reingehen? Ja, natürlich. Oder möchtest du wohin fahren? Nee. Okay. Sieht gut aus. Oh, danke schön. Du auch? Ich mag die Versuche. Danke. Hübsch. Willst du in der Wohnung oder lieber... Auf den Haus. Möchtest du was zu trinken? Nein. Du? Okay. Nee, alles gut. Ich gehe schon. Okay. Ich gehe schon mal vor. Was ist los? Ja, der Tag war... Schwierig. Mein Knie tut weh. Warum tut dein Knie weh? Weil mich vielleicht ein Auto halb getroffen hat. Ey, warum sagst du mir denn nicht Bescheid? Es war nur die Tür, die mich angedetscht hat. Alles gut. Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Ähm, ist auch wirklich nur ein blauer Fleck. Gut, hast du mich nicht auch angemeckert, weil ich dir nicht Bescheid gesagt habe mit dem Taxi? Ja. Und warum machst du dann das Deiche? Weil ich nicht... Ja, weil ich doof bin. Ich weiß nicht. War eine blöde Situation heute. Generell war... Sehr viele Officer am Boden liegen sehen heute und... Oh. Aber nicht wegen Schussverletzungen, sondern... Die Situation am Genki ist maximal eskaliert, weil irgendwelche Leute meinten, unsere Officer dann zu provozieren und... Nicht auf Anweisungen zu hören und dann haben die angegriffen. Officer mussten agieren. Maximale Eskalation. Hatte schon fast ein Demo-Niveau. Ach du Scheiße. Ja, es war sehr feuer da. Ich war tatsächlich auch eine Weile da. Ähm... Ich hab irgendwie... ...gedacht, dass das irgendwann da eskalieren könnte. Ähm... Eine Prügelei gab's, dann kam... Ähm... Nehmen die Wagen, aber keine Polizei. War dann doch nicht so schlimm. Ja... Tut mir leid, dass du da so einen wilden Tag hattest. Ähm... Ja... Es... Es ist, wie es ist. Ähm... Hätte vermeidbar sein können. Aber da morden Leute die ganze Zeit so Cops getrollt im Generellen mit dem Auto und so. War... Ja... Uff. Aber... Aber... Das provozieren geht mir so auf die Nerven immer. Ich lass's auch immer mit mir machen, aber... Ich hab das Gefühl, die Leute haben gar keine Angst mehr vor Leuten mit Waffen. Ja, das ist die Schwierigkeit. Im Prinzip hätte ich heute fast jemanden getötet, deswegen. Ja. Weil die Person an der Anweisung nicht gefolgt ist. Ähm... Weggerannt ist. Dass Officer durch in Gefahr gekommen sind. Und... Rein theoretisch hätte ich meine Schrotflinte benutzen können. Und die Person... Ja... Wär tot gewesen. Definitiv. Hab ich nicht getan. Weil... Ich... Nicht... Das möchte. Aber... Ich weiß nicht, ob vielleicht das nicht irgendwo... Ne... Ist egal. Was ist bei dir los? Spricht dich aus. Erzähl weiter. Naja... Ist halt mal doof irgendwie. Weil... Vielleicht hätte man da... Andersrum handeln können. Ich weiß nicht. Das ist immer... Sekundenentscheidung. Und ich... Setze das Leben und möchte nicht Leben auslöschen. Der BW da schon. Ja. War... Auf jeden Fall spannend. Dann... Heute im Dienstag gekommen. Mr. Barnes war ja suspendiert. Äh... War auch ne blöde Situation. Wo ich halt viel hinterherräumen musste. Manche Entscheidungen getroffen wurden. Vor allen Dingen Leuten, die ich nicht okay finde. Weil... Die Suspidierung... Hätte auch nicht unbedingt sein müssen. Und... Hätte auch vermieden werden können. Aber... Hat sich aber geregelt. Glücklicherweise. War aber nicht... In meiner Bestform heute im Dienst. Vom Ende irgendwie. Besseres von mir gewöhnt. Was ist bei dir los? Ja, äh... Ich weiß nicht. Bei mir fing es heute an, dass ich mich überhaupt gar nicht konzentrieren konnte. Und das hat man sehr gemerkt. Tatsächlich habe ich kurz in diesem Rollcall gedacht, dass ich tatsächlich so viel am Platz hier bin. Ich glaube, so Phasen immer, aber heute war es besonders schlimm. Aber das ist eigentlich nicht das, ähm... Ähm... Nicht wirklich befreundet. Und, äh... Er wollte dann heute ein Rad von mir. Dann sind wir nach Sandy Shows gefahren. Ich habe kurz mit ihm geredet. Und dann mussten wir auch schon wieder los. Und, äh... Später haben wir uns nochmal privat getroffen, äh... Weil ich dachte, ja, das ist jemand, der sich auskotzt und alles gut. Da war aber irgendwie an der SMS schon so komisch. So wie ich ihn eigentlich jetzt nicht unbedingt kennengelernt habe. Ähm... Deswegen habe ich dir die Nachricht geschrieben. Weil ich, äh... Mir nicht sicher war, ob ich da jetzt hingehen sollte oder nicht. Hm. Inwiemaßen habe ich dich so schnell geantwortet? Nein, nein. Ist in Ordnung. Ich wollte dir eigentlich, wenn du arbeitest, gar keine SMS schreiben. Nun, ähm... Ich habe mich dann mit ihm getroffen und er wollte mich abholen mit seinem Auto. Und ich habe gesagt, nein, ich, äh... Ich war mit meinem... Ich war selber mit meinem Auto. Haben wir einen Treffpunkt ausgemacht. Am... Also er hat mir einen Standort geschickt am... Hafen. Da, wo ich damals gewohnt habe. Und, äh... Hatte eine schwarze Tasche dabei. Und, ähm... Ich kann dir mal die SMS von ihm vorlesen, die mich ein bisschen stutzig gemacht hat. Ich hatte ihm vorher gesagt, dass ich beim Tuning-Treffen gerade bin. Da war ich mit, äh... Diebs. Und, ähm... Ja, geschrieben, es ist ganz schön was los beim Ginkies. Passen die auf sich auf. Dann habe ich geschrieben, mache ich. Ich bin auch nur beim Ellie. Es war zu voll. Dann hat er geschrieben, oh Mann, ich mache schon wieder. Sorry, ..., gute Nacht. Schrieben, was machen sie? Und dann alles gut, machen sie sich keine Gedanken. Und, ähm... Leute kennen sie das, wenn sie unglaublich viele Gedanken auf einmal haben und sie nicht richtig ordnen können. Und, äh... Ich überinterpretiere manchmal Sachen, deswegen habe ich mir erst mal nichts dabei gedacht. Und, äh... Dann habe ich ihn am Hafen getroffen. Ich war, ähm... Mit meinem Auto da, dann hatte er eine schwarze Tasche. Und ganz komisch geredet. So wie er eigentlich nicht redet. Er so mysteriös, geheimnisvoll mit der Stimme am Ende immer hochgegangen. Wenn ich was gefragt habe, dann so in etwa so, denken sie, weißt du, so wie der Tessäus von einem Olympos hat geredet. Ähm, dann sind wir nach vorne gegangen und ich habe gefragt, wo wir denn jetzt reden. Und er hatte diese schwarze Tasche dabei und ich meinte, was ist in dieser Tasche? Er meinte, er hat das nur eine Angel. Und er hat gesagt, okay. Und dann habe ich ihn gefragt, Herr Hand, erinnern Sie sich, als wir, ähm, um den Sandy Shorts mal gesprochen haben, dann ist doch was passiert. Wissen Sie noch, was ich meine? Und dann meinte er, ja, das war dieser Sandsturm. Und dann habe ich gedacht, Gott sei Dank, okay. Und ich konnte seine Stimme absolut nicht wiedererkennen. Das war irgendwie ein bisschen komisch, auch ganz andere Frisur gehabt und so. Und dann wollte er, dass ich mit auf seinem Boot steige. Und, äh, dann habe ich vielleicht eine ganz kleine, ähm, ja, wie in einem anderen PTSD-Attacke gehabt, weil ich da richtig Angst hatte in dem Moment. Äh, ich habe das nicht gemacht. Ich habe Deeks geschrieben, das Boot beschrieben und, äh, er hat von Weitem ein bisschen aufgepasst. Im Endeffekt war es nur ein langes Gespräch über die Ranger und so weiter und so fort, aber ich, äh, müsste doch wieder in Therapie bei, äh, bei den Herrn Nassen. Das sehen wir immer noch in meinem Kopf drin, weißt du? Ich, äh, verstehe. Das hört, also, allein wie das anfängt, hört sich das schon sehr schräg an. Was, wer, diese SMSen sind sehr schräg, wenn ich ehrlich sein darf, zu dir. Ah, zu, darf ich noch was sagen? Ja, klar. Na, darfst du jetzt halt was sagen? Äh, oh, ich bin gewohnt zu fragen. Als ich in der Bank war, haben die mir gesagt, dass, ähm, ich die Wahl habe, ob ich jetzt mitgehen, ob ich jetzt mit denen mitgehe oder nicht. Ich habe das so interpretiert, dass ich eigentlich gar keine Wahl habe. Und wenn ich jetzt sage, nein, ich gehe nicht weg, vielleicht, äh, die Kugel, die sie vorher nehmen, ich geschossen habe, in meinen Kopf habe. Also habe ich ja gesagt. Und er hat sich auf diesen Stein gesetzt und genauso gesagt, äh, Frau Banz, Sie haben die Wahl. Entweder setzen wir uns jetzt hier hin oder Sie gehen aufs Boot. Ich hatte wirklich, ähm, keine guten Gefühle da gerade. Äh, also, erst einmal bitte frag nicht nochmal, ob du was sagen darfst. Du darfst immer jederzeit was sagen, okay? Okay. Und die andere Sache, bitte, was? Ari, das klingt komisch. Ich meine, auch wenn er nur über seine Ranger-Zeug da reden wollte, aber das ist wirklich sehr merkwürdig. Irgendwie. Ich dachte auch gerade am Anfang ein bisschen, das geht in eine ganz merkwürdige Richtung mit dieser schwarzen Tasche und so, um ehrlich zu sein. Ähm, das dachte ich auch. Ja, bei solchen Sachen darfst du auch jederzeit mich anrufen, okay? Ich meine, ich würde jetzt nicht mit dem Spot vorbeikommen, weil du das jetzt denkst oder so, ne? Aber. Ich will nicht andauernd Ärger machen und ich hatte, Dix wohnte in der Nähe und ich hatte ihn, ja, aber ich hatte ihn doch dabei. Ari, du machst keinen Ärger. Ich hatte Dix dabei, es war alles gut. Ja, Dix ist natürlich auch super, die, äh, Lösung. War er in dem Moment. Er ist natürlich auch regelmäßig an uns vorbeigechockt. Das war schon ein bisschen lustig, ja, aber. Wenn du der Person vertraust, das, äh, ja, das musst du wissen, natürlich. Ich vertraue, Herr Dix, ja. Ich kenne ihn schon ne ganz weit. Ja, wie gesagt, ist okay. Ich, äh, hab, äh, da meine Meinung über Dix. Das liegt aber auch daran, was ich, äh, weiß. Aber das spielt keine Relevanz. Okay. Von daher, wenn du ihm vertraust und dass, äh, er nur fast, ja, die Sicherheit bieten kann, ist das okay für mich. Naja, ich hatte ihm die Farbe des Bootes gesagt und, ähm, alles, was ich da jetzt wusste, dass ich mit Herrn Hunt unterwegs bin oder zu dem Zeitpunkt auch mit Herrn Hunt, der sich mit Herrn Hunt ausgibt. Ich dachte, kurzzeitig, er wäre ein bisschen flattig gewesen. Das, ähm, war ein bisschen komisch. Dann habe ich sofort ein schlechtes Gewissen gehabt, aber ich kann aus dem Gespräch hier auch nicht raus. Hm, wie meinst du das schlechtes Wissen? Ja, dir gegenüber. Ich habe dir sofort geschrieben, dass ich mich mit ihm treffe, weil ich will nicht, dass irgendwelche... Ari? Ja? Ich vertraue dir. Ja, gut, aber ich bin hier mal... Ich würde nichts reininterpretieren oder so. Weil ich dir vertraue. Und das möchte sich auch nicht so einfach ändern. Jusuke, ich treffe mich aber eigentlich ungerne mit Männern, mit denen ich nicht so viel zu tun habe. Das geht von mir aus. Okay. Gut, dass dir aber auch nichts dran passiert ist. Nee, war... Der wollte wirklich nur über Ranger-Sachen reden. Äh, ja. Und mir mit dem Boot rausfahren. Und dann denke ich, wenn er wirklich eine angelt, was ich jetzt mal glaube, war danach das Gespräch schon irgendwann ein bisschen entspannter. Er hat aber wirklich eine andere Art zu reden mittlerweile. Ähm, ich denke, er wollte einfach angeln. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Naja, so eine persönliche Cuts-Ferendung ist schon merkwürdig eigentlich. Wenn er sich halt so vom, wie er spricht, komplett geändert hat. Schwierig. War schon irgendwie komisch. War sehr unsicherlich. Hab überlegt, soll ich jetzt auf dieses Boot gehen oder nicht? Aber, nee. Vielleicht ist es auch gut, dass du nicht da drauf gehören willst. Nicht, wie er hat mit Herrn Larsen reden. Weil dann dieses... Sie haben die Wahl vorbeizt. Das hat mich ein bisschen zurückgeworfen wieder. Ist kein Wunder bei dem, was du erlebt hast an sich. Aber... Ist er denn so greifbar für solche Gespräche? Weil oft bekomme ich den nicht mit, dass er da ist. Hm, was meinst du? Ich meine nur einfach seine generelle Begreifbarkeit. Also hier von Larsen. Ach so. Ja, doch. Natürlich. Mit ihm befreundet. Und er arbeitet ja für SPD. Ich kann ja auch eine Uniform für mich. Hm. Hm. Tut mir leid, dass dein Tag irgendwie nicht so... Ich... Tut mir leid, dass dein Tag nicht so... ...soll und stressig. Ich würde gerade irgendwie gerne was sagen, was sich aufheitert. Ich bin da aber wirklich nicht so gut drin. Ehrlich zu sein. Ähm. Mir tut's auch, dass ich bin heute irgendwie... Ja. Also, okay. Oh, das wird irgendwie ein bisschen... ...rummisch. Ja, das, äh... ...verstehe ich irgendwie. Wisst ihr... ...ist es für dich langweilig, wenn du mich nach dem... ...wenn du mich nach der Arbeit hier triffst. Und es so spät ist. Tja. Ist dir langweilig, wenn du dich nach der Arbeit hier mit mir triffst? Oder wir einfach durch die Gegend fahren? Nein. Ich verbringe gerne Zeit mit dir und... ...selbst... ...Ari, selbst wenn wir uns hier hinstellen und einfach nur die Stadt anschauen... ...das reicht für mich schon. Auch wenn das noch wochenlang genauso weitergeht? Auch wenn das wochenlang genauso weitergeht. Warum sollte ich da anders denken? Du wirst nie langweilig sein. Und wenn wir im Kreis fahren... Ich kann das wissen. Selbst wenn wir im Kreis fahren... ...ist mir nicht langweilig. Weil ich dich... ...an meiner Seite habe und... ...ja... ...an meiner Seite bist. Die Frage ist eher... ...ist es langweilig mit mir... ...so... ...durch die Gegend zu fahren oder... ...hehezustehen. Nein. Aber wie kommst du denn dann darauf? So. Soll ich ehrlich zu dir sein? Ja. Abends... ...nach dem Dienst dich zu sehen... ...ist für mich... ...das, was ich den ganzen Tag momentan anstrebe. Was? Was? Es ist gelogen, hör aufzulegen. Es ist nicht gelogen. Das ist die Wahrheit. Okay. Zu lesen... ...dass du mit mir... ...noch was machen möchtest... ...das... ...macht... ...mich glücklich. Nicht. Äh... ...ä... 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 ...bringst du mich gerade ein bisschen aus dem Konzept? Ähm... Ähm... Äh... ...ä... 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 Ich komme sofort wieder. Wartest du einen Moment? Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ist okay. Ich will die Stimmung nicht zerstören. Okay. So. Ich habe leider nicht das gefunden, was ich gesucht habe, weil wir keine Flasche mehr davon haben. Dann mache ich das jetzt ein bisschen anders. So. Es gibt in meiner Kultur Sonatritual, kann man eigentlich sagen. Eigentlich... Ich habe das noch nie gemacht. Und wie jemand aus dem Westen kann das jetzt sehr fremd wirken. Deswegen ist es auch nur eine Option. Ari? Ja? Ja? Du bist eine Person, die für mich sehr wichtig ist. Du bist eine Person, die... Ich denke, ich habe zumindest das Gefühl von dem, was du andeutest. Und ich verstehe es halt selber bei mir. Aus meiner Sicht halt auch, wie du ja weißt. Nur... Warum sollte ich dich anlügen? Verstehe ich nicht so ganz, warum du das denkst, dass ich dich anlüge. Und... Das ist ein bisschen abgewandelt jetzt, was ich hier mache. Ähm... Also hier ist ein kleines Messer. Mhm. Ja. Und... Ich mache es... Keine Angst, ich will jetzt nichts Böses machen oder so. Das kann jetzt... Also... Ähm... Ähm... Ja? Und meine... Ich... Und meine... Ich... Bringst du mich jetzt um? Nein! Nein! Ich bring dich nicht um! Ich... würde mir einen Finger pieksen... und einen Tropfen Blut... in... das Glas machen... in das Whisky-Glas, weil... wir haben keinen Sack... Es ist... Es ist so eine Art Verbundenheit. So eine Art Verbindung, die man damit macht. Und... Ich... Ähm... Möchte dir damit zeigen, dass ich dich niemals anlügen würde. Und... Ja... Also... Keine Ahnung... Es... Es ist komisch, oder? Es ist... Ich kann es wieder wegräumen. Nein! 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 Es ist... Okay! Ich bin... Wir haben halt keinen Sack... Und das ist halt nicht... Also ich weiß, dass du halt Whisky magst... Und irgendwie ist es halt... Schon ähnlich... Es geht um die Symbolik dahinter... Und nicht um das, was man dabei trinkt... Und... Keine Ahnung... Ich... Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich nicht anlügen würde. Und... Ich verbringe wirklich jede Sekunde gerne mit dir. Und du bist wirklich das Highlight für mich... Am Abend, wenn wir uns sehen. Und das macht mich halt sehr glücklich. Und... Ich gucke gerne mit dir einfach in den Himmel. Und... Selbst wenn wir einfach uns da hinsetzen... Und uns die Wellen im Pool anschauen... Oder halt... Äh... Sonnenblumen irgendwo sehen... Und... Ja, keine Ahnung... Selbst wenn wir einfach mit dem Fahrrad im Kreis fahren... Und einen Block... Ist das mir scheißegal, weil ich mit dir einfach Zeit verbringe... Und... Und mir wichtig ist... Ja, okay... Muss ich da hinten machen? Ich... Weiß nicht... Achso... Ja, also... Nun... Also... Es wäre halt so... Ich... Ich... Habe jetzt ein Küchen... Also ich habe auch theoretisch noch ein anderes Messer dafür... Ein... Viel... Besonderes Messer... Aber... Wir können das auch mit dir... Ich kann auch das andere holen... Also wie du magst halt... Ich will... Also es wird dir... Also es ist halt so... Ich piekse mir in den Finger... Und mache einen Tropfen rein... Bei dir ins Glas... Und du piekst dir in deinen Finger... Einen Tropfen in mein Glas... Und im Prinzip... Bringt jeder... Das Blut des anderen... Das klingt jetzt so falsch... Irgendwie merke ich gerade... Aber... Das ist wie die Apolle sind... Merkwürdig... Das passt ja... Ich bin doch... Auch merkwürdig... Du bist... Tischblüten merkwürdig... Nein, ich bin merkwürdig... Nein... Dann... So... Willst du das wirklich? Ja... Okay... Ich bin ganz vorsichtig... So... Ganz kleiner Pieks... Pieks... Hey... Okay... Und dann bei dir... Ist das? Genau... Einen Tropfen... Okay... 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 Bleib mit deinem Finger... Moment... Ich hab hier ein kleines Laster... Ja... Ich... Wollte es gerade bei mir am... Okay... So... Nein... Ich... So... Hier ein kleines Tüchler... Also ein kleines Abtupfen... So... Nicht, dass du deinen schönen Pulli damit fleckst... Und... Zack... So... Und jetzt... Ja... Pieks dich mit meinen Finger... Und... Da ist... Auch ein Träppchen Blut drin... Ja... Und... Ich bin wirklich kein Vampir, ne? Nur fürs Protokoll... Ja... Ich hänge nicht wirklich von der Decke... Und so... Ja... Ja, es ist... Ja... Ich... Mag dich sehr... Mach... Ja, auch Sorgen um dich ein bisschen... Wenn ich das so sagen darf... Nee, musst du nicht... Ich... Doch, musst du nicht... Weißt du warum? Warum? Weil du mir wichtig bist... Und... Immer wenn ich dich sehe... Du weißt schon... Ich... Ich habe gerade zu viel geredet... Ich habe gerade viel zu viel geredet... Oh, es ist Sumi Massen... Es tut mir so leid... Ich weiß nicht wohl, dass es gerade herkam... Ich... Gibst du mir... Äh... Was ist das? Ja... Bitte sehr... Sam... Was... Ich... Ich... Was... Ich... Ähm... Gib dir dein Glas... Ich... 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 Ich stehe aus so'n scheiß geiler Seher. Das schmeckt jetzt nicht so viel schlechter wegen dem Tropfenblut von mir. Nein. Eigentlich schmeckt man das gar nicht. Ja. Normalerweise würde man jetzt noch eine Zeremonie machen und einen Priester selber mit dabei. Und man würde in so'ne Glocke dran klopfen und alle verneigen sich. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ja. Ich hoffe, die kleine Revision war auch okay für dich. Ja. Alles denn neu für mich? Wenn ich ehrlich sein darf, du bist die erste Person, mit der ich das gezeigt hab. Warum vertrauen mir alle anderen zu viel? Warum vertraust du mir so? Nein, du lernst mich doch trotzdem noch kennen. Ich könnte wirklich der Teufel sein. Nein. Glaub mir, kannst du nicht. Ich kenn den Teufel. Ich muss mich ein bisschen Background-Story auspacken. Jetzt geht's. Und? Warum soll ich dir nicht vertrauen? Ich mein, du bist doch meine Freundin, oder? Deine Freundin, deine Partnerin. Ja. Ich, aber... Es geht alles so schnell. Bitte? Du hast uns klar so... Es geht alles so schnell. Ich... Ich... Ich, ähm... Weiß, dass ich das oft sage. Ähm... Also... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man sowas anspricht. Ist... Oh. Ist das was Schlimmes? Für mich schon, ja. Oh. Okay. Machst du mir grad ein bisschen... Nein. Ähm... Ich hab dir doch gesagt, dass Derry meine erste richtige Beziehung macht. Hm. Ja. Ich hatte davor in Kentucky aber mit einigen Männern, Jungs, zu tun. Ich, ähm... Hab mit, ähm... Denk nicht falsch von mir, okay? Ich war sehr naiv damals. Und, ähm... Ich würde nicht falsch von dir denken. Ich hab ein paar Mal die Schule gewechselt, ähm... Und... Hat sich so ein bisschen in Ruhe gesprochen, dass ich, äh... Sehr leichtgläubig bin. Und... Ich dachte eigentlich immer, ich hätte Beziehungen. Aber meistens war das auch nur so... Es ging sehr schnell und meistens war das auch nur so... Eine Woche oder anderthalb Wochen. Eigentlich immer, bis ich, ähm... Naja, mit ihm geschlafen hab. Ähm... Es sind viele Sachen passiert. Das eine Mal war ich eine Wette. Das andere Mal hat mein Bruder da seine Finger im Spiel gehabt. Ich wurde eigentlich ständig verarscht. Egal, wo wir hingezogen sind. Mir ist das immer passiert wegen meiner Art, weißt du? Und... Ich, ähm... Hab mit... Ich hab mich für vieles so viel hergegeben. Das, was ich heute nicht machen würde. Nie wieder... Mir ist das peinlich. Und ich möchte nicht, dass du was Falsches von mir denkst. Und immer, wenn mir alles so schnell zwischen uns geht, denk ich... Kurz daran zurück und denk mir... Du könntest mich jede Sekunde rausschmeißen, wenn du hast, was du wolltest. Und... Es wird mir wieder passieren. Es gibt keine Sicherheit, verstehst du? Das ist ja gar nicht das Schlimme an ihrer Begründung. Das ist gar nicht das Schlimme an ihrer Begründung. Tut mir leid zu hören. Ich hab's über ganz klein nur angefangen. Richtig. Mir ein bisschen das Herz gerade. Also... Es tut mir so leid. Nein, das, ähm... Ist tatsächlich, ähm... Ich bin mein Hauptproblem, ähm... Ich will nur, dass du verstehst, wieso ich manchmal sage, dass es so schnell geht. Ari? Ja? Wir machen das in deinem Tempo. Und... Das mit dem schnell, das verstehe ich selber sehr gut. Und bin auch sehr verwundert, dass... Ich so... Das so... Ja... So schnell halt bei uns geht irgendwie. Das wundert mich halt auch sehr. Ja, das war bei den anderen, bei der vorherigen Beziehung nicht so. Okay, okay. Und es wundert mich halt auch. Irgendwie, um ehrlich zu sein. So geht das bei mir so schnell. Ich weiß es nicht. Irgendwie... Ähm... So ein... Anderes Gefühl bei dir. Ich... Bin... Ari... Schwierig für mich über Gefühle so. Weißt du... Erstmal, wenn ich über Gefühle geredet habe, wurde mir auf... Egal. Auf jeden Fall war es immer sehr schwierig in meiner Kindheit. Gefühle zu zeigen. Irgendwie... Du bist... Du bist... Du... Du bist... Ich... Ich... Hab irgendwie das Gefühl, dass uns was bindet. Weiß ich nicht. Schwierig. Ich find's nicht, dass es komisch klingt. Nein, ist... Oh Gott. Das ist irgendwie... Darf ich dir noch was sagen? Du darfst... Jederzeit was... Klar. Ich höre dir zu. Das war nicht meine einzige schlechte Erfahrung mit Männern. Ich... Ähm... Ich bin eigentlich... Ich... Ich... Ähm... Das Problem ist, manchmal erzählst du mir Sachen und die erinnern mich an meine eigenen Sachen, aber in einer ganz komischen, anderen Art und Weise. Und... Ähm... Ich bin eher die Zuhörerin und nicht die Erzähler. Ich hab dir das jetzt gerade auch nur erzählt. Damit du verstehst, wieso mir das so schnell geht. Und dass ich Angst hab, jede Sekunde dann rausgeworfen zu werden. Wenn man einfach hat, was man wollte, um dann weitergereicht zu werden. Und dann sich wieder zu vernehmen und wieder denken, dass es der einzig Wahre ist. Findest du mich eigentlich naiv? Jetzt so, wie ich jetzt vor dir stehe. Hm... Warum sollte ich? Ich finde dich nicht naiv. Wirke ich auf dich naiv? Oder habe ich jemals auf dich naiv geblieben? Ich... Finde nicht persönlich, um ehrlich zu sein. Für mich wirkst du in eine sehr empathische Frau, die sich sehr für Menschen interessiert und wichtig ist, Menschen zu helfen. Aber naiv sehe ich hier nicht. Und... Auf die Sache, dass du jederzeit niemals... Warum sollte ich dich rauswerfen? Das würde ich nicht tun. Gibt ja... Gar keine Gründe dafür. Sollten wir uns mal streiten, dann würde ich eher ins Hotel gehen in der Zeit. Und auf die Couch. Oder so. Aber ich würde dich niemals... Nee. Denkst du... Denkst du? Denkst du, es gibt einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Meinst du das? Denkst du, das eine Geschlecht ist mehr wert als das andere? Nein. Jeder Mensch ist gleich viel wert. Egal was für eine Geschlecht die Person hat. Oder sonst was. Man sollte da nicht differenzieren zwischen den Menschen. Weißt du... Ein andermal. Nein, ich höre dir zu. Nein. Okay. Darf ich dich was fragen? Ja, darfst du. Wieso wurde jemand bezahlt, um eine Beziehung mit dir vorzutäuschen und hier anderen Sachen zu machen? Das ist die Frage, die man sich immer stellt, wenn man das hört. Oder wenn man selber darüber nachdenkt. Im Prinzip... Im Prinzip... Vielleicht, um mich zu quälen. Und zu zeigen, dass man Menschen nicht vertrauen kann. Mir mein letztes wirklich in Hoffnung zu rauben. Dass Menschen mich nicht reinlegen würden. Zeigen, dass Menschen nicht... Das Herz eines Menschen sollten. Weiß ich nicht. Musst du meinen Vater fragen? Er saß nur... Er saß nur lachend im Büro. Als... Er mir das gesagt hat. Wie lange lief das? Längere Zeit. Monate. Dann wurde ich ins Büro gerufen von ihm. Und hat er zu mir gesagt... Bis die Frau hier... Die neben mir steht... Hier habe ich all die Zeit bezahlt. Nur damit sie mir die Zeit verbringt und ihr vorheuchelt. Gefühle für dich zu haben. Wie alt warst du da? 18. Was hat die Dame in der Situation gesagt? Sie hat ihr Geld genommen und ist gegangen. War das deine erste richtige Beziehung? Hattest du davon... Dass ich es richtige Beziehung nennen kann, weiß ich nicht. Aber... Ja, das war die erste Frau. Somit ist die erste Frau, mit der ich intim geworden bin. Davor hatte ich ja nicht wirklich ein Leben. Und ich dachte... Es entwickelt sich ein Leben. Vielleicht war es auch eine Art Rache an mir, weil ich... Nicht der Vorstellung entsprochen habe. Und mich... Geweigert habe... Den Weg zu gehen, der mir vorbestimmt war. Das ist doch schon wieder nicht wahr. Ah ne, okay. Das ist ein Unterschied. Ich weiß es nicht. Hast du noch Geschwister? Nicht im eigentlichen Sinne. Sondern? Zumindest nicht, dass ich wüsste. Naja, Bruder und Schwester ist immer eine Definitionssache. Ich verstehe. Es gibt Rituale bei uns, die... Okay, ich verstehe doch nicht. ... Menschen zu Bruder und Schwester machen können. Was wäre denn der Weg, den Herr Pfarrer für dich gesehen hätte? In das Familienunternehmen einzusteigen. Oh Gott. Ich erzähle dir, ich darf nicht nur ein Geschichte von Ariane nicht. Möchtest du wirklich mehr wissen, wie mein Leben war? Möchtest du nicht mehr wissen, wie mein Leben ist, ja? Nur wenn du mir das erzählen magst. Ich... Möchte nicht, dass du von mir wegrannst. Ich... Er hat mich von dir wegrannt. Oh Gott. Ja? Diejenigen, die... Fangen wir mit der größten Lüge meines Lebens an. Mein Vater... ... hat mir mein Leben lang erzählt... ... dass... ... meine Mutter mich nicht lieben würde... ... und sie sich bezahlen, auszahlen ließ. Verstehst du, wie ich das meine? Dass sie sich auszahlen ließ, also dass sie schon deine leibliche Mutter ist, aber... ... sich kein Geld um dich kümmert, sondern nur ein paar sieben Gefäß war für sie? Oder was? Ja, so ungefähr. Sie hat einfach das Geld genommen und ist abgehauen. Stimmt, das hattest du mir jetzt. Das... ... werde ich das glauben lassen. Das... ... richtig. Und das wurde mir mein ganzes Leben lang erzählt. Bis... ... zu meinem 25. Lebensjahr. Ich glaube, das hatte ich dir schon letztendlich, wenn ich mich recht erinnere. Oder? Habe ich dir auch erzählt, dass die Adresse, die ich bekommen habe, wo mein Onkel gekommen ist? Nein, das hast du nicht erzählt, nein. Mein Onkel stand damals vor mir... ... und... ... hatte zu mir gesagt, dass er mir eine Wahrheit erzählt hat. Beziehungsweise hat mir diesen Brief in die Hand gegeben und hat gesagt, geh da hin. Hat mir ein Ticket in die Hand gegeben und ich bin nach Osakam geflogen und sollte im Flugzeug den Brief aufmachen. Kann ich dir aber nicht an alles erinnern, muss zugeben. Ein Brief dran stand im Tenor drin, dass du sich bei mir entschuldigt, dass er das Geheimnis so lange für sich behalten hat. Und dass auf dieser Adresse der Adresse meiner Mutter steht. ... mit der Familie Hanami. Dass die Familie ein Tempel hat. In Osaka. Und dass es meiner Mutter... ... gut geht. Und ja, ich bin da eingeflogen. Ich glaube, das hatte ich dir erzählt, dass meine Mutter halt dann vor mir stand und mich sofort erkannt hat. Und mich in die Arme genommen hat. Aber das Warum habe ich dir nicht erzählt. Wusste sie nichts von dir? Doch. Also wusste sie nichts. Und sie hat sich sehr viel bei mir entschuldigt, dass sie gegangen ist. Aber sie ist nicht freiwillig gegangen. Oh, ich hätte jetzt noch mal eine andere Richtung gedacht. Okay, bisschen weiter. Meine Mutter wurde weggeschafft. Nach Japan geschickt. Weil... ... mein Autosan... ... wollte die Erziehung über mich alleine halt haben. In einer gewissen Hinsicht. ... aber wollte auch seine Frau in Sicherheit bringen. Also... ... es war... ... seine Art, sie zu schützen. Und... Zumindest rechtfertigt sie es so damit. Sagen wir mal so. Und... ... ich sollte nicht mit, aber sie das wollte. Weil er mich formen wollte. ... für... ... dass ich eine... ... stärkere Version verdienen werde. Deswegen... ... auch die Lüge. Und... ... sagt ihr, wie es ist? ... ich bin dann nach Los Santos kommen. Und nicht mehr nach New York zurückgekehrt. Ich habe alles aufgegeben in New York. Ein Job. Eine Reputation in den Job. Die wenigen Freunde... ... um... ... um... ... um... ... keine Dummheit zu begehen. Um keine Dummheit zu begehen. Was meinst du damit? Was macht das mit einem... ... wenn man erfährt... ... dass der Vater... ... einen 25 Jahre angelogen hat... ... dass seine Mutter... ... einen eigentlich... ... vom Herzen auf liebt. Ja, ich... ... und weinend vor einem... ... ist... ... ich glaube nicht... ... dass ich ihn umarmen möchte. Aber ich werde auch nicht aussprechen... ... was ich vielleicht getan hätte. Glaub nicht. Oh mein Gott, Ariane und Prof haben es getan. Aber... ... es war sehr viel Wut... ... in mir. Ich war auch... ... einige Zeit bei meiner Mutter... ... in Osaka. Aber irgendwann... ... musste ich einfach gehen, weil... ... weiß ich nicht. Ich konnte nicht bleiben. Aber ich bin immer wieder gern da. Ähm... ... ich meine... ... ich würde auch gern... ... wenn du das natürlich dann noch möchtest... ... mit dir auch dorthin reisen. ... dann... ... ich glaube... ... die würde dich sehr mögen. Irgendwann... ... anders wenn sie... ... wüsste, dass ich mit dir reden kann. Na ja, kannst du mit mir reden? Gut zuhören kann ich. Das kann. Gut. Ja, ich finde schon. Und dich nicht in den Arm nehmen gerade. Also ich... ... ich... ... werde dich irgendwie... ... die ganze Zeit... ... erzählst du in den Arm nehmen, aber... ... mhm... ... das wäre auch okay für mich. Wer ist da? Es ist die Frage, ob du es... ... gleich noch willst. Es ist egal, was du mir gleich erzählst. Wirklich. Ich... ... ich... ... ja... ... ich wollte dir eigentlich über die Kindheit erzählen. Ich werde einige Sachen weglassen. Bin ich ehrlich zu dir. Das ist... ... ich bin da nicht bereit für. Okay. Sollen wir uns hinsetzen, lieber? Wie du magst. So, können wir machen. Und hier. Und hier. Wohin? Wohin möchtest du dich hinsetzen? Ist mir völlig egal. Mh... ... einfach hier in die Ecke. Ja. Ja, können wir machen. Ja. Hm. Tja. Wo fang ich an? Meine Kindheit war keine Kindheit. Ich glaube, das hast du dir schon gedacht. Ja. Ich... ... war... ... bis zu meinem vierzehnten Lebensjahr eigentlich... ... nur... ... im Homeschooling... ... acht Stunden am Tag. Lernen. 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 Über... ... Dinge. Normale Dinge, die man wohl gelernt hat. Schooldinge. Denke ich. Okay. Über... ... geschäftliche Dinge. Über... ... ... die Samurai-Zeit. Weil es so wichtig war. In den Augen von... ... Mann-Otosan. Und... ... über viele andere traditionelle Sachen. Also im Prinzip... ... über die modernen und der traditionellen Zeit. Erwartungshaltung meines... ... Oto-Sans war immer sehr hoch. Wenn ich die Leistung nicht erbracht habe, wurde ich geschlagen. Das habe ich mir schon gedacht. Teilweise mit Fäusten. Teilweise mit einem Bambusstock. Darf ich dich was fragen? Ja. Darfst du. Erklärt das die Naht nur auf deinem Rücken? Oder ist das eine andere Geschichte? Ich auch. Okay. Ja. Entschuldigung. Alles okay. Wenn du Fragen hast. Oder wenn ich aufhören soll, sagst du es bitte einfach. Ah, jetzt ziehe ich mich weiter. Auf jeden Fall. Du hast meinen Rücken gesehen. Viele Tätowierungen sind da drüber. Ähm. Ja. Aber nicht nur in dieser Situation wurde ich gequält. Sondern auch wenn ich das Training nicht gut vollendet habe. Musste lernen. Wo du so lernen, das habe ich dir schon mal erzählt. Da wurde es um Rai. Naherkampf. Mit der Katana zu kämpfen und sowas. Wenn ich da keine Zufriedenheit hatte. Erbracht habe. Wurde ich auch gefürzt. Die tiefsten Narben auf meinem Rücken stammen. Von Kämpfen mit meinen Motos an. Weil. Mit Trainingsschwertern zu kämpfen ist was für Schwächlinge. Du hast mit richtigen Schwertern gekämpft? Ja. Mit scharfen Schwertern? Ja. Okay. Auch meine Narbe in meiner Schulter habe ich dir erzählt, glaube ich. Und dass ich wegen dieser Krankenhäuser hasse. Und jetzt an mir geht. Ich selbst mit einer Schussbunde nach Hause lieber gehe als ins Krankenhaus. Ja, ich weiß. Und. Ja. Sagen wir mal so. Wir haben einen Familienarzt. Der ist Dr. Fujiwara. Das ist der einzige Arzt auf der ganzen Welt, der ich vertraue. Weißt du warum? Warum? Weil mein Oji-San dafür gesorgt hat, dass der mich meistens irgendwann nur noch behandelt. Und er treu gegen meinen Onkel ist treuer als gegenüber meinen Vater. Und die Behandlung dann dementsprechend ordentlich war. Ja. Wie gesagt, jetzt sag bitte, wenn ich aufhören soll. Weil. Ich höre dir zu, Justin. Ja. Nun. Wir waren auch oft auf Reisen. Also ich habe sehr viel von der Welt gesehen, wie du dir denken kannst. Hat sich natürlich angeboten mit Homeschooling. Ich glaube, eines der prägendsten Sachen, die mir meine Oji-San angetan hat, die Aussetzung in der Wildnis, würde ich sagen. Teilweise. Ich habe dir aber nicht gesagt, wie lange. Nein, nein. Ich wollte dir nur noch sagen, wenn dir irgendwas besonders schwerfällt, ich ähm, du kannst Dinge auch überspringen. Ich will mich gerade, als würde ich dich zu irgendwas drängen. Du bringst mich nicht zu irgendwas. Ich habe Angst, dich zu vergrollen und dich zu verlieren nach diesem Gespräch. Weißt du nicht. Ich glaube, dass dir. Aber. Auch ich habe mein Päckchen. Was mich sehr. Du verstehst es. Ja. Auch irgendwo. Denke ich. Tja. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Ja. Ich habe unseren Vater getötet. Es war Winter. Die Männer meines Autosans haben mich mitgenommen. Habe ich in den Wald gebracht. Oh mein Gott. Ausgeworfen. Jetzt spricht er noch mit der Stimme weg. Hilfe. Habe mir ein Messer eingeworfen und sagte, Du weißt nicht, wo du bist. Überlebe die nächsten Wochen. Wochen? Also wirklich. Da bist du mein Sohn. Wochen? Ja. Werd warst du da? Das möchte ich dir nicht sagen. Okay. Aber. Du kannst es dir vielleicht schon bedenken. Sehr jung. Dann war ich da in diesem Wald. Zu viele Beeren essen. Das ist nebenbei nicht so gesund. Hast du Giftige erwischt oder was? Nee. Der Magen macht das irgendwann nicht mehr so mit. Und. Ja. Ich sollte halt das Wissen anwenden, was ich gelernt habe. Wie du siehst, habe ich überlebt. Knapp. Siehst du knapp? Warst du unterernährt oder ist was passiert? Auch wilde Tiere. Oft versteckt. Muss natürlich auch Tiere töten. Um zu überleben. Ja. All das um 2% Respekt vor meines Vaters zu bekommen. Na ja. Ging es dann wirklich um diese 2% Respekt? Um sie von Aparta zu bekommen oder ums reine Überleben? Für mich zu dem Zeitpunkt. Respekt zu bekommen. Was? Weil. Ich hatte nicht meine freien Gedanken so wirklich. Das kam sehr viel später in mein Leben. Und. Ja. Was soll ich sagen? Ich lebe. Irgendwo. Ja, zum Glück. Wir waren in diesem Wald noch sehr oft irgendwann. Im Winter meditiert mit ihm. War sehr kalt nebenbei. Äh. Man muss sehr wie die alten Menschen aus der Vergangenheit meditieren. Naja. Das war meine Kindheit. Schmerz. Albträume. Hass. Keine Liebe. Angst zu versagen. Sehen will. Wie liebe wir so sterben vor mir. Und noch vieles mehr. Ich habe Sachen gelernt, für die ich mich sehr schäme. Und ich auch nicht übersprechen möchte. Dann mag ich auch nicht. Aber hey. Mit 14 durfte ich wenigstens auf eine Highschool gehen. Nachdem man fünf Stunden darüber diskutiert hat, gefühlt. Und du warst also unter 14. Kind. Das ist richtig, Detective Ari. Nein, ich habe jetzt einfach noch zugehört. Ich war zwölf. Ich weiß jetzt nicht, was hier rauskommt. Ich weiß jetzt nicht. Ja. Dann bin ich in der Highschool in Manhattan gewesen. Die Zeit, wo ich gemerkt habe, dass Menschen es komisch war, weil unter Menschen seien eher hatte sehr Schwierigkeiten, Freunde zu finden, wie du dir vorstellen kannst. Wenn man nur unter erwachsenen Menschen ist, keine Kinder um sich hat, nie mit Kindern spielen durfte. Weil es alles Ablenkungen sind. Ich kann mir das gut vorstellen. Warst du der Einzelgänger oder hast du letztendlich noch Leute gefunden? Es war schwierig. Ich hatte oberflächliche Kontakte, aber so wirklich Vertrauen gab es da nicht. Zumindest nicht in Amerika. Da habe ich ging das einfach nicht. Ich hatte einen sehr guten Freund. Also habe ich einen sehr guten Freund, ich hatte. Dann habe ich dir ja schon erzählt. Es ist Yoshi. Wir kennen uns ewig, sehr lange. Das war so der einzige Kind in meiner Kindheit, mit dem ich befreundet war, weil die Familien miteinander sehr gut auskamen. Und dann haben wir manchmal ein bisschen Unfug gemacht. Was heißt Unfug? Auch wenn man ja naja so Unfug halt eben, weil Wasser von einem Dach runterkippen auf jemanden oder so. Bitte was? Kannst du das nochmal sagen? Wasser von einem Dach runterkippen auf eine Person. So Unfug halt. Okay, okay. Gut. Nein, das danach war natürlich Schmerz, was dann passiert ist, wenn wir erwischt wurden, aber das war es uns wert irgendwie. War eine coole Zeit mit ihm. Hast du nicht verstanden? Nein, ist gut. Ja, aber die High School Zeit war eine wichtige Zeit, trotz alledem. es gab es gab es gab ein Praktikum in der High School, die einen Werdegang verändert hat. Ich konnte also ich war in einem Monat beim NYPD und Schülerpraktikum und Schülerpraktikum und dort habe ich dann meinen zukünftigen Mentor kennengelernt, der zu dem Zeitpunkt auch Officer war. hat mein Vater nicht so geschmeckt, hat mein Vater nicht so geschmeckt, dass ich dann Praktikum gemacht habe. Weil ich sollte das Praktikum natürlich in der Firma machen. und was soll der Stuss? Ja, war ein interessanter Monat. Ich habe spannende Einblicke bekommen und bin an den richtigen Officer geraten, so gesehen, weil ich war nicht der Einzige, der ein Praktikum gemacht hat dort. Meist hatten halt nur so, ja, was willst du Kindern halt zeigen? Strafzettel schreiben, Parksünder aufschreiben. Ich hatte das ein bisschen anders. Mir wurden eher, klar, solche Sachen wurden mir auch gezeigt, aber ja, ein bisschen lachen. Er hat mehr Community-Policing gezeigt, mehr. Wir waren in Gegenden, wo er sehr viele Bürgerdialoge geführt hat mit, also eher sozial schwächeren Gegenden. Er sprach mit den Jugendlichen über ihre Träume und Ziele im Leben. Das hat mich sehr beeindruckt und hat mich aber sehr traurig gemacht, um ehrlich zu sein. Warum traurig? Ja. Irgendwo erinnerte mich die Situation an mich. Ich war nicht so, wo die gewohnt haben, aber die nicht die Möglichkeit zu haben, was man im Leben machen möchte, weil es ein Vorbestimmtes, weil man keine Wahl hat. Die Menschen haben es schwer, rauszukommen. Genauso wie ich es schwer hatte, aus meiner Pflicht rauszukommen. und ja, es hat mich halt, ich fand es halt spannend, besonders, er hat mit den Menschen halt gesprochen, versucht, Wege aufzuzeigen, nicht in die Kriminalität abzu, also aufzusteigen, reinzukommen, irgendwelche Gangs reinzukommen, sondern einfach, wir haben mit ihm gesprochen, er meinte, und die haben natürlich doch oft gesagt, ja, es war Träume, wird halt nichts, aber er hat sich die Zeit genommen. Er ist nicht von Action zu Action gesprungen, weil er sonst ist, sondern er hat sich die Zeit genommen, er hat Sachen rausgesucht, wo die Leute vielleicht Möglichkeiten haben, zum Beispiel Kurse zu überlegen oder so, teils. Okay, warum? Ich erinnere mich gerade genau an das, was er, wo er es tatsächlich gerade machen möchte, und was er gerade schon aktiv tut. Ich habe tatsächlich auch Gutscheine von ihm bekommen, die wir dann dort verteilen, bei den Leuten. Tatsächlich ist das genau das Konzept, was mir gerade bei ihm gefällt, was er nicht dahin möchte. Ich gehe auch davon aus, dass du da hin bekommen kannst. Ich bin mir nicht sicher, keine von meinen Versetzungsanfangen hat. Aber es ist egal, das ist nicht das Thema. Erzähl weiter. Ja, Kurse zu überlegen hat mich sehr an mein Mentor. Bisschen. Nun. Aber sag's ihm nicht. Wenn du mir das sagst, dann sag ich es ihm nicht. Es würde so gut sein, wenn du mit jemandem darüber redest. Nein, das bleibt uns auch. Das weißt du auch. Das weißt du. Ja. Willst du sicher, dass du noch weiterhören möchtest? Wir können auch hier erstmal stoppen. Wie gesagt, ich möchte nicht, dass du wegrennst. Ich meine nicht. Ich sitze doch immer noch hier. Was sollst du getan haben? Was willst du mir erzählen, das mich irgendwie zum Wegrennen bringt? Es gibt nicht. Ich habe keine Ahnung. Es ist... Nicht jeder kommt mit sowas halt klar und... Weiß nicht. Soll ich Sorgen haben, dass du von mir wegrennst? Nee, das will ich nicht tun. Oder mich in State Prison steckst. Klar. Aber nur, wenn ich in der Zelle mit bin. War ein kleiner. Spaß. Ja. Nun. Was denn saßt du schon zusammen in der Zelle, wenn man es genau nimmt? Gut, alleine waren wir nicht. Hm? Alleine waren wir nicht. Ach so, da waren... Stimmt, da standen ja noch andere Leute. Genau. Die habe ich irgendwie ausgeblendet. Ob ich... Und das hatte ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch. Ich weiß nicht warum, das habe ich immer, wenn ich mit dir zusammen bin. Es ist, als wären wir alleine. Das sind Leute in unserer eigenen Welt. Das geht mir auch so. Ähm. Nun. Ich... Kann das nur so unterschreiben. Und... ich meine, ich erzähle... Habt ihr gerade was erzählt? Wo ich bis jetzt kaum jemanden drüber gesprochen habe. Thilo und Elena. Natürlich mit der Person, dessen Namen ich genannt werden soll. Aber... Kannst du auch nicht überprüfen. Ich nehme Rücksicht. Nein. den Namen ist es. Aber... manche Details habe ich nur dir bis... Also, das habe ich dir nur erzählt. Das ist die erste Person, mit der ich ein bisschen über diese Narben gesprochen habe. Hm. Ich muss mich zurückhalten, dass ich mich wirklich ganz, ganz fest in den Arm nehme. Das ist schon okay. Ich würde dich auch gerne in den Arm nehmen. Hm. Darf ich dich was fragen? Ja, klar. Bei dir war alles also... in der Kindheit... ähm... in der Familie sehr... Wie nennt man das? Hm. Das war eine Männerdomäne. Ich finde das richtige Wort dafür nicht. Wie sagt man das? Wenn es ja nur um Männer geht und Frauen da glaube ich nicht so einen großen Platz haben, oder? Oder sehe ich das falsch? Es gab nicht viele Einfnisse durch äh... in meiner Kindheit. Das ist richtig. Warum fragst du? Nun... Lustigerweise war das bei mir genauso. Das... Ich... ähm... war nicht gewollt. Ähm... Meine Tochter war nicht gewollt. Ich... Ich weiß nicht. Mir ist aber auch überhaupt gar nicht danach gerade. Nur wenn du es erzählen möchtest. Ich... höre dir genauso gerne zu, wie du mir zuhörst. Und... Es ist schon spät los, ne? Es obliegt deine Entscheidung, Ari. Ich... bin jederzeit offen dafür, zu hören. Und... Mir ist es auch wichtig, über dich mehr zu erfahren. bin ich ehrlich zu dir. Aber... werde dich niemals dazu drängen. Du drängst mich ja auch nicht. Nein, ich... bin ich nicht niedrig. Ich... 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 versuche eine Metapher zu finden. Muss... Musst du nicht. Ich... Ich... Wenn ich erzähle, dann erzähle ich kreuz und quer. Ich... ähm... kann das nicht so wie du. Es ist ein bisschen wild bei mir. Aber okay. Ich schäme mich halt für viele Sachen. Und... Das... Musst du aber nicht. Ich meine... Du hast mir ja gerade was erzählt. Und... Ich... 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 Mein... Manches Verhalten... Der Verhalten hat immer seine Gründe. Und... Und... Natürlich. Ich... Ich meine... Dass ich... So streng bin, hat ja auch seine Gründe. Ja, das... Glaub mir. Das verstehe ich jetzt auch sehr, sehr gut. Und du bist wirklich... Ähm... Ja... Sehr streng. Auf... Ähm... Sehr arbeitend. So wie Marston. Alles gut. Ich... Ähm... Blende dich tatsächlich immer komplett aus und denke mir einfach, du bist jemand ganz anderes in dem Moment. Das ist ja nicht mein Freund. Okay. Weil ich es tatsächlich komisch finde. Ich, ähm... Versuche da irgendwie auch für mich einen Weg zu finden, damit umzugehen. Tut mir leid. Ich... Das klingt jetzt so negativ, aber ich finde es halt komisch. Weißt du, wenn Dix mich fragt, ähm... ob er das richtig mitbekommen hat, eine... ein... ein Antisen von Herrn Weiß, dass, ähm... ich und, äh... Korayame... Und ich mir sage, ja, ja, das stimmt. Und, äh... bin sehr glücklich. Und, äh... er plappert so viel. Um es mal so auszudrücken. War also ein unglückliches Timing von ihm vorhin. Das war... Ja. Es ist trotzdem... Ich... Kann... Ich sag dir jetzt was, aber du darfst das wirklich, wirklich nicht in den falschen Hals zu kommen. Okay? Okay. Versprochen. Ich verspreche es ja. Ich... bin froh, wenn ich aus La Misa weg bin, weil ich es komisch finde, dich da immer zu sehen. Ich fühle mich nicht wohl. Weil wir in einer Beziehung sind? Ja. Oder... Weil wir in einer Beziehung sind. Aber... Das ist... doch verständlich. Ich... oder... sehe da jetzt nicht... etwas, warum ich das falsch verstehen sollte. Okay. Ich hatte ein bisschen Angst, dass du das falsch aufhörst. Hm. Nee. Das ist... Okay, weil... ich auch die Dinge sehr professionell halte, wie du weißt. Und... wenn du dich auch damit unwohl fühlst, ist es halt verständlich, dass du dann ein anderes Departnern musst. Und ich hoffe sehr für dich, dass du in das Departner kommst, wo du gerne hin möchtest. Aber... ich... bin da bei dem Thema leider raus. Nein, ich... das... das war es jetzt auch. Ich... äh... frag dich hier nichts. Äh... Ja, Milla hat's mir halt geteilt. Nein, das... das hab ich dir auch selber gesagt, das wär kein Problem. Ich weiß. Ähm... nur, dass mir das unangenehm ist, dich, äh... so generell da, das, ähm... das ist mir... es ist mir einfach unangenehm. Fertig. Ich will... Entschuldigung. Ja, deswegen... Was? Weil wir in deinem Departner sind. Oder weil... ich... ich... bin im PD. Und du... Ich wollte niemals jemanden vom PD. Wirklich nicht. Tja. Und die Schicksalsfehlen dann hinführen, ne? Mann. Ich... Aber hab ich dir ja auch gesagt, ist er bei mir ähnlich. Aber... dann bist du da aufgetaucht. Ja, sorry. Dafür musst du dich nicht würdigen. Ich find's... schön, dass du aufgetaucht bist. Unerwartet. aufgetaucht bist. Aber schön. Ich war ja... die ganze Zeit schon da. Ja. Wie müde bist du. Es geht. Ich bin eigentlich noch fit. du. Oh. Warum fragst du? Spielt mir etwas vor? Nein. Ich kann dir einfach nicht von mir früher erzählen. ich hab... es geht einfach irgendwie nicht. Ich weiß nicht wieso, aber es geht einfach irgendwie nicht. Ich hoffe, es liegt nicht an mir. Irgendwie. Leid, dass ich das denke. So. Liegt nicht an dir. und warte jetzt auch. Mir wurde auch... ... die Frütke gegeben. Ne. Oh mein Gott. Oh. Ja. Es ist... Tut mir leid. Es ist halt leider so ein Ding. Ich kann das nicht. Ich kann es nicht. Ich weiß nicht. Ich mähe da nicht. Oh Gott. Ein, ein andermal. Entschuldigung. Also, okay. Ich bin da, wenn du da vorbereitet bist. Aber erzählst mir das nicht, wenn ich mir im Koma liegen sollte. Du wärst nicht mehr... Das wär nicht fair. Na, du wärst nicht mehr im Koma liegen fair. Hatte ich nicht vor. Ich wollte es nur einmal klargestellt haben. Du bist so... Du bist übrigens wirklich so ein Stinkstiefel auf der Arbeit. Meine Güte. Du bist so ein... Stinkstiefel? Du bist ein Stinkstiefel. Wenn du zu mir in Matanäa sagst, ist das so liebevoll, wenn du das auf der Arbeit sagst. Ist das so, als würdest du dein ganzes Leben hinterfragen und hassen und würdest gleich irgendwie das ganze PD ermorden und am ablaufen. So mit maßen. Weißt du... Das muss ich jetzt einmal kurz rauslassen. Ja. Was soll ich sagen? Ich hab meine Gründe dafür, warum ich so bin, wie ich bin. Ich weiß, aber zu mir bist du nicht so. Ne, warum sollte ich auch? Weil ich auch viel plappere und ein ziemlich... Ne, du... Ziemlich. Du, ähm... Ja. Habe ich vergessen. Ziemlich. Ähm... Nervige Frau bin. Nein. Warum hast du denn nicht wieder diesen Anzug? Das ist schlimm. Ganz furchtbar mit dir. Warum? Ist das doch schlecht. Soll ich dich wieder umtauschen? Warum denkst du immer... Nein! Wie findest du mein Pfadfinder-Outfit? Ich bin nicht hübsch. Ich geh gleich Schokolade verteilen. Oh, nein. Warte. Oh Gott. Nein, nein, nein. Alles gut, alles gut. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich wollte was Pfadfinderisches sagen. Ich, ähm... Entschuldigung. Ich asst du Hunger? Äh, nicht auf Schokolade. Auf irgendwas anderes. Ja. Bisschen. Ich, äh... Okay, ähm... Hier, das hier hab ich. Bitteschön. Ich hab auch Hunger. Kann ich... Oh, warte. Nein, ich, äh... Hab natürlich was bei. Äh, warte, warte. Willst du die Chipshüte mit mir teilen? Nein, ich hab... Ähm... Ich glaub, die reicht nicht. So. Da ist WhatsApp. Bitte? Achso, ne. Ich krieg die Chipshüte. Okay. Nein, du kannst das. Super. Gut, das hab ich jetzt auch nicht so durchdacht. Okay, pass auf. Ich geb dir einen Chipshüte in deinen Mund. Und du gibst mir dafür was für einen leckeren Rahmen. Okay, aber die musst du stürfen, die Nudeln dann. Okay. Erstmal kriegst du die Chipshüte. Die musst du knacken, die Chips. Okay. Warte, das ist okay. Kann ich reingereißen? Ja. Ja, okay. Okay, lass mich... Ich nehme diesen raus. Okay. Oh mein Gott. Der ist riesig. Okay. Gut. Ja. Ja. Aha. Ja. Mhm. Okay. Oh mein Gott, ich hab was vergessen. Ja, schon. Boah, ich war ein bisschen zu heftig. Okay. Und dann jetzt... Okay. Ich kann das noch nicht so gut mit den... Oh mein Gott, ich hab was vergessen. Was denn? Ich hab was vergessen. Was hast du vergessen? Ach, das ist ganz schlimm. Kannst du bitte... Hast du noch Chips in der Tüte? Ja. Okay, vergiss die Stäffchen. Moment. Gut. Ähm. Das Buch spricht nämlich nichts. Itadakimasu. Itadakimasu. Oh nein, ich hab das... Nein, ich hab das extra aufgeschrieben. Das A. Itadakimasu. Frau Winchester hat gesagt, ich soll das A langziehen. Okay. War das richtig? Klingt süß aus deinem Mann. Sollte ich's nochmal schneller sagen? Kannst du das nochmal sagen? Itadakimasu. Itadakimasu. Bist du? Oh süß. Okay, dann hast du mir noch was gesagt, aber ich bezweifle, dass es das heißt, was ich eigentlich ausdrücken möchte. Was denn? Was möchtest du denn sagen? Es könnte sein, dass es nicht das bedeutet, was ich sagen möchte. Ich würde etwas, ähm, das, äh, sie hat's mir gesagt. Ich hab sie gefragt, was, ähm, was so japanisch heißt. Das, was du auch immer zu mir sagst. Eine sehr softe Variante, aber ich bin so unsicher, ob es das ist, was ich damit ausdrücken möchte. Ist ja auch egal. Was ist das denn für ein Wort? Das, ähm, D-A-I-S-O-K-I und dann ein frei D-E-S-O-K-I. Also das geht jetzt. Heißt das, ich mag dich, oder heißt das das Schlimmere? Also, das, also. Oh, oh. Also nein. Ja, das heißt, ich mag, ja. Das ist schon, weil es geläßt ist, aber ich mag dich. Ich mag, oh Gott sei Dank. Verdammt, hätte ich das jetzt mal gesagt. Jetzt ärgere ich mich gerade. Schmecken die Chips? Ja, ich dachte, ich krieg noch was von deinem Rahmen ab. Was? Ich, äh, ich mache, äh, die sind jetzt bestimmt abgekühlt. Ich, äh, werde gleich immer neue Rahmen machen. Alles, okay. Aber du kannst noch ein Chips haben, wenn du möchtest. Chips. Ja, nein, alles gut. Okay. Dann. Was ist denn das Schlimmere Wort? Die Sternen schnuppeln, wow. Wow. Da kann man sich ja was wünschen. Ich muss mir ganz kurz etwas wünschen. Moment, ich muss mal fast in mich gehen. Leder-Schildkröten. Warte, Moment. Ich habe das, was ich möchte. Und irgendwann dann kommt auch das andere Wort. Lass uns einfach gar nicht durch. Und wenn du es auf japanisch möchtest, dann ist die S. Aber das ist doch, also ich bin, jetzt bin ich verwirrt. Ich mag dich auch sehr. Das ist schon das Richtige. Gut, okay. Das muss ich noch übernehmen. Andere Wort, was du meinst, heißt Eichtöre. Okay. Ich habe dir nur das Wort erkehrt. Ich weiß, ja. Ich merke mir das andere. Ja. Es gibt Leder-Schildkröten an bis Putschi Beach. Ah. Ist, äh, die Ranger und Baby-Eichhörnchen. Kann man sich angucken? Die werden da auch gerade aufgepämmelt. Bist du gerade nervös? Nein, ich bin niemals nervös. Ich bin gar nicht mehr nervös bei dir. Überhaupt gar nicht. Bist du sicher? Wenn du mir so den Nacken hauchst, bin ich mir gerade sehr unsicher. Ich spüre da so ein Klopfen. Das ist, äh, mein Puls, denn, äh, das, ähm, also, ich, warte, ich muss mir kurz überlegen, was ich sage, denn mein Ärmel ist ziemlich eng und, äh, schnüpp mir ein bisschen, äh, das Blut. Genau. Okay. Du hast zwei Möglichkeiten jetzt. Entweder hast du Puls, weil du Angst hast, weil ich dir gerade über mich was erzählt habe, oder bin ich jetzt schon gemein. Hm? Bin ich jetzt schon gemein und sehr unfair. Ja. Oder weil du mich magst. Sehr. Ja, es ist gemein. Ich weiß nicht. Deswegen der Geschichte, ich erzähle, das ist schon okay. Ich mag dich sehr. Das habe ich dem auch schon gesehen. Ich weiß. Und weißt du, was ich gerade schön finde? Was? Du wächst gerade ein bisschen glücklicher. Wie wirklich? Du wächst, du wächst, das ist vorhin so traurig. Ich... Mach mal. Hier. Ich bin traurig, ich werde ein bisschen sauer auf mich selbst. Warum? Weil ich mich gerade in eine Situation gebracht habe, die eventuell noch anders hätte ausgehen können und das nicht gut war. Wie meinst du das? Wie anders ausgehen? Diese Situation, ich... Diese SMS, die er geschrieben hat, ich dachte, im kurzen Moment, die wären flirty. Ich, ähm... War dann da und hab dann halt diese Tasche gesehen und als es dann aufs Boot ging, dachte ich, ja, was ist dann... Ja, ich dachte... Ich hätte immer mal wieder versucht, Kontakt aufzubauen und ich dachte, Moment mal, schlitere ich hier gerade in was rein und weil ich immer alles überdenke und Herr Weiß gesagt hat, ich bin eine Overthinkerin, habe ich gedacht, nein, das wird schon nicht sein. Es ist alles gut ausgegangen, aber ich, ähm... Es hätte auch gesehen, wie blöd enden können, keine Ahnung. So wie bei der Bank, wo ich dann auch mitgegangen bin und mir auch im Nachhinein hätte ich nein gesagt, hätten die mich vielleicht einfach gehen lassen, wie die ganzen anderen Leute. Ich habe einfach viele Gedanken gerade mal. Ja, weil du in der Sachen halt mehr darüber nachdenken müsstest, das halt okay. Ich finde jetzt, Overthinking ist, dass nichts Schlimmes. Ich meine, ich bin da ja nicht unbedingt anders. Ja, das stimmt dann. Denk an meine Worte, dass du dich für niemanden verändern musst. Nur für dich selbst, wenn du das möchtest. mach die Sachen auf deinem Weg. Auf deine Art, meine ich. Alles gut. Ich wünschte, es würde beim PD einen Job geben, die eine Mischung aus Ermittler und Sozialarbeiter werden. das wäre perfekt. Sagst du einfach mal vor. Wo soll ich das denn vorschlagen? Am Commissioner. Ich kann es versuchen, das wird nichts bringen. Alice Logan ist tatsächlich mit dir für mich. Gut, klar, aber Ermittlungsfahrten dürfen wir nicht mehr machen. Müssen wir wohl privat ein bisschen machen. Wir hätten gesagt, wir hätten gesagt, dass er keine Ermittlungsfahrten machen dürfte. Ich glaube, das war der Commissioner. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr genau, weil wir haben es nicht mehr gemacht. Okay. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Logan halt keine Ermittlungsfahrten machen darf. Das liegt aber auch an Dienstvergehen. Oh, okay. Von daher. Aber eigentlich, ähm, wundert mich das ein bisschen, dass euch das so unter, also, das so unterbunden wurde. Unterbunden? Nice. Auch eigentlich, eigentlich ist es egal. Du, ähm. Hm? Ja, wolltest du was sagen? Du hast ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter nach all der Zeit. Hm? Ja, schon. Also, natürlich Also, den Unständen entsprechen wir. Aufbau. Aber ich würde schon sagen, ja. Was ist kein schlechter Mensch? Sie ist das absolute Gegenteil von meinem Vater. Ich sag ja, sie würde sich wahrscheinlich sehr freuen, dich kennenzulernen. Sie hat sich auch sehr gefreut, Tilo und Elena kennenzulernen. Und war sehr glücklich, zu wissen, dass ich so gute Freunde habe. Wäre es schlimm für dich, wenn du bei mir niemanden kennenzulernen? Wäre es schlimm für dich, meinen Vater nicht kennenzulernen? Äh, nein. Du wirst nicht drum herum kommen irgendwann, aus Gründen, aber... Was meinst du damit? Ach, nur so dahergesagt, manche Traditionen bei uns sind so, dass halt leider der, wenn ich mich daran halten möchte, mit der Oto-san sein, mal wie es werden muss. Wobei mein Onkel eigentlich auch reichen würde, mein Onkel ist mehr Vater für mich, als mein Oto-san und nee, also schönes Wetter und nee, es wäre okay für mich, wenn du das nicht möchtest. Die Entscheidung liegt aber bei dir. Ja, gut. Besser als das. Weißt du, ich hatte auch ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Okay. Wo bist du? Sieben, acht Jahre alt, mein Bruder aber auch. Was ist dann passiert, wenn ich fragen darf? Nee. Ich. Ich mache jetzt was anderes. Ich drehe mich um. Und dann kriegst du das. Und jetzt kriegst du noch das. Und weil alle guten Dinge drei sind, noch das. Oh. Hier draußen ist zu hinten jemand, oder? Es sind nur wir. Ja. Ich habe gerade eine Pfadfinderin geküsst. Ja. Ist ja sie eine Pfadfinderin, oder? Na, ich hätte eher gedacht, eine Studentin, aber... Eine Studentin? Warum eine Studentin? Weiß nicht. So Kunststudentin, oder sowas. Einige. Ja, gut. Mir wäre zumindest nicht Pfadfinderin eingefallen. Und dann kennst du ja noch gar nicht mein, ähm, Schneewittchen-Outfit. Was ist denn das Schneewittchen-Outfit? Das ist, weißt du, was, was, obwohl, da müsste ich meine schwarzen Haare wieder füllen. Also müsste ich meine Haare rauswachsen lassen, oder füllen lassen. Ich habe das damals ziemlich aufgetragen und das muss wie ein Schlägerchen. Willst du es mir mal zeigen? Ja. Nee. Wie? Nee. Dann kann ich jetzt genau so bleiben in den nächsten Minuten. Okay. Sehr gerne. Mag ich in meinen Armen zu haben. Ich meine, du hast im Schlaf ja auch sehr gut an mich geklammert. Tut schon, eh nein, ich hast du. Ich habe, ich habe hierhin der Nachricht geschrieben ist. Ich fand's schön. Und mich fand's sehr schön. Du sollst es nur mich unwohl fühlen und auch nichts aus Hüftigkeit sagen. Habe mich sehr wohl gefühlt. Zidromann, vielen, vielen Dank für dein Peinzler. Dankeschön. Und es hat mir auch sehr viel gezeigt, dass ich mich wohl gefühlt habe. Ich kann nicht glauben, dass du der gleiche Stingstiefel von gerade bist. Also das, Entschuldigung, das muss ich jetzt nochmal sagen. So bist du, so bist du bei mir. Warte. Matane. Und so bist du bei anderen. Matane. So, so bist du. Warum? Ich meine, das warum weiß ich ja jetzt, aber meine Güte, das ist ja ein Unterschied von Tag und Nacht. Nun, was soll ich dir dazu sagen? Weißt du, ja? Weißt du, was ich zu Barbara gesagt habe? Jetzt rede ich einmal ganz kurz. Entschuldigung. Alles gut, ich finde es gut, wenn du redest. Ich habe zu ihr gesagt, du bist die süßeste Versuchung, seit es Yolade gibt. ist das was Gutes? Ja, eigentlich schon. Okay, das hört sich schön an. Und, soll ich dir noch was erzählen? Hast du Yolade gesagt? Yolade, also Schokolade, Yolade. Das ist ja süß. Ist wirklich süß. Ich? Das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Und mir fehlt da noch ganz viel ein. Ich, äh... Soll ich generell nicht so nett sagen... Ja? Bitte was? Bitte was? Ich habe mich sehr über den Zettel gefreut. Ich habe mich auch sehr über deinen Zettel gefreut. Und er hat mich den ganzen Tag begleitet. Oh. Ich dachte tatsächlich, ähm, er wäre die Treppe runtergefallen und war erst ein bisschen, ein bisschen traurig. Ähm, Gott, aber das hast du ja noch niemals geschrieben. Ja. Siehst du, ich habe den Zettel im ganzen Tag dabei. Also gut bin ich nicht im Zeichnen, aber ich glaube, ich bin mir. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ich... Schön. Ich... halte mich so zurück bei dir. Ich halte mich so zurück und dann machst du genau die Dinge, die eigentlich ich immer mache. Und ich schaffe es nicht damit umzugehen. Du nimmst mir so viel vorweg. So, Massen... Ich... Tut mir leid. Ich... Mir war halt danach... Du bist ein bisschen wie die männliche Version von mir. Inklug, auf jeden Fall. Und ich habe ähm, noch was geordert. Äh, an dem... an den Neuchturm bei der ehemaligen Herbal Witchery. Und ich hoffe... Okay. Okay für dich, wenn ich ein... bald ein paar Herzchen-Tee-Lichter ins Schlafzimmer vielleicht ein bisschen aufstelle, falls es funktioniert. Ja, da alles kommen und schief ist. Ja, vielleicht überlegst du dir das irgendwo aufzuhängen oder so. Hm. Und dann gibt es eine Sache, die ich dir leider beichten muss. Okay. Dafür müssten wir mal in die Küche gehen. Okay. Mhm. Du hast gesagt, ich soll mich zu Hause fühlen. Mhm. Ich soll mich zu Hause. Und ich weiß, du hast ein... ein Ordnungswidrig. Ach, Quatsch, habe ich nicht. Oh, dass wir irgendwie auf die Kurve stellen. Mhm. Äh? Hast du gerade getrimmelt? Ja, reden wir nicht drüber. Okay. Ähm, also... Folgendes ist passiert. Ich wollte vielleicht auch mal zwei Sachen von mir hier aufstellen, damit es... Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Kate hier sehr viel dekoriert hat. Und da war es, oder? Hatte dich das, glaube ich, mal gefragt. Ich glaube, es war Kate, oder? Die Dekoration, wie sie jetzt, ist es von mir. Oh. Verdammt. Ich dachte, das wäre von Kate. Ich dachte, ich kann es ein bisschen arifizieren. Es... Es... du kannst gerne die Wohnung arifizieren. Warte, ich bin aber sehr... Du wohnst ja auch hier. Ich weiß. Ich bin aber sehr vorsichtig. Du bist ein Teil dieser... Du bist ein Teil dieser Wohnung, nicht vorsichtig. Du wohnst auch hier. Und... Sollten wir die mal... Ähm, sollt ich die, wir, du, ähm, kaufen das hier, dann ist es noch mehr unsers. Hast du kaufen gesagt? Ja. Weißt du... Ich... Nee. Nein, alles in Ordnung. Ich... Also, ich hätte dir irgendwann... Ich hätte dir sowieso vieles dazu gegeben. Ich kann nicht so viel wie du, aber dann mit... Du... Ich meine, ich darf ja hier auch wohnen. Ich will auch gar nichts dafür. Ich will ja auch nirgendwo drinstehen oder so, weil ich anscheinend gerade dumm bin, Verträge sind für die schlechten Tage, aber... Ähm... Ich musste... Für schlechte Tage spricht man aber auch immer und letztens stehst du mit drin, wir wollen uns das zusammenkaufen, wir zusammen sind und vielleicht einen Zugriff noch dieses andere da machen, wie auch immer. Du musst mich jetzt ausreden lassen, denn ich habe... Ich lasse dich ausreden. Ich habe etwas getan und ich war ein bisschen geschockt von der Anzahlung, die ich jetzt machen musste und, äh... Warte, ich habe in den letzten Tagen ein bisschen Geld verloren auf dem Konto, aber es wird sich sehr, sehr lohnen. Gut, auf jeden Fall... Was hast du denn in der Anzahlung geleistet? Es ist sogar nicht... Es ist... Es sei denn nicht, es ist ein Geheimnis, aber es tat weh. Was wird sich lohnen? Ähm... Ich habe auf jeden Fall, äh... meine Eier. Und ich habe gesehen, das habe ich schon gesehen, das Ei. Genau. Und, ähm... Nun... Da dann, ähm... Wollte ich eins auf das mit der... Also auf das erste Holzregal da vorne stellen, okay? Und dann ist das... Ja, reden wir nicht drüber. Aber mir ist da etwas passiert und ich werde dir jetzt genau zeigen, wie es passiert ist, ja? Ja. Also ich stehe hier so, höre ein bisschen Musik, mind my own business und dann stand ich hier so und hatte das Ei eigentlich zuerst hier hingestellt. Ja. So. Dann bin ich aber ein bisschen gestolpert und es ist mir hier oben hingerutscht. Da denke ich so, oh, verdammt, dann nehme ich es mal da oben wieder runter, okay? Ich habe also das Ei heruntergenommen. Aber ich sehe nichts, weil ich bin ja so klein, also habe ich das so gegriffen und habe aus Versehen eine von den Flaschen da oben mitgenommen, okay? Dann habe ich gesagt, ach, scheiße, mach ich den jetzt? Und dann, ähm, da habe ich mich hier hingestellt, wollte die Flasche wieder hinstellen und denkst so, oh, oh, jetzt ist alles komplett schief. Dann würde ich die Flasche wieder greifen und ich habe aber nicht die von links, sondern die danach gegriffen. Ich, oh, nein, verdammt. Und dann, ähm, habe ich gedacht, okay, ich stelle die Flasche aber jetzt auch wieder hin. Ne? Also habe ich mich dahingestellt, habe dann die Flasche dahingestellt, auf gut Glück, weil ich gerade die so gut sehen und, ähm, dann habe ich die dritte Flasche auch zu sehen gegriffen und dachte, oh nein, jetzt ist ganz, jetzt ist ganz schlimm, jetzt ist ganz schlimm. Und, ähm, weißt du, ich war zwischenzeitlich einfach so durcheinander, dass ich einfach, sogar hier, es ist ganz schlimm, es war ganz schlimm und jetzt sieht es nicht mehr gerade aus. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich habe wirklich nach jeder Flasche gegriffen und alle stehen nicht mehr so, wie sie stehen sollten. Und es tut mir unfassbar leid, weil ich glaube, das hat bestimmt viel mehr gekostet, die anderen da oben gerade hinzustellen. nur nicht, ich habe mein Bestes gegeben, die, ähm, wieder alle nebeneinander gerade hinzustellen. eventuell ist mir das auch mit dem Wodka da oben passiert. Ähm, und ja, dafür eine Entschuldigung. Hier, eine halbe Panikattacken hier gehabt. Was entschuldigst du dich gerade? Weil, selbst mich das stört, dass die da oben nicht mehr gerade nebeneinander sind. Du hast die Wohnung halt arifiziert. Nein, das, das meine ich nicht mit arifiziert, wirklich nicht. Äh. Es ist ganz furchtbar, ja. Es ist, äh, nicht, dass du die umkippst. Genau. So, warte mal. Guck mal. So. 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 Wenn dich das jetzt auch stört, dass sie nicht gerade sind, wären wir sie wieder gerade hin. Aber, hättest dich nicht gestört, hätten wir es auch so stehen lassen. Jetzt hätte ich fast die Flasche aufgemacht. Äh. Ja. Ach. Ja. Ich erinnere mich. Es ist ja nicht. Super, ich liebe die Wohnung, ne? Also, die ist wirklich schön. Ja. Das ist fantastisch. Ja. So. Mhm. Sag mir nicht zur Seite, Kängste. Ja, ich brauche ja deine fachkundigen Augen. Du musst halt sagen, wenn es schief ist. Aha. Aha. Mhm. So. Ähm, ja, genau. Das Problem hat mich auch was ist. Ja, man kann es halt oben nur ertasten, ne? Das ist schwierig. Ja. Das ist der Tequila runtergefallen, hoffentlich. Ich hatte hier so ein Problem und dachte, nein, was habe ich getan? Ne, jetzt muss ich das leider machen. Jetzt stört es mich. Oh Gott. Moment. So. Oh, warte, ich habe eine gute Idee im Moment. Ja. Wahrscheinlich funktioniert. Ah. Ist doch ein bisschen zu hoch. Oh Gott. Ja, ist ein bisschen eng so. Und ich glaube, ich weiß, was du vorhattest. Okay, gut. Ich glaube an dich. Es ist halt was her, dass ich das gemacht habe. Wie lange hast du gebraucht? Zwei Tage? Ich habe sehr viel experimentiert, ja. So. Nummer eins. Ja. Wir sind auf einem guten Weg. Ja. Oh. Und jetzt noch die letzte. Wo möchtest du das Ei denn hinhaben? Möchtest du es da stehen lassen? Ich werde es nie wieder da runternehmen und es bleibt genau da, wo es ist. Okay. Hat mir sehr viel Ärger gesagt. Du schaffst das. Nichts, Alter, glaubt er mich. Ja. So. Passt, würde ich sagen, ne? Ja, passt. Oh wow. Jetzt geht er wieder gerade. Oh nein. Mal kurz was in den Kühlschrank packen. Mhm. Wie war denn dein Tag gestern so? Mein Tag gestern? Ja. Ich weiß noch nicht, ob du irgendwas gemacht hast. Ja, das werde ich dir noch erzählen. Es wird aber immer später. Ich sage mir, wenn du es nicht hören willst, aber es ist schon ziemlich wichtig gewesen. Ich höre dir zu. Ari, um alles klarzustellen. Ja. Wenn ich schlafen möchte, gehe ich schlafen und sage dir das. Mach dir da nicht so einen Kopf, bitte. Ich habe ein Date zwischen Herr Kowalski und Barbara besucht, organisiert, Entschuldigung. Okay. Barbara war die damals Frau, ja, okay, interessant. Wie war das so? Also, es fing an damit, ähm, ich erzähle mir ab, wir waren am Stadtpark in meinen Tour de Barbara, dann Harald Ecker, den wir danach abgeholt haben, der ja unsterblich in sie verliebt ist, aber sie auch ständig beneidigt. Und der alte Harald Ecker. Der Harald Ecker, genau. Aha, okay. Von dem ich nun weiß, dass er keinen Ruten hat, diese Info wollte ich gar nicht haben, aber egal. Danke für die Information, die wollte ich noch nicht haben. Geteiltes, leites, halbes Leid. Ja, mit dir teile ich gerne, ja. Auf jeden Fall, ähm, hat er dann gesagt, ich habe... Passt so wieder, ne? Mhm. Passt so wieder, ne? Passt so wieder, Dankeschön. Er hat auf jeden Fall gesagt, dass er, ähm, eine SMS bekommen hat von Piti. Den haben wir gerade am Stadtpark gepackt. Okay. Und ich bin, du musst es verstehen, ich bin eigentlich für meine Freunde da, aber mit Harald, der hat mich angefahren, habe ich noch ein bisschen so, Hühnchen zu rufen gehabt und, ähm, gerade wenn es irgendwas Kriminelles ist, ich leite, der sah nicht sofort wieder weiter. Er hat so die SMS vorgelesen, meinte, dass er 1100 Dollar Strafe zahlen muss. Und da habe ich gesagt, ja, hast du mal beim Piti angerufen, bei der Info, äh, Hotline oder so. Warte, ja, nee, kann ich ja noch machen. Hier steht aber auch was von 60 Hafteinheiten. Und dann habe ich aufs Glas getreten und habe gesagt, ja, dann fahren wir mal direkt zum MLPT, dann kannst du das bestimmt da klären. Und das Ende vom Lied war, er ist, äh, in den Knast gekommen. Und, ähm, tatsächlich, ähm, war er mir da aber auch nicht böse, weil früher oder später, ähm, er hat nämlich vorher noch gesagt, dass er seine Termine alle nicht wahrgenommen hat. Äh, er ist zu keiner Anhörung keines gekommen, das war ihm egal. So. Naja, auf jeden Fall, äh, hatte er dann die 60 Hafteinheiten und die Kollegen haben sich darum gekümmert. Ähm, ich habe ihm irgendwann durch die Blume gesagt, dass Barbara ein Date hat. Und du hältst mich jetzt bestimmt für eine richtig blöde Kuh, aber, ähm, er, kurz bevor er da, äh, mitgenommen wurde, ähm, wollte er unbedingt wissen, mit wem sie das Date hat. Und ich habe ihm gesagt, dass sie das nicht verratet. Und, äh, dann hatten wir ein bisschen Smalltalk und ich habe ihn gefragt, gibt es eigentlich, du bist ja cozy over im Kiosk, gibt es da eigentlich auf dem Konto irgendwelche komischen Sachen oder verdient der Kiosk eigentlich gut. Und hier und da. Und dann hat er ins RDP geguckt und gesagt, ich könnte es dir sagen, ich habe jetzt die ganzen Kontobestiegungen. Da habe ich gesagt, du sagst mir das und ich sage dir, mit wem Barbara auf ein Date geht. Und er hat mir alles erzählt. Äh, habe ich ihm das auch gesagt. Und, ähm, ich wollte ihn aber so gut es geht davon fernhalten. Äh, irgendwann sind wir aber dann doch zum Ellis gefahren und, äh, er hat sich einfach neben Herr Kowalski gesetzt. Und dann wurde es ein bisschen hitzig, aber Herr Kowalski hat sich tatsächlich wie ein richtiger Ehrenmann vor Barbara, also, präsentiert. Und Harald ist ihr im Fang gegangen. Und so wie es aussieht, ähm, werden die beiden sich nochmal treffen. Und die waren auch sehr süß zu erinnern. Herr Kowalski hatte richtig, äh, hatte ihre Lieblingsblumen tatsächlich. Da habe ich gar nichts zu beigesteuert. Das hat er selber. Ihr habt hier rausgefunden, ihre Lieblingsblumen beigehabt. Und war gemeint sehr süß. Hältst du mich jetzt für furchtbar, weil ich Harald, äh, zum PD gemacht habe? Nö. Hältst du mich für furchtbar, weil ich ihm gesagt habe, mit wem sie das Date hat, damit er mir die Informationen gibt? Ja, ich, äh, eine Ahnung habe, warum das getan hat. Nur, außerdem, dass Kowalski das wie ein Gentleman, äh, klärt. Ist ja klar. Das ist Kowalski. Hm. Ja, ich habe versucht, Harald die ganze Zeit da rauszuziehen, aber ich glaube, irgendwie habe ich Barbara mal gegönnt, dass sie, weiß ich, ich hätte so viel Pech gehabt mit den Männern hier. Ich hoffe wirklich, ich hoffe wirklich, dass das mit ihrem Kowalski wirklich was wird, weil er so vernünftig ist. und ich mich freuen würde, wenn sie so jemanden an ihrer Seite hat. Ich wollte gerade das etwas Ähnliches sagen. Was denn? Dass mit Kowalski bestimmt jemanden guten an ihrer Seite hätte. Ja. Ich meine, wir reden von Kowalski. Mhm. Kleider Dickkopf für manchen Sachen, aber lieber. sowas kennst du ja, hm? Nee. Du bist ein Kleider Dickkopf. Nee, du. Nach. Aber verspricht mir, jetzt hältst du mich wirklich nicht für fies. Nein. Ich würde Freunde jetzt nicht einfach so ausliefern, aber ich mache nichts, was irgendwie am Gesetz vorbei ist oder sowas. Und der hat mir die Schuld für den Unfall gegeben. Deswegen, das war schon war schon so, okay. Wie groß ist Harald? Nein, ich habe mich schon umgekümmert. Okay. Ja. Genau. So, und wo hast du noch rarifiziert? Da muss ich selber mal gerade ganz kurz. Ich habe die Kerze weggenommen, genau. Hier habe ich mich gar nicht getraut. Da habe ich nichts hingepackt. Ich glaube, ich habe hier nein, nirgendwo was hingepackt. Nein. Kannst du aber. Nein, nein. Sieht aus und schon sehr schön aus, ja. Ich habe nicht so viel. Ich auch nicht. Ich komme mir kein Chibi leisten zu der Zeit. Doch, du hast, ja. Ich habe mal oben. Zeigst du mir jetzt dein Schnellwittchen-Outfit, das ist aber cool. Ah, du wirst es wahrscheinlich gar nicht sehen. Ja, ich kann es dir zeigen. Soll ich draußen warten? Musst du nicht. Kannst du das bitte nicht so sagen? Wie meinst du? Ich meine es gut. Soll ich mich umdrehen, oder? Du, ähm, du, also, ich übernasse dich dir. Ähm, okay. Ähm, du hast ja gesagt, dass, ich habe dich ja schon im Bikini gesehen, also. Willst du dich gerade um? Ich gucke dich gerade an. Ich kann mich auch umdrehen, ich kann mich auch umdrehen, also. Nein, das ist schon okay. ich, ich, ich lass, ich lass aber meine Mütze auf. Ich, äh, vergiss, was ich gesagt habe. Ich, genau, es ist genauso wie, wie ein Bikini. Es, genauso, bisschen mehr spitze dran. So. Ähm, wo, 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 wo ist denn jetzt? Mein Rock, ich muss gucken, ich muss, ich muss, ich muss gucken, wo der, wo, wo, wo ist, genau, da ist der Rock. Ich, ähm, wahrscheinlich, ich will das jetzt gar nicht, oh Gott, ich muss mal ganz kurz hier meine, ganz den Tops durchsuchen, das sind so für viele. Mhm. So. Ähm, ähm, warte, ich bleibe mich, ich, oh, da ist es. Genau. Oh Gott, so, ich sehe ohne Mütze, es ist wirklich blöd aus. Ähm, Hä, du siehst ohne, wie, du siehst ohne Mütze, das ist ohne Mütze, das ist hübsch. Oh. Das ist doof ohne Mütze. Also, ich hatte das hier. Ist nicht so, aber, ja. Ja, du hast das. Also, die passenden Schuhe, aber ich habe das tatsächlich alles gar nicht, meine schwarzen Haare zur Seite gebunden. Und ich meine, ich hatte sogar noch irgendwas Gelbes in die Hand gehabt, ich weiß es nicht mehr. Äh, ja, genau, das, und das war's, genau. Ich zieh, ich zieh, zieh mir jetzt einen Stammanzug an. Ähm, auch süß aus. Danke, danke, ja. Äh, ja, ja. Ähm, stehst du da noch? Äh, ja, ich kann mich umziehen, also. musst du nicht. Ich, ähm, ich zieh mir jetzt einen Stammstein. Ich stehe hinter dir. Oh Gott. Okay, ich zieh mir jetzt irgendeine Hose an. Irgendeine Hose. Hose. Oh, das sind meine Hosen, die ich anziehen wollte. Ähm, nein, die ist es nicht. Ähm, ich, ich beheil mich, ich beheil mich wirklich. Ich beheil mich. ja, ich, mhm, mhm, mhm. So, okay. Oh, kannst du bitte nicht so, oh Gott. Ähm. Ich, ich stehe nur hier, ich brauche gar nichts. Also, ich gucke dich an, so. Also. Ja, ich beheil mich, ich schwöre, ich beheil mich. Oh, da ist eine Wolke, die aussieht wie ein Schneemal. Ähm. Was? Was? Nee, also, äh. Eine Wolke, die aussieht wie ein Schneemal? Ja, nee, also, ich wollte dich ruhigen, keine Ahnung. Ich, ich, ich bin gar nicht urteilt. Ich, warte, ich beheil mich. Gut. Äh. Also, ich kann auch weggucken, wenn ich unwohl, also, wirklich, so. Nein, ich fühle dich im Wohl, aber du wirkst so nervös, und dann macht mich das ganz nervös, weil, ich will nicht, dass du nervös bist. Ja, natürlich. Was? Ja, halt. Oh, ich, 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 ich ziehe mich mal um. Nein, nein, darfst du gerade nicht. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich dich verdiene, irgendwie, so. Was hast du denn gerade, Schätzchen, erzählt? Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das, Tina, irgendwie. Wie du, wie du was verdienst? Weißt du, zieh dich einfach um. Ich, ich gucke jetzt genauso hin, ja. Äh, was? Was? Alles okay? Alles okay, ja? Bist du noch ein Mochi? Nein, ich, ich bin gleich ein Mochi. Was? Nein, nein, ich will kein Mochi. Wie, du bist ein Mochi. Dave. Ich dachte, du bist ein Hummelchen. Ach, Mensch. Ähm, darf ich dir eine Frage stellen? Ich schaue zu mir. Was? Ja? Wäre das schlimm, wenn, ähm, ach, weißt du was? Nein, ist schon okay. Das ist, ähm. Wäre das schlimm? Ja, das könntest du falsch umfassen. Das ist vielleicht doch nicht so gut. Achso, warum geht's denn? Wenn, wenn ich auszusehen ausrutschen würde. Wie ausrutschen? Nicht, dass du dich verletzt? Also, hä? Äh, weiß keiner. Ähm, wenn ich dich auszusehen, wenn ich auszusehen ausrutschen würde und, äh, dich dir in den Arm ganz, gleich beißen würde. Aber so, dass es nicht wehtut, würde ich das stimmen? Nee, ist ja nur ausrutschen. Warum möchtest du in meinen Arm beißen? Falls ich falle und, ah, während ich so geschreihe und dann auszusehen mit meinem Mund auf deinen Arm und dann erschrecke ich mich. In dem Moment weiß ich ganz leicht zu, aber kurz bevor ich richtig zubeiß, halte ich mich, halte ich das noch auf und irgendwie so. Das ist okay für mich. Oh Gott. Okay, ja. Ähm, ja. Hm? Was, ähm, warte mal, was du, ähm, was warst du so am Donnerstag? Oder, Freda, ich meine, bist du da schon weg? Wann bist du weg? Wann war das? 14. Ich, äh, fliege am Montag. Am Montag? Also, Montag, Montag auf Dienstag Nacht. Ja. Okay. Okay, gut. Du klingst so traurig, weil... Ja, natürlich bin ich traurig. Ja, ich... bin auch traurig. So. Aber... Komm ja wieder. Wenn du nicht wiederkommst, bin ich sauer, pack meine Koffer und werde dich suchen bis an mein Lebensende. Dann lasse ich dir prübel und wir haben da irgendwo ein Haus, wo es cool ist und was? Bitte was? Bitte was? Ähm. Ähm. Bitte. Nee, ich... Also, ich, äh... Hm. Ich... Morgen weiß ich noch nicht so. Vielleicht mache ich morgen auf der Couch schon ein bisschen... kränkelig. Hm-hm. Von dem mein Knie vielleicht etwas aufpassen. Ja. Freitag, glaube ich, schon. Ja, dann... Montag halt. Also, auf Wochenende werde ich ein bisschen entspannen. Okay. Gut. Weiß ich Bescheid. Ach so, es... Ich wollte mich nur noch kurz entschuldigen. Es war nach... Warum? Es war sehr spät. Ich bin leider nach der ersten Folge von diesem Meine im Schrein gestorben. Aber wir müssen unbedingt weiterschauen. Und wir können... Ja. Weitergucken. Und du meintest, das erinnert dich an dich? Ja, manchmal sehe ich da ein paar Parallelen. Okay. Und... Der... Einer, der erinnert mich ein bisschen und mein Onkel bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ich bin dann der erste Fall eingeschlafen. Wen genommen ein? Wir reden da noch mal drüber, wenn du mehr geschaut hast. Okay, machen wir. Spider-Mechan. Ja. Will ich ja auch nicht. Deswegen. Witz. Sollen wir schlafen gehen? Wenn du das möchtest, können wir schlafen. Warte, ich geh auf die Couch mit. Das hat jetzt meinen kompletten Abgang kaputt gemacht, dass ich da mit dem Fuß gegengekommen bin. Richtig. Außerdem geht es da ins Bett. Ja, aber ich schlafe nicht alleine. Ich nehme... Da können wir uns ein Meerschweinchen holen oder sowas. Was? Keine Ahnung. Ich wusste jetzt nicht, wie ich das sagen soll. Ich dachte, ich soll hierbleiben. Ich kann auch runtergehen. Nein. Du hast gesagt, du würdest ein Meerschweinchen lieber hier haben als ich. Ich rede... 60% der Zeit sowieso nur Quatsch. Was ist das? Naja. Wo bin ich? Das ist kein Quatsch. Doch, ich rede 60% der Zeit nur Quatsch und der Rest, die restlichen 40% sind okay. Du redest jetzt gerade Quatsch, was du gerade redest, aber du redest immer keinen Quatsch. Du redest gut. Also, hey. Was denke ich denn? Ich denke ich doch. Was ist, wenn ich das sage? Du hast gesagt, ich bin ein kluger Mann und dann heißt es ja, ich habe recht, ne? Was hast du also gehört? Jetzt glaube ich nicht. Ich denke tatsächlich, dass es bestimmt bessere Gesprächspartner einfach für dich gibt als ich. Aber du mir... Ich mag die Gespräche mit dir so, wie sie sind. Danners, unsere Gesprächshalter sind nicht Arbeitsgesprächshalter. Das ist schon so viel wert. Ja gut, bei mir ist das nicht schwierig. Was soll ich über die Arbeit erzählen? Ich saß heute hinten und habe geguckt. Ach, Mann. Husker, heute war wieder so ein blöder Tag einfach. Das hast du gesagt, aber du hast nicht gesagt, warum das so ein blöder Tag im PD war. Weil, desto weniger ich mache, desto mehr vergesse ich und desto mehr möchte ich tatsächlich mich nicht einschnippeln. Wie kann man das ändern? Bitte? Wie kann man das ändern? Ich würde das gern wie früher machen. Dann bin ich einfach Mittagsstreife gefahren und hatte genügend Zeit, mir das anzuhalten. Dann mach das doch so. Ja, das versuche ich seit einer Weile. Hat noch nicht so geklappt. Ja, ich verstehe. Aber das ist so mein Plan. Und wie gesagt, mit ganz krassen Crash-Course in der kompletten Grundausbildung nochmal geben. Kriegt er bestimmt hin. Süßeste Versuchung, seit es hier ein Lade geht. Du meinst gerade mich, oder? Ja, natürlich, wenn so. Okay. Ich weiß nicht, wir haben gerade vor einen Satz davor über Deeks gesprochen. Ich weiß, mein Gehirn funktioniert ein bisschen komisch. Entschuldigung. Ich bin meistens schon ein Thema weiter. Ich spreche es aus und bin direkt schon beim nächsten Thema. Okay. Jetzt du bist für mich wie ein Motsch. Oh Gott, ich bin dick und weich. Nein, der wird süß und lecker. Oh. Äh, ja, äh, ja, ähm, okay, das ist süß. Ja. Das ist süß. Das kam gerade so rausgeschossen. Das ist süß. Was? Schöne Sachen sagen für absolute Profis. Guckst du auf mein Tablet drauf? Bitte? Hast du dich in mein Tablet eingeloggt? Nein, das war tatsächlich... Meine PDFs durchgeschossen? Nein, 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 das war jetzt... Das war jetzt geraten. Ja, sehr sicher, das war jetzt geraten. Was, dann bist du gerade Stalker-Chan, oder? Nein, bist du ein Aal? Äh, was? Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich wollte vom Thema reden. Ich bin doch kein Aal. Nein, du bist kein Aal, ich wollte jetzt vom Thema reden. Du bist keine Murmel. Ich hab dein Blut getrunken. Ja, du, mein. Jetzt haben wir ein Band, ein unsichtbares Band. Das wirklich? Nicht durchschneiden. Ja, ich glaub daran. Du weißt, und wenn dir etwas passiert, störe ich das auch. Genauso wie andere. Okay. Aal, nun. Unagi? Ja, Unagi. Nee. Kissen sind nun mal wirklich nicht so mein Ding, weißt du? Stellt, dass ich eigentlich auf dieser Seite liege? Äh, nein, warum? Soll ich ein bisschen was machen? Nein, auf gar keinen Fall. Fall nicht hin. Ja, alles okay. Alles okay. Ja, alles okay, ist alles super. Okay. Alles gut. Du hast nichts, oh Gott, hast du das gesehen? Was? Dass du da gerade fast hingefallen bist? Oh mein Gott, wie peinlich. Nein, tu so, als ob du das nicht gesehen hast. Schwierig. Ist überhaupt gar nicht schwierig. Doch. Ich hätte nicht. und es ist okay, wenn du auch näher bei mir bist, so, glaube ich. Ist es? Ist dir das lang genug? ich mag deinen Kopf an meinen Kopf. Also, sorry, was, 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 was? Also, hey, ja, also. Was denn? Nix, alles gut. Ich, ja. Ist es okay? ich, ich hab, ich gern nach bei mir. Moment, ich muss mir ein Gedächtnis rufen. Da ist, geht es. Richtig? Ja, da ist, geht es. Das, du weißt gar nicht, wie mir das bedeutet, dass du, das versuchst, auf meiner Sprache, das ist, ich hab keine Worte dafür. Ich, ich, du bist einfach die Frau. Äh. Ich werde dir nicht die Kleidung von, aber was, ähm, Lass uns schlafen. Ja, lass uns schlafen. Oh, ja, oh, oh, ja, oh, 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 da sitzt noch immer noch ein drauf. Ich denke mir selber hier so, meine Güte, ist das niedlich alles, das ist ja frisch. Ah, ich muss mich da auf Möbel ausloggen. Das ist ja schrecklich.